Vorwort von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Avaie im März 2010. Das Waldbauernbübel Erster Band von Waldheimat – Erzählungen aus der Jugendzeit Von Peter Rosecker Vorwort Kindheit, Heimat Das uralte Lied, dem man ewig horcht Es ist eine der göttlichen Eigenschaften unserer Seele, dass wir vergangenes Ungemach leichter zu vergessen pflegen als vergangene Freuden und dass sich in der Erinnerung diese Freuden immer mehr von den Schlacken des Ungemachs reinigen, bis sie dastehen wie ein strahlender Himmelsalter, auch dem alten Kinde noch. Man nennt sie Träumer, die Menschen, die so gerne ins Vergangene schauen. Wir bedenken nicht, dass sie in traumhaftem Glück hier einen Schatz bewachen, der unverlierbar und unzerstörbar ist, solange die Seele lebt, in der er ruht. Kindheitsheimat Ich habe kein Land gefunden in der weiten Welt, das so schön und glückselig wäre, als meine raue Bergeshöhe zwischen Wäldern und Wiesen. Wenn ich nun aber in diesem Buche von Kindheits- und Jugendtagen des Waldbauernbuben erzähle, so muss man diesen Buben nicht allemal gerade auf meine Person beziehen. Man kann es tun, aber mit einiger Vorsicht. Die Erzählungen wollen zu jeder Gattung von Wahrheit gehören, welche durch den Poeten ins Allgemeine gehoben wird und den ganzen Menschen zeigt. Grundlage dieser Schriften sind meine Erlebnisse in jenen Bergen, zu jener Zeit von etwa 1848 bis 1870, und auch Erlebnisse anderer, die mit mir und um mich gewesen sind. Es ist wohl schon mancher Kopf darüber geschüttelt worden, wieso ich in meiner Bauernhütte all die Zustände und Sitten und die vielen wunderlichen Kerle kennengelernt hätte, ob sie denn gleich so von allen Talgründen, Waldwinkeln und Almmatten herbeigekommen wären, um sich von mir beschreiben zu lassen. Nun, Volksstudien habe ich in der Tat gar keine gemacht. Ich habe die Leute nicht studiert, ich habe nur mit ihnen gelebt, in guten und bösen Tagen. Und zwar nicht bloß in einer Hütte. 67 Bauernhöfe sind zu zählen, in denen ich als Handwerker gelebt, gearbeitet, gelitten und dem Himmellöcher geschlagen habe vor Freudigkeit. Dann des Jungen flinke Beine, die überall wollten sein, die Welt- und himmelgierige Seele des kleinen Guckinsleben, endlich das bisschen Dichterlatein. Das alles zusammen gibt am Ende doch etwas, das des Aufschauens wert ist. Davon nun ist das Buch Waldheimat entstanden. Es ist in dieser neuen Ausgabe sehr erweitert worden. Zu den Kindesjahren und Pflegeljahren sind die holten Jünglingstage des Schneiderbuben gekommen und die Waldferien des Studenten. Eine eigentliche Lebensbeschreibung ist es nicht geworden. Eine solche kurzgefasste ist in dieser neuen Ausgabe erster Band beigegeben. Es ist nichts anderes als eine Sammlung von Erlebnissen und Erfahrungen aus dem Jugendleben in der Waldheimat. Die Erzählungen sind in sehr verschiedenen Zeiten entstanden. Sie bleiben stehen, wie sie gewachsen sind. Doch habe ich ihre Formen und Launen noch einmal scharf unter das Gewissen genommen. Die beabsichtigte chronologische Reihenfolge ließ sich des eigensinnigen Inhalts wegen vielleicht nicht immer genau durchführen. Auch hat mein schlechtes Gedächtnis am Ende bisweilen Dinge und Namen verwechselt, was in manchen Fällen sogar wohlgetan ist. Soll gelegentlich schon jemand bloßgestellt werden, so will ich selber sein. Ich bin's gewohnt. Was war ich doch für ein armer Schlucker, ohne es zu wissen, für ein lustausflatternder Schwärmer, ohne es zu dürfen, und was war ich bisweilen für ein Lausbub, ohne es zu wollen. Ich tat aber, was mir lieb war, ohne viel zu fragen. Weil die ganze schöne Welt anderen gehörte, so schuf ich mir eine eigene. Nun, sie ist auch danach geworden. Der Spaß war zum Ernst, der Ernst zum Spiel, das Spiel zum Leben. Und jetzt war es, als wäre ich in allen Waldbauernleuten und alle wären in mir. Als wäre ich der einfältige, hundertfältige, der weltüberlegene, ewige Waldbauernbub. Ende des Vorworts Kapitel 1, Teil 1 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Heike Bachmann Das Waldbauernbübel Erster Band von Waldheimat Erzählungen aus der Jugendzeit von Peter Rosegger Kapitel 1, Teil 1 Von meinen Vorfahren Von anderen Urkunden waren in jener Gegend schon um 1290 Rosegger vorhanden. Sie waren Bauern, teils auch Amtmänner und Geistliche. In Kärnten steht noch heute eine Schlossruine, Rosegg oder Rosegg genannt. Man könnte also, wenn man hoffertig sein wollte, sagen, die Rosegger wären ein altes Rittergeschlecht und obiges Schloss sei ihr Stammsitz. Aber diese Hoffart brächte zu Tage, dass wir herabgekommene Leute wären. Bei Bruck an der Mur in Steiermark steht ein schöner Berg, der auf seiner Höhe grüne Almen hat und einst viele Zenhütten gehabt haben soll. Dieser Berg heißt das Rosegg. Man könnte also, wenn man bescheiden sein wollte, auch sagen, die Rosegger stammten von diesen Almen, wo sie einst Hirten gewesen, Kühe gemolken und Jodler gesungen hätten. In der nächsten Nachbarschaft der Krieglacher Berggemeine Alpel, in der Pfarre St. Katrain am Hauenstein, der Gegend, die einst von Einwanderern aus dem Schwabenlande bevölkert worden sein soll, steht seit unvordenklichen Zeiten ein großer Bauernhof, von jeher insgemein beim Rosegger genannt, trotzdem die Besitzer des Hofes nun schon lange anders heißen. Möglich, dass genannter alter Bauernhof das Stammhaus der Rosegger ist. Diese sind ein sehr weit verzweigtes Geschlecht geworden. In St. Katrain, in Alpel, in Krieglach, in Fischbach, in Stanz, in Kindberg, in Langenwang und so weiter gibt es heute viele Familien Rosegger, deren Verwandtschaft miteinander gar nicht mehr nachweisbar ist. Zumeist sind es einfache Bauersleute. Ein Priester, Rupert Rossegger, hat große Reisen gemacht, darüber geschrieben und auch schöne Gedichte verfasst. Das, was ich von meinen Ahnen weiß, hat mir größtenteils mein Vater erzählt. Er hat besonders in seinen alten Tagen gerne davon gesprochen. Was daran Tatsache, was Sage ist, lässt sich schwer bestimmen. Der Bauernhof in Alpel, zum untern Kluppenegger, in diesem Buche auch der Waldbauernhof genannt, gehörte zu Anfang des 18. Jahrhunderts einem Manne, genannt der Andal, Andreas, im Kluppeneck. Das soll ein wohlhabender Mann gewesen sein und in der Erinnerung der Familie wird er noch heute der reiche Kluppenegger geheißen. Er hat ein Pferd besessen, mit welchem er für die Gemeinde Alpel den Saumverkehr mit dem Mürztale, Fahrweg hat es damals noch keinen gegeben, versorgt haben dürfte. Der Andal im Kluppeneck war einmal beim Großschnatten vom Baum herabgefallen und hatte einen hinkenden Fuß davon getragen. So soll er des Sonntags auf seinem Rösslein in die Kirche geritten sein, auch beim Wirtshause sich den Krug Wein aufs Rösslein haben reichen lassen und ein großes Ansehen gehabt haben. Pau! Die soll viele Freier abgewiesen haben. Da kam der junge Nachbar vom Riegelbauernhof. Das Riegelbauernhaus ist das zu höchst gelegene in Alpel und von ihm aus sieht man rings über die Engtäler des Alpels hinweg in der ferne hohe Berge. Man pflegte in alten Zeiten die Höfe hoch hinauf zu bauen, so hoch, dass man oft nicht einmal einen Brunnen hatte, eben wie auch bei diesem Riegelbauernhofe, wo man jeden Tropfen Wasser unten an der steilen Berglehne holen musste. Das Gebäude der Riegelbauern ist erst vor kurzem niedergerissen worden. In diesem Hause tauchten jetzt die Rossäcker auf. Ihrer sollen zur Zeit viele Buben gewesen sein und einer davon, der Josef, ging zur Kluppenecker-Tochter herüber. Fußnote 1 Also hat die Kluppenecker-Tochter vom Riegelbauernhofe her den Josef Rossäcker geheiratet, welcher geboren worden war am 16. März 1760. Der Josef soll ein kleines, rühriges Männlein gewesen sein, an seinen kurzen, rundlichen Beinen niedrige Buntschuhe, grüne Strümpfe und eine Knielederhose getragen haben, auf dem Haupte einen breitkrempigen Filzhut, unter welchem lange, graue Locken bis zu den Achseln herabreichten. Ein kleines, hageres Gesicht, stets wohlrasiert, graue, lebhafte Äuglein und im Mund allzeit ein harmloses Späßlein, so dass es immer was zu lachen gab, wo der Seppel dabei war. Der Seppel hat auch die Kunst zu schreiben verstanden. In einem alten Hausarzneibuche steht, mit nun freilich verplaster Tinte, schlicht und schlecht geschrieben, Großfrauentag 1790 Ich, Josef Rossegger, habe am heutigen den erstgeborenen Sohn Ignatius bekämen, empfälche das Kleinkind unserer lieben Frau. Vom Seppel erzählt man auch, dass er schon in seiner Jugend graue Haare bekommen hätte. Er sei nämlich während eines schweren Nachtgewitters auf einer hohen Tanne von wütenden Wölfen belagert worden und habe Todesangst ausgestanden. Der Seppel soll eine Alm gepachtet und sich nebst Ackerbau und Holzwirtschaft viel mit Viehzucht befasst haben. Er hatte zeitweilig acht Knechte und ebenso viele Mägde gehabt, zu denen nachher noch die eigenen Kinder kamen. Die Söhne hießen Ignatz, Michel, Martin, Simon, Baldhauser, Jakob. Von diesen Brüdern ist die große Verträglichkeit und Einigkeit in der ganzen Gegend sprichwörtlich geworden. In jeder Arbeit halfen sie einander und wo an Sonntagen einer der Kluppeneckerbuben war, da sah man die anderen auch. Keiner ließ über die anderen ein böses Wort aufkommen, jeder stand vor alle ein. Wenn es um einen Bruder ging, so hob selbst der Friedfertigste, der Ignaz seinen Arm. Wer einen dieser Burschen überwinden wollte, der musste alle sechs überwinden und der, für den einer derselben eintrat, hatte sechs gute Kameraden. Mehrere dieser Brüder kauften sich später Bauerngüter, im Untern Mürztale oder erheirateten sich solche. Dadurch entkamen sie der Militärpflicht. Soldat ist nur einer gewesen. Derselbe starb zu Pressburg an Heimweh. Der Baldhauser, welcher die Soldatenlänge nicht hatte, brauchte sich um einen Besitz nicht zu bemühen. Er blieb im heimatlichen Hofe als Knecht. Der Josef erreichte ein hohes Alter. Auf einem Besuche bei einem seiner verheirateten Söhne im Mürztale ist er fast plötzlich über Nacht gestorben. Bevor er zu jenem Besuche fortging, soll er gebeugt und auf seinen Stock gestützt, hastig dreimal um den Kluppeneckerhof herumgegangen sein und dabei mehrmals gesagt haben, nicht geboren, nicht gestorben und doch gelebt. Als er hierauf nicht mehr heimgekommen war, hat man das so gedeutet, als hätte er sagen wollen, in diesem Hause bin ich nicht geboren und werde darin nicht sterben und habe doch darin gelebt. Zur selben Zeit war schon sein Sohn Ignaz, geboren 1790, Besitzer des Kluppeneckerhofes. Er heiratete eine Tochter aus dem Peterbauernhofe, namens Magdalena Bruggraber. Diese Magdalena hatte auch mehrere Brüder, wo von einer sich das nachbarliche Grabenbauernhaus erwarb. Sein Bruder Martin war bei ihm Knecht. Seit jeher waren diese beiden ein paar gute Genossen gewesen zu den Kluppenecker-Söhnen. Jetzt in Verwandtschaft getreten, standen sie noch fester zu ihnen. Und doch ist es einmal anders geworden. Wir werden das später erfahren. Der Ignaz-Rossecker soll ein schöner stattlicher Mann gewesen sein, sonntags in Schmucker-Steiertracht, wie sie damals der Erzherzog Johann wieder zu Ehren gebracht hatte, ins Pfarrdorf gekommen sein und gerne gesungen haben. Dem Natzel in Kluppeneck seine helle Stimme war in der ganzen Gegend bekannt und keinen Tag gab Gott vom Himmel, ohne dass man den Natzel jauchzen hörte auf der Weiden oder in den Wäldern von Alpel. Im Gegensatz zu seinem Vater trug er kurzgeschnittenes Haupthaar, ließ aber seinen blonden Schnurrbart stehen. Die Herrschaft, das Grafenamt Stubenberg, sah es damals nicht gerne, wenn die Leute ihren Bart stehen ließen. Das war neuerisch. Aber den harmlosen, lustigen Natzel hat sie deshalb nie zur Verantwortung gezogen. Den Ignaz soll nie jemand trotzig oder zornig gesehen haben. Mit jedem Mann war er gemütlich und verträglich. Die Alpelbauern sagten viel später noch, einen besseren Nachbar kann sich kein Mensch wünschen, als es der Natzel gewesen ist. Weit berufen war er als Kinderfreund und wo ihm auf Wegen und Stegen ein Kind begegnete, da tat er sein rotes Lederbeutelchen auf und schenkte ihm einen Kreuzer. Auch selbst war er mit Kindern reich gesegnet. Sieben Söhne, Lorenz, Franziskus, Sebastian, Thomas, Anton, Jakob, noch einmal Franziskus, zwei Töchter, Margareta und Katharina, wurden ihm rasch nacheinander geboren. Mehrere starben in früher Kindheit, die übrigen wuchsen auf unter der strengen Zucht der Mutter Magdalena. Der Ignaz hatte sich aber, wahrscheinlich aus Ursache seiner Leutseligkeit, einen großen Fehler angelebt. Er saß gerne in den Wirtshäusern. Wenn er auch nicht viel trank, so trank er doch wenig. Wenn er auch nicht um hohes Karten spielte, so spielte er doch um geringes. Wenn er auch nicht schweren Tabak rauchte, so rauchte er doch leichten. Und wenn er auch nicht Schulden machte, so ward sein kirschroter Geldbeutel zumindestens immer um einiges dünner. Die Woche über arbeitete er fleißig. Des Sonntags aber, wenn er in die Kirche ging, da kam er nie zum Mittagessen nach Hause, wie es sonst der Brauch. Da setzte er sich in ein Wirtshaus, ließ sich's wohl geschehen, jodelte ein wenig, spielte ein wenig, war stets heiter, und erst, wenn es finster wurde, ging er den weiten Weg ruhig nach Hause. Seine Magdalena muss ein scharfes Weib gewesen sein. So spät er auch kommen mochte, immer hat sie ihn wachend und gerüstet erwartet. Das soll dann stets ein Wetter gewesen sein, das das ganze Haus erbebt hat. Erbebt mitsamt den Kindern, die es nicht begreifen konnten, wie die Mutter wegen eines Nachtheimkommens so herb sein konnte, da er ja doch heimgekommen war. Er soll die heftigsten Vorwürfe ruhig und schweigend über sich ergehen lassen und nur immer die Kinder beschwichtigt haben, die sie durch ihr Lärmen aus dem Schlafe geschreckt. Manchmal nahm er auch einen oder den anderen seiner Knaben mit in die Kirche, was den Kleinen allemal ein Festtag war. Nur der Knabe Lorenz, so lieb er sonst seinen Vater hatte, wollte bald nicht mitgehen, denn der bekam Heimweh, wenn er den ganzen Sonntagnachmittag neben ihm im Wirtshause sitzen musste. Er durfte bei diesen Sitzen zwar sein grünes Filzhütlein mit der Hahnenfeder aufbehalten, er bekam von der Wirtin sogar Zucker in den gewässerten Wein geworfen, aber trotzdem war es unter den rauchenden, lärmenden Bauern unsäglich öde und wenn er seinen Vater bat, nach Hause zu gehen, antwortete diese immer, gleich, gleich, Bübel, ich gehe schon, nur mein Lackerl Wein trinke ich früher aus. Der Knabe durfte ja auch mittrinken und so richtete er es mehrmals ein, dass er während des Trinkens scheinbar ungeschickterweise den Wein heimlich vergoss, aus Sorge, dass der Vater zu viel trinke. Aber als der Krug leer war, ließ ihn der Ignaz wieder füllen. Da hielt es der kleine Lorenz einmal nicht länger aus, stahl sich heimlich davon, ging durch die finsteren Wälder und engen Wasser durch rauschten Berggräben nach Hause. Zu Hause getraute er sich nicht aufzuzeigen, weil er fürchtete, die Mutter könne den Vater, wenn er nachkäme, noch Ärger hernehmen, dass er das Kind so allein hätte fortgehen lassen durch die großen Waldungen, wo man noch dazu von Wölfen hörte. Der Knabe blieb also im Schachen hinter dem Hause stehen, bis der Vater nachkommen würde. Die Schatten der Schachenbäume wurden länger und vergingen endlich. Ein Gewitter stieg auf und ging nieder. Vom Regelbauernwalde war es manchmal wie das Geheul eines wilden Hundes. Der Knabe stand im Schachen und wartete auf den Vater. Der Vater begleitete aber an diesem Abend seinen Nachbar und Gevatter Grabler bis zu seinem Hause, kam daher auf einem anderen Weg heim und konnte der Magdalena Frage nach dem Knaben Lorenz nicht beantworten. Der Lorenz war im Wirtshause ja längst vor ihm heimgegangen und war jetzt nicht da. Der Schreck des Ignaz war so groß, dass er zur Stunde ein heiliges Fürnehmen tat. Wenn der Knabe glücklich wiedergefunden werde, so betrete er seinen Lebtag kein Wirtshaus mehr, außer es sei auf einer Wallfahrt oder sonst auf einer Reise oder es sei bei seiner goldenen Hochzeit mit der Eheliebsten Magdalena. Bei der Eheliebsten Magdalena würde zu solcher Stunde diese Wendung nicht viel gefruchtet haben, wenn der Knabe nicht jetzt zur Tür hereingegangen wäre. Das Gelöbnis soll der Ignaz leidlich gehalten haben, obwohl durch einen seltsamen Zufall eine neue Versuchung herantrat, mit einem guten Kruge sich manchmal gütlich zu tun. Eines Tages, als sein Kind Jakob gestorben war und als er, um beim fernen Pfarramte die Leiche anzeigen zu gehen, aus seinem Gewandkasten ein frisches Linnenhemde herausnehmen wollte, wie solche von seiner Mutter noch eigenhändig gesponnen und genäht im Vorrate waren, fiel es ihm auf, dass der Kasten einen so dicken Sohlboden hatte. Durch Klopfen kam er darauf, dass dieser Boden hohl war. Durch Umhertasten bemerkte er an der inneren Ecke ein Schnürchen. Er zog an und da hob sich ganz leicht ein Deckel und ließ ihn hineinsehen auf sieben vollgepfropfte Säcklein, die zwischen dem Doppelboden verborgen gewesen waren. Aus alten Hosen getrennte Säcke waren es, mit Schuhriemen zugebunden und ihr Inhalt Silbergeld, lauteres Silbergeld. Der Ignaz erzählte von diesem Funde seinem Weibe und seinen Brüdern. Während in der Stube noch das Laichlein lag, setzten sie sich auf dem Küchenherde zusammen und untersuchten das Geld. Es war keine landläufige Münze darunter, lauter alte Taler, manche gar unregelmäßig, fast eckig in der Form, mit fremdartiger Prägung, teils abgegriffen und schwarz, aber von so hellem Klange, dass die Ohren gelten. Nun rieten sie hin und her, von wem wohl der Schatz stammen konnte, und da fiel es dem Ignaz ein, dass er von ihrem Großvater, dem Anderl, in Kluppeneck herrühren dürfte, der als reich bekannt gewesen, von dem aber nach seinem Tode kein Bargeld gefunden worden war. Die Brüder beschlossen also, das Silbergeld unter sich zu teilen. Jeder soll an 70 Gulden bekommen haben, der Ignaz um einen Teil mehr, und das war zum Finderlohn. Weiter hatten sie keinem Menschen von dem Funde gesagt, sollen aber ihre liebe Not gehabt haben mit Einzelnen der alten, unbekannten Münzen, um sie an den Mann zu bringen. Der Betrag war für die damalige Zeit wohl einmal einen Grug getrunken haben, ohne dass die Magdalena erheblichen Einspruch tat, im Ganzen aber mied er die Wirtshäuser. Vorübergehen konnte er zwar an keinem, und so blieb er ihnen fern, indem er an Sonn- und Feiertagen nur gar selten in die Kirche ging, sondern seinen Rosenkranz zu Hause betete und dann vor dem Hause seine Jodler sang, hin über die grünen Höhen, so dass die Magdalena erst jetzt eine Freude hatte an ihrem braven und lustigen Mann. Da kam jene Kirchweih zu Fischbach. Dieser Ort ist von Alpel durch den Gebirgszug der Fischbacher Alpen getrennt. Aber man ging an Festtagen gern über dieses waldige Gebirge, weil es in Fischbach sehr lustige und kecke Leute gab, weil in den dortigen Wirtshäusern damals noch keine ständige Polizei war, wie etwa im Mürztale, und weil es daher dort sehr ungezwungen herging. Besonders die Fischbacher Herbstkirchweih war weit umberüchtigt. Und wenn irgendwo Bauernburschen miteinander einen unausgetragenen Handel hatten, so stellten sie sich bei der Kirchweih ein, wo es dann fast allemal zu einem blutigen Raufen kam. Ignazens Bruder Baldhauser war dem Raufen nicht abgeneigt. Manchmal, wenn er des Morgens die damals übliche, schön geformte und mit weißen Nähten gezierte Lederscheide mit Pfeifenstierer, Gabel und dem großen Messer in den Hosensack schob, soll er gesagt haben, man weiß nicht, wozu man's brauchen kann. Bei den Weibsbildern scheint der Baldhauser auch nicht blöde gewesen zu sein, denn er wählte sich allemal eine solche aus, die auch anderen Burschen gefiel, und so kam es vor, dass das Recht des Stärkeren entschied. Der Baldhauser war ein mehr kleiner, untersetzter Mann, sonst sehr bedächtig und langsam in seinen Bewegungen, beim Ringen aber der Flinkeste und Abgefeimteste, der seinen Gegner fast allemal so bettete, wie er nicht gebettet sein wollte. Wer es also mit dem Hausel zu tun hatte, der trachtete erstens ihm, in Abwesenheit seiner Brüder beizukommen, was schon leicht war, da die meisten derselben in eine fremde Gegend fortgeheiratet hatten. Trotzdem pflegte ein Gegner des Baldhauser, sich um Genossen zu schauen, und wenn ihrer drei oder vier gegen ihn waren, da geschah es wohl manchmal, aber durchaus nicht immer, dass er wesentliche Merkmale heimbrachte, worauf seine Schwägerin Magdalena freilich allemal die Bemerkung tat. All zwei Füß hätten's dir abschlagen sollen, das wär dir gesund, du Raufbär! Solcher Meinung war der Baldhauser zwar nicht. Da kam nun wieder einmal die Fischbacher Herbstkirchweih, und er hatte wieder einmal eine Liebste, die Heidenbauern-Dirren, auf welche das Eigentumsrecht aber der Grabenbauer gelegt haben wollte. Dem Grabenbauer hatte er schon früher einmal Post geschickt. Du, wenn du noch länger gesunde Knochen haben willst, so lass die dirren! Und trotzdem hörte er nun, der Grabenbauer führe dieselbige zur Kirchweih, habe aber gleichzeitig auch etliche Kameraden bestellt. Da wusste er freilich, der Baldhauser, dass zwischen ihm und den Grabenbauernleuten der Friede gebrochen war, und was er zu tun hatte bei dieser Kirchweih zur Fischbach. Sein Bruder, der Ignaz, wusste nichts davon, der Baldhauser sagte ihm auch nichts, lud ihn nur ein, mit ihm über das Gebirge zu gehen, nach Fischbach, zu dem lustigen Feste, wo getanzt und gesungen würde über die Maßen. Der Ignaz fand sich gern bereit und wollte auch seinen Knaben Lorenz mitnehmen. Dieser war von Natur aus zart und beschaulich angelegt. Wo es lärmende Leute gab, da war er nicht gern. Die Wirtshäuser waren ihm ja ein Graus, und da hatte er gehört, auf Kirchwein gäbe es noch mehr Wirtshäuser als anderswo. So blieb er lieber daheim. Seine Mutter rief, der Junge ist gescheiter wie der Alte und weiß, dass Kinder nicht auf Kirchwein taugen. Bliebest du auch daheim, Natzel, morgen täts dir gewiss nicht leid sein. Der Ignaz zog aber sein schönes Gewand an und ging mit seinem Bruder Baldhauser nach Fischbach. Als sie hinkamen, war der Marktplatz schon voller Buden, Leute und Gesurre. Leute-Dunst, Tabakrauch, Metgeruch, alles durcheinander, aus den Wirtshäusern kam fröhlicher Lärm und der Baldhauser wollte gleich zum Bauernhoferwirt hinein. Der Ignaz sagte, sie täten zuerst doch lieber ein bisserl in die Kirche schauen, weil man gerade zum Hochamt läute. Und nachher standen sie eine Stunde lang eingekeilt in der Menge und der Baldhauser war sehr ungeduldig und dachte nach, wie er mit dem Grabenbauer zusammenkommen würde. Nach dem Gottesdienste kauften sie auf dem Markt Schuhnägel, Pfeifenzugehör und Tabak und der Ignaz weiß gestriemte Lebzeltherzen für die Kinder daheim und ein großes Lebkuchenstück mit Mandeln gefüllt für seine Magdalena. Das band er in ein blaues Sacktuch zusammen und dann gingen sie gleich zum Neuwirt. Dort waren lauter lustige Leute und der Ignaz hub bald an zu singen. Dem Baldhauser ließ es aber keine Ruhe. Er meinte, auch den übrigen Wirten müsse man ein Seidel abkaufen, sonst könnte es sie verdrießen. Und sie gingen nachher zum Tafernwirt und zum Krammerwirt und zu anderen. Aber nirgends traf er den Grabenbauer und die Heidenbauern dirn. Beim Krammerwirt war es ihm vorgekommen, als huschten sie zur hinteren Tür hinaus, während er mit seinem Bruder zu vordern hereinging. Am Nachmittag wurde es in einzelnen Wirtshäusern schon unheimlich laut und aus dem wirren Geschrei gelte manchmal ein rohes Fluchwort auf. Vor dem Bauernhofer Wirtshause balgten sich ihrer ein Halbdutzend betrunkener Burschen auf der Gasse. Mit Fensterrahmen hieben sie aufeinander los, die sie drinnen ausgebrochen hatten. Beim Krammerwirt soll zwischen Holzknechten und Schustergesellen ein solches Schlagen losgegangen sein, dass das Blut zu den Türstufen herabtröpfelte. Solange noch gesungen worden, hatte der Ignaz frisch und klingend mitgetan, hatte zu zweien oder dreien den Arm um den Nacken des Anderen gelegt und den Kameraden froh in die Augen schauend, sinnige oder kecke Lieder angestimmt. Als es nun überall ins Stänkern und Schimpfen und Schreien und Raufen ausartete, wollte er heimgehen. Da es gegen Abend war und der Waldhauser seinen Grabenbauer immer noch nicht gefunden hatte, sagte er zum Bruder, »Das ist eine lausige Kirchweih« und machte sich missmutig auf den Heimweg. Der Ignaz ging fröhlich mit ihm. Nach einer Stunde kamen sie hinauf zu den Almhöhen, wo die Halterhütte stand. Der Weg ging hier oben glatt und eben, durch jungen, dichten Lärchenwald. Es ward schon dunkel. »Da gibt's auch noch Leute«, sagte der Ignaz plötzlich, »denn auf einem Rasenplatze saßen hier ihre etliche Männer und ein Weibsbild. Es waren ja seine zwei Schwäger, der Grabenbauer und dessen Bruder der Mirtel, und es war ein Riegelbauernknecht und der Holzknecht Kaspar. Das Weibsbild war die Heidenbauerndirren. Der Waldhauser stand einen Augenblick still und stutzte. Dann trat er vor die Dirren und sagte, »Was machst du denn da? Du gehörst da nicht her!« »Hausl, wenn's dir nicht recht ist«, versetzte der Grabenbauer fast leise, ballte die Fäuste und erhob sich. »Mit so wehgelagerer Lumpen nehm ich's auf«, sagte der Waldhauser trotzig. »Lass sie gehen, Hausl«, mahnte der Ignaz und suchte den Bruder mit fortzuzerren. Doch war schon zu spät. Sie gerieten zusammen. Zuerst ihrer zwei, der Grabenbauer und der Mirtel, waren über den Waldhauser hergefallen. Als dieser aber den einen arg nach rückwärts bog, dem anderen ein Bein schlug, sprangen auch die beiden anderen herbei. Als der Ignaz sah, dass vier starke Männer über seinen Bruder her waren, da griff er auch zu. Die Dirren kreischte und rief alle Heiligen an. Wortlos rangen die Männer in einem Knäuel. Sie schnoben, unter ihren Füßen dröhnte der Boden. Der Grabenbauer hatte die Finger der einen Hand an Baldhausers Kehle gesetzt, mit der anderen wollte er sein Messer ziehen. In dem Augenblicke flog er von Ignaz geschleudert auf den Rasen hin. Fast gleichzeitig auch der Ignaz und jetzt sprang ihm der Mirtel mit beiden Füßen auf die Brust. Da der Ignaz unbeweglich liegen blieb, so stieß der Mirtel einen grausigen Fluch aus und versetzte ihm mit schwerem Stiefel noch einen heftigen Fußtritt auf das krachende Brustblatt. Der Baldhauser riss los, fasste die Dirren und raste mit ihr davon. Weit unten in der Köhlerhütte verbarg er sie und verbot ihr, einen Laut zu tun. Er lugte zum Fensterlein hinaus, wie der Holzknecht Kaspar und der Regelbauernknecht und endlich auch der Mirtel mit dem Grabenbauer vorbeigingen. Sein Bruder Ignaz aber kam nicht. Als er auf diesen Vergebens gewartet hatte, ließ er das Weibsbild im Stich und ging den Weg zurück hinauf bis zur Höhe. Es war schon die Nacht. Der Ignaz saß auf einem Baumstock. Was hast denn, dass Du nicht nachkommst? fragte ihn der Baldhauser. Der Mirtel hat mich getreten, antwortete der Ignaz. Sonst sagte er nichts. Kannst nicht gehen, Bruder? Komm, ich werde Dich führen. Der Ignaz deutete mit der Hand, der Baldhauser solle nur seines Weges gehen, er werde schon nachkommen. Das tat der Baldhauser freilich nicht, er blieb bei dem Bruder, er suchte eine Quelle und brachte im Hute Wasser, den Verletzten zu laben. Dann stand der Ignaz auf, stützte sich an den Baldhauser und sie huben an, zu gehen. Oft musste er rasten unterwegs und da sprach er einmal zum Baldhauser, Bruder, daheim wollen wir nicht sagen davon, dass wir's mit den Schwägern haben gehabt. Es ist eine Schande. Um Mitternacht erst sollen sie nach Hause gekommen sein und der Baldhauser erschrak fast zu Tode, als er nun beim Kiensparnlicht sah, wie blass der Ignaz war, wie matt und stier sein Auge und wie an den Mundwinkeln Blutkrusten klebten. Er gab ihm wieder Wasser zu trinken und suchte in dem Küchenkastel nach einem Balsam. Der Magdalena fiel es schon auf, was sie denn in der Küche herumzutun hatten. Sie eilte hinaus und erfuhr es nun. Gerauft wäre worden und den Natzel hätt's ein bissl getroffen. Aber die anderen hätten auch ihr Teil bekommen. Als die Magdalena ihren Mann sah, wie er halb auf die Bank hingesunken darlehnte, sagte sie scheinbar sehr ruhig, »Nun, der hat genug.« Mit keinem Worte hatte sie gefragt, wie das gekommen war. Sie ahnte es gleich, die Ursache wäre der Schwager und bevor sie den Verletzten noch zu Bett brachte, hielt sie Gericht über den Baldhauser. Eine solche Wucht der wildesten Vorwürfe soll in dem Hause nicht erhört worden sein, als die Magdalena jetzt dem Schwager Baldhauser machte, der ihren Mann mit auf die Kirchweige lockt, um ihn dort von Raufgesellen erschlagen zu lassen. Zuerst hatte der Baldhauser sich verteidigen wollen, sich rechtfertigen und wehren, aber ihre Zornes und Gefühlsausbrüche wurden so gewaltig, dass er schwieg und anhub zu grölen. Die Kinder waren aufgewacht und jammerten, der Kettenhund winselte, die Hühner flatterten von ihren Stangen und gackerten. Das Gesinde war herbeigekommen und umstand erschrocken die Gruppe, wie die Bäuerin Magdalena rasend vor Wut und Schmerz ihr Gewand zerriss und die Fetzen hinschleuderte auf den Baldhauser, der wimmernd vor ihr auf den Knien lag. Als endlich in ihrem Gemüte die Erschöpfung und Dumpfheit eingetreten war, wendete sie sich an den Ignaz, der in völliger Ohnmacht dahin lag, brachte ihn auf seine Ligastadt, flößte ihm warme Milch ein und saß bei ihm die ganze Nacht, die Hände auf dem Schoß gefaltet. Als die Morgenröte zu dem Fenster hereinkam und die Ofenmauer matt anklühte, schlug der Ignaz einmal die Augen auf und blickte um sich. Die Magdalena legte ihre Hand auf seine feuchte Stirn und sagte mit einem Ton unendlicher Milde, »Ist dir besser, mein Natz?« Er tastete nach ihrer Hand. »Es wird schon wieder gut, Magdalena. Es wird schon wieder gut.« Der Baldhauser hat noch in derselben Nacht seine Sachen zusammengepackt und ist fortgegangen, höher hinauf ins Gebirge, zu den Holzknechten. Und nun sind die stillen, betrübten Tage gekommen. Allerlei Hausmittel hatten sie angewendet, der Kranke musste Gemswurzeln kauen, Hunsfett essen, sich ziehende Plaster auf die Brust legen lassen und sonst allerlei. Er saß wohl in der Stube auf der Ofenbank oder er ging draußen im Hofe langsam umher, um sich immer wieder irgendwo niederzusetzen. Bei den Kindern war er gerne, sah ihnen zu bei ihren Spielen mit Steinchen und Fichtenzapfen, redete aber wenig mit ihnen, kam allemal bald nur so ins Dumpfe hinschauen und hinträumen. Einen schweren Atem hatte er und musste viel husten. Manchmal kam Blut aus der Brust, aber nur in wenigen Tropfen. So wehrte es mehrere Monate. Eines Sonntags, am Nachmittage, als der Ignaz neben dem warmen Ofen saß und doch fröstelte, kam die Magdalene herein und berichtete, dass ihr Bruder, der Grabenbauermürtel, in der Küche draußen sei und die einfältige Frage getan habe, ob er hereingehen dürfe. Sie habe ihm geantwortet, das stehe doch jedem Bekannten frei, geschweige erst einem Schwager. Der Mirtel habe aber gebeten, sie möchte doch anfragen beim Natz, ob er auf ein Wort zu ihm hereinkommen dürfe. Ich weiß es wohl, warum er fragt, entgegnete dann Ignaz. Die Magdalena konnte es aber nicht wissen, weil es ihr nicht gesagt worden war, dass gerade der Mirtel ihn so schwer verletzt hatte. Er kann schon hereinkommen, antwortete der Ignaz nun heiser und kurzatmig, und du musst so gut sein und noch ein paar Scheiter in den Ofen stecken. Denn er wollte sie draußen beschäftigen, während der Mirtel bei ihm in der Stube war. Dieser trat denn ein, schaute beklommen in der dumpfigen Stube umher und sah ihn nicht gleich. Erst als er aus dem Ofenwinkel ein Husten hörte, trat er dorthin, blieb stehen vor dem Kranken und konnte kein Wort sagen. Der Ignaz sagte auch nichts, sondern hob langsam seine rechte Hand und hielt sie ihm hin. Unsicher reichte der Mirtel die Seine und sprach, »Natz, keine ruhige Stunde habe ich mehr gehabt seit der Kirchweih, dass mir solches hat müssen aufgesetzt sein, wo du mir alleweil frei der liebste Kamerad gewesen bist.« Er wendete sich ab und ging einige Schritte gegen ein Fenster, als wolle er hinausschauen, und mit dem Ärmling fuhr er sich übers Gesicht. »Mirtel«, sagte der Ignaz leise, »geh her, geh her zu mir. Dir ist's aufgesetzt gewesen und mir ist's aufgesetzt gewesen. Wer kann dafür? Braucht's auch weiter niemand zu wissen, wie's hergegangen ist. Es wird ja schon besser und will auch einmal zum Arzte schicken, dass er ein wenig nachhilft. »Und du hast mir nichts für ungut, Natzel?« Der Ignaz machte mit der flachen Hand eine Bewegung in die Luft hinein, gleichsam als wollte er sagen, »Lass es gut sein, Mirtel.« Ein sehr heftiger Hustenanfall verhinderte ein weiteres Gespräch. Als der Mirtel wieder in die Küche hinaustrat, sagte er zu Magdalena, »s ist wohl ein herzensguter Mensch.« »Wie findest ihn denn, Bruder?« Ein Trostwort wollte er sagen, aber es verschlug ihm die Rede. »Mir gefällt er wohl halt gar nicht«, meinte sie, »und morgen will ich doch endlich zum Bader schicken nach Straleck. Sie sagen, für die auszehrende Krankheit wäre der so viel gut.« Der Mirtel ist davongegangen, halb verloren. Dass es so sollte stehen mit dem Ignaz, hätte er nicht gedacht. Die Magdalena hat ihm von der Türe aus eine Weile nachgeschaut. Das war ihr nicht recht vorgekommen jetzt mit dem Mirtel. Am nächsten Frühmorgen ging vom Kluppeneckerhofe ein alter Knecht nach Straleck. Er hatte Geld mitbekommen für den Arzt, gedachte es aber, dem Bauern zu ersparen. Wenn er sagt, dass der reiche Bauer krank ist, da wird sich der Arzt hochlohnen lassen. Als der alte Knecht daher vor dem Arzte stand, tat er sehr erschöpft und kurzatmig und hüstelte und sagte, »Ihn hätt's arg auf der Brust. Ein böser Stier habe ihn gestoßen vor drei Monaten und seither nehme er an Fleisch und Kräften ab. Er glaube, die Auszehrung werde es sein.« Er sei ein armer Dienstbot und täte halt gar schön bitten um einen guten Rat. Der Arzt sagte, »Must halt recht viel Milch trinken und immer ein Stück Fleisch essen. Und wenn dich der Husten anpackt, so trink eine Schale Kampelmoos-Tee, aber so heiß, dass du's da leiden kannst.« »Was der Rat täte kosten?« »Der koste nichts.« Also eilte der Knecht heim, und sein erstes Wort war, er habe dem Ignaz das Geld erspart und doch einen guten Rat mitgebracht. »Fleisch und Milch und gegen den Husten Kampelmoos-Tee trinken, so heiß, als es der Leben kund.« Eine Nachbarin hatte den Tee vorrätig. Er war zwar sehr bitter zu trinken, aber er wärmte Brust und Magen und der Ignaz schöpfte aus diesem Mittel neue Hoffnung. Zu Anfang des Advents war's, wenige Wochen vor Weihnachten, als der Husten mit erneuter Heftigkeit auftrat. Ließ der Ignaz sich wieder einmal den heißen Tee richten, drang ihn rasch aus und wankte dann ins Freie. Nach einer kleinen Weile kam er wieder in die Stube zurück, ganz verändert und taumelnd. »Ich weiß nicht«, sagte er noch, »ich muss zu heiß getrunken haben« und sank auch schon zu Boden. Die Weibsleute, die beim Spinnen waren, sprangen herbei und riefen, »was denn das wäre?« Er antwortete nicht mehr. Sie legten ihn ins Bett und huben an, zu beten, und die Magdalena wurde nicht müde, ihn mit allen Mitteln, die ihr einfielen, wieder zum Bewusstsein zu erwecken. Er holte wohl Atem, manchmal stöhnte er, machte die Augen auf, aber man wusste nicht, ob er jemanden erkannte. Der Lorenz, damals 14 Jahre alt, ging noch am stöbernden Abende fort nach St. Katrain, um den Geistlichen zu holen. Er soll, wie später erzählt wurde, den fast drei Stunden langen Weg hin und her nicht ganz in zwei Stunden zurückgelegt haben. Er kam ganz unmenschlich schnaufend zurück, aber ohne Priester. Der Pfarrer von Katrain war selber krank. So müsse eilend jemand nach Grieglach. Wieder erbot sich der Lorenz, und so schnell wie er bringe den Geistlichen keiner. Grieglach ist weit. Erst gegen Morgen kam der Junge zurück, wieder allein und ganz trostlos. Der Pfarrer sei nach Graz gereist, und der Kaplan auf einem anderen Verseegange in die hintere Massing, von welchem er erst mittags zurückkehren könne. Dann komme er nach. So kann er auch das nicht haben, jammerten alle. Es hätte sicher doch nur mehr um die letzte Ölung gehandelt. Der Lorenz fand seinen Vater bewegungslos da liegen und schlummern. Das sei das Allerbeste, meinte die Mutter. Und er, der Knabe, solle sich auch niederlegen, sonst werde er ebenfalls krank. Denn die Aufregung, die in dem Jungen war um den Vater, konnte ihr nicht verborgen bleiben. Er legte sich in der Küche hin auf die Bank und schlief ein paar Stunden fest. Eine eigentümliche Unruhe, die sich im Hause erhoben hatte, weckte ihn auf. Hastig, aber leise auftretend, einen Augenblick unter Flüstern beieinander stehen bleibend und dann weiter huschend, waberten die Leute Tür aus und ein, und in der Stube war ein Murmeln, als ob jemand bete. Der Lorenz sprang auf und fragte nach dem Vater. Er ist ein wenig schlechter geworden, berichtete eine Magd, setzte aber, da der Junge vor Schreck aufstöhnte, bei, wird doch wohl wieder besser werden, er ist gleich wohl noch so jung. Als der Lorenz in die Stube kam, knieten sie betend und schluchzend um das Bett herum. Der Vater lag ruhig da, zwischen den aneinandergelegten Händen stand eine rote, brennende Kerze. Es war schon vorbei. Ignaz Rosegger ist nur 39 Jahre und zehn Monate alt geworden. Er starb am 4. Dezember 1829. Die Trauer um ihn war eine sehr große und allgemeine. Während er aufgebahrt lag, konnte das Haus die Leute kaum fassen, die zu der nächtlichen Leichwache erschienen waren. Auch alle Freunde und Verwandten waren da, vor allem der Baldhauser, der Grabenbauer und der Mirtel. Sie standen zusammen und gelobten, die Witwe Magdalena, auf der nun so große Sorgen lagen, nicht zu verlassen. Die Kinder lagen verweint, im Schlafe noch schluchzend in ihren Bettlein oder standen und lehnten unter den Leuten so herum wie arme Weißlein. Der Knabe Lorenz stand fast immer auf einem Flecke neben der Stubentür und sah auf alles, was jetzt war und im Hause vorging, mit großen Augen hin. Er konnte es nicht fassen, was geschehen war. Und später in seinem Leben tat er noch oft den Ausspruch, dazu mal wie mein Vater gestorben. Das ist mein härtester Tag gewesen. Die Magdalena trug zur Zeit ein Kind unter dem Herzen. In allem Gewirre stand allein sie aufrecht und ruhig, fast finster da. Sie redete nur mit wenigen wenige Worte. Wenn man weinend sie tröstete, so schwieg sie, hatte ein ganz trockenes Auge und ihr plasses Antlitz zeigte einen herben Ausdruck. Sie versorgte das Haus und tat ihre Verrichtungen wie jeden Tag. Manchmal hielt sie inne, als wäre ihr Leib erstarrt und schaute vor sich hin. Dann arbeitete sie wieder. Als in der letzten Nacht der Leichenwache das Totenmahl aufgetragen wurde und die Leute in der Stube halblaut murmelnd bei den Tischen zusammensaßen unter dem matten Scheine eines Taltlichtes, als zur offenen Stubentür vom Vorhause, wo die Ware stand, das Öllichtlein hereinflimmerte, als drei Männer die Leiche hoben und in den Sarg aus weißem Fichtenholze legten, als die Magdalener hin und hergingen, um noch das Letzte für den Kirchgang zum Begräbnisse zu ordnen, blieb sie auf einmal vor dem Sarge stehen, schaute auf den Toten und rief mit heller Stimme, »Einzig das möchte ich wissen, wer ihn erschlagen hat auf der Fischbacher Alm!« Den Leuten ging der Ruf durch Mark und Bein, der Mirtel legte seinen Löffel weg, gar bange still war es in der Stube, allmählich begannen aber einige zu flüstern, »Es werden ihrer heute wohl da sein, die davon wissen!« Weiter sagten sie nichts. Als der Ignaz begraben war, ging die Magdalena heim auf den einsamen Hof und hub mit ihren Kindern und mit ihrem Gesinde an zu wirtschaften. Ihre Verwandten boten ihr manche Zuhilfe und manchen Rat. Wenn aber ihre Brüder kamen, der Grabenbauer, der Mirtel oder der Schwager Baldhauser, da sagte sie kurz und herb, »Ich brauche nichts!« 14 Jahre lang hatte sie fest und zielbewusst die Herrschaft geführt auf dem Kluppeneggerhofe. Sie war strenge, arbeitsam, sparsam und hob das Waldbauernhaus zu neuer Wohlhabenheit. Endlich war der Lorenz der Älteste so weit, dass er sich wagen wollte, der alternden Mutter die Last abzunehmen. Eine junge Dienstmagd war da, ein armes Dirndl, dessen Eltern mit Kohlenbrennen den dürftigen Unterhalt erwarben. Das Dirndl hieß Maria. Diese Dienstmagd ging der Lorenz sachte an, gern zu haben, und es soll in diesem Buche erzählt werden, wie er um sie geworben hat. Die Leute redeten hin und her, dass sie so arm sei und von so geringem Stamme, dass er Vermöge seiner Person, seines Hofes und seines Ansehens wohl eine andere Wahl hätte treffen können. Die Mutter, Magdalena, sagte nichts als das. Wenn sie voneinander nicht lassen könnten, so müsse geheiratet werden. Und also hat der Lorenz Rossäcker die Maria geheiratet. Das war im Jahre 1842, 13 Monate vor meiner Geburt. Der Lorenz war ein Mensch ohne Anmaßung und Hochmut. Doch in wirtschaftlichen Dingen hatte er seinen eigenen Kopf. Von der sanftmütigen Maria steht zu vermuten, dass sie der Schwiegermutter die Herrschaft im Hause nicht streitig gemacht hat. Gegen ihre Enkel, deren sie zwei erlebt hat, war die Magdalena voll von einer Zärtlichkeit, der man sie kaum für fähig gehalten hätte. Nur einmal habe ich das kleine, schon tief gebückte Weiblein herb und unheimlich gesehen. Das war wenige Monate vor ihrem im Jahre 1847 erfolgten Tode. Ich stand mit ihr vor dem Hause an der alten Torsäule, die an ihrem Scheitel schon rissig und zackig war und an welche, die weiß-grauen Flechten wucherten. Da ging am nahen Wege ein Mann mit grauen Bartstoppeln, in Kniehose und mit einer schwarzen Zipfelmütze vorbei. Ich erkannte ihn und rief »Arnel, Arnel, der fetter Mörtel!« Da gab die Großmutter mir mit der Faust einen Stoß, dass ich hintaumelte und sprach klingend hart »Still sei! Der Mensch geht dich nichts an!« Diese Worte habe ich erst verstanden viele Jahre später, als ich selber schon reich an Jahren und Erfahrungen war und als mein Vater Lorenz mir eines Tages unter einem Eschbaume sitzend die Geschichte von meinem Großvater Ignaz erzählt hatte. Ende von Kapitel 1 Teil 1 Gelesen von Heike Bachmann New York www.heikebachmann.com Kapitel 3 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Waldbauernbübel von Peter Rosägger Vom Urgroßvater, der auf der Tanne saß Eine Rückschau nach der Erzählung meines Vaters An die Felder meines Vaters grenzte der Ebenwald, der sich über Höhen weithin gen Mitternacht erstreckte und dort mit den Hochwaldungen des Heugrabens und des Teufelsteins zusammenhing. Zu meiner Kindeszeit ragte über die Fichten und Lerchenwipfel dieses Waldes das Gerippe einer Tanne empor, auf welcher der Sage nach, vor mehreren hundert Jahren, als der Türke im Lande war, der Halbmond geprankt haben und unter welcher viel Christenblut geflossen sein soll. Mich überkam immer ein Schauern, wenn ich von den Feldern und Weiden aus dieses Tannengerippe sah. Es ragte so hoch über den Wald und streckte seine langen, dürren, wildverworrenen Äste so wüst, gespensterhaft aus, dass es ein unheimlicher Anblick war. Nur an einem einzigen Aste wucherten noch einige dunkelgrüne Nadelballen, über diese ragte der scharfkantige Strunk, auf dem einst der Wipfel gesessen. Den Wipfel mußte der Sturm oder ein Blitzstrahl geknickt haben, niemand erinnerte sich, ihn auf dem Baume gesehen zu haben. Von der Ferne, wenn ich auf dem Stoppelfelde die Rinder oder die Schafe weidete, sah ich die Tanne gern an. Sie stand in der Sonne rötlich beleuchtet über dem frischgrünen Waldessaume und war klar und rein in die Bläue des Himmels hineingezeichnet. Dagegen stand sie an bewölkten Tagen oder, wenn ein Gewitter heranzog, starr und dunkel da. Und wenn im Walde weit und breit alle Äste fächelten und sich die Wipfel tief neigten vor dem Sturme, so stand sie still, ohne Regung und Bewegung. Wenn sich aber ein Rind in den Wald verlief und ich es zu suchen an der Tanne vorüber mußte, so schlich ich gar angstvoll dahin und dachte an den Halbmond, an das Christenblut und an andere entsetzliche Geschichten, die man von diesem Baume erzählte. Ich wunderte mich aber auch über die Riesigkeit des Stammes, der auf der einen Seite kahl und von vielen Spalten durchfurcht, auf der anderen aber mit rauen, zersprungenen Rinden bedeckt war. Der unterste Teil des Stammes war so dick, dass ihn zwei Männer nicht hätten zu umspannen vermocht. Die ungeheuren Wurzeln, welche zum Teile kahl dalagen, waren ebenso ineinander verschlungen und verknöchert wie das Geäste oben. Man nannte den Baum die Türkentanne oder auch die Graue Tanne. Von einem starrsinnigen oder hochmütigen Menschen sagte man in der Gegend, der tut, wie wenn er die Türkentanne als Hutstreusel hätt. Und heute, da der Baum schon längst zusammengebrochen und vermodert, ist das Sprüchlein in manchem alten Munde noch lebendig. In der Kornernte, wenn die Leute meines Vaters und er voran, der Reihe nach am wogenden Getreide standen und die Wellen herausschnitten, mußte ich auf bestimmte Plätze die Garben zusammentragen, wo sie dann zu je zehn in Deckeln zum Trocknen aufgeschöbert wurden. Mir war das nach dem steten Viehhüten ein angenehmes Geschäft, umso mehr, als mir der Altknecht oft zurief, Trag nur, Bub, und sei fleißig, die Zusammentrager werden reich. Ans reich werden dachte ich nicht, aber das Laufen war lustig, und so lief ich mit den Garben, bis mein Vater mahnte, Bub, du rennst ja wie närrisch, du trittst Halme in den Boden und du beutelst Körner aus, laß dir Zeit. Als es aber gegen Abend und in die Dämmerung hineinging, und als sich die Leute immer weiter und weiter in das Feld hineingeschnitten hatten, so daß ich mit meinen Garben weit zurückblieb, begann ich unruhig zu werden. Besonders kam es mir vor, als fingen dort die Äste der Türkentanne, die in unsicheren Umrissen in den Abendhimmel hineinstand, sich zu regen an. Ich redete mir zwar ein, es sei nicht so, und wollte nicht hinsehen, da hüpften meine Äuglein schon wieder hinüber. Endlich, als die Finsternis für das Kornschneiden zu groß wurde, wischten die Leute mit taunassem Grase ihre Sicheln ab und kamen zu mir herüber und halfen mir unter lustigem Sang und Scherz die letzten Garben zusammentragen. Als wir damit fertig waren, gingen die Knechte und Mägde davon, um in Haus und Hof noch die abendlichen Verrichtungen zu tun, ich und mein Vater aber blieben zurück auf dem Kornfelde. Wir schöbern war mir in meiner Kindheit die liebste Arbeit. Ich betrachtete dabei die Romstraße am Himmel, die hinschießenden Sternschnuppen und die Johanniswürmchen, die wie Funken um uns herum tanzten, dass ich meinte, die Garben müßten zu brennen anfangen. Dann horchte ich wieder auf das Zirpen der Grillen und ich fühlte den kühlen Tau, der gleich nach Sonnenuntergang die Halme und Gräser und gar auch ein wenig mein Jöpplein befeuchtete. Ich sprach über all das mit meinem Vater, der mir in seiner ruhigen, gemütlichen Weise Auskunft gab und über alles seine Meinung sagte, wozu er jedoch oft bemerkte, dass ich mich nicht darauf verlassen solle, weil er es nicht ganz gewiss wisse. So kurz und ernst mein Vater des Tages in der Arbeit gegen so heiter, liebevoll und gemütlich war er in solchen Abendstunden. Vor allem half er mir immer meine kleine Jacke anziehen, dass mir nicht kühl werde. Wenn ich ihn mahnte, dass auch er sich den Rock zu knöpfen möge, sagte er stets, Kind, mir ist warm genug. Ich hatte es oft bemerkt, wie er nach dem langen, schwierigen Tagewerk erschöpft war, wie er sich dann für Augenblicke auf eine Garbe niederließ und die Stirne trocknete. Er war durch eine langwierige Krankheit recht erschöpft worden, er wollte aber nie etwas davon merken lassen. Er dachte nicht an sich, er dachte an unsere Mutter, an uns Kinder und an den durch Unglücksfälle herabgekommenen Bauernhof, den er uns retten wollte. Wir sprachen beim Schöbern oft von unserem Hofe, wie er zu meines Großvaters Zeiten gar reich und angesehen gewesen und wie er wieder reich und angesehen werden könne, wenn wir Kinder, einst erwachsen, eifrig und fleißig in der Arbeit sein würden und wenn wir Glück hätten. In solchen Stunden beim Kornschöbern, das oft spät in die Nacht hineinwärte, sprach mein Vater mit mir auch gern von dem lieben Gott. Er war vollständig ungeschult und kannte keine Buchstaben. So mußte denn ich ihm stets erzählen, was ich da und dort von dem lieben Gott schon gehört oder endlich auch gelesen hatte. Besonders wußte ich dem Vater manches zu berichten von der Geburt des Herrn Jesus, wie er in der Krippe eines Stalles lag, wie ihn die Hirten besuchten und mit Lämmern, Böcken und anderen Dingern beschenkten, wie er dann groß wurde und Wunder wirkte und wie ihn die Juden peinigten und ans Kreuz schlugen. Gern erzählte ich auch von der Schöpfung der Welt, den Patriarchen und Propheten, als wäre ich dabei gewesen. Dann sprach ich auch aus, was ich vernommen von dem jüngsten Tage, von dem Weltgerichte und von den ewigen Freuden, die der liebe Gott für alle armen, kummervollen Menschen in seinem Himmel bereitet hat. Der Vater war davon oft sehr ergriffen. Ein anderes Mal erzählte wieder mein Vater. Er wußte wunderbare Dinge aus den Zeiten der Ureltern, wie diese gelebt, was sie erfahren und was sich in diesen Gegenden einst für Sachen zugetragen, die sich in den heutigen Tagen nicht mehr ereignen. Hast du noch nie darüber nachgedacht, sagte mein Vater einmal, warum die Sterne am Himmel stehen? Nein, antwortete ich. Wir denken nicht daran, sprach mein Vater weiter, weil wir das schon so gewöhnt sind. Es wird wohl eine Zeit kommen, Vater, sagte ich einmal, in welcher kein Stern mehr am Himmel steht. In jeder Nacht fallen so viele herab. Die da herabfallen, mein Kind, sprach der Vater, das sind Menschensterne. Stirbt auf der Erde ein Mensch, so fällt vom Himmel so eine Sternreispe auf die Erden. Siehst du, dort hinter der grauen Tanne ist just wieder eine niedergegangen. Ich schwieg nach diesen wilden Baum die graue Tanne, Vater? Mein Vater bog eben einen Deckel ab, und als er diesen aufgestülpt hatte, sagte er, du weißt, dass man ihn auch Türkentanne nennt, weil der schreckbare Türk einmal seine Mondsichel hat draufgehangen. Die graue Tanne heißen sie ihn, weil sein Geäste und sein Moos grau ist, und weil auf diesem Baume dein Urgroßvater die ersten grauen Haare bekommen hat. Mein Urgroßvater? Wie ist das hergegangen? Tja, sagte er, wir haben hier noch sechs Deckel aufzusetzen, und ich will dir die Weilen eine Geschichte erzählen, die sehr merkwürdig ist. Und dann hub er an, es ist schon länger als achtzig Jahre, seitdem dein Urgroßvater meine Großmutter geheiratet hat. Er war sehr reich und ein schöner Mensch, und er hätte die Tochter des angesehensten Bauers zum Weib bekommen können. Er nahm aber ein armes Mädchen aus der Waldhütten herab, das gut und sitzsam gewesen ist. Von 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 ihnen zu zeiten die sägen und die beile schärfte und nebenbei fangschlingen für raubtiere machte weil es zur selben zeit in der gegend noch viele wölfe gegeben hat der waldhütter nun ließ seine arbeit aus der hand fallen und sagte zu deinem urgroßvater aber josef das kann doch nicht dein ernst sein dass du mein kater zum weib haben willst das wäre ja gar aus der weis dein urgroßvater sagte ja deswegen bin ich heraufgegangen und wenn mich das kater mag und es ihr und euer redlicher willen dass wir zusammen in den ehestand treten so machen wir es heute richtig und wir gehen morgen zum richter und zum pfarrer und ich lass dem katerl mein haus und hof verschreiben wie's recht und brauch ist das mädel hatte deinen urgroßvater lieb und sagte es wolle seine hausfrau werden dann verzehrten sie zusammen ein kleines mal und endlich als es schon zu dunkeln begann trat der jung bräutigam den heimweg an er ging über die wiese die vor der waldhütten lag auf der aber jetzt schon die großen bäume stehen er ging über das geschläge und abwärts durch den wald und er war freudig er achtete nicht darauf daß es bereits finster geworden war und er achtete nicht auf wetterleuchten daß zur abendzeit nach einem schwülen sommertag nichts ungewöhnliches ist auf eines aber wurde er aufmerksam er hörte von den gegenüberliegenden waldungen ein gebälle er dachte an wölfe die nicht selten in größeren rudeln die wälder durchzogen und heulten er faßte seinen knotenstock fester und nahm einen schnelleren schritt dann hörte er wieder nichts als zeitweilig das kreischen eines nachtvogels und sah nichts als die dunklen stämme zwischen welche der fußsteig führte und durch welche von zeit zu zeit das leuchten zuckte plötzlich vernahm er wieder das heulen aber nun viel näher als das erste mal er fing zu laufen an er lief was er konnte er hörte keinen vogel mehr er hörte nur immer das entsetzliche heulen das ihm auf dem fuße folgte als er hierauf einmal um sah bemerkte er hinter sich durch das geäst funkelnde lichter schon hört er das schnaufen und lechzen der raubtiere die ihn verfolgen und denkt s mag sein daß morgen kein versprechen ist beim pfarrer da kommt er heraus zur türkentanne kein anderes entkommen mehr möglich rasch faßt er den gedanken und durch einen kühnen sprung schwingt er sich auf einen ast die bestien sind schon da einen augenblick stehen sie bewegungslos und lauern sie gewahren ihnen auf dem baum sie schnaufen und mehrere setzen die pfoten an den stamm dein urgroßvater klettert weiter hinauf und setzt sich auf einen dicken ast nun ist er wohl sicher unten heulen sie und scharren an der rinde es sind ihrer viele ein ganzes rudel zur sommerszeit war es doch selten geschehen daß wölfe einen menschen anfielen sie mußten gereizt oder von irgend einer anderen beute verjagt worden sein dein urgroßvater saß lange auf dem ast er hoffte die tiere würden davonziehen und sich zerstreuen aber sie umringten die tanne und schnüffelten und heulten es war längst schon finstere nacht gegen mittag und morgen hin leuchteten alle sterne gegen abend hin aber war es grau und durch dieses grau schossen blitzscheine sonst war es still und regte sich im walde kein ästchen dein urgroßvater wußte nun wohl daß er die ganze nacht so würde zubringen müssen er besann sich aber doch ob er nicht lärm machen und um hilfe rufen sollte er tat es aber die bestien ließen sich nicht verscheuchen kein mensch war in der nähe das haus zu weit entfernt damals hatte die türkentanne unter dem abgerissenen wipfelstrunk wo heute die wenigen reiserbüschel wachsen noch eine dichte krone aus grünenden nadeln da denkt sich dein urgroßvater wenn ich denn schon einmal hier nachtherberge nehmen soll so klimme ich noch weiter hinauf unter die krone er tat's und ließ sich oben in einer zweigung nieder da konnte er sich recht gut an die äste lehnen unten ist's nach und nach ruhiger aber das wetterleuchten wird stärker und an der abendseite ist ein fernes donnern zu hören wenn ich einen tüchtigen ast bräche und hinabstiege und einen wilden lärm machte und gewaltig um mich schlüge man meint ich müßt den rabenäsern entkommen so denkt dein urgroßvater tut's aber nicht er weiß zu viele geschichten wie wölfe trotz alledem menschen zerrissen haben das donnern kommt näher alle sterne sind verloschen es ist finster wie in einem ofen nur unten am fuße des baumes funkeln die augensterne der raubtiere wenn es blitzt steht wieder der ganze wald da nun beginnt es zu sieden und zu kochen im gewölke wie in tausend kesseln kommt ein fürchterliches gewitter denkt sich dein großvater und verbirgt sich unter die krone so gut er kann der hut ist ihm hinabgefallen und er hört es wie die bestien den filz zerfetzen jetzt zuckt ein strahl über den himmel es ist einen augenblick hell wie zur mittagsstunde dann bricht in den wolken ein schnalzen und krachen los und weithin hallt es im gewölke jetzt ist es still still in den wolken still auf der erden nur um einen gegenüberliegenden wipfel flattert ein nachtvogel aber bald erhebt sich der sturm es rauscht in den bäumen es tost durch die äste eiskalt ist der wind dein urgroßvater klammert sich fest an das geäste jetzt wieder ein blitz schwefelgrün ist der wald alle wipfel neigen sich biegen sich tief die nächststehenden bäume schlagen es ist als fielen sie heran aber die tanne steht starr und ragt über den ganzen wald unten rennen die raubtiere wild durcheinander und heulen plötzlich saust ein körper durch die äste wie ein steinwurf da leuchtet es wieder ein weißer knollen hüpft auf dem boden dahin dann dichte nacht es braust siedet tost krachend stürzen wipfel ein ungeheuer mit weit schlagenden flügeln im augenblicke des blitzes gespenstige schatten werfend naht in der luft stürzt der tanne zu und birgt sich gerade über deinem großvater in die krone ein habicht junge ein habicht der auf der tanne sein nest gehabt mein vater hatte bei dieser erzählung keine garbe angerührt ich hatte den ruhigen schlichten mann bisher auch nie mit solcher lebhaftigkeit sprechen gehört wies weiter gewesen fuhr er fort ja nun brach es erst los das war donnerschlag auf donnerschlag und beim leuchten war zu sehen wie glühenden wurfspießen gleich eiskörner auf den wald niedersausten an die stämme prallten auf den boden flogen und wieder empor sprangen so oft ein hagelknollen an den stamm der tanne schlug gab es im ganzen baume einen hohlen schall und über dem heugraben gingen blitze nieder plötzlich war eine blendende glut ein heißer luftschlag ein schmettern und es loderte eine fichte und die türkentanne stand da und dein urgroßvater saß unter der krone im astwerk die brennende fichte warf weithin ihren schein und nun war zu sehen wie ein rötlicher schleier lag über dem walde wie nach und nach das gewebe der kreuzenden eisstücke dünner und dünner wurde und wie viele wipfel keine äste dafür aber schrammen hatten wie endlich der sturm in einen mäßigen wind überging und ein dichter regen rieselte die donner wurden seltener und dumpfer und zogen sich gegen mittag dahin aber die blitze leuchteten noch ununterbrochen am fuße des baumes war kein heulen und kein augenfunkeln mehr die raubtiere waren durch das wetter verscheucht worden also stieg dein urgroßvater wieder von ast zu ast bis zum boden und er ging heraus durch den wald über die felder gegen das haus es ist schon nach mitternacht als der bräutigam zum hause kommt und kein licht in der stube sieht wundert er sich daß in einer solchen nacht die leute ruhig schlafen können haben aber nicht geschlafen haben zusammengesessen in der stube um ein kerzenlicht sie hatten nur die fenster mit brettern verliehnt weil der hagel alle scheiben eingeschlagen hatte bist in der waldhütten blieben sepp sagte deine ururgroßmutter dein urgroßvater antwortete nein mutter in der waldhütten nicht es war an dem darauf folgenden morgen ein starker harzduft gewesen im walde die bäume haben geblutet aus vielen wunden es war ein beschwerliches gehen gewesen über die eiskörner und es war eine kalte luft als sie am frauentag alle über die verheerung und zerstörung hin zur kirche gingen fanden sie im walde unter dem herabgeschlagenen reisig und moos manchen toten vogel und anderes getier unter einem geknickten wipfel lag ein toter wolf dein urgroßvater ist bei diesem gange sehr ernst gewesen da sagt auf einmal das katerl von der waldhütten zu ihm o du himmlisch mirakel sepp dir wächst ja schon ein graues haar später hat er alles erzählt und nun nannten die leute den baum auf dem er dieselbige nacht hat zubringen müssen die graue tanne das ist die geschichte wie sie mir mein vater eines abends beim kornschöbern erzählt hat und wie ich sie später aus meiner erinnerung niedergeschrieben als wir dann nach hause gingen zur abendsuppe und zur nachtruhe blickte ich noch hin auf den baum der hoch über dem wald in den dunkeln abendhimmel hinein stand ich war schon erwachsen da war es in einer herbstnacht daß mich mein vater aufweckte und sagte wenn du die graue tanne willst brennen sehen so geh vor das haus und als ich vor dem hause stand da sah ich über dem walde eine hohe flamme lodern und aus derselben qualmte rauch in den sternenhimmel auf wir hörten das dröhnen der flammen und wir sahen das niederstürzen einzelner äste dann gingen wir wieder zu bette am morgen stand über dem wald ein schwarzer strunk mit nur wenigen armen und hoch am himmel kreiste ein geier wir wußten nicht wie sich in der stillen heiteren nacht der baum entzündete und wir wissen es noch heute nicht in der gegend ist vieles über dieses ereignis gesprochen worden und man hat demselben wunderliches und bedeutsames zugrunde gelegt noch einige jahre starrte der schwarze strunk gegen den himmel dann brach er nach und nach zusammen und nun stand nichts mehr empor über dem wald auf dem stocke und auf den letzten resten des baumes die langsam in die erde sinken und vermodern wächst moos ende von kapitel drei kapitel vier von das waldbauernbübel dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librevox.org aufgenommen von abai im mai 2010 das waldbauernbübel von peter rosecker kapitel vier als großvater freien ging eine rückschau nach der erzählung meines onkels franz beim kreuz wird auf der höhe saßen sie um den großen tisch herum fuhrleute von oben und unten gewerbsleute von pöllau und vorrau holzarbeiter vom rabenwald und masenberg grenzwächter von der ungarischen markung mein großvater der waldbauer von alpel war auch unter ihnen er war damals eigentlich noch lange nicht mein großvater und ihm war sie voll und rund die welt die später jedes mal ein loch bekam so oft eines der seinigen nicht bei ihm war so geht's auf der welt man meint in jungen jahren man hätte es fertig mit allem und ahnt nicht welche herzensgewalten noch in der zukunft schlummern und dass ich denn erzähle mein großvater nats nats wie er eigentlich hieß nein da ich einmal da bin so will ich ihn doch lieber großvater heißen schon in seiner jugendzeit mein großvater also ging damals gerade im heiraten um immer war er auf dem viehhandel aus oder im getreidekauf oder im obstmoß suchen oder im waldfahrten oder in diesem und jenem und keinem menschen sagte er es warum er eigentlich wanderte der hübschen mägdlein und jungen widmen gab es genug im lande mancher bauer sagte er gebe auch eine gute aussteuer mit bevor man noch wusste dass eine heiratsfähige tochter habe aber mein großvater war einer von denen die nach etwas anderem gucken er hatte den glauben für jeden mann gebe es nur ein weib auf der welt und es käme für den heiratslustigen darauf an dasselbe aus allen anderen lächelnden und winkenden weibern herauszufinden er hat nach jahrelanger suche schließlich die rechte und einzige gefunden aber nicht in der weiten welt draußen sondern ganz nahe zehn minuten seit ab von seinem vater hause dort war sie eines sonntags im langen heidelberg kraut herumgegangen um für ihre mutter bären zu sammeln das rotwangige köpfel und vom busen ein bescheidener teil ragte hervor alles andere stark im kraut mein großvater lugte ihr durch das gezweige des dickichts zu sprach sie aber nicht an und als sie fort war schlich auch er davon und dachte jetzt gehe ich morgen noch einmal in die pöllauer gegend hinab und wenn mir keine gescheite so viel als passende unterkommt so lasse ich es gut sein und nehme die da so war er noch einmal in der pöllauer gegend gewesen und dort hatte er richtig eine aufgetrieben die reicher und schöner war als das mädel im heidekraut aber gar zu gern gebig das freute ihn wohl für den augenblick doch ließ er es dabei bewenden eine häusliche wollte er haben und er lenkte seine schritte heimwärts der sparsameren zu und da war es unterwegs dass er beim kreuz wird auf der höhe einkehrte er saß anfangs abseits beim ofenbank tischchen trank ein glas apfelmost und biss ein stück schwarzes brot dazu seine gedanken hatte er wie alle freiheitsleute nicht beisammen seine ohren nahmen wohl teil an dem lebhaften gespräch in der gemischten gesellschaft die um den großen tisch herum saß und weintrank die grenzwächter hatten draußen in der holzhauerhütte schwer verpönten ungarischen tabak gefunden und wollten demnach den eigner desselben mit sich fort zum gerichte führen da kamen jedoch andere männer des waldes herbei und mit knütteln stellten sie den grenzwächtern die wahl was ihnen lieber wäre prügel oder zweimaß beim kreuz wird denn mit dem schergengeschäft wärs diesmal nichts wollten die überreiter wie man die grenzer nannte sofort zu ihren gewehren greifen diese waren aber schon in den händen der holzhauer sonach wählten sie von den beiden dingen die zweimaß wein beim kreuz wird nun saßen die grenzwächter lustig unter den lustigen zechern wollten bruderschaft mit den waldleuten und fuhrmännern und stopften schließlich ihre pfeifen mit jenem kabak den sie in der holzhauerhütte in beschlag genommen hatten zum kartenspielen kam's und silbergeld kollerte auf den tisch herum einer der holzhauer ein schielendes weißhaariges männlein war nicht glücklich sein bockledenerer beutel der manchen schrillen fall auf den tisch getan hatte der immer tiefer umgestülpt werden mußte bis die dürren gierigen finger auf sein silbernes eingeweide kamen der beutel gab endlich nichts mehr herfür da zog das männlein seine taschnur hervor wer kauft mir den knödel ab die uhr ging im kreis herum es war ein tüchtiges zeug mit drei schweren silbergehäusen und einer schildkrötenschale am rücken welche ringsum mit kleinen silbernieten besetzt war ein spindelwerk mit gewaltigem zifferblatt auf welchem der messingzeiger just die dritte nachmittagsstunde anzeigte dreißig gulden verlangte der mann für die uhr man lachte ihm hell ins gesicht der eigentümer aber behauptete was wollt ihr wetten ehe der zeiger auf halb vier steht ist die uhr verkauft darauf lachten sie noch unbändiger mein großvater der hatte von seiner ofenbank aus die sache somit angesehen diese verkäufliche uhr mit dem schildkrötengehäuse sie machte ihm die seele heiß so eine uhr war längst sein verlangen gewesen und wenn er nun als bräutigam eine könnte im hosenbusen tragen oder wenn er sie gar der braut zur morgengabe spenden möchte eine uhr eine sackuhr eine silberne sackuhr mit schildkrötengehäuse soweit kam es dass mein großvater aufstand zum großen tisch hinging und das wort sprach geh lass mich das teug anschauen hey du bist ja der bauer vom alpel rief der holzhauer na du kannst leicht ausrucken und dir darf ich es unter vierzig gulden gar nicht geben mein großvater hatte aber nicht viel im sack darum sagte er steine haben wir diesjahr mehr im alpel als geld was willst denn bauer hast nicht groß haus und grund im haus steht der tisch zum essen aber auf dem grund wächst lauter heidekraut entgegnete mein großvater und korn und hafer rief einer drein wohl wohl ein wenig hafer sagte mein großvater hafer tut's auch rief der weißkopf weißt bauer wenn du einverstanden bist ich lass dir die uhr billig damit bin ich schon einverstanden antwortete mein ahn gut und sofort riss ihm der holzhauer die uhr wieder aus der hand wendete sie um dass das schildkrötengehäuse nach oben lag siehst du die silbernieten da am rand herum sind nicht übel entgegnete mein großvater übel oder nicht rief der schillende weißkopf nach diesen nieten zahlst mir die uhr für die erste niete gibst mir ein haferkorn für die zweite gibst mir zwei haferkörner für die dritte vier für die vierte acht und so verdoppelst mir den hafer bis zur letzten niete und die uhr gehört dein mitsamt der silberkette und dem frauentaler der dran hängt gilt schon lachte mein großvater bei sich bedenkend dass er für eine solche uhr eine handvoll hafer doch leicht geben könne der kreuzwirth hatte im selben augenblick meinen großvater noch heimlich in die seite gestoßen der aber hielt das für lustige beistimmung und schlug seine rechte in die des alten es gilt und alle männer die beim tisch sitzen sind zeugen er hatte aber keinen hafer bei sich tat nichts sofort brachte der kreuzwirth ein scheffelhafer herbei um durch zählen der körner wie mein ahn meinte die rechnung zu bestimmen sie setzten sich um den hafer zusammen mein großvater vom frischen apfelmost im kopfe erwärmt lachte still in sich hinein des gewinnes gewiss freute er sich schon auf die großen augen die das heidelbeermäcklein zur gewichtigen uhr machen werde zuerst wurden die nieten gezählt die um das schildkrötenblatt herum liefen es waren deren gerade siebzig dann kam es an die haferkörner mein großvater sonderte sie mit den fingern der holzhauer zählte nach und die anderen überwachten das geschäft erste niete ein korn zweite niete zwei körner dritte niete vier körner vierte acht körner fünfte 16 sechste vierundsechzig 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 vierte vierundsechzig 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 Elfte Niete, 2 Schöpflöffel voll Hafer Zwölfte Niete, 4 Löffel voll Dreizehnte, 8 Löffel Vierzehnte, 16 Löffel voll Das machte eine Mass Fünfzehnte Niete, 2 Mass Sechzehnte, 4 Mass Das ist ein Massel, Schäffel Siebzehnte Niete, 2 Massel Achtzehnte, 4 Massel Neunzehnte, 8 Massel Zwanzigste Niete, 16 Massel Oder ein Wächt Jetzt tat mein Großvater einen hellen Schrei Die anderen zählten fort Und bei der dreißigsten Niete Kostete die Uhr über 1000 Wächt Hafer Das war mehr als die Jahresernte Der ganzen Gemeinde Alpel Jetzt habe ich mein Haus und Grund verspielt Schrie der Freier Sollen wir noch weiter zählen? Fragten die Männer Wie ihr wollt Antwortete mein Großvater mit Stirnaugen Bei der 43. Niete hatten sie eine Million Wächt Hafer Bei der 50. rief mein Großvater die Hände zusammenschlagend aus Oh du himmlischer Herrgott Jetzt habe ich deinen ganzen Hafer vertan Den du seit der Schöpfung der Welt tust wachsen lassen Sollen wir weiter zählen? Fragten die Männer Nicht nötig Antwortete das weißköpfige Männlein gemessen Das Übrige schenke ich ihm Mein Großvater Er erbarmt mir heute noch War blass bis in den Mund hinein Er hatte es in seiner Kindheit schon gehört Die Weltkugel mit allem was auf ihr Drehe sich im Kreise Jetzt fühlte er es deutlich Daß es so war Ihm schwindelte Da geht er ins Heiraten aus Und vertut sein ganzes Gütel Alle Rösser auf Erden Rief er Fressen nicht so viel Hafer Als die lumpigen paar Nieten da in der Uhr Steck sie ein Bauer Sie gehört ja dein Sagte der alte Waldmann Und zahl den Bettel aus Ihr Leut Lachte mein Großvater Herb Ihr habt mich übertölpelt Du bist auch nicht auf den Kopf gefallen Entgegnete man ihm Du kannst zählen wie jeder andere Wirst jetzt wohl müssen geben was du hast Schau die ehrenwerten Zeugen Ja ja die ehrenwerten Zeugen Rief mein Ahn Lauter Leut die geschwärzten Tabak rauchen Sei still Bauer Flüsterte ihm der Kreuzwirt zu Umliegend ist der Wald Wenn sie dich angehen Ich kann dir nicht helfen Der alte Weißkopf schielte In den wurmstichigen Tisch hinein Er mochte merken Dass für ihn hier eigentlich Doch nichts Rechtes herauskam Er sagte daher zu meinem Großvater Weißt Bauer Du könntest jetzt wohlfeil zu einem Körndl Getreide kommen Ich will Hafer verkaufen Gib mir 30 Gulden für den Ganzen Abgemacht war's Leichten Herzens legte mein Großvater 30 Gulden auf den Spieltisch Und eilte davon Im freien Wald sah er auf die Uhr Der Zeiger stand auf halb vier Mein Ahn kehrte heim Warb um das Heidelbeermädchen Und verehrte ihm die Uhr zum Brautgeschenk Aber Sagte er Mein Schatz Das nehme ich mir aus Du musst mir für die erste Silberniete Da einen Kuss geben Und bei jeder weiteren Niete die Küsse verdoppeln Das arglose Mädchen ging darauf ein Die Leutchen sind alt Sind meine Großeltern geworden Doch starben sie lange bevor Großmutterseits die Uhr bezahlt war Und wir Nachkommen werden kaum jemals imstande sein Diese ererbte Schuld der Großmutter vollends wett zu machen Ende von Kapitel 4 Kapitel 5 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Waldbauernbübel Von Peter Roesegger Kapitel 5 Die ledernen Brautwerber meines Vaters Dann nun noch viel von Vater und Mutter die Rede sein wird So muß vorerst gesagt werden, wie sie es geworden sind Also der junge Lenzel Niemand ging öfter am Alitschhof vorüber als der junge Lenzel Er stieg von seinem Berghause herab ins Tal Diesseits wieder herauf, am Alitschhof vorbei, gegen die Waldhöhe hin Was er auf der Waldhöhe tat, wußte niemand Man sah ihn nur allemal wieder zurückkehren, denselben Weg, am Alitschhof vorbei Der jungen Weitdirn Mirzel, der Kohlenbrennerstochter, die am reine Gras mähte oder im Garten Kohlköpfe abschnitt, fiel es zuerst auf, aber sie sagte nichts Das erste Mal, als sie ihn sah, dachte sie auch nichts und schnitt ihr Gras Das zweite Mal dachte sie, der muß auf einem Viehhandel umgehen, jetzt, und schnitt ihr Gras Das dritte Mal, als er am Gartenzaun stehen blieb und eine Weile zuschaute, wie sie den Kohl abhieb, dachte sie Stehen bleibt er Ich tu nix desgleichen Und hieb Kohlköpfe ab Der Lenzel war noch vor keiner so lange stehen geblieben Ob schon nach des Vaters Tod die Mutter gesagt hatte Bub, ich kann's nimmer der machen mit der Wirtschaft, du mußt umschauen Aber bring mir keine Dudel ins Haus, die alleweil nur ein schönes Gewand anhaben und nix arbeiten will Nun also, die dort im Krautgarten, die arbeitet ja, und Gewand hat's auch kein schönes an Das Köhlerdirndl, das gestrickt Wollenjöppel und das Blauleinwandkitterl wird's wohl noch klecken Schuh hat's eh keine an Daß sie mit ihren drallen Barfüßlein dastand auf der schwarzen Erden, wollte ihm gefallen Aber er sagte nichts und trottete wieder davon Und dann tat's ihm leid, daß er sie nicht angeredet hatte Das nächste Mal nahm er sich's vor, ging aber wieder unverrichteter Sache vorüber, weil ihm nichts einfiel Ihm war das Anschauen einstweilen ganz und gar genug Aber daß sie denken konnte, der muß ein Tappel sein, weil er nix zu reden weiß, das war's Das nächste Mal ging er am Samstag vorbei, zur Feierabendstunde Und wenn es auch schon finster sein sollte, das macht nix Einfallen tut einem bei der Nacht leichter was Da will er's bei ihr mit dem Fenstern probieren Aber er kam zu früh, es war noch Licht Die Mirzel stand am Brunnen und scheuerte mit dem Strohwisch einen Zuber so heftig, daß das Kitterl lustig hin- und widerschlug Und dann ließ sie das kalte Wasser auf ihre Barfüße rinnen, bis Staub und Erde weggeschwemmt waren Und sie feucht und rosig dastanden auf dem Brunnenstein Und neben ihr stand der Soldat, der Steinlacher Zenz, der auf Urlaub daheim war Er hatte blaue Hosen und einen weißen Rock an und einen schwarzglänzenden Chaco mit einem goldenen Kaiseradler auf Und am schwarzen Lendenriemen das Stilett An den Ohren zwei gefettete Haarsechser geschwungen und unter der langen Nase zwei falbe Bartspitzen Mit solch bewaffneter Macht war sie jetzt besetzt, die Dirn, unter drohender Gefahr eines Belagerungszustandes Der Lenzel stand am Hundskobel und schäkerte mit dem Kettenhund, dem er die Hand in den Rachen hielt Der darob schrecklich knurrte, mit den langen weißen Zähnen nagte und doch nicht dreinbiß Aber des Burschen Augen waren beim Dirndl, wie jetzt der Soldat mit ihm schäkerte Einen langen Kornhalm hatte er vom Wege aufgelesen, der Kaiserliche, ihn in den Mund genommen Und beim Plaudern so hin und her bewegt, daß der Halm ein paar Mal in das weiße Rundgesicht des Dirndls schlug Wie man Fliegen abwehrt, so tat sie mit der Hand und scheuerte wieder an dem Zuber Jetzt wendete der Soldat den Halm bodenwärts und hub an, damit an ihren Barfüßen herumzugaukeln Das war nicht mehr auszuhalten Der Lenzel ließ Hund Hund sein, trat rasch an den Brunnen und sagte »Lass mich ein wenig trinken, Mirzel« Sie lachte ihn freundlich an und meinte, das Wasser würde wohl noch ausreichen Er hielt seinen Mund ans sprudelnde Rohr und trank Der Soldat gab ihm als alten Kameraden die Hand und sprach »Ich sag gleich, grüß dich Gott und büt dich Gott auf einmal« Das hieß so viel als »Nun kannst schon wieder gehen« Aber der Lenzel blieb stehen, er müsse warten, bis er noch einmal durstig werde »Das sei ganz gescheit«, antwortete sie »Und ob er sich nicht an den Trogrand niedersetzen wolle« Da merkte der Urlauber, daß er seinen Abschied habe Grüßte kaiserlich und marschierte ab Und nun waren sie allein, der Lenzel und die Mirzel Es dürfte kaum der Mühe wert sein, das Gespräch zweier blöder Bauernkinder aufzumerken Solch junge Leute sind ja sonst ganz munter und witzig Doch in einer gewissen Standzeit sind sie äußerst ungeschickt und befangen Aber die zuckenden Augen und die errötenden Wangen plaudern mehr, als sie sollen und wollen Und die Lippen haben reichlich zu tun, um durch teppische Herumrederei die Wahrheit zu verleugnen Und das leidenschaftliche Verneinen ist ein heimliches Bejahen Als der Lenzel nachher davonging, soll es keinen Erdboden gegeben haben Er schwebte Drei Wochen später war Allerheiligen Da kam in den Alitschhof ein mit steifem Zuckerhutpapier eingewickeltes Packel Der Schickbub sagte »Für die weit dirn Mirzel« und lief davon, als ob er gejagt würde Die Leute guckten »Mirzel, dir soll's gehören« »Mir soll's gehören«, sagte sie und nahm zagend das Packel in den Arm, trug es in die Kammer und machte es nicht auf Sie hatte es aufs Fensterbrett gelegt, stand davor und schaute es an Und den ganzen Nachmittag dachte sie, was denn da drin sein könne Das blutarme Kind war so reich an diesem Tage Zehnerlei schöne Sachen, dachte sie, jede konnte drinnen sein in dem blauen Papier Hoch hatten ihre Wünsche sicher nie verstiegen Ein paar Wecken, ein Rockenflax Oder sollte der alte Kohlenbrennervetter vom Kressbach Wollenstrümpfe schicken, die er selbst so schön strickt Oder gar die Haussteinerin, bei der sie nächst Jahr dienen soll, Zucker und Kaffee In Gottes Namen, tun wir halt schauen Am End sind's Fichtenzapfen oder eine andere Fopperei Im blauen Packel waren ein paar Schuhe Ein paar neuer, kohlschwarzer Kalbslederschuhe mit Ochsensohlen, gezähnten Lascheln und Riemen An den Zehenspitzen hübsch abgehackt, wie die Bezeichnung lautet Man sah unten am Sohlenrand keinen Pechdraht, wie bei den Grobgnaden Die Naht war inwendig versteckt Bei der Wichtigkeit, die dieses Paar Schuhe für mich hat, habe ich mich neuzeit an einen Schustermeister gewendet, daß er mir die Technik solch versteckter Nähte erkläre Aber der lachte, da könne er nicht dienen Sohlengenähte Schuhe seien längst abgekommen, seit man die Zwecke habe Also wäre mein weiteres Herumfragen zwecklos Das Dirndl war sehr vergnügt Schuhe, buderlweiche Kalblederschuhe mit Zahnascheln und Durchgnad Jesseles, die hat mir frei der lieb Herrgott geschickt Flugs an die Füße damit Für Strümpfeln sind sie gerichtet Haben ma keine, so tu ma Stroh um die Zehen Ist auch schön warm Und nix dabei? Kein March und kein Namen? Wer's mir nur so gut tut meinen Du Joselmaron, was das für saubere Schuh sein Und gut gehend rein Wie sie etliche Mal im Zimmer hin und her getrüppelt Streift sie die Schuhe wieder ab Beschaut sie noch einmal über und über Und wischt mit einem Lappen etwaigen Staub weg Dann stellt sie sie in ihren Gewandkasten Zieht den Schlüssel ab Was sonst nicht der Brauch ist im Alitschhof Und steckt ein paar klobige Holzschuhe an die Füße Etliche Wochen später ist auf dem Hof des Lenzel Brecheltag gewesen Mit Holzwerkzeugen, Brecheln genannt Wird der Jahresbau des vorher im Dörrofen getrockneten Flaxes gebrochen Von Spreu und Agen befreit So daß das gelbliche, weiche Rockenhaar hervorkommt Zu dieser Zeit pflegt der Bauer Nachbarsleute einzuladen Damit die Arbeit an einem langen Nachmittage vollzogen werden kann Am Abende darauf große Mahlzeit Tanz und andere Lustbarkeit Siehe Volksleben in Steiermark Das Fest der Hausehre Zu diesem Brecheltag Lod der Lenzel unter andern auch die Weiddirn vom Alitschhof Und richtete es so ein Daß ihre beiden Brecheln nebeneinander standen Vor allem aber war er auf Eins begierig Aber sie hatte die Holzschuhe an Sie plauderten nicht viel selbander Sondern schwangen ihre Brechelscheiter über den Flax Aber als es Feierabend ward Und sie nebeneinander zum Hause hingingen Fragte der Lenzel ruhig Tust nit schwer gehen in deinen Holzschuhen? Im Winter seins halt schön warm Im Sommer trag ich gar keine Antwortete sie Im Sommer meinst Und tun dich nit immer einmal die Halme stechen? Das is man schon gewohnt Sagte sie Verstand es nicht Auf was er angespielt hatte Da fragte er endlich zögernd Hast nit auch andere Schuhe? Ich hätte ein paar schöne Schuhe im Kasten Aber die behalte ich mir für die Feiertag Tragst du sie im Winter Da mußt sie dir nageln lassen Weißt leicht, daß sie nit genagelt sind? Werden eh, werden eh Wie soll ich das wissen? Die Schuhe seien mir geschickt worden Sagte sie Und lauerte ein wenig So, geschickt worden Von wem denn? Ja, Lenzel, wenn ich das Kund herausbringen Will sie nit eher tragen, bis ich's weiß Hast keinen Gedanken? Fragte er Wohl schon gehabt, aber jetzt wieder nit Herumfragen mag ich nit Die Hausteinerin, hab ich einmal gemeint Die sagt nein Der Kressbachvetter ist's auch nit Wirst ja noch mehr Bekannte haben Vielleicht... Was sagst? Vielleicht der Urlauber Zenz? Oh, Narrisch! Der ist selber barfuß gegangen Evor ihm der Kaiser die Stiefel hat geschenkt Blinzelte der Lenzel Ihr mit großem Wohlgefallen ins Gesicht Aber ganz flüchtig Das Wort hat ihm getaugt Einen Rat tät' ich dir wohl wissen, Mirzel Sagte er hernach Jetzt kommt bald die Thomasnacht Da wirfst du die Schuhe über den Kopf hinteri Und wie sie nachher auf dem Flätz liegen Und nach welcher Seiten ihre Zehenspitzen hinzeigen Von derselben Seiten sind sie gekommen Weißt du, geschenkte Schuhe trachten immer zurück Da sagte sie nichts mehr Der Thomastag ist der kürzeste Tag des Jahres Und doch konnte das Dirndl den Abend kaum erwarten Nach dem Male erzählte ein alter Knecht Geschichten Und die Alitschbäuerin wollte Lieder singen Bei denen die Mirzel ihr sonst mit zweiter Stimm zu helfen pflegte Heute aber sagte das Dirndl, es sei nicht ganz richtig Und zog sich bald in ihre Kammer zurück Nicht ganz richtig Das deuteten die Hausleute auf Schläfrigkeit Allein es war was anderes Wenn eine immer ein Paar Kalblederschuhe mit Ochsensohle im Kopf hat Wie soll sie da singen können? Als die Tür hinter ihr verschlossen war Zündete sie die rote Ampel an Die sonst nur an hohen Festabenden Vor einem Marienstatuettlein brannte Dann holte sie aus dem Kasten die Schuhe Und warf sie rasch hinter sich auf das Flitz Und schaute, wie sie gefallen waren Beide hatten ihre Zehenspitzen nach der Seite hin Wo das menschenleere Gebirge stand Das war sicherlich falsch Von dort konnte kein Schuh kommen Sie warf ein zweites Mal Da war's noch dümmer Die eine Schuhspitze zeigte nach Sankt Katrain Die andere nach dem Mürztal Sollten zwei Spender aus verschiedenen Richtungen Zusammengeschossen haben Aller guten Dinge sind drei Dachte sie Hub die Schuhe auf Und warf sie ein drittes Mal Über den Kopf nach hinten Diesmal mit bedachtsamer Vorsicht Jetzt hatte sie's Beide Schuhe zeigten einstimmig Die Richtung quer über das Hochtal Nach dem Berg Auf dem der Hof des Lenzel stand Nun warf sie nicht mehr Nun war's ihr Recht Sie nahm ein Tüchlein Reinigte die Schuhe Sorgfältig von jedem Stäubchen Und stellte sie mit Zärtlichkeit In den Kasten Dann legte sie sich nieder Und weinte Die halbe Nacht Vier Tage nachher War Christtag Der Lenzel Legte sein neues Graues Lodengewand an Mit den grünen Aufschlägen An Kragen und Ärmel Und setzte den schwarzen Hasenherrenen auf Der breite, schneeweiße Hemdkragen war von einem Roten Seidentuch Zusammengehalten In der Weste hatte er An einem Pacfong-Kettlein Hängend jene große Taschenuhr mit Schildkrot-Gehäuse Die einst Wie wir gesehen haben Der Ahn Josef So teuer Hat kaufen müssen Diese Uhr Zog er nun Auf dem Weg Zur Kirche Mehrmals heraus Um ins Glas zu gucken Ob er wohl auch Ein so freundliches Gutes Gesicht hatte Als er heute Haben wollte Tags zuvor Hatte es geschneit Nun stieg hinter dem Wald Die rote Sonnenscheibe Groß herauf Daß die weite Schneelandschaft Zart erglühte So kam der Lenzel Zur Kirche Dort drängte er sich Mit anderen Durch das rückwärtige Tor Hinein Das unter dem Turm ist Ganz flüchtig Hatte er bemerkt Daß hinter ihm Die Merzel nachging Und daß sie am Tor Zurück blieb Denn sie hatte heute Die neuen Schuhe an Und da wäre es gerade Als trippelten sie ihm Dem Spender nach Das durfte nicht so aussehen So ging sie außen links Um die Kirche Das hatte er bemerkt Kehrte um Und ging außen rechts Um die Kirche Und draußen Just hinter dem Schiffe Des Hochaltars Unter einer schneebeschwerten Tanne Haben sie sich begegnet Nach der ersten Verwunderung Darob Daß die neuen Schuhe Schnurgerade zum Spender Zurückgekehrt waren Und nach dem Schreck darüber Daß bei dieser Rückkehr Sie selbst in den Schuhen steckte Hat sie aber lachen müssen Während drinnen Schon die Orgel klang Haben sie sich die Hand gegeben Das schweigende Versprechen So haben ihm die Schuhe Die er ausgesandt Das Weib zugebracht Ende von Kapitel 5 Kapitel 6 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Waldbauernbübel von Peter Rosägger Kapitel 6 Das fahrende Zechen Zur Zeit, als mein Großvater auf dem Waldbauernhofe saß, saß auf einem der nächsten Nachbarhöfe der Bauer Winfried Isidor Bernhardt. Die beiden Höfe lagen sich auf zwei Bergen gegenüber und schauten sich an. Der eine war ernsthaft und stillsam, man sah auf seinen Feldern die Ochsen mit dem Fluge dahin kriechen oder hörte das dumpfe Geklapper der Dreschkolben auf der Tenne. Der andere Hof lachte und wiederhallte stets in heiterem Lärme. Der stille Hof gehörte meinem Großvater, der bei der Arbeit ein ernster Mann war, der laute aber dem Winfred. Der Winfred ging mit seinem runden Bäuchlein und seinem grünen Samtbarrettlein wie ein Edelherr nur so um den Hof herum und schaute lachend auf die mageren Wiesen und steinigen Felder hinaus und gab seinem Gesinde lachend die Befehle und wackelte dann wieder in seine Stube und aß, was rar war und trank, was klar war. Heißt das nicht allzu klar, denn eitel Brunnenwassers wegen schmaust sich der Deutsche keinen Durst an. Oftmals wunderte sich mein Großvater darüber, daß auch bei seinem leichtlebigen Nachbar die Wirtschaft ging und allem Anscheine nach sogar besser als in andern Höfen, wo man tagsüber arbeiten und nachts über sorgen müsse. Na, s'ist ja recht, meinte mein Großvater. Wer das kund, dem sei's vergund. Zu diesem Nachbar, Winfred Isidor Bernhard, kam eines Tages ein entfernt stehender Vetter auf Besuch. Dieser Vetter war unter den Franzosenkriegen viel in der Welt herumgewirbelt worden und alle Weine, die mittagwärts der Alpen gekeltert und alle Biere, die mitternachtswärts gebraut wurden, hatte er verkostet. Seines Zeichens war er Pferdehändler und so kam er eines Tages auf einem Rappen herangeritten gen den Hof des Winfred. An diesem Tage hub ein scharfes Zechen an. Es war im Spätherbst, am Tage der Heiligen Apostel Simon und Judas. Winfred hatte den Rappen zu gefülltem Troge und den Reiter an den Eichenen Tisch geführt, der von Eichener Wandbank zur Hälfte umgeben, unverrückbar schwer dastand. Ein grauer Steinkrug kam herbei, dem standen Tröpflein auf seiner Bauchung und dem entströmte ein kühlender Wohlduft. Behutsam, aber kundig des Handgriffs, stellte Winfred den Krug auf den Tisch. »Fetter Wolfgang, ich bring dir's!« »Ich bring dir's wieder, Winfred! Wir haben draußen jetzt so die Welt umgestülpt und dein Hof, der steht noch fest. So bleib's! Ich bring dir's!« Und indem sie nun tranken auf den Bestand des Hofes, fingen sie an, denselben zu versaufen. Draußen im Stalle schlachtete der Knecht einen Schöps, in der Küche bug die Hausfrau Krapfen. Als das Ankunftsmahl in lauter Heiterkeit verzehrt war, begann das große Trinken. Es währte die ganze Nacht. Als der Tag ausging, legte sich der Vetter Wolfgang auf die eine Bank und der Vetter Winfred auf die andere. Und als sie gegen Mittag erwachten, kam ein frischer Krug. »Auf was trinken wir?« fragte Wolfgang. »Gestern haben wir auf deiner Ankunft getrunken und auf meinen Hof,« antwortete der Bauer. »Heute trinken wir auf die Verjagung der Franzen.« Das war angenommen. Am dritten Tage tranken sie auf des Wolfgang Rappen. Am vierten, das war der 31. Oktober, tranken sie auf Martin Luther. Denn der Vetter Wolfgang hatte früher einen Prozeß mit dem Pfarrer von Langenwang, eines schiefen Pferdehandels, wegen gehabt, und zur Rache dafür war er jetzt stocklutherisch geworden. Am fünften Tage tranken sie den Heiligen Gottes einst zu, am nächsten Tage brachten sie es den Seelen im Fegefeuer. An einem weiteren Tage, nachdem nun der wildeste Durst gelöscht war, begann das Kartenspielen. Was der Wolfgang gewann, wurde gemeinsam vertrunken. Da war es am Tage des Heiligen Martin, als sich des Pferdehändlers Hosentaschen leer fanden. »So mag's an die Hosen selber gehen.« Der Winfried spielte keck. Sein Weib, das stets den frischen Trunk zu besorgen hatte, konnte ihre Beklommenheit kaum mehr verbergen. Jetzt das letzte Blatt, ihr Mann hatte des Gastes Hosen gewonnen. Er schenkt sie zurück. »Nein, Spielschulden läßt man sich nicht schenken. Wolfgang reißt die Hose von den Beinen.« Da hub der Winfried gewaltig an zu lachen. Mit beiden Zeigefingern deutete er auf den Gast und lachte, daß er schier unter den Tisch kollerte. »Was war's?« »Ein zweites Beinkleid hatte der Rossehändler an.« »Ja, das war der erste, der die Unterhosen in unsere Gegend gebracht hatte, nachdem seit der Einführung des Beinkleides unter den Germanen mehr als dreizehnhundert Jahre verflossen waren, ohne daß ein Paar Hosen nicht genügt hätte.« »Im Jahre 1860 hat das uralte Männlein noch gelebt, und mein Schneidermeister hat einmal mit leuchtenden Augen auf dasselbe gewiesen, »Schau ihn an, Lehrbub, schau ihn gut an, der hat die Unterhosen ins Land gebracht.« Nun aber wieder zurück zu unserem Eichentisch. Am Kathrinentage, das ist der 25. November, saßen sie noch an demselben und aßen und tranken und spielten und lachten und beide behaupteten, eine so lustige Zeit wie diese sei seit der Welterschaffung noch nicht gewesen. Zu Anfang des Advents, als die beiden Männer einen Tag weniger als fünf Wochen lang gezecht hatten, kam die Hausfrau mit Kummer voller Miene zur Tür herein und machte die Mitteilung, daß die Fässer leer seien, daß der Schweinestall leer sei, desgleichen auch die Vorratskammer. »So«, sagte Winfried, »schon leer?« »Das macht nichts«, meinte der Vetter Wolfgang, »so werde ich jetzt zum Nachbar gehen.« »Ich gehe auch mit«, rief der Winfried. »Der Waldbauer da drüben auf dem anderen Berg, der so schlau auf uns herüberschaut, der hat auch Sachen, hat zwei Stadin Holzapfelmost im Keller, langt uns bis über Neujahr, also auf, Kumpan!« Das Weib des Winfried aber war dem Waldbauer, meinem Großvater, wohlgewogen, daher lief sie jetzt auf kürzestem Wege zu ihm herüber und sprach, »Nachbar, sperr Tür und Tor zu, ich vermein dir's gut, sperr Tür und Tor zu.«, Rucken Franzosen an? »Deutsche Rucken an! Zechen wollen sie bei dir!« »Das ist kein schlechtes Vorhaben«, sagt mein Großvater. »Wie viel sind ihrer?« »O Waldbauer, diese Zecher zählen nicht nach Personen, sie zählen nach Tagen und Wochen, sie werden nicht vom Fleck gehen, solange noch ein Tröpflein in deinem Keller, ein Krümlein in deiner Kammer ist. Zwei sind ihrer. Mein Haus haben sie aufgefressen, jetzt heben sie mit deinem an!« sagte mein Großvater. »Wenn das solche sind, dann will ich sie schon begasten, sie sollen kommen.« Da ritten sie heran, der Wolfgang auf seinem Rappen, der Winfried auf einem alten Klepper, den er sich zum in die Kirche fahren angeschafft hatte. Mein Großvater erhob ein Freudengeschrei über den seltsamen Besuch. Dann ließ er die Pferde absatteln und zusammen an einen Schlitten spannen, um mit demselben vom Walde Brennholz heimzuführen. Zu den beiden Ankömmlingen sagte er, daß er wohl verhoffe, sie wären zu keinem anderen Zweck in den Waldbauernhof gekommen, als um ihm die Ehre zu erweisen, eine Jause bei ihm einzunehmen. »Das versteht sich«, rief der lustige Winfried. »Du kennst uns, wir essen, was rar ist und trinken, was klar ist, so lang, bis es gar ist. Nachher kommst du auch mit uns, Waldbauer, und wir gehen um ein Häusel weiter. »Nur rißt halt jetzt«, sagte der Waldbauer, da drinnen in meiner Stube der Tisch noch nicht gedeckt. Die Weilen, daß besorgt wird, seid ihr schon so gut und hilft mir auf der Tenne die etlichen Schober Korn ausdreschen, auf daß ich nachher fertig bin und mich zu euch setzen kann. Dachte der Pferdehändler, dreschen, Korn ausdreschen, dem Waldbauer Korn ausdreschen. Aber der Winfried Isidor Bernhard sagte, »Es gilt, das Dreschen macht Appetit.« Und als sie bis zum Abend gedroschen hatten, gingen sie ins Haus und setzten sich zum Nachtmahl. Das bestand aus Milchsuppe, Sauerkraut und Bohnen, es war sehr gut gekocht. Der Waldbauer machte allerlei Schnurren, um seine werten Gäste zu erheitern, und als die Bohnen verzehrt waren, sagte er, »Mit den Krapfen müßt ihr schon gedulden, bis sie fertig sind.« »Gerne«, antwortete der Pferdehändler, »Gerne wollte ich mich gedulden, wenn ich von der Küche herein nur ein klein bissel was prasseln tät hören, aber in deiner Küche ist es still wie in einer Totenkammer.« »Wann wird's denn kommen von der Mühl das Mehl?« fragte der Nachbar Winfried sehr lustig, worauf der Waldbauer noch lustiger zur Antwort gab, »Das Mehl von der Mühl, das ist leicht auszurechnen. Heute haben wir das Korn ausgedroschen, morgen werden wir's sieben, entspreuen, in die Mühl tragen, übermorgen kann's gemahlen werden, und am Tage drauf haben wir unsere Krapfen.« Noch in derselbigen Nacht haben sich die beiden Vettern sein bedankt für die Gastfreundschaft und sind davon geritten. Wie mein Großvater, so hatte es manch anderer gemacht, um den alten Brauch der fahrenden Zecher abzubringen. Es war das doch eine zu merkwürdige Entartung der altdeutschen Gastlichkeit gewesen. Nach Geburt oder Hochzeitsfeierlichkeiten wurde das Zechen oftmals so lange ausgedehnt, bis alle Vorräte des Festgebers verpraßt waren. Dann zogen die Schlemmer weiter zu einem nächsten Hause, das sie gut oder übel neuerdings bewirten bewirten mußte. In der Pfarre Fischbach starb ein alter Feldhäusler. Die Leidtragenden versammelten sich zum üblichen Totenmale, allein der Verstorbene war ein armer Schlucker gewesen, und sie wurden nicht satt. Sie verabredeten sich, in den nächsten Bauernhof zu gehen und eine Mahlzeit zu begehren. Es geschah, und als sie hier gegessen hatten, nahmen sie den Gastgeber mit und brachen in einen nächsten Hof ein und aßen und tranken, was da war. So zogen sie von Haus zu Haus und wuchsen immer mehr an, nicht bloß an Gestalt, sondern auch an Zahl, weil sie stets den Gastgeber mit sich nahmen. Vor Weihnachten hatten sie mit ihrer Fahrt begonnen, und als der Winter um war, stand kein Haus in der Pfarre, in welchem sie nicht ihr Totenmal gehalten hätten. Nun waren einige dabei, die wieder von vorne anfangen wollten. Da ließ der Pfarrer Sturm läuten, daß die Rotte erschrocken auseinanderfuhr. In den alten, bösen Zeiten hatte dieses fahrende Zechen und Schwelgen seinen Grund. War heute ein Vorrat im Hause, so holte ihn morgen der Lehnsherr oder eine Räuberbande oder der fahrende Kriegsmann oder gar ein Schwarm von Magyaren, Türken oder Welschen, da war's doch besser, man setzte sich heute in guter Kameradschaft zusammen und vertat in Saus und Braus, was zu vertun war. Oft mag es wohl auch beim Fürnehmen geblieben sein, so daß der Brauch mehr als Sage denn als Tatsache umging. Als hernach die Leute frei und die Zustände geordnet wurden, als das, was von dem Fleißigen erworben worden, sein wahrhaftiges Eigentum war, da kam die Sparsamkeit auf. Die lustigen Keuze und Nichtstuer aber wollten von der alten Art nicht lassen, und so kam es, daß sich Reste von dieser Sitte bis in unsere Zeit erstreckten. Bei einem der letzten fahrenden Zechen bin ich, um der Entwicklung der Geschehnisse hier vorzugreifen, selbst dabei gewesen. Unser mehrere Bauernborsche kamen von der Rekrutierung zurück. Mit den Wirtshäusern waren wir fertig und auch mit dem Gelde. Jetzt sprachen wir in einem Bauernhause zu und verlangten zu essen. Es waren nur ein paar Weiber daheim und die waren froh, sich mit einer Pfanne Eierkuchen loskaufen zu können. Vor einem nächsten Hause, in welchem wir gut gegorenen Apfelmost wußten, begehrten wir mit lautem Geschrei zu trinken, worauf das Hoftor aufging und uns ein gewaltiger Wasserstrahl ins Gesicht sprang, daß wir nach rückwärts taumelten und pudelnass davon liefen. Der Bauer hatte mit seiner Hausfeuerspritze und den Durst gründlich gelöscht. Bei mir ist dieser seither nicht mehr in dem Maße angewachsen, daß ich nötig gehabt hätte, zur altehrwürdigen Sitte des fahrenden Zechens meine Zuflucht zu nehmen. Ende von Kapitel 6 2 3 4 4 9 10 11 11 11 13 15 16 16 16 17 17 18 19 19 20 23 23 23 22 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ...... 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 ......... ...... ...... ...... ......... ...... ...... ...... ...... ......... Buben, sagte sie, da barmen euch die armen Seelen nicht, dass es so was treibt am heutigen Tag. Wir verzogen uns. Aber der Hasenschattige hatte mir schon angetan. Er wusste und konnte allzu viele merkwürdige Sachen, die doch ganz verboten waren. An einem der nächsten Tage hockten wir im Heustadel, auf dem Futterhaufen und spielten wieder Karten. Ich hatte solche Fortschritte gemacht, dass mir nicht bloß die Figuren, sondern auch schon viele Spiele bekannt waren. So taten wir Zwickeln, Brandeln, Mauscheln, Bettlerstrafen, Königrufen, Grüne Bubensuchen, Pechmandeln, Mariaschen und anderes. Weil kein Tisch war, so legten wir die Karten aufs Knie, zwickten sie zwischen die Beine, und der Kaunigl steckte seine Trümpfe sogar einmal in die Hasenscharte. Keuchte je links das alte Eferl die Leiter heraus. Wir verhielten uns im dunklen Raum Mäuschen still, aber sie hatte uns schon bemerkt. Buben, rief sie, was tut's dem Buben? Beten, gab der Kaunigl zur Antwort. Ja, beten, mit des Teufels Gebetsbuch Geld, rief das Weiblein, ist es nett, dass der Vater das Kartenspielen nicht leiden mag. Wird euch schön sauber der Schwarze bei den Füßen packen und in die Hölle hinabschleifen. Somit war's mit dem Spiel wieder aus, in die Hölle hinabschleifen, das wär so etwas. Am nächsten Sonntage machte der Kaunigl den Vorschlag, dass ich mit ihm in den Schachen hinausginge, damit wir bei unserer Unterhaltung endlich mal Ruhe hätten. Aber es regnete und es schneite und es ging in kalter Wind, also dass ich der Einladung nicht nachkam. Ob ich aus Papier wäre, piepste hierauf der Kaunigl, dass ich fürchten müsse, vom Bisslregen aufgeweicht zu werden und auseinanderzufallen. Im Wassergraben habe er seiner Tage am besten geschlafen, und so wie er schwarze Erde mit Brennnesseln esse, wenn er sonst nichts habe, so wolle er sich in Ermangelung seines Bettzeuges nacken in den Schnee einwickeln, und ich solle lieber in der Mutter ihren Kittel hineinschliefen. Aber schon an demselben Nachmittag kam der Kaunigl mit etwas anderem, was ich in der Lage war anzunehmen. Die Stube war besetzt vom Vater, der an der Wander etwas zu basteln hatte, und von den Knechten, die ihre Schuhe nagelten. In den übrigen Winkeln des Hauses war es nicht sicher, als in den Ofen hinein. In demselben war ein Holzstößlein geschichtet, wir krochen hinter das Stößlein. Nachdem der Kaunigl den Deckel des Ofenlochs zugezogen hatte, zündete er die mitgebrachte Kerze an, tat die Karten hervor, und wir huben an. Gemütlicheres gibt's gar nicht auf der Welt, als in einem großen Kachelofen bei Kerzenbeleuchtung, Brandeln oder Zwickeln oder Marieschen. Die rötlich gebrannte Mauer, die schwarzen Kachelhüllen um und über uns, bagen und hüteten uns, und nun waren wir einmal sicher und konnten fabeln und mauscheln, oder was wir wollten, bis in die späte Nacht hinein. Durch die Kacheln von der Stube her hörten wir die Surren. Sie taten Rosenkranz beten. Der Kaunigl warf die Blätter auf die Brandeln. Wir spielten um Geld, gewann er, so blieb ich schuldig, gewann ich, so blieb er schuldig. Es soll keine größere Ehrlosigkeit geben, als Spielschulden nicht zahlen. Lieber Leser, so einer bin ich. Just hatte ich wieder ein schönes Blatt in der Hand, zwei Könige, zwei Säue, den Schnellschneider, der Trumpf war. Da klirrte plötzlich der Blech an den Ofentürdeckel. Das Licht war sofort ausgeblasen, und wir verhielten uns still, wie zwei tote Maulwürfe. Jetzt geschah etwas Unvorhergesehenes, etwas Schreckliches. Vor dem Ofenloche stand das gedörrte Eferl und fuhr mit einer Spannlunte herein in den Holzstoß, der zwischen uns und dem Ausgänge war. Die Flammen leckten an den Scheitern hinaus. Ich zwischendurch und bei einem kreischenden Schrei hinaus, dass das alte Eferl vor Schreck in den Herdwinkel fiel. Dem Kaunigl ging's nicht so gut, dem spießten sich die langen Beine, und er konnte zwischen Wand und Scheiterstoß nicht sofort heraus. Der Rauch verschlug den Atem, und schon hörte man nichts mehr von ihm. Der Kaunigl ist drinnen, schrie ich wie verzweifelt. Da wurde mit dem Stärkrampen der brennende Holzstoß Scheit um Scheit herausgerissen auf den Herd, und schließlich wurde mit demselben Krampen ein Häufler Mensch herausgezogen, das ganz zusammengekauert war wie eine versenkte Raupe, und dessen Kleider bereits an mehreren Stellen rauchten. Zwei Schöpfe fanden Wasser, goss ihm das Eferl ins Gesicht. Da wurde der Kaunigl wieder lebendig. Als jetzt einige Spielkarten zum Vorschein kamen, kannte sich das Eferl gleich aus. »Was habe ich denn gesagt, Buben?«, so redete sie. »Habe ich nicht gesagt, ihr kommt's mit dem verflixten Teufelszeug in die Hölle. Im Fegfeuer seid's nur schon gewesen.« Mein Vater wollte den Burschen davonjagen, that's aber nicht, weil der Bursche nicht darauf gewartet hat. Wurde der Kaunigl anders zugesprochen, das weiß ich nicht. Jedenfalls konnte er eine neue Erfahrung zum Besten geben. Er hatte nicht allein Schabenkäfer im Buttertonke gegessen, im Wassergraben geschlafen, sich nackend im Schnee gewickelt, er hatte auch im Feuerofenkarten gespielt. Mir war von diesem Tage an der alte Ofen auf lange nicht geheuer. Mit seinen grünen Augen schaute er mich drohend an. »Bübel, wirst noch einmal Karten spielen, wenn die anderen beten?« Erst als ich wieder brav geworden war, ganz ordentlich und fleißig, blickte mich der Ofen neuerdings freundlich an, und es war wieder so heimlich bei ihm wie früher. Später sind die guten Augen erblindet, dann ist er in sich zusammengesunken wie das Urgroßmütterlein, und heute geht's ihm, wie es uns allen ergehen wird, nichts mehr übrig, als ein häuschen Lehm. Ende von Kapitel 9 Gelesen von Elli Mai 2010 Kapitel 10 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrau und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung in diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Elli Das Waldbauernbübel von Peter Rossecker Kapitel 10 Wie ich dem lieben Herrgott mein Sonntagshirpel schenkte In der Kirche zu ratten steht links am Hochaltar eine fast lebensgroße Reiterstatue. Der Reiter auf dem Pferd ist ein stolzer Kriegsmann mit Helm und Busch und einem cool schwarzen Schnurrbart. Er hat das breite Schwert gezogen und schneidet mit demselben seine Mantel in zwei. Zu Füßen, die sich baumenden Rossit kaut, eine Bettlergestalt in Lumpen. Als ich noch so ein nichtiger Knirps war, wie einem ordentlichen Menschen kaum zum Hosensack empor geht, führte mich meine Mutter gern in diese Kirche. In der Nähe der Kirche steht die Marienkapelle, die sehr gnadenvoll ist und in welcher meine Mutter gern betete. Als oft kein Mensch sonst mehr in der Kapelle war und vom Turm schon die Mittagsklocke in den heißen Sommersonntag hinausklang, kniete die Mutter immer noch in einem der Stühle und klagte Marien ihr Anliegen. Die liebe Frau saß auf dem Altare, legte die Hand in den Schoß und bewegte weder den Kopf noch die Augen noch die Hände. Ich hielt mich lieber in der großen Kirche auf und sah den schönen Reiter an. Und einmal, als wir auf dem Wege nach Hause waren und mich meine Mutter an der Hand führte und ich immer drei Schritte machen musste, so oft sie einen tat, warf ich meinen kleinen Kopf auf zu ihrem Angesicht und fragte. Zuweg steht denn der Reiterall fort oben auf der Wand, und zuweg reitete er nicht zum Fenster hinaus in die Gasse. Da antwortete die Mutter, weil du so kindische Fragen tust und weil es nur ein Bildnis ist, das Bildnis des heiligen Martin, der, ein Soldat, ein sehr gutthätiger, frommer Mann gewesen und jetzt im Himmel ist. Und ist das Roß auch im Himmel? fragte ich. Sobald wir zu einem rechten Platz kommen, wo wir rasten können, so will ich dir vom heiligen Martin was erzählen, sagte die Mutter und leitete mich weiter, und ich hüfte neben mir her. Da wartete ich schon schwer auf das Rasten, und in einem Fort rief ich, Mutter, da ist ein rechter Platz. Erst als wir in den Wald hineinkamen, wo ein platter, moosiger Stein lag, fand sie es gut genug, da setzten wir uns nieder. Die Mutter band das Kopftuch fester und war still, als habe sie vergessen, was sie versprochen. Ich starrte ihr auf den Mund. Dann guckte ich wieder zwischen den Bäumen hin, und mir war ein paar Mal, als hätte ich durch das Gehölzen und schönen Reitersmann reiten gesehen. Ja, leicht wohl, mein Bübel, begann die Mutter plötzlich. Allzeit soll man den Armen Hilfe reichen, um Gottes Willen, aber so wie der Martin gewesen, traben heutzertag nicht viel Herrleut herum auf dem hohen Roß. Dass im Spätherbst der eiskalte Wind über unsere Schafheide streicht, das weißt du wohl, hast du ja selber drauf im vorigen Jahr schier die Tetzel einer Frauen. Siehst du, völlig eine solche Heide ist es auch gewesen, über die der Reitersmann Martinus einmal geritten, an einem späten Herbstabend. Steinhart ist der Boden gefroren, und das klingt ordentlich, so oft das Roß seinen Fuß in die Erden setzt. Die Schneeflöcklein tänzeln umher, kein einziges vergeht. Schon will die Nacht anbrechen, und das Roß trabt über die Heide, und der Reitersmann sieht seinen weiten Mantel zusammen, so eng es halt heut gehen mögen. Bübel, und wie er so hinfährt, da sieht er auf einmal ein Bettelmännlein kauern auf einem Stein. Das hat nur ein zerrissenes Jörpel an, und zittert vor Kälte, und hebt sein betrübtes Auge auf zu dem hohen Roß. Hu, und wie das der Reiter sieht, hält er sein Tier, und ruft den Bettler nieder. Ja, du lieber Mann, was soll ich dir reichen? Gold und Silber hab ich nicht, und mein Schwert kannst du nimmer brauchen. Wie soll ich dir helfen? Da senkt der Bettelmann sein weißes Haupt nieder, gegen die halbe blöste Brust, und tut einen Seufzer. Der Reiter aber zieht sein Schwert, zieht seinen Mantel von den Schultern, und schneidet ihn mitten auseinander. Den einen Teil des Kleidungsstückes lässt er hinabfallen zu dem zitternden Kreise. Hab verliebt damit, mein notleinender Bruder. Den anderen Teil des Mantels schlingt er so gut es geht um seinen eigenen Leib und reitet davon. So hat meine Mutter erzählt, und dabei mit ihrem eiskalten Herbstabende den schönen Hochsommertag so frostig gemacht, dass ich mich fast schaudernd an ihr Lindes Busentuch schmiegte. Es ist aber noch nicht ganz aus, mein Kind, fuhr die Mutter fort. Wenn du es nun gleich wohl weißt, was der Reiter mit dem Bettler in der Kirche bedeutet, so weißt du's noch nicht, was weiter geschehen ist. Wie der Reitersmann nachher in der Nacht daheim auf seinem harten Polster russam schläft, kommt derselbige Bettler von der Heide zu seinem Bett, zeigt ihm den Mantelteil, zeigt ihm die Nägelwunden an den Händen, und zeigt ihm sein Angesicht, das nicht mehr alt und kummervoll ist, das strahlt wie die Sonnen. Derselbe Bettelmann auf der Heide ist der liebe Heiland selber gewesen. So, Bübel, jetzt werden wir wieder anrucken. Da erhoben wir uns und stiegen den Bergwald hinan. Bis wir heimkamen, waren uns zwei Bettelleute begegnet. Ich guckte jedem sehr genau in das Gesicht. Ich hab gemeint, es dürfte doch der liebe Heiland dahinter stecken. Gegen Abend desselben Tages, als ich mein Sonntagskleidchen des sparsamen Vaters wegen schon hatte ablegen sollen, und nun wieder in den vielfärbigen Werktagshöslein herumlief und hüpfte, und nur noch das völlig neue, graue Jöppel trug, das ich nicht ablegen wollen, und mir noch für den Tagesreist erbeten hatte, und als die Mutter schon lange wieder bei ihrer häuslichen Arbeit war, eilte ich gegen die Schafheide hinaus. Ich musste die Schäflein, worunter auch ein weißes Lamm, als mein Eigentum war, heim in den Stall führen. Wie ich aber so hüpfte und die Steinchen schleuderte, und damit die goldenen Abendwolken treffen will, sehe ich plötzlich, dass dort am Fels ein alter, weißköpfiger, sehr angekleideter Mann kauert. Da stehe ich erschrocken still, getraue mir keinen Schritt mehr zu tun und denke bei mir, jetzt, es ist aber doch ganz gewiss der lieb Heiland Herrgott. Ich habe gezittert vor Furcht und Freude, ich habe mir gar nicht zu helfen gewusst. Wenn es doch der lieb Herrgott ist, ja, da muss eins ihm wohl was geben. Wenn ich jetzt heimlaufe, dass die Mutter komme und gucke und mir sage, wie ich dran bin, so geht er mir die Weilen davon, und es wäre eine Schande und ein Spott. Ich denke, sein wird es gewiss. Just so hat er selber auch ausgeschaut in der Reitersmann gesehen. Ich schlich einige Schritte noch rückwärts und hub an, um einem grauen Joppel zu zerren. Es ging nicht leicht. Es war so fest über dem Groblein in Hemde oben, und ich wollte das Schnaufen verhalten. Ich meinte, der Bettelmann sollte mich nicht früher bemerken. Den gelb angestrichenen Taschenseitel hatte ich, nagelneu und just scharf geschliffen. Diesen zog ich aus der Tasche, das Röcklein nahm ich zwischen die Knie und begann es nun mitten auseinander zu trennen. Es war bald fertig. Ich schlich zum Bettelmann, der halt zu schlummern schien, und legte ihm sein Teil von meinem Rock zu häupten. Hab verliebt damit, du notleidender Bruder. Das habe ich ihm still in Gedanken gesagt. Dann nahm ich meinen Teil vom Rock unter den Arm, lugte noch eine Weile dem lieben Herrgott zu und jagte dann die Schäflein von der Heide. In der Nacht wieder wohlkommen, dachte ich, und da werden ihn Mutter und Vater sehen, und wir können ihm, wie er bei uns bleiben will, gleich das hintere Stübel und das Hausaltal herrichten. Ich lag im Schiebebettlein neben dem Vater und der Mutter, und ich konnte nicht schlafen. Die Nacht verging, und der, den ich gemeint hatte, kam nicht. Am frühen Morgen aber, als der Haus an die Knechte und Mägte aus ihren Nestern hervorgegräht hatte, und als draußen im Hofe schon der laute Werktag anhob, kam ein alter Mann, sie hießen ihn, den Schwammpettel, zu meinem Vater und brachte ihm den verschenkten Teil von meinem Rock und erzählte, ich hätte denselben abends zuvor in meinem Mutwillen zerschnitten und ihm das eine Stück an den Kopf geworfen, wie er so ein wenig vom Schwammsuchen ausgeruht habe auf der Schafheide. Darauf kam der Vater, eine Hand hinter dem Rücken, ganz leicht an meinem Beckel schlichen. Geh, tu's mir sagen, Bub, wo hast du denn den neuen Sonntagsjöbel? Das leise Schleichen und die Hand hinter dem Rücken war mir verdächtig vorgekommen, und jetzt ging mir schon das Gesicht auseinander, und weinend rief ich, Ja, Vater, ich hab gemeint, dem lieben Herrgott hätt ich's gegeben. Bub, du bist aber so ein Halbnah, schrie mein Vater, für die Welt zu dalkart, zum Sterben zu dumm, dir müßt man mit dem Besen die Seele aus der Haut schlagen. Es war halb spaßhaft gesagt, aber ich vermutete hinter seinem Rücken die Birken gärte, eilte sogleich die Mutter heibei, faßte des Vaters Hand und sagte, das Röckel flick ich leicht wieder zusammen, alter. Geh jetzt mit, ich muß dir was sagen. Sie gingen beide hinaus in die Küche, ich denke, dort haben sie über die Martini-Geschichte gesprochen, sie kamen nach einer Weile wieder in die Stube, der Vater sagte, sei nur still, es geschieht dir nichts, und die Mutter flüsterte mir zu, ist schon recht, wenn du das Röckel dem lieben Herrgott hast geben wollen, aber besser ist's noch, wir geben es dem armen Talmichelbuben, in jedem Armen steckt der liebe Gott. So jetzt, mein Bübel, hüpf auf und schlüpf ins Höslein, der Vater ist noch nicht allzu weit mit der Birken in Liesl. Ende von Kapitel 10 Aufgenommen von Elli April 2010 Kapitel 11 von das Waldbaumbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Elli Das Waldbaumbübel von Peter Rossecker Kapitel 11 Wie das Zicklein starb Ein andermal drohte die Birken in Liesl wieder. Mein Vater hatte ein schneeweißes Zicklein, mein Vetter Jock hatte einen schneeweißen Kopf. Das Zicklein kaute gern an Halmen oder Erleinzweigen, mein Vetter gern an seinem kurzen Pfeifchen. Das Zicklein hatten wir, ich und meine noch jüngeren Geschwister unsäglich lieb, den Vetter Jock auch. So kamen wir auf den Gedanken, wir sollten das Zicklein und den Vetter zusammentun. Da war es im Heumonat, dass ich eines sonnenfreudigen Tages alle meine Geschwister hinauslockte auf den Krautacker und dass selbst die Frage an sie tat. Wer von euch hat einen Hut, der kein Loch hat? Sie untersuchten ihre Hütte und Hauben, aber durch alle schien die Sonne. Nur Jakkels Hut war ohne Arg, den nahm ich alles in die Hand und sagte, Der Vetter heißt Jock, und morgen ist der Jokubi-Tag, und jetzt was geben wir ihm zum Bindband? Das weiße Zicklein. Das weiße Zicklein gehört dem Vater, rief das kleine Schwesterchen Blonele und pört über so ein eigenmächtiges Vorhaben. Deswegen ist es ja, dass ich euch den Hut hinhalte, sagte ich. Fällt's euch nicht ein, was wir tun müssen. Du, Jockerl, hast gestern dem Knierutscher Sepp den Kingel verkauft. Du, Blonele, hast von deinem Goden drei Groschen zum Taubpfennig gekriegt. Dir, Mirzerle, hat vor zwei Tagen der Vater ein Haltergeld geschenkt. Schau, ich leg meine ersparten fünf Kreuzer hinein, und wir müssen zusammentun, dass wir dem Vater das Zicklein abkaufen mögen, und das schenken wir morgen dem Vetter Jock. Na, jetzt halt dich schon her. Sie guckten eine Weile drein, dann hoben sie ihn in Taschen zu suchen an. Da sagte das Blonele, Mein Geld hat die Mutter. Und das Mirzerle rief verschrocken. Das meine weiß ich nicht. Und das Jockerl schaute auf den Boden und murmelte. Mein Sack hat ein Loch. Auf diese Weise war mein Unternehmen gescheitert. Nichtsdestoweniger haben wir das schneeweiße Zicklein geherzt. Er stieg mit den Vorderfüßchen an unsere Knie empor und guckte uns mit seinen großen, eckigen Augen schelmisch an, als wollte es uns recht spotten, dass wir allen mitsammen nicht so viel an Vermögen hatten, um es kaufen zu können. Es kicherte und blökte uns ordentlich aus, und dabei sahen wir die schneeweißen Zähnlein. Es war kaum drei Monate alt und hatte schon einen Bart, und ich und das Jockerl waren schon über sieben Jahre hinaus und mussten uns aus grauen Baumflächen einen Bart ankleben, wenn wir einen haben wollten. Und selbst den fraß das Zicklein vom Gesicht herab. Trotzdem hatten wir jedes das Vierfüßchen viel lieber als uns untereinander, und ich sah noch weitere Mittel, um mit dem Tierer den Vetter zu beglücken. Als mittags darauf der Vater vom Felde heimfuhr, umschwärmten wir ihn alle und zupften an seinen Kleidern. Vater, sagte ich, ist es wahr, dass die Morgenstunde Gold im Munde hat? Das war ja sein eigenes Sprichwort, und so antwortete er rasch. Freilich ist es wahr. Vater, riefen wir nun alle vier zugleich, wie früh müssen wir Alltag aufstehen, dass er uns das weiße Zicklein gibt. Auf diese geschäftliche Wendung schien der Vater nicht gefaßt gewesen zu sein. Da er aber von unserem Vorhaben dem Vetter Jock des Zicklein zuzueignen hörte, so bedingte er, ein Halbstündchen früher aufzustehen jeden Tag, und trat uns das liebe Tier ab. Das Zicklein gehörte uns. Wir beschlossen einstimmig, schon am nächsten Morgen noch vor des Veters Aufstehzeit, und das war viel gesagt, aus dem Neste zu kriechen, das Zicklein mit einem roten Halsband zu versehen, und es ans Bett des alten Jock zu führen, ehe dieser noch seinen langen grauen Pelz, den er Winter und Sommer trug, an den Leib brachte. So unser Vorhaben. Aber am anderen Tage, als uns die Mutter weckte und wir die Lieder aufschlugen, schien uns die Sonne mit solcher Gewalt in die Augen, dass wir dieselben sogleich wieder schließen mussten, bis die Mutter mit ihrem Kopf durch das Fenster verhüllte. Nun gab es keine Ausflucht mehr, aber der Vetter war längst schon davon, mitsamt dem Pelz. Er hatte die Schafe und die Ziegen auf die Talweide getrieben, wo er sich stets hütete und den ganzen Tag schmunzelnd an seinem Pfeifchen kaute, und die Tiere stappten so emzig an den betauten Gräsern und Sträuchern und hüpften und scherzten so lustig auf der Weide. Es war auch das Zicklein dabei, und hat's dem Vetter Jock denn niemand gesagt, dass heute sein Namenstag ist? Zu jener Zeit, von der ich rede, sind die feuerspehenden Streichhölzer noch nicht erfunden gewesen. Dazu mal war das liebe Feuer ein rares Ding. Man konnte es nicht bequem mit im Sack getragen wie heute, ohne sich das Beinkleid zu verbrennen. Es musste mit harten Schlägen aus Steinen herausgetrieben werden. Es musste kaum geboren, mit Zunder gefüttert werden, und bedurfte langer Zeit, dass es sich in demselben so weit kräftigte, dass es ein gröberes Köder, Ambiß und Flüge werde. Das Feuer musste zum Dienst des Menschen jedes Mal förmlich erzogen werden. Das war ein mühsam und heikel Stück Arbeit, denn Feuermachen konnte meine sonst so milde Mutter unwirsch werden. Die Glut des Abends, noch so sorgsam in der Herdgrube verwahrt, war des Morgens zum meist erloschen. Was sich die Mutter auch mühte, den Funken in der Asche wieder anzublasen, allvergebens, das Feuer war gestorben über Nacht. Nun ging die Schlägerei mit Stein und Stahl an, und wir Kinder wurden oft recht hungrig, ehe vor die Mutter das Feuer zu Weg brachte, welches uns die Morgensuppe kochen sollte. So auch am Morgen des Vaters Namens Tag. Wir hatten draußen in der Küche wohl eine Weile des Pfauchen und Feuerschlangen gehört, dann aber rief die Mutter plötzlich aus. Sie ist gar umsonst. Sie ist, wie wenn der Bösfein in die Herdgruben hätte gespuckt, und der Stein hat keinen Funkenfeuer mehr in sich, und der Schwamm ist feucht, und die Leute warten auf die Suppen. Dann kam sie in die Stube und sagte, »Geh, Peterl, ruck und lauf geschwind zu der Knierutscherin hinüber. Ich tät sie ja gar schön von Herzen bitten, sie wollten mir ein Häufel Blutschicken von ihrem Herd, und trage dafür den Brotleib mit. Geh, Peterl, ruck, dass wir nachher die Suppen kriegen.« Ich hatte mein weißes Linernhöschen gleich an, und wie ich war, barfuß, barhaupt, nahm ich den runden, recht gewichtigen Brotleib unter den Arm und lief gegen das Knierutscherhaus. »Du Sonnenschein«, sagte ich unterwegs, »schäm dich, du kannst nicht einmal die Suppe kochen. Jetzt muss ich zu der Knierutscherin um Feuer gehen. Aber wart nur, wird bald lustig sein auf unserem Herd. Die Flammen werden hüpfen über das Holz. Die Mauer wird rot sein, die Töpfe werden brodeln. Der Rauch wird unter dem Feuerhut hinaus sprudeln, und ein Rauchfang hinauf, und wird dich verdecken. »Recht hat er, wenn er dich verdeckt. Dann essen wir die Suppe und den Sterz im Schatten, und den Eierkuchen auch, der heut für den fetten Jock gebacken wird, und du sollst von allem nichts sehen.« Als ich nach solchem Gespräch mit der Sonne über die Lehne ging, da stach mich ein wenig der Vorwitz. Mein Brotleib war so kugelrund und fest, als wäre er aus Lärchenholz gedrechselt worden. Man lässt in mir daheim das Brot gern altgebacken werden. Es langt auf diese Weise doppelt aus. Aber es muss zur Essenszeit zuweilen mit Eisenschlägeln zertrümmert werden. Aber weil denn mein Leib gar so kugelrund war, wie nicht leicht etwas Runderes mehr zu finden ist, so ließ ich ihn los über die Lehne, lief ihm bei Hände vor, und fing ihn wieder auf. War ein lustiges Spiel das, und ich hätte mögen all meine Geschwister herbeirufen, dass sie es sehen und mitmachen könnten. Wie ich nun aber so in meiner Freude die Lehne auf- und abhüpfte, spielte mir mein Brotleib jählings den Streich und huschte mir wie der Wind zwischen den Beinen durch und davon. Er eilt und hüpft hinab viel schneller wie ein Reh vor dem Jagdhunde. Er fährt über den Hang, setzt hoch über den Rhein in die Talweide hinab, wo er meinen Augen entschwindet. Bin da gestanden wie ein Klotz und hab gemeint, ich müsst unvollen vor Schreck und auch hinabkugeln gegen das Tal. Ich ging eine Weile hin und her, auf und ab, und da ich den Leib nirgends sah, schlich ich kopfhängerisch davon ins Haus der Knie-Rutscherin. Da brannte freilich schon ein großes Feuer auf dem Herde. Was willst denn, Peterl? fragte die Knie-Rutscherin freundlich. Bei uns, stotterte ich, ist das Feuer ausgegangen, wir mögen uns nichts kochen, und so lässt die Mutter schön bitten um ein Hefelklot, und sie täte schön fleißig wieder zurückstellen. Ihr Nährlein, ihr, wer wird denn so ein paar Kohlen zurückstellen? rief die Knie-Rutscherin und schürte mit der Feuerzange die Klot in einen alten Topf. Da, sieh, ich las deiner Mutter sagen, sie soll nur schön anheizen und dir einen recht guten Sterz kochen, aber schau, Peterl, dass da der Wind nicht hineinbläst, sonst trägt er die Funken aufs Dach hinaus. So, jetzt geh nur in Gottes Namen. So gültig war sie mit mir, und ich hatte ihr den Brotleib verscherzt. Des drückt mich das Gewissen heute noch hart. Als ich endlich mit dem Feuertopfe zurück gegen unser Haus kam, war ich höchlich überrascht, denn da sah ich aus dem Rauchfang bereits den blauen Rauch hervorsteigen. Dich soll man nun den Tod schicken, und nicht um Feuer, rief die Mutter, als ich eintrat. Dabei wiertete sie um das lustige Herdfeuer rum und sah mich gar nicht an. Meine kaum begnisternden Kohlen waren armselig gegen dieses Feuer. Ich stellte den Topf, betrübt in den Winkel des Herzens und schlich davon. Ich war viel zu lange ausgewiesen. Da war zum Glück der Vetterjog von der Talweide heimgekommen, und der hatte ein Brennglas, das er in die Sonne über den Zunder hielt, bis dasselbe klimmte. Und jetzt war mir die verlästete Sonne doch noch zuvor gekommen mit dem Suppenfeuer. Ich war sehr beschämt und vermag es heute noch nicht, der Wohltäterin offen ins Angesicht zu blicken. Ich schlich in die Vorlauben. Dort sah ich den Vetterkauern in seinem langen, grauen, rot verblühten Pelz mit seinem grauen Haupt. Und als ich näher kam, da sah ich, warum er hier so kauerte. Das schneeweiße Zicklein lag vor ihm, streckte seinen Kopf und seine Füße von sich, und der Vetterjog zog ihm die Haut ab. Sogleich hob ich laut zu weinen an. Der Vetter erhob sich, nahm mich bei der Hand und sagte, da liegt es und schaut dich an. Und das Zicklein starrte mir mit seinen verglasten Augen wirklich schnurgerade in das Gesicht. Und doch war es tot. Peterl, lispelte der Vetter ernsthaft. Die Mutter hat der Knie-Rutscherin einen Brotlep geschickt. Ja, schluchzte ich, und der ist mir davon gegangen, hinab über die Lenden. Weil du's eingestehst, Bübel, sagte der Vetterjog, so will ich die Sache schon machen, dass dir nichts geschieht. Ich hab zur Mutter gesagt, ein Stein oder sowas wär herabgefahren und hätte das Zicklein erschlagen. Hab mir's ihm geheim gleich gedacht, das Peterl steckt dahinter. Dein Brotlep ist hier in den Lüften dahergekommen, nieder über den Rhein, an mir vorbei, dem Zicklein zu. Hatte es just am Kopf getroffen, ist das Dingel hingetorkelt und gleich mausetod gewesen. Aber fürchte ich nicht, es bleibt im Stein. Mit der Knie-Rutscherin werd ich's auch abmachen. Und jetzt als Stillbübel und zerr mir das Gesicht nicht so garstig auseinander. Auf die Nacht essen wir das Tierlein, und die Mutter kocht uns eine Kränsuppe dazu. So ist das Zicklein gestorben. Meine Geschwister erzählten mir, ein böser Stein habe es erschlagen. Die Mutter hatte mir zuliebe die Kohlen zum Herdfeuer geschüttet, und bei diesem Feuer wurde das Zicklein gebraten. Dem Vetter Jock war es vermeint gewesen, nun sollte er davon den Braten haben. Aber er rief uns alle zu Tisch und legte uns den besten Bissen vor. Mir hat der Meide nicht gemundet. Am anderen Morgen bewaffnete sich das Jackerl mit einem Kittel, ging damit dem Vetter nach auf die Talweide und wollte den Stein sehen, der das Zicklein erschlug. Kind, sagte der Vetter Jock und kaute angelegentlich am Pfeifchen, der ist weiter gekugelt über den rinnt das Wasser. Der gute alte Mann, was half dem Plauschen? Mir auf dem Herzen lag der Stein, der das Zicklein erschlagen. Ende von Kapitel 11 Gelesen von Elli Mai 2010 Kapitel 12 von der Svaldbaumbübel Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org Aufgenommen von Elli Das Waldbaumbübel von Peter Rossecker Kapitel 12 von meiner blinden Führerin Die kleine Jula gehörte zu jenen Kindern, die keinen Vater haben, weil es für sie sündhaft wäre, einen zu haben. Mutter hatte sie gerade so viel als unerlässlich nötig ist, um geboren werden zu können. Das war in der Gemeinde Petrol. Eine Bauernknechtin hat mit harten Kräften zu tun, sich selbst zu atzen und zu bedecken, so sagte die Magd, kaum sie vom Bette aufgestanden war, zu ihrem Dienstherrn. Mein Rüsenbauer, baue mir drei Staffel in den Himmel und nehme mir das Kleine ab, dachte sich der Rüsenbauer. Das wäre nicht dumm. Drei Staffel in den Himmel und nach etlichen Jahren eine brauchbare Haltertieren und nach eine eigene Knechtin, die im Haus das Unhandsamste verrichtet und nicht viel kostet. Es zählt sich. Ja, sagte er, das Kleine nehme ich dir ab, nur der Staffel in den Himmel wegen tu ich's. Die Magd schluchzte wohl, als sie in einen anderen Hof zog und sich von ihrem Kinde trennte, aber der Bauer tröstete sie. Geh nur, geh, mach kein Wasser an, schaust du doch wieder um ein anderes. Die Knechtin ging und sah nicht mehr um und starb noch kurzer Zeit. Die Jula wuchs heran und war eine brauchbare Haltertieren und wurde eine willige Magd, die im Haus das Unhandsamste mit Geduld verrichtete. In jedem ordentlichen Hof muss ein Hofner sein, will das Witzigste sich dazu nicht hergeben, so muss der Einfältigste dran. Die Jula war die gläubige Einfalt, die alles für bare Münze nahm, was klingelte. Den Sommer ihres 19. Lebensjahres verbrachte sie mit Träumen. Es war sonst nicht ihrer Art, tatenlos dazustehen und in die Luft hineinzustarren, aber in diesem Sommer tat sie's, und im Herbst darauf kam's ans Tageslicht, warum. Es war wieder kein Vater da, aber die junge Mutter preisste ihr Wunder umso stürmischer an die Brust, ihr eindringlicher Manier rät, es in fremde Hände zu geben. Zur selben Zeit traf sie ein Geschick, das ganz unvermittelt dasteht, wie das Ereignis einer stümperhaften Erzählung oder wie eine schlechte Laune des Himmels. Zu mir ist nichts davon sonst gekommen, als was die Jula später oft und oft erzählt hat. Sie zog am Morgen mit dem Graskorbe hinaus auf die Wiese und mähte und rächte das Futter zu einer Schichte. Und als die Sonne ausgeht, bleibt sie ein wenig stehen, stützt sich auf den Rechen, schaut hin und denkt, wie doch die Sonne schön ist. Wie sie sich wieder zu ihrer Arbeit wendet, sieht sie kein Futter mehr, keine Wiese, sieht den Rechen nicht, den sie in der Hand hält und schreit auf. Oh, Halbesel, was ist denn das? Siehst so ein Nebel vor. Sie reibt sich die Augen, da tanzen rote, grüne und gelbe Sonnen im Nebel herum und sie sieht ihren Rechen noch immer nicht. Jetzt tastet sie umher und findet den Korb nicht. Da ruft sie nach den Leuten. Dort vor dem Hause steht die Bauerin, die hört's, kommt etliche Schritte herbei und frägt, was denn das heute für ein Geschrei wäre beim Futter mähen. Du Bauerin, sagt Jula, ich weiß nicht, was das ist, ich sehe auf einmal nichts. So wirst du halt blind geworden sein, meint die Bauerin. Jesus, Maria, doch das nicht, schreit die Jula, reibt sich mit Angst und Bacht an den Augen. Nein, ich sehe ja alles, ich sehe ja alles. Aber sie tastete herum und stolperte endlich über die Sense, dass sie sich blutig schnitt. Endlich kamen Leute herbei und führten sie und sagten, es hätte schier den Anschein, als wenn sie blind geworden wäre. Nein, rief sie, blind, weil sie ernährisch seid. Wie konnte ich denn blind werden? Zu meinem Kind fühlt's mich geschwind. Und führte sie in die Kammer, sie tastete nach dem Kneblein. Sie riß es von seinem Nestchen in den Bauer und vor ihr Auge und jetzt tat sie den Schrei, blind, stockblind, und stürzte vor dem Bett aufs Knie. Nun erst, als sie ihr eigenes Kind nicht mehr sehen konnte, wusste sie es, glaubte sie es. Sie war blind und sie blieb von diesem Tage an blind und sie lebte augenlos noch 63 Jahre lang. Gesagt musste was werden und so sagten die Leute, es wäre halt im Blut gelegen und schwache Augen hätte sie immer gehabt. Anfangs mögen die Quachshalb und Kurpfuscher gekommen sein mit ihren Schmieren und Pflastern, Tropfen laxieren und all jenen Übeln, die dem Kranken, nachdem ihm sein Leiden vom Himmel gesandt ist, vom Teufel spendiert werden. Dann mag, ohne dass an einen Arzt an eine Augenheilanstalt gedacht wurde, das Bestreben zu helfen erlahmt sein und man hat der Armin gesagt, wenn es der Liebherrgut so haben will, so ist kein anderes Mittel als wir geduldig leiden und zu diesem Mittel hat sich die Jula bequemt. Weniger Geduld hatten andere Leute, welche wohl sehen konnten, aber allzu schwarz sahen. Das waren die vordersten der Gemeinde. Diese taten da, dass sie ohnehin schwer belastet seien. Dass die Mutter der Jula nicht in ihren Bereichen geboren, dass sie aus der Waldgemeinde Alpil gekommen waren und dass die Blinde nun in die Gemeinde Alpil zuständig sei. So wurde sie von ihrem Kind weggeführt und in unsere Waldgemeinde eingelegt. Hier sollte sie als Einlegerin von Haus zu Haus wandern und in jedem eine bestimmte Anzahl von Tagen oder Wochen behalten und pflegt werden. In mein Vaterhaus kam sie von einem Boten des Nachbarn begleitet, die erste Zeit des Jahres zweimal und wir hatten sie jedes Mal zwei Wochen lang zu behalten. Sie hatte einen Buckelkorb, in welchem sich ihre Habseligkeiten befanden und den sie nie vom Boten tragen ließ, sondern auch dann noch selbst schleppte, als sie schon gar alt und mühselig geworden war. Ferner besaß sie einen Handstock, der im Griff Knorpel ein Rimmlein hatte, den sie außer Haus immer und überall bei sich trug, den sie zur Nachtzeit neben ihrem Bett mit ängstlicher Sorgfalt aufbewahrte und der ihr wirklich mehr Gutes getan hatte, als ich ein Mensch auf dieser Erde. Dann hatte sie in ihrem Miederstecken einen Blechlöffel, bei dem die Verzähnung schon fast weggegessen war und überall die schwarzen Stellen hervorschauten. Was man ihr vorsetzte, das aß sie nur mit diesem Löffel. Endlich besaß sie ein ledernes Geldtäschchen, in welchem sich stets, wenn irgendwo eine Not war, was vorfand. Denn in der ehrwürdigen Kirche zu Kriegklauch steht der steinende Opferstock für die Armen, der wo kreuz und quer mit Eisen beschlagen ist, nicht umsonst. Etliche Mal des Jahres brachte der Richter vom Alp los diesem steinenden Behälter Geld in die Waldgemeinde und verteilte es dort unter die Armen. Die Jula wurde jedes Mal unruhig, wenn es hieß, der Richter komme. Zum öfteren Mal freilich war es ganz vergeblich, wie sie sich auch um ihn herum zu schaffen machte. Er fragte wohl stets, Na, Jula, wie geht's? Halt alle mal fleißig? Brav, brav. Nur gar selten zu allen heiligen Zeiten einmal, wie die Bauern sagen, setzte der Richter noch bei. Schau, ich hab was für dich, Jula. Da lang her, so heb's gut auf. Da tat sie dann jedes Mal bitten. Nur keine Sechser nicht. Alles Kreuze sind mir lieber. Reicht vor Geld zu Gott. Will schon fleißig beten. Mancher Bettelmann hat es erfahren, warum er die Kreuze lieber waren, als für das große Geld. Ihr war ums Austeilen zu tun. Beten sah man die Jula übrigens seltener, als man glaubt, dass ein Mensch, der so ganz auf den Himmel angewiesen ist, sollte. Im Gegenteil, wenn wir unseren Festtagen etwas eingehend mit dem Rosenkranz abgaben, hörte ich sie nicht selten über den Knieschimmel rücken und ein wenig dabei brummen. Einstweilen schien ja die Erde wichtiger denn der Himmel. Konnte sie die Erde nicht auch sehen, so durchtasten. Und das tat sie getreulich, sie arbeitete. In jedem Haus, kaum sie eintrat, wusste sie sich nützlich zu machen. Und war sie die Örtlichkeit einmal gewohnt, so waren ihre Verrichtungen von wirklichem Belange. Sie hackte Streu, sie wiegte die Kinder, ja, sie molks gar die Kühe. Und wenn es ihr gelang, ihre Arbeiten zur Zufriedenheit des Bauers und der Bäuerin zu machen, so wuchs ihr Eifer und ihre Freude und sie vergaß, dass sie blind war. Der Stern ihres Auges war grau, sie sah nichts als den blassen Schimmer des Tages. Mein Vater behielt sie häufig länger als zwei Wochen, denn er konnte sie gut beschäftigen und sie wollte nicht fort. Und als hernach wir kamen, wie Kinder mit unserem anspruchsvollen Geschrei, die Mutter aber wie vor Ehe und Jähn ihrer Arbeiten im Haus und Feld gebunden, die Großmutter schon auf den Friedhof getragen worden war, da wurde die blinde Jula unsere Wärterin und Hüterin, ja, gewissermaßen unsere Erzieherin, eine treue und verlässliche Führerin, die blinde Jula. Dazu mal war sie schon hoch in den Vierzigern. Heute weiß ich es, dass ihr Denkreis gar klein im Mund nicht berät war, aber dazu mal horchte ich mit Lust und Andacht ihren Worten, ihren Liedern. Wie sanft schlief sich's ein, wenn sie die Wiege schaukelte und dazu mit weicher Stimme sang. Schlaf mir, Birbel, siehst es, die Enkel lassen dich grüßen, sie lassen dich grüßen, sie lassen dich fragen, ob du willst zu einer im Himmel einfahren. Und was war das für eine Lust, wenn sie uns auf dem Knie hopste? Hopp, 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 reit man im Galopp. So reiten klein Kinderlein, solange sie noch klein winzig seien. Wenn sie nachher größer wären, reiten sie wie die Hohen Herren, reiten sie wie die Bauern drein, hopp, 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 das wird lustig sein. Und mit jedem Worte heftiger wurde das Hopsen, so dass wir kleinen Reiter oft hoch in die Luft flogen und vor lauter Lust ein mächtiges Geschrei erhoben. Ganz grauenvoll wurde es uns, wenn sie sang, der ist anor und das ist nicht gut, der sie die Hosen wegbeißt und steckt sie auf dem Hort. So war die Jula Herrin unserer Gefühle und Stimmungen. Allzu lange wehrte es freilich nicht, so hatten es auch wir Kinder rein, dass der liebe Gott die Jula nur erschaffen habe, auf das die Leute ihre Narretäne auf ihr treiben könnten. So hockte ich ihr gerne am Nacken und was sie auch anfangen Thron und Bitten mochte, sie brachte mich nicht herab. Ich sang, reiten sie wie die Bauern drein, hopp, 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 das wird lustig sein und ritt sie zum Erbarmen. War ich endlich herunter und sie erwischte mich beim Rockflügel und es gelang mir nicht, huschend das Röcklein rechtzeitig im Stiche zu lassen, dann machte sie die Haarsträubende Anstalten zum Prügeln und rief im entscheidenden Moment, für diesmal sollst du noch geschenkt sein, du Unhold, auch wenn du es mir noch einmal machst nachher. Ich duckte mich und war stets zu dreist zu fragen, was denn nachher? Wirst schon sehen. Wie spekulierte sie schlecht. Die Neugierde, was eigentlich nachher sein werde, war nicht die letzte Ursache, dass ich ein nächstes Mal wieder schabernackt mit ihr trieb. Da sind mir endlich einmal die Augen geöffnet worden. Die Jula hielt viel auf hohe Festtage, nicht etwa, weil es da Schmaus gab. Diesen religiösen Grund der bäuerlichen Festfreude schien sie nicht zu kennen, sondern weil sie sich wirklich in eine weihevolle Stimmung zu versetzen wusste, die ihr wohlt hat. Besonders das Weihnachtsfest. Wo das Kind mitspielte, ist das Weib gewonnen. Umso mehr, wenn das Kind der leibliche Sohn des himmlischen Vaters ist, der da geboren wird, um die Welt zu erlösen. Sie, die bettelarme, stockblinde Magd, die für sich keine Freude hatte auf Erden und keinen Freund, der man einst das Kind weg von der Mutterbrust nahm, die keine Erinnerung hegen konnte an schöne Jugendzeiten und keine Hoffnung an einen besseren Tag. Sie konnte es fühlen zutiefst, dass die Welt erlöst ist. Sie, die lichtloseste, war die dankbarste für das Licht der Welt und gleich, wo sie in stiller Christ noch nicht zur Kirche gehen konnte, so blieb sie wach und kniete in ihrem Bette und betete. Sonst, wenn ihr die Arbeit im Kopf lag und in den Händen zuckte, war sie zum Frommsein nicht aufgelegt. Aber heute fühlte sie sich ganz glückselig in dem Bewusstsein, dem lieben Jesu Kindlein in der Krippe durch ihren ungezählten Vater und seine Freude zu machen. In einer solchen Christnacht gingen wir zur Kirche nach St. Katrain am Hauenstein. Nur der Knecht Michael und Kittel die Magd und die Jula blieben daheim, um das Haus zu hüten. Um vier Uhr morgens kamen wir zurück. Alles schlief und wir begaben uns auch zur Ruhe, aber schon nach kurzer Zeit wurden wir wieder aufgeschreckt. Der Nachbar Thomas, der zur Zeit Richter war, schlug an die Haustür und schrie, wir sollen aufmachen. Als er vor meinem Vater in der Stufe stand, sagte er schneidig, Nachbar, ich muss dich schon fragen, was mit der Einlegerin geschehen ist. Die Jula, meinst, versetzte mein Vater, was wird denn mit ihr geschehen sein? Verhoffst, dass sie frisch und gesund in ihrem Bette wird schlafen. So geh und schau nach. Mein Vater ging mit dem Licht in die Kammer und das Bett der Einlegerin war leer. Wie kann denn das sein? Geld, sagte der Bauer und sah mein Vater an. Das möchte man nicht glauben, dass bei dir ein armer Mensch so schlecht aufgehoben wäre. Kannst lange suchen in deinem Haus, wirst sie nicht finden. Du erschreckst mich, Nachbar, wird doch nichts geschehen sein. Was geschehen ist, frage ich dich, sagte der Nachbar und fuhr fort. Ich erzähle, was ich weiß. Wie ich vorher von der Kirche heim gegen mein Haus hinauf gehe, höre ich unten in der Schlucht was schreien. Schau, denke ich, sollte im nächsten Jahr bei mir auch wer hinaussterben, weil die Nachtol so schreit. Erkenn's aber bald, dass es kein Nachtol ist, dass wer nach Hilfe ruft. Muss doch schauen gehen, was das zu bedeuten hat. Warte im Schnee in die Schlucht hinab und finde mitten im Dickicht und Eis. Wen denn? Dieselbige, die du da im Bett gesucht hast. Wie sie mich wahrnimmt, hebt sie gotteserbärmlich an zu weinen und sagt nur, zu tausend Gottes willen, nimm mich in dein Haus, sonst habe ich von ihr nichts herausgebracht. Jetzt hockt sie in meiner Stube beim Ofen, sie ist halb erfroren, und ich möchte nun wissen, Nachbar, was es bei euch gegeben hat. Mein Vater pochte den Knecht Michael wach und fuhr ihn an, was in dieser Nacht, während wir in der Kirche waren, daheim geschehen sei. Daheim? lallte der schlaftrunkene Knecht, schreiste er insonärisch am Bauer, was wird denn geschehen sein? Wo ist die Jula? Die Blinde fragte Knecht entgegen und wurde geschmeidiger. Sollte die noch nicht da sein? Weil der Patsch gar keinen Spaß nicht versteht. Und weiteres war nicht von Michael herauszubringen. Die Jula hingegen erzählte unter Filmschluchzen, dass sie in einem Hause, wo es in der Christnacht so sündhaft hergehe, nicht habe bleiben können. Man möge den Michael und die Ketel nur fragen, was sie für einen sauberen Psalter gebetet hätten. Die zwei würden gemeint haben, die Blinde sehe nichts, aber sie hätte es gehört. Und als sie mit Schrecken die beiden Ohren zugehalten, da hätte es inwendig gestoßen, just als würde der böse Feind nicht weit weg gewesen wäre. Sie hätte dann den Kopf in ihrer Bettdecke graben und beten wollen. Aber der Michael wäre gekommen und hätte die Decke über das Haupt geworfen und hätte gesagt, sie wäre in ihrer jungen Zeit selber nicht besser gewesen, weil sie darüber hart aufbegehrt habe und auseinandergesetzt, das Gernhaben und Schabernacktreiben in der heiligen Nacht, gerade dem Herrgott zum Trotz, seit Zweiding, so hätten der Michael und die Magde ein Strohwisch um den Kopf gewunden und sie so lange verhöhnt, bis sie davon sei gegangen in die Nacht hinaus und über die Felder hin und sich dann in die Schlucht Ackhabe verstiegen. Mein Vater führte die blinde Jula mit gütigen Worten in unser Haus zurück und zum Knecht und zur Magde sagt ihr, dass ihr es wisst, in acht Tagen ist das Jahr aus. Der Knecht brummte etwas und die Ketel hob zu klagen an, sie, die Fleißige und Arbeitskräftige, würde doch dieser alten, bettelhaften Person wegen nicht ihren Platz verlieren. Tutieren, sagte mein Vater gespannt, zünd mich nicht an, ich will, dass wir gut auseinander kommen. Die Jula war durch die Erkältung schwer erkrankt und als ich an dem Bett saß und in das blasse, alternde Anglitz mit den lichtlosen Augen sah, da nahm ich mir vor, wenn sie wieder gesund würde, nicht mehr auf diesem Räuschlein zu reiten. Sie wurde wieder gesund und blieb bei uns und als wir Kinder ihrer Pflege entwachsen waren, übernahm sie das Stallamt, pflegte die Kühe und Kälber, Wolk, was zu melken war und versah den Dienst besser und verlässlicher, als in ihrer Vorgängerin versehen hatte. Mit den Leuten hatte sie nicht viel Gemeinschaft, sie schien sich, das hat sie mir einmal vertraut, zu einfältig dazu. Hingegen verstand sie sich mit den Thieren des Stalles. Abends, wenn sie schon nie am Bette lag, das nun im Stalle stand, konnte man sie oft stundenlang sprechen hören. Sie erzählte den Rindern ihre Jugendzeit, teilte ihnen ihre Erinnerungen mit, ihre Ansichten und Bedenken über den Gang der Welt, und nach dem Erwachen war wohl ihr erstes Wort. Du Kalberl, bist schon auf, Geld gut geschlafen hast auf der frischen Streu. Sie war es, der manche Kuh durch gute Worte und Gebärden bei Milch aus dem Euter zu schmeicheln wusste, als den anderen gelingen wollte. Eine Kuh hatten wir, die niemand Milch ließ, als der blinden Jula, wenn diese beim Melken Jodler sang. Und wenn bisweilen ein Fremder in unserem Hause vorbeiging, und er hörte das fröhliche, helle und weichklingende Singen, so mochte es wohl passieren, dass er durch die Stalltür lugte, was denn da drinnen für ein schönes Kind sei, und sah dann das alte, blinde Weiblein. Da kam er aber bisweilen, wenn ein paar Feiertage nebeneinander standen, die den Bediensteten weitere Gänge eigener Wege ermöglichten, ein Mann aus der Petruler Gemeinde, er war noch jung, aber schon kräftig ausgewachsen, und trug ein fallbes Schnurbeitlein im Gesichte und einen Federbusch auf dem Hute. Der belauschte mit Lust die Sängerin und schlich schließlich zu ihr in den Stall. Er blieb mitunter länger drinnen als das Melken währte, und Jule redete nicht laut wie sonst, wenn sie allein war, sondern flüsterte, und wenn sie dann mit der Milch ins Haus kam, lag ein Himmel von Glückseligkeiten im geröteten Anglitzel. Zweimal des Jahres ging sie zur Beichte, dazu traf sie jedes Mal eine Woche vorher umfassende Vorbereitungen, und suchte sich im Hause oder in der Nachbarschaft einen Gefährten aus, der sie in die Kirche führte. Es ließ sich jeder gern herbei, denn nach dem Gottesdienst ging die Blinde mit dem Führer ins Wirtshaus und ließ ihm ein Mittagsmahl aufsetzen, dessen sich kein Herrn Bauer hätte schämen dürfen. Hatte sie doch ein halbes Jahr lang das ihr zufallende Armingeld dafür zusammengespart, und außer dem Almosen, das sie mitunter am Bettler verteilte, für sich kaum einen Kreuzer ausgegeben. Und diese Wirtshausstunden, dass sie jemanden bewirten konnte, mit seinem Speis und Trank und dabei zu sitzen und mitfüllen, wie es schmeckte, diese Stunden schienen die glorreichsten ihres Lebens zu sein. Ein paar Mal trug es sich zu, dass meine Mutter nicht in die Kirche gehen konnte, weil nicht so viel Geld im Hause war, dass sie sich im Kirchhof hätte können ein Erlaubnis gönnen. Das nahm die blinde Jula wahr und grollte, dass man ihr die Sache verheimlicht hatte. Geld sei ja doch im Hause, und sie suchte sein Bettstroh des bekannten Lederbottelchen hervor, und die Einlegerin gab der Hausgesessenen Almosen. In Ruhe habe ich die Jula tagsüber nie gesehen, immer bei einer Arbeit, und wenn sonst nichts für sie zu tun war, so tappte sie sich mit dem Stock zu einem Steinhaufen hinaus und legte die auseinandergerollten Steine zusammen. Sie wollte nicht die Blinde und die Arme spielen, und wer sie bemitleidete und bedauerte, dem war sie unhold, und gab ihm zu bedenken, er möge rechte Leute in Ruhe lassen und so sein, dass nicht selbst zu bedauern sein werde. Sie war die wachsamste im ganzen Haus, und wusste auch in allerlei Dingen Auskunft und Bescheid besser und verlässlicher wie wir anderen. Und nicht selten, wenn wir irgendeine in Verstoß geratene Sache alle miteinander mit offenen Augen vergeblich gesucht hatten, war es die blinde Jula, die sie aufwand und herbeibrachte. Sie war die erste, die mich an den Schritten erkannte, wenn ich vom Walde heimkehrte. Sie war auch die aufmerksamste Zuhörerin, wenn ich manchmal von kleinen Ereignissen erzählte. Zuweilen in Unglücksfällen, wenn uns der Kopf verloren ging, war sie es, die Rat und Trost wusste. Ich sah sie nie verzagt, unwirsch war sie oft, aber wenn sie sich ausgeprummt hatte, bat sie also gleich, dass man es ihr nicht übel nehme. Ich vermute, die Jula hatte die ganzen 63 Jahre nicht das einziges Wort gesagt, aus welchem zu entnehmen gewesen, dass sie blind war. Die Kühe nannte sie selten wie am rechten Namen, die wir ihnen beigelegt hatten, sondern sprach als unterscheide für sie stets die Farbe nur von der braunen, der schäckigen, der falben, der weißen. Für ihr Leben sprach sie nur einen einzigen Wunsch aus, wie alle Menschen, so wolle sie auch emporkommen, wenn sie eine Schweigerin konzern auf der Höhe. Wie oft hörte man sie singen, ja, auf der Alm, da war mein Glück, ich tausche mit keiner, greife ihn nicht, als seinerin bleibe ewiglich, und wann ich stirb, wir ja schwolben, bis man der Tod mein Herzall bricht, gang ich nicht weg von der Alm. Ja, murmelte sie dann, schon lang, wenn ich nicht so wäre. Dieses so wäre einzige Hindeutung auf ihren Zustand. Übrigens war in ihrer anderen Sinne derart ausgebildet, dass man glaubte, sie habe ihre Augen in den Ohren, an der Nase, an den Fingerspitzen. Sonst ist die Seele gewöhnt, bei den glänzenden Toren der Augen aus und einzugehen, aber wo diese Toren verschlossen sind, da dreht sie durch andere Organe ihren verlässlichen und lieblichen Pfad. Eines Tages kam einer unserer Nachbarn, zündete sich am Herd die Pfeife an und fragte, wie lange wir denn die Jule noch zu behalten gedächten. Er hätte sie auch zu brauchen. Und das arme Weib, welches man einst nur mit Widerwillen in die Gemeinde genommen hatte, war jetzt in ihren alten Tagen gesucht, umworben und allerorts als vorzügliche Arbeitskraft geschätzt. So weit hatte sie es gebracht. Wer früher an die Pflicht erinnert werden musste, die Jule zu nehmen, der pochte jetzt auf sein Recht, sie zu erhalten. Und der Mann mit dem salben Schnurrbart kam immer noch zu ihr und brachte ihr stets ein Handbündelchen, voll Semmeln, Obst oder Lebkuchen. Wie war ihr hart, wenn sie ihm nicht spenden konnte? Und wie war sie meinem Vater dankbar, wenn er dem Mann aus der Pretulla-Gemeinde zu Tische lud oder sonst ein freundliches Wort mit ihm sprach? Und wenn sie den Burschen betastete an seiner breiten Brust, an seinen Schultern, an seinem stämmigen Nacken, bis zu den dichten Haaren seines Scheitels vermochte sie kaum im Po zu langen, da flüsterte sie wohl. Wie groß du mir geworden bist, mein Tritzel! Patriz, seit ich dich das letzte Mal gesehen hab. Freilich damals, als du ihn das letzte Mal gesehen hattest, war ein kleines Kind gewesen, mit roten Wangelchen und himmelblauen Äuglein. Oh, weine nicht jetzt, so armes, lichtloses Mutterauge! Du siehst ihn ja. Ewig unverändert bleibt es ein Kindes Angesicht im Herzen, während andere Mütter, wenn sie vor erwachsenen Söhnen stehen, oft klaren, dass sie kein Kind mehr hätten. Als ich später in die Welt ging, ließ ich die blinde Jula noch bei meinen Eltern zurück. Als diese davonzogen, der Vater in das Tal der Mürz, die Mutter in den himmelschen Frieden, da begann die Jula wieder ihr Wanderleben von Haus zu Haus. Aber Nierung soll sie mehr so in die Verhältnisse gefunden haben, als bei uns. Ihr Sohn, als armer Bauernknecht im Gebirge, wurde bald von seiner eigenen Arbeitslast gebeugt. Als ich, ins Gebirge zurückgekehrt, die Jula vor einigen Jahren wieder sah, waren ihre Haare grau und gar gekrümmt, stützte sie sich auf den Stock. Es war noch derselbe mit dem Riemeln am Griffknorpel. Seither habe ich mir vorgenommen, der vierjährigen Genossin meines Heimathauses einmal etwas Liebes zu erweisen. Wie es aber zumeist geht, war man ein Gutes, das dem Herzen entquillt, nicht gleich am ersten Tag geübt. Es wurde verschoben bis zu jenem sonnigen Frühlingsmorgen, da der Sarg aus weißen Tannenbrettern vorüber schwankte an meinem Fenster. Ein unendliches Meer vom Licht umwogte die Welt, ein sonniger Strahl folgte ihr nach ins Grab. Ende von Kapitel 12 Gelesen von Elli Dezember 2010 Kapitel 13 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Waldbauernbübel von Peter Roesegger Einer Weihnacht Lust und Gefahr Teil 1 In unserer Stube an der mit grauem Lehm übertünchten Ofenmauer stand ja aus, ja ein ein Schemel aus Ahornholz. Er war immer glatt und reingescheuert, denn er wurde, wie die anderen Stubengeräte, jeden Samstag mit feinem Bachsande und einem Strohwisch abgerieben. In der Zeit des Frühlings, des Sommers und des Herbstes stand dieser Schemel leer und einsam in seinem Winkel, nur zur Abendzeit zog ihn die Ahne etwas weiter hervor, kniete auf denselben hin und verrichtete ihr Abendgebet. Als aber der Spätherbst kam, mit den langen Abenden, an welchen die Knechte in der Stube aus Kienscheitern Leuchtspäne kloben und die Mägde, sowie auch meine Mutter und Ahne, Wolle und Flachs spannen, und als die Adventszeit kam, in welcher an solchen Spahn- und Spinnabenden alte Märchen erzählt und geistliche Lieder gesungen wurden, da saß ich beständig auf dem Schemel am Ofen. Aber die langen Adventnächte waren bei uns immer sehr kurz. Bald nach zwei Uhr begann es im Hause unruhig zu werden. Oben auf dem Dachboden hörte man die Knechte, wie sie sich ankleideten und umhergingen, und in der Küche brachen die Mägde Späne ab und schürten am Herde. Dann gingen sie alle auf die Tenne zum Dreschen. Auch die Mutter war aufgestanden und hatte in der Stube Licht gemacht. Bald darauf erhob sich der Vater, und sie zogen Kleider an, die nicht ganz für den Werktag und auch nicht ganz für den Feiertag waren. Dann sprach die Mutter zur Ahne, die im Bette lag, einige Worte, und wenn ich, erweckt durch die Unruhe, auch was sagte, so gab sie mir zur Antwort, sei du nur schön still und schlaf. Dann zündeten meine Eltern eine Laterne an, löschten das Licht in der Stube aus und gingen aus dem Hause. Ich hörte noch die äußere Türe gehen, und ich sah an den Fenstern den Lichtschimmer vorüberflimmern, und ich hörte das Ächzen der Tritte im Schnee, und ich hörte noch das Rasseln des Kettenhundes. Dann wurde es ruhig, nur war das dumpfe, gleichmäßige Pochen der Drescher zu vernehmen. Dann schlief ich wieder ein. Der Vater und die Mutter gingen in die mehrere Stunden entfernte Pfarrkirche zur Rohrate. Ich träumte ihnen nach, ich hörte die Kirchenglocken, ich hörte den Ton der Orgel und das Adventlied, Maria, sei gegrüßet, du lichter Morgenstern. Und ich sah die Lichter am Hochaltare, und die Engelein, die über demselben standen, breiteten ihre goldenen Flügel aus und flogen in der Kirche umher, und einer, der mit der Posaune über dem Predigtstuhl stand, zog hinaus in die Heiden und in die Wälder und blies es durch die ganze Welt, dass die Ankunft des Heilandes nahe sei. Als ich erwachte, strahlte die Sonne schon lange zu den Fenstern herein, und draußen flimmerte der Schnee, und die Mutter ging wieder in der Stube umher und war in Werktagskleidern und tat häusliche Arbeiten. Das Bett der Ahne neben dem Meinigen war auch schon geschichtet, und die Ahne kam nun von der Küche herein und half mir die Höschen anziehen und wusch mein Gesicht mit kaltem Wasser, das ich aus Empfindsamkeit zugleich weinte und lachte. Als dieses geschehen war, kniete ich auf meinen Schemel hin und betete mit der Ahne den Morgensegen. In Gottes Namen aufstehen, gegen Gott gehen, gegen Gott treten, zum himmlischen Vater beten, dass er uns verlei, lieb, Engelein, drei. Der Erste, der uns weist, der Zweite, der uns speist, der Dritte, der uns hilft und bewahrt, daß uns an Leib und Seel nichts widerfahrt. Nach dieser Andacht erhielt ich meine Morgensuppe, und nach derselben kam die Ahne mit einem Kübel Rüben, die wir nun zusammen zu schälen hatten. Ich saß dabei auf meinem Schemel. Aber bei dem Schälen der Rüben konnte ich die Ahnen nie vollkommen befriedigen. Ich schnitt stets eine zu dicke Schale, ließ sie aber stellenweise doch wieder ganz auf der Rübe. Wenn ich mich dabei gar in den Finger schnitt und gleich zu weinen begann, so sagte die Ahne immer sehr unwirsch, »Mit dir ist wohl ein rechtes Kreuz, man soll dich frei hinauswerfen in den Schnee.« Dabei verband sie mir die Wunde mit unsäglicher Sorgfalt und Liebe. So vergingen die Tage des Advents, und ich und die Ahne sprachen immer häufiger und häufiger von dem Weihnachtsfeste und von dem Christkinde, das nun bald kommen werde. Je mehr wir dem Feste nahten, um so unruhiger wurde es im Hause. Die Knechte trieben das Vieh aus dem Stalle und gaben frische Streu hinein und stellten die Barren und Krippen zurecht. Der Halterbub striegelte die Ochsen, daß sie ein glattes Aussehen bekamen. Der Futterbub mischte mehr Heu in das Stroh als gewöhnlich und bereitete davon einen ganzen Stoß in der Futterkammer. Die Kuhmarkt tat das Gleiche. Das Dreschen hatte schon einige Tage früher aufgehört, weil man durch den Lärm die nahen Feiertage zu entheiligen glaubte. Im ganzen Hause wurde gewaschen und gescheuert. Selbst in die Stube kamen die Mägde mit ihren Wasserkübeln und Strohwischen und Besen hinein. Ich freute mich immer sehr auf dieses Waschen, weil ich es gern hatte, wie alles drunter und drüber gekehrt wurde und weil die heiligen Bilder im Tischwinkel, die braune Schwarzwälderuhr mit ihrer Metallschelle und andere Dinge, die ich immer sonst nur von der Höhe zu sehen bekam, herabgenommen und mir näher gebracht wurden, so daß ich alles viel genauer betrachten konnte. Freilich war nicht erlaubt, dergleichen Dinge anzurühren, weil ich noch zu ungeschickt und unbesonnen dafür wäre und die Gegenstände leicht beschädigen könne. Aber es gab doch Augenblicke, da man im eifrigen Waschen und Reiben nicht auf mich achtete. In einem solchen Augenblicke kletterte ich einmal über den Schemel auf die Bank und von der Bank auf den Tisch, der aus seiner gewöhnlichen Stellung gerückt war und auf dem die Schwarzwälderuhr lag. Ich machte mich an die Uhr, von der die Gewichte über den Tisch hingen, sah durch ein offenes Seitentürchen in das messingene, sehr bestaubte Räderwerk hinein, tupfte einige Mal an die kleinen Blätter des Windrädchens und legte die Finger endlich selbst an das Rädchen, ob es denn nicht gehe. Aber es ging nicht. Zuletzt rückte ich auch ein wenig an einem Holzstäbchen und als ich das tat, begann es im Werk fürchterlich zu rasseln. Einige Räder gingen langsam, andere schneller und das Windrädchen flog, daß man es kaum sehen konnte. Ich war unbeschreiblich erschrocken, ich kollerte vom Tisch über Bank und Scheme auf den nassen, schmutzigen Boden hinab, da faßte mich schon die Mutter am Röcklein. Das Rasseln in der Uhr wollte gar nicht aufhören und zuletzt nahm mich die Mutter mit beiden Händen und trug mich in das Vorhaus und schob mich durch die Tür hinaus in den Schnee und schlug die Türe hinter mir zu. Ich stand wie vernichtet da, ich hörte von innen noch das Greinen der Mutter, die ich sehr beleidigt haben mußte und ich hörte das Scheuern und Lachen der Mägde und noch immer das Rasseln der Uhr. Als ich eine Weile dagestanden und geschluchzt hatte und als gar niemand gekommen war, der Mitleid mit mir gehabt hätte, ging ich nach dem Pfade, der in den Schnee getreten war, über den Hausanger und über das Feld dem Walde zu. Ich wußte nicht, wohin ich wollte, dachte auch nicht weiter daran. Aber ich war noch nicht zu dem Walde gekommen, als ich hinter mir ein grelles Pfeifen hörte. Das war das Pfeifen der Ahne. »Wo willst du denn hin, du dummes Kind?« rief sie. »Wart, wenn du so im Wald herumlaufen willst, so wird dich schon die Mooswaberl abfangen. Wart nur!« Auf dieses Wort kehrte ich augenblicklich um gegen das Haus, denn die Mooswaberl fürchtete ich sehr. Ich ging aber immer noch nicht hinein, ich blieb im Hofe stehen, wo der Vater und zwei Knechte gerade ein Schwein aus dem Stalle zogen, um es abzustechen. Über das ohrenzerreißende Schreien des Tieres und über das Blut, das ich nun sah und das eine Magd in einem Topf auffing, vergaß ich das Vorgefallene. Und als der Vater im Vorhaus das Schwein abhäutete, stand ich schon wieder dabei und hielt die Zipfel der Haut, die er mit einem großen Messer von dem speckigen Fleisch immer mehr und mehr lostrennte. Als später die Eingeweide herausgenommen waren und die Mutter Wasser in das Becken goß, sagte sie zu mir, »Geh weg da, sonst wirst du ganz angespritzt.« Aus diesen Worten entnahm ich, dass die Mutter mit mir wieder versöhnt sei, und nun war alles gut, und als ich in die Stube kam, um mich zu erwärmen, stand da alles an seinem gewöhnlichen Platz. Boden und Wände waren noch feucht, aber reingescheuert, und die Schwarzwälder Uhr hing wieder an der Wand und tickte. Und sie tickte viel lauter und heller durch die neu hergestellte Stube als früher. Endlich nahm das Waschen und Reiben und Glätten ein Ende, im Hause wurde es ruhiger, fast still, und der Heilige Abend war da. Das Mittagsmahl am Heiligen Abend wurde nicht in der Stube eingenommen, sondern in der Küche, wo man das Nudelbrett als Tisch eignete und sich um dasselbe herumsetzte und das einfache Fastengericht still, aber mit gehobener Stimmung verzehrte. Der Tisch in der Stube war mit einem schneeweißen Tuche bedeckt, und vor dem Tische stand mein Schemel, auf welchen sich zum Abend, als die Dämmerung einbrach, die Ahne hinkniete und still betete. Mägde gingen leise durch das Haus und bereiteten ihre Festtagskleider vor, und die Mutter tat in einen großen Topf Fleischstücke, goss Wasser daran und stellte ihn zum Herdfeuer. Ich schlich in der Stube auf den Zehenspitzen herum und hörte nichts als das lustige Prasseln des Feuers in der Küche. Ich blickte auf meine Sonntagshüschen und auf das Jöppel und auf das schwarze Filzhütlein, das schon an einem Nagel der Wand hing, und dann blickte ich durch das Fenster in die hereinbrechende Dunkelheit hinaus. Wenn kein ungünstiges Wetter eintrat, so durfte ich in der Nacht mit dem Großknecht in die Kirche gehen. Und das Wetter war ruhig, und es würde auch, wie der Vater sagte, nicht allzu kalt werden, weil auf den Bergen Nebel liege. Unmittelbar vor dem Rauchen gehen, in welchem Haus und Hof nach alter Sitte mit Weihwasser und Weihrauch besegnet wird, hatten der Vater und die Mutter einen kleinen Streit. Die Moos war da gewesen, hatte glückselige Feiertage gewünscht, und die Mutter hatte ihr für den Festtag ein Stück Fleisch geschenkt. Darüber war der Vater etwas ungehalten, er war sonst ein Freund der Armen und gab ihnen nicht selten mehr, als unsere Verhältnisse es erlauben wollten, aber der Moos Warball sollte man seiner Meinung nach kein Almosen reichen. Die Moos Warball war ein Weib, das gar nicht in die Gegend gehörte, das unbefugt in den Wäldern herumstrich, Moos und Wurzeln sammelte, in halb verfallenen Köhlerhütten Feuer machte und schlief. Daneben zog sie bettelnd zu den Bauernhöfen, wollte Moos verkaufen, und da sie keine Geschäfte machte, verfluchte sie das Leben. Kinder, die sie ansah, fürchteten sich entsetzlich vor ihr, und viele wurden krank. Kühen tat sie an, dass sie rote Milch gaben. Wer ihr eine Wohltat erwies, den verfolgte sie einige Minuten und sagte ihm, tausend und tausend vergelt's Gott bis in den Himmel hinaus. Wer sie aber verspottete oder sonst auf irgendeine Art beleidigte, zudem sagte sie, ich bete dich hinab, in die unterste Höllen. Die Mooswaberl kam oft zu unserem Hause und saß gern vor dem selben auf dem grünen Rasen oder auf dem Querbrett der Zaunstiegel, trotz des heftigen Bellens und Rasselns unseres Kettenhundes, der sich gegen dieses Weib besonders unbändig zeigte. Aber die Mooswaberl saß so lange vor dem Hause, bis die Mutter ihr eine Schale Milch oder ein Stück Brot oder beides hinaustrug. Meine Mutter hatte es gern, wenn das Weib sie durch ein tausendfaches Vergelt Gott bis in den Himmel hinauf wünschte. Der Vater legte dem Wunsch dieser Person keinen Wert bei, war er ein Segensspruch oder ein Fluch. Als man draußen in einem Dorfe vor Jahren das Schulhaus baute, war dieses Weib mit dem Manne in die Gegend gekommen und hatte bei dem Bauer mitgeholfen, bis er bei einer Steinsprengung getötet wurde. Seit dieser Zeit arbeitete sie nicht mehr und zog auch nicht fort, sondern trieb sich herum, ohne dass man wusste, was sie tat und was sie wollte. Zum Arbeiten war sie nicht Sie schien geisteskrank zu sein. Der Richter hatte die Mooswaberl schon mehrmals aus der Gemeinde gewiesen, aber sie war immer wieder zurückgekommen. Sie würde nicht immer zurückgekommen sein, sagte mein Vater, wenn sie in dieser Gegend nichts gebettelt bekäme. So wird sie hier verbleiben, und wenn sie alt und krank ist, müssen wir sie auch pflegen. Das ist ein Kreuz, welches wir uns selbst an den Hals gebunden haben. Die Mutter sagte nichts zu solchen Worten, sondern gab der Mooswaberl, wenn sie kam, immer das gewohnte Almosen, und heute noch etwas mehr, zu Ehren des hohen Festes. Darum also war der kleine Streit zwischen Vater und Mutter gewesen, der aber also gleich verstummte, als zwei Knechte mit dem Rauch und Weihwasser Gefäß in das Haus kamen. Nach dem Rauchen stellte der Vater ein Kerzenlicht auf den Tisch. Späne durften heute nur in der Küche gebrannt werden. Das Nachtmahl wurde schon wieder in der Stube eingenommen. Der Großknecht erzählte während desselben Weihnachtsgeschichten. Nach dem Abendmahle sang die Mutter ein Hirtenlied. So wonnevoll ich sonst diesen Liedern lauschte, aber heute dachte ich nur immer an den Kirchgang und wollte durchaus schon das Sonntagskleidchen anziehen. Man sagte, es sei noch später Zeit dazu, aber endlich gab die Ahne meinem Drängen doch nach und zog mich an. Der Stallknecht kleidete sich sehr sorgsam in seinen Festtagsstaat, weil er nach dem Mittagsgottesdienst nicht nach Hause gehen, sondern im Dorfe den Morgen abwarten wollte. Gegen neun Uhr waren auch die anderen Knechte und Mägde bereit und zündeten am Kerzenlicht eine Spanlunte an. Ich schielt mich an den Großknecht und meine Eltern und meine Großmutter, welche daheim blieben, um das Haus zu hüten, besprengten mich mit Weihwasser und sagten, dass ich nicht fallen und nicht erfrieren möge. Dann gingen wir. das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Waldbauernbübel von Peter Rosegger Einer Weihnacht Lust und Gefahr Teil 2 Es war sehr finster, und die Lunte, welche der Stallknecht vorantrug, warf ihr rotes Licht in einer großen Scheibe auf den Schnee und auf den Zaun und auf die Sträucher und Bäume, an denen wir vorüberkamen. Mir kam dieses rote Leuchten, das zudem noch durch die großen Schatten unserer Körper unterbrochen war, grauenhaft vor, und ich hielt mich sehr ängstlich an den Großknecht, so daß dieser einmal sagte, Aber hörst, meine Joppe mußt du mir lassen. Was tät' ich denn, wenn du sie mir abrissest? Der Pfad war eine Zeit lang sehr schmal, so daß wir hintereinander gehen mußten, wobei ich nur froh war, daß ich nicht der Letzte war, denn ich bildete mir ein, daß dieser unbekannten Gefahren ausgesetzt sein müßse. Eine schneidende Luft ging, und die glimmenden Splitter der Lunte flogen weithin, und selbst als sie auf die harte Schneekruste niederfielen, glimmten sie noch eine Weile fort. Wir waren bisher über Blößen und durch Gesträuche und Wälder abwärts gegangen. Jetzt kamen wir zu einem Bache, den ich sehr gut kannte. Er floß durch die Wiese, auf welcher wir im Sommer das Heu machten. Im Sommer rauschte dieser Bach schön, aber heute hörte man nichts, weil er überfroren war. Auch an einer Mühle kamen wir vorüber, an welcher ich heftig erschrak, weil einige Funken auf das Dach flogen. Aber auf dem Dache lag Schnee, und die Funken erloschen. Endlich verließen wir den Bach, und der Weg führte aufwärts durch Wald, in welchem der Schnee seicht lag, aber auch keine feste Kruste hatte. Dann kamen wir zu einer breiten Straße, wo wir nebeneinander gehen konnten, und wo wir dann und wann ein Schlittengeschelle hörten. Dem Stallknecht war die Lunte bereits bis zu der Hand herabgebrannt, und er zündete eine neue an, die er vorrätig hatte. Auf der Straße sah man jetzt auch andere Lichter, große, rote Fackeln, die heranloderten, als schwemmen sie allein in der schwarzen Luft, und hinter denen nach und nach ein Gesicht und mehrere Gesichter auftauchten, von Kirchengehern, die sich nun auch zu uns gesellten. Und wir sahen Lichter von anderen Bergen und Höhen, die noch so weit entfernt waren, dass wir nicht erkennen konnten, ob sie standen oder sich bewegten. So gingen wir weiter. Der Schnee knirschte unter unseren Füßen, und wo ihn der Wind weggetragen hatte, da war der schwarze Boden nackt, Boden so hart, dass unsere Schuhe an ihm klangen. Die Leute sprachen und lachten viel, aber mir war, als sei das in der heiligen Christnacht nicht recht, ich dachte nur immer schon an die Kirche, und wie das doch sein werde, wenn mitten in der Nacht Musik und ein Hochamt ist. Als wir eine lange Weile auf der Straße fortgegangen und an einzelnen Bäumen und an Häusern vorüber und dann wieder über Felder und durch Wald gekommen waren, hörte ich auf den Baumwipfeln plötzlich ein Klingen. Als ich horchen wollte, hörte ich es nicht, bald aber wieder und deutlicher als das erste Mal. Es war der Ton des kleinen Glöckleins vom Turme der Kirche. Die Lichter, die wir auf den Bergen und im Tale sahen, wurden immer häufiger und alle schwammen der Kirche zu. Auch die ruhigen Sterne der Laternen schwebten heran, und auf der Straße wurde es immer lebhafter. Das kleine Glöcklein wurde durch ein Größeres abgelöst, und das läutete so lange, bis wir fast nahe der Kirche kamen. Also war es doch wahr, wie die Ahne gesagt hatte. Die Kirche steht auf einem mit Birken und Schwarztannen bewachsenen Berglein, und um sie liegt der kleine Friedhof, welcher mit einer niederen Mauer umgeben ist. Die wenigen Häuser stehen im Tale. Als die Leute an die Kirche gekommen waren, steckten sie ihre Lunden umgekehrt in den Schnee, das sie erloschen. Nur eine wurde zwischen zwei Steine der Friedhofmauer geklemmt und brennen gelassen. Jetzt klang auf dem Turme in langsamem, gleichmäßigem Wiegen schon die große Glocke. Aus den schmalen, hohen Kirchenfenstern fiel heller Schein. Ich wollte in die Kirche, aber der Großknecht sagte, es habe noch Zeit, und er blieb stehen und sprach und lachte mit anderen Burschen und stopfte sich eine Pfeife an. Endlich klangen alle Glocken zusammen, und in der Kirche begann die Orgel zu tönen, und nun gingen wir hinein. Das sah ganz anders aus wie an den Sonntagen. Die Lichter, die auf dem Altare brannten, waren hellweiße, funkelnde Sterne, und der vergoldete Tabernakel strahlte herrlich zurück. Die Lampe des ewigen Lichtes war rot. Der obere Raum der Kirche war so dunkel, dass man die schönen Verzierungen des Schiffes kaum sehen konnte. Die dunklen Gestalten der Menschen saßen in den Stühlen oder standen neben denselben. Die Weiber waren sehr in Tücher eingeschlagen und husteten. Viele hatten Kerzen vor sich brennen und sangen aus ihren Büchern mit, als auf dem Chore das Tedeum ertönte. Der Großknecht führte mich durch die zwei Reihen der Stühle gegen einen Nebenaltar, wo schon mehrere Leute standen. Dort hob er mich auf einen Schemel zu einem Glaskasten empor, der von drei Kerzen beleuchtet zwischen zwei aufgesteckten Tannenwipfeln stand, und den ich früher, wenn ich mit den Eltern in die Kirche kam, nie gesehen hatte. Als mich der Großknecht auf den Schemel gehoben hatte, sagte er mir leise ins Ohr, »So, jetzt kannst du das Krüppel anschauen.« Dann ließ er mich stehen, und ich schaute durch das Glas. Da kam ein Weiblein zu mir herbei und sagte leise, »Ja, Kind, wenn du das anschauen willst, so muß dir's auch jemand auslegen.« Und sie erklärte mir die Dinge, die im Kasten waren. Außer der Mutter Maria, die über den Kopf ein blaues Tuch geschlagen hatte, das bis zu den Füßen hinabhing, waren alle Gestalten so gekleidet wie ältere Bauern. Der heilige Josef selbst trug grüne Strümpfe und eine lederne Kniehose, und in der Krippe lag das nackte Kindlein. Als das Tedeum zu Ende war, kam der Großknecht wieder, hob mich von dem Schemel, und wir setzten uns in einen Stuhl. Dann ging der Kirchenmann herum und zündete alle Kerzen an, die in der Kirche waren. Und jeder Mensch, auch der Großknecht, zog nun ein Kerzlein aus dem Sack und zündete es an und klebte es vor sich auf die Bank. Jetzt war es so hell in der Kirche, daß man auch die Verzierungen an der Decke schön sehen konnte. Auf dem Chore stimmte man Geigen und Trompeten und Pauken, und als an der Sakristaitür das Glöcklein klang, und der Pfarrer in strahlendem Messkleide, begleitet von Ministranten und rotbemäntelten Windlichtträgern, über den purpurnen Fußteppich zum Altare ging, da rauschte die Orgel in ihrem ganzen Vollklang, da wirbelten die Pauken und schmetterten die Trompeten. Weihrauch stieg auf und hüllte den ganzen lichtstrahlenden Hochaltar in einen Schleier. So begann das Hochamt, und so strahlte und tönte und klang es um Mitternacht. Beim Offertorium waren alle Instrumente still, nur zwei helle Stimmen sangen ein liebliches Hirtenlied, und während des Benediktus jodelten eine Klarinette und zwei Flügelhörner langsam und leise den Wiegengesang. Während den letzten Evangeliums hörte man auf dem Chore den Kuckuck und die Nachtigall, wie mitten im sonnigen Frühling. Tief nahm ich sie auf in meine Seele, die wunderbare Heiligkeit der Christnacht. Aber ich jauchzte nicht vor Entzücken, ich blieb ernst, ruhig und fühlte die Weihe. Und während die Musik tönte, dachte ich an Vater und Mutter und Großmutter daheim. Die knien jetzt um den Tisch bei dem einzigen Kerzenlichtlein und beten. Oder sie schlafen, und es ist finster in der Stube, und nur die Uhr geht, und es liegt tiefe Ruhe über den waldigen Bergen, und die Christnacht ist ausgebreitet über die ganze Welt. Als das Amt seinem Ende nahte, erloschen nach und nach die Kerzlein in den Stühlen, und der Kirchenmann ging wieder herum und dämpfte mit seinem langgestielten Blechkäppchen an den Wänden und Bildern und Altären, und es duftete das Wachs der ausgelöschten Lichter. Die am Hochaltare brannten noch, als auf dem Chore der letzte freudenreiche Festmarsch erscholl und sich die Leute aus der Kirche drängten. Als wir in das Freie kamen, war es trotz des dichten Nebels, der sich von den Bergen niedergesenkt hatte, nicht mehr ganz so finster wie vor Mitternacht. Es musste der Mond aufgegangen sein, man zündete keine Fackeln mehr an. Es schlug ein Uhr, aber der Schulmeister läutete schon die Ave Maria-Glocke zum Christmorgen. Ich warf noch einen Blick auf die Kirchenfenster, aller Festglanz war erloschen. Ich sah nur mehr den matten Schimmer des ewigen Lichtes. Als ich mich dann wieder an den Rock des Großknechtes halten wollte, war dieser nicht mehr da. Einige fremde Leute waren um mich, die miteinander sprachen und sich sofort auf den Heimweg machten. Mein Begleiter musste schon voraus sein. Ich eilte ihm nach, lief schnell an mehreren Leuten vorüber, auf daß ich ihn bald einhole. Ich lief, so sehr es meine kleinen Füße konnten. Ich kam durch den finsteren Wald und ich kam über Felder, über welche scharfer Wind blies, so daß ich, so warm mir sonst war, von Nase und Ohren fast nichts mehr wahrnahm. Die Leute, die früher noch auf der Straße gegangen waren, verloren sich nach und nach, und ich war allein, und den Großknecht hatte ich noch immer nicht erreicht. Ich dachte, daß er auch hinter mir sein könne, und beschloss, geradeswegs nach Hause zu eilen. Auf der Straße lagen hier und da schwarze Punkte, Kohlen der Spanfackeln, welche die Leute auf dem Kirchwege abgeschüttelt. Die Gesträuche und Bäumchen, die neben am Wege standen und unheimlich aus dem Nebel empor tauchten, beschloss ich gar nicht anzusehen. Aber ich sah sie doch an, wendete meine Augen nach allen Seiten, ob nicht irgendwo ein Gespenst auf mich zukomme. Nun war ich zum Pfad gekommen, der mich von der Straße abwärts durch den Wald und in das jenseitige Tal führen sollte. Ich bog ab und eilte unter den langästigen Bäumen dahin. Die Wipfel rauschten, und dann und wann fiel ein Schneeklumpen neben mir nieder. Stellenweise war es auch so finster, daß ich kaum die Stämme sah, wenn ich nicht an dieselben stieß, und daß ich den Pfad verlor. Letzteres war mir ziemlich gleichgültig, denn der Schnee war sehr seicht, auch war anfangs der Boden hübsch glatt, aber allmählich begann er steil und steiler zu werden, und unter dem Schnee war viel Gestrüppe und hohes Heidelkraut. Die Baumstämme standen nicht mehr so regelmäßig, sondern zerstreut, manche schief hängend, manche mit aufgerissenen Wurzeln an anderen lehnend, manche mit wild und wirr aufragenden Ästen auf dem Boden liegend. Das hatte ich nicht gesehen, als wir aufwärts gingen. Ich konnte oft kaum weiter, ich mußte mich durch das Gesträuche und Geäste durchwinden. Oft brach der Schnee ein, die Besen des Heidekrautes reichten mir bis zur Brust heran. Ich sah ein, daß der rechte Weg verloren war. Aber wär ich nur erst im Tale und bei dem Bache, dann ginge ich diesem entlang aufwärts, und da müßte ich endlich doch zur Mühle und zu unserer Wiese kommen. Schneeschollen fielen mir in das Rock sehr klein, Schnee legte sich an die Höschen und Strümpfe, und das Wasser rann mir in die Schuhe hinab. Zuerst war ich durch das Klettern über das Gefälle und das Winden durch das Gesträuche müde geworden, aber nun war auch die Müdigkeit verschwunden. Ich achtete nicht den Schnee, und ich achtete nicht das Gesträuche, das mir oft rau über das Gesicht fuhr, sondern ich eilte weiter. Fiel ich zu Boden, so raffte ich mich schnell auf. Auch alle Gespensterfurcht war weg, ich dachte an nichts als an das Tal und an unser Haus. Ich wußte nicht, wie lange ich mich so durch die Wildnis fortwand, aber ich fühlte mich flink, und die Angst trieb mich vorwärts. Plötzlich stand ich vor einem Abgrund. In dem Abgrunde lag grauer Nebel, aus welchem einzelne Baumwipfel empor tauchten. Um mich hatte sich der Wald gelichtet, über mir war es heiter, und am Himmel stand der Halbmond. Mir gegenüber und weiter im Hintergrunde waren fremde, kegelförmige Berge. Unten in der Tiefe mußte das Tal mit der Mühle sein. Mir war, als hörte ich das Tosen des Baches, aber das war das Windrauschen in den jenseitigen Wäldern. Ich ging nach rechts und links und suchte einen Fußsteig, der mich abwärts führe, und ich fand eine Stelle, an welcher ich mich über Gerölle, das vom Schnee befreit dalag, und durch Wacholdergesträuche hinablassen zu können vermeinte. Das gelang mir auch eine Strecke, doch noch zu rechter Zeit hielt ich mich an eine Wurzel. Fast wäre ich über eine senkrechte Wand gestürzt. Nun konnte ich nicht mehr vorwärts. Ich ließ mich aus Mattigkeit zu Boden. In der Tiefe lag der Nebel mit den schwarzen Baumwipfeln. Außer dem Rauschen des Windes in den Wäldern hörte ich nichts. Ich wußte nicht, wo ich war. Wenn jetzt ein Reh käme, ich würde es fragen nach dem Weg. In der Christnacht reden ja Tiere menschliche Sprache. Ich erhob mich, um wieder aufwärts zu klettern. Ich machte das Gerölle locker und kam nicht vorwärts. Mich schmerzten Hände und Füße. Nun stand ich still und rief so laut ich konnte nach dem Großknecht. Meine Stimme fiel von den Wäldern und Wänden langgezogen und undeutlich zurück. Dann hörte ich wieder nichts als das Rauschen. Der Frost schnitt mir in die Glieder. Nochmals rief ich mit aller Macht den Namen des Großknechtes. Nichts als der langgezogene Widerhall. Nun überkam mich eine große Angst. Ich rief schnell hintereinander meine Eltern, meine Ahne, alle Knechte und Mägde unseres Hauses. Dann begann ich kläglich zu weinen. Mein Körper warf einen langen Schatten schräg abwärts über das Gestein. Ich ging an der Wand hin und her. Ich betete zum heiligen Christkind, dass es mich erlöse. Endlich konnte ich nicht mehr weinen und beten, auch mich kaum mehr bewegen. Ich kauerte zitternd an einem Stein und dachte, nun will ich schlafen. Das ist alles nur ein Traum. Und wenn ich erwache, bin ich daheim oder im Himmel. Da hörte ich ein Knistern über mir im Wacholdergesträuche. Und bald darauf fühlte ich, wie mich etwas berührte und emporhob. Ich wollte schreien, aber ich konnte nicht. Die Stimme war wie eingefroren. Aus Angst hielt ich die Augen fest geschlossen. Auch Hände und Füße waren mir wie gelähmt. Ich konnte sie nicht bewegen. Mir kam vor, als ob sich das ganze Gebirge mit mir wiegte. Als ich zu mir kam und erwachte, war noch Nacht, aber ich hockte an der Tür meines Vaterhauses und der Kettenhund bellte heftig. Eine Gestalt hatte mich auf den festgetretenen Schnee gleiten lassen, pochte dann mit dem Ellbogen gewaltig an die Tür und eilte davon. Ich hatte diese Gestalt erkannt. Es war die Mooswabal gewesen. Die Tür ging auf und die Ahne stürzte mit den Worten auf mich zu. Jesus Christus, da ist er ja! Sie trug mich in die warme Stube, aber von dieser schnell wieder zurück in das Vorhaus. Dort setzte sie mich auf einen Trog, eilte dann hinaus vor die Tür und machte durchdringliche Pfiffe. Sie war ganz allein zu Hause. Als der Großknecht von der Kirche zurückgekommen war und mich daheim nicht gefunden hatte und als auch die anderen Leute kamen und ich bei keinem war, gingen sie alle hinab in den Wald und in das Tal und jenseits hinauf zur Straße und nach allen Richtungen. Selbst die Mutter war mitgegangen und hatte überall, wo sie ging und stand, meinen Namen gerufen. Nachdem die Ahne glaubte, dass es mir nicht mehr schädlich sein konnte, trug sie mich wieder in die warme Stube und als sie mir die Schuhe und Strümpfe auszog, waren diese ganz zusammen und fest an den Fuß gefroren. Hierauf eilte sie nochmals in das Freie und machte wieder ein paar Pfiffe und brachte dann in einem Kübel Schnee herein und stellte mich mit bloßen Füßen in diesen Schnee. Als ich in dem Schnee stand, war in den Zehen ein so heftiger Schmerz, dass ich stöhnte, aber die Ahne sagte, das ist schon gut, wenn du Schmerz hast, dann sind die Füße nicht erfroren. Bald darauf strahlte die Morgenröte durch das Fenster und nun kamen nach und nach die Leute nach Hause, zuletzt aber der Vater und zuallerletzt, als schon die rote Sonnenscheibe über der Wechselalpe ausging und als die Ahne unzählige Mal gepfiffen hatte, kam die Mutter. Sie ging an mein Bettlein, in welches ich gebracht worden war und an welchem der Vater saß. Sie war ganz heiser. Sie sagte, dass ich nun schlafen solle und verdeckte das Fenster mit einem Tuche, auf das mir die Sonne nicht in das Gesicht scheine. Aber der Vater meinte, ich solle noch nicht schlafen. Er wolle wissen, wie ich mich von dem Knechte entfernt, ohne dass er es merkte und wo ich herumgelaufen sei. Ich erzählte, wie ich den Pfad verloren hatte, wie ich in die Wildnis kam und als ich von dem Monde und von den schwarzen Wäldern und von dem Windrauschen und von dem Felsenabgrund erzählte, da sagte der Vater halblaut zu meiner Mutter, Weib, sagen wir Gott Lob und Dank, dass er da ist. Er ist auf der Trollwand gewesen. Nach diesen Worten gab mir die Mutter einen Kuss auf die Wange, wie sie nur selten tat, und dann hielt sie ihre Schürze vor das Gesicht und ging davon. Ja, du Donnersbub, und wie bist du denn heimgekommen? fragte mich der Vater. Darauf meine Antwort, dass ich das nicht wisse, dass ich nach langem Schlafen und Wiegen auf einmal vor der Haustüre gewesen und dass die Mooswaberl neben mir gestanden sei. Der Vater fragte mich noch einmal über diesen Umstand. Ich antwortete dasselbe. Nun sagte der Vater, dass er in die Kirche zum Hochgottesdienst gehe, weil heute der Christtag sei, und dass ich schlafen solle. Ich musste darauf viele Stunden geschlafen haben, denn als ich erwachte, war draußen Dämmerung, und in der Stube war es fast finster. Neben meinem Bette saß die Ahne und nickte. Von der Küche herein hörte ich das Prasseln des Herdfeuers. Später, als die Leute beim Abendmale saßen, war auch die Mooswaberl am Tisch. Auf dem Kirchhofe, über dem Grabhügel ihres Mannes, war sie während des Vormittagsgottesdienstes gekauert. Da war nach dem Hochamte mein Vater zu ihr hingetreten und hatte sie mit in unser Haus genommen. Über die nächtliche Begebenheit brachte man nicht mehr von ihr heraus, als dass sie im Walde das Christkind gesucht habe. Dann ging sie noch einmal zu meinem Bette und sah mich an und ich fürchtete mich vor ihren Blicken. In dem hinteren Geschosse unseres Hauses war eine Kammer, in welcher nur altes, unbrauchbares Geräte und viel Spinnengewebe war. Diese Kammer ließ mein Vater, der Mooswaberl, zur Wohnung und stellte ihr einen Ofen und ein Bett und einen Tisch hinein. Und sie blieb bei uns. Oft strich sie noch in den Wäldern umher und brachte Moos heim. Dann ging sie wieder hinaus zur Kirche und saß auf dem Grabhügel ihres Mannes, von dem sie nicht mehr fortzuziehen vermochte, in ihre ferne Gegend, in der sie wohl auch einsam und heimatlos gewesen wäre, wie überall. Über ihre Verhältnisse war nichts Näheres zu erfahren. Wir vermuteten, dass das Weib einst glücklich gewesen sein müsse und dass der Schmerz über den Verlust des Gatten ihr den Verstand geraubt habe. Wir gewannen sie alle lieb, weil sie ruhig und mit allem zufrieden lebte und niemandem das geringste Leid zufügte. Nur der Kettenhund wollte sie immer noch nicht sichern. Der bellte und zerrte überaus heftig an der Kette, so oft sie über den Anger ging. Aber das war anders von dem Tiere gemeint. Als einmal die Kette riss, stürzte der Hund auf die Mooswaber zu, sprang ihr winselnd an die Brust und leckte ihr die Wangen. Ende von Kapitel 14 Kapitel 15 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Waldbauernbübel von Peter Rosäcker Kapitel 15 Am Tage, da die Ahne fort war Wenn Jammer ist und es scheint die Sonne drein, Traurigeres weiß ich nicht zu denken. Die Großen waren alle fort in die Kirche gegangen. Die gute Ahne, die sonst nahe uns gewesen, hatten sie fortgetragen. Mehr ist davon sonst nichts mehr recht in Erinnerung, als dass wir Kleinen des allzu weiten Weges halber daheim bleiben mussten und so den angstvollen Tag verlebten. Wir hatten uns eingeschlossen ins Haus, schlichen auf den Zehenspitzen umher und fürchteten uns von Räubern und Mördern. Zu den vergitterten Fenstern laute der Wald herein und über allem lag das stille Licht der heiligen Pfingtssonne. Da eine ganze Stunde der Einsamkeit vergangen war, ohne dass etwas Unerhörtes geschah, so würden wir etwas dreister und allmählich kam sogar das Verlangen zur Vormittagsjause, welche uns die Schwester Plonelle zu kochenden Auftrag hatte. Da war plötzlich draußen in den Vorlaugen ein Gepolter. Wie zum Tode getroffen schracken wir zusammen und krochen zu einem Knäuel ineinander. Meine Mutter Gottes, steh mir bei, betete die Plonelle, ein Schelm ist im Haus. Wir hörten ein Winseln und Kreischen. Da sprang der Halterbub, der Hansel auf, ein Kekkerjunge, arme Leute Sohn, den uns Vater erst vor wenigen Tagen zum Viehhütten ins Haus genommen hatte. Er trug schon die Brottasche umgehangen, weil er eben das Wieh auf der Weide treiben wollte. Der sprang auf, er fasste das spitze Brotmesser und wollte in die Vorlauben. Unsere Schwester hielt ihn zurück. Er solle doch um Gottes Willen nicht mit dem Messer hinaus, dann kostet uns allen das Leben. Wenn es ein Raube ist, so stech ich ihn ab, knirschte der Hansel, riß sich los und sprang ins Vorhaus. Da draußen ging's grauenhaft zu, ein paar Spatzen schossen kreischend umher und mitten in der Laube auf der Erde lag ein zerrissenes Vogelnest. Die Katze war eben daran, mit Vorderpfoten und Schnauze ein Junges aus dem Halmgewebe zu fangen, als der Hansel hinzukam und ihr mit dem Messerstiel einen Schlag versetzte. Nun waren wir alle dabei. Wir kosten und herzen das hilflose Tierchen. Es gibt nichts armseligeres auf der Welt als einen Vogel ohne Fäden. Den Schnabel tat es auf. Da brachte die Plonelle schon ein Handvoll Sterz von der Vormittagsjause und der Hansel nahm das Spätzlein Geschick in seine Hand und begann es zu atzen. Es war eine helle Freude. Mittlerweile stand ich schon mit dem alten Vogelbauer daneben, auf das wir das Ding hineintäten und so auf einmal eine ungeahnte Bereicherung unserer Güter hätten. Aber der Halterbub rief, bist ein dummer Bub, glaubst es bliebe lebig? Sollst nur du probieren, wenn du nicht essen und trinken kannst und sie sperren dich von deiner Mutter weg und einen Vogel steigen. Wer dir nicht taugen, das Junge gehört zu den Alten. Aber das Nest war von der Katze ganz und gar zerstört worden. So lief ich, das Wort des Hansel tief im Herzen, mit dem Vogelbauer wieder davon und kam mit meinem Kopfkissen zurück. Dieses taten wir in eine Mauernische, legten das arme Vöglein drauf. Der Schnabel ging stetig auf und zu und doch wollte es kein Krümkensterts mehr schlucken. Die kleine Brust wogte arg auf und nieder und das Wesen war schier zu schwach zum Piepsen. So lag es auf dem Kissen im Grübchen, das ihm Polonelle mit den Fingern gedrückt hatte. Wir ließen es auf Anordnung des Hansel in Ruhe und hofften, dass nun die Alten kommen und ihr kleines Hegen und Pflegen würden. Aber die Alten flatterten in Angst draußen um die Dachgiebel herum. Der tatkräftige Hansel strick mit dem Messer durch Stahl und Scheunen. Er suchte die Katze. Was ich an demselben Vormittag ausgestanden habe. Ich lauerte ruhelos in das Vorleben herum, strengte meinen Zehen an und meinen langen Hals, aber allvergebens ich war zu klein, um dem jungen Spatzen in sein Bettlein gucken zu können. Ich horchte vergebens, ob ich es nicht etwa Piepsen oder Atemholen höre. Brüder Jackel machte den Vorschlag, um den Vogel zu sehen. Soll ich ihm den Jackel auf meine Achse steigen lassen? Er würde mir schon alles sagen, was er sehe. Wir besuchten es, aber das Gerüste war zu schwach, wir kollerten beide auf die Erde. Endlich um die Mittagszeit war es, als die Schwester mit trauriger Miene berichtete, jetzt ist das Vogel schon hin. Es musste sich im Falle zu arg verletzt haben, oder du schreckt die Angst. Jetzt kannst das Vogel Haus bringen. Befall mir der Hansel, und im Vogelhause haben wir den kleinen Leichnam aufgebahrt. Er lag auf einem Nestkin aus weißer Wohl, aus einem Stamm Rosemann und Mas Liebchen hatten wir ihm einen Kranz geflochten. Ich schlug auch vor, dass man an dieser Bahre ein Öllämpchen anzünde, so wie es bei der Leiche der Ahne gewesen war. Aber meine Schwester gab mir einen kleinen Stoss mit dem Ellbogen und meinte, so was wäre eine Frevelhaftigkeit, der Spatz hätte ja keine Seele gehabt. Wie schaute ich das Vöglein jetzt hast du gar keine Seele gehabt, bist unschuldige weis von der Katze umgebracht worden und kommst doch nicht in den Himmel. Wenn man dich ins Abendgebet einschließend hätte, vielleicht wollte der lieb Herr Gott mit dir eine Ausnahme machen. Am Abend, als es dunkel wurde, trugen wir das starre Vöglein hinaus an den Rhein, wo die Hagebutten stehen. Dort schartete Hansel eine Grübe und wir legten das Tierchen mitsamt seinem weißen Wollbettlein und seinem Kranzen hinein. Und als wir mit unseren kleinen Händen das Gräblein zulegten, flatterte ein Spatz über unseren Häuptern hin und her. Das Herz hätte uns allen mögen brechen, als Plonelle sagte, das ist gewiss vom Vogel die Mütter. Nach den Begräbnissen schleppte der Hansel noch einen auf das Grab, denn die Katze, er hatte sie nicht erwischt. Der Hansel lebt heute noch. Er hat Haus und Hof und was hineingehört. Er ist ein ganzer Mann. Plonelle ist sein Weib geworden. Gegenwärtig atzen sie wieder ein Junges, aber mit mehr Glück als Kapitel 16 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Alexander Rühl Das Waldbauernbübel von Peter Rosegger Kapitel 16 Als ich den himmlischen Altäre gebaut Wenn wir Kinder die Woche über brav gewesen waren, so durften wir am Sonntag mit den erwachsenen Leuten mitgehen in die Kirche. Wenn wir aber beim lieben Vieh daheim benötigt wurden, oder wenn kein Sonntagsjöppel oder kein guter Schuh vorhanden, so durften wir nicht in die Kirche gehen, auch wenn wir brav gewesen waren. Denn die Schafe und die Rinder bedurften uns wesentlich notwendiger als der liebe Gott, der nachgerade einmal Post schicken ließ. Leute, seid auf die Tiere gut, das ist mir so lieb wie ein Gottesdienst. Wir blieben jedoch nur unter der Bedingung zu Hause, wenn wir einen Altar ausrichten dürften. Gewöhnlich wurde uns das erlaubt, und zu hohen Festtagen stellte der Vater das Wachslicht dazu bei. Hatten wir unsere häuslichen Beschäftigungen vollbracht, etwa um neun Uhr vormittags, während in der Kirche das Hochamt war, begann in unserem Waldhause Folgendes zu geschehen. Die Haushüterin, war es nun die Mutter oder eine Magd, hub an, am Herd mit Mehl und Schmalz zu schaffen. Der Haushüter, war es nun der Vater oder ein Knecht, holte von der Wand die Beten, den Rosenkranz, herab vom Wandkastel den Wachsstock heraus, aus der Truhe das Gebetbuch hervor, und der kleine Halterbub, war es nun mein Bruder Jackal oder ich, huben an, die Heiligtümer des Hauses zusammen zu schleppen auf den Tisch. Von der Kirche waren wir weit, keinen Glockenklang hörten wir ja aus und ja ein. Also mussten wir uns selber ein Gotteshaus bauen und einen Altar. Das geschah zu halb aus kindlichem Spielhange und zu halb aus kindlicher Christgläubigkeit. Und wir, mein Bruder Jackal oder ich oder beide zusammen, machten es so. Wir schleppten das alte Leben Christi Buch herbei, das heiligen Legenden Buch, die vorfindlichen Gebetbücher, unsere Schulbücher, das Vieharzneibuch und jegliches Papier, das steif gebunden war. Solches gab das Baumaterial. Die Bücher stellten wir auf dem Tische so, dass sie mit dem Längenschnitt auf der Platte standen und ihre Rücken gern Himmel reckten. Wir bildeten daraus ein zusammenhängendes Halbrund, gleich wie der Raum des Presbyteriums. An die Wände dieses Halbrundes lehnten wir hierauf die papierenen, bunte bemalten heiligen Bildchen, welche in den Büchern zwischen den Blättern aufbewahrt gewesen, zumeist von Verwandten, Patenleuten, Wallfahrten als Andenken stammten und verschiedene Heilige darstellten. Die heiligen Florian und Sebastian kamen in der Regel ganz vorne zu stehen, denn der eine war gegen das Feuer und der andere gegen das Wasser. Also gegen die zwei wilden Schrecken, die den Menschen alleweil auf kürzestem Wege den himmlischen zujagen. An Namenstagen von uns oder an sonstigen Heiligenfesten erweisen wir aber dem betreffenden Heiligen die Ehre, im Bildchen ganz vorne stehen zu dürfen. Am Osterfeste, am Christtage, fand sich bildlich wohl ein Osterlamm mit der Fahne oder ein holdes Kindlein auf dem Heu. Letzteres wollte einmal am Christfeste mein Bruder nicht anerkennen, weil kein Ochs und kein Esel dabei sei, worauf der alte Knecht sich ganz ruhig zu uns wandte und sprach, die müsse halt ihr zwei sein. Waren nun die aus Büchern geformten Wände mit solchen Bildlein geschmückt, so kam vom eigentlichen Hausaltare hoch oben in der Wandecke das Kruzifix herab und wurde mitten in das Halbrund gestellt, das Christikreuz. Das war der eigentliche Mittelpunkt unseres Heiligtums. Vor dem Kruzifix kam hernach der Wachsstock zu stehen und wir zündeten ihn an. Nicht zu sagen, welche Feierlichkeit, wenn nun das Kreuz und die Heiligenbilder rötlich beleuchtet wurden, denn so ein geweihtes Wachslicht gibt einen ganz anderen Schein als die klebrige Talgkerze oder der harzige Brennsparn oder gar im Wasserglase das Öllichtlein, welches bei der Nacht nur so viel scheint, dass man die Finsternis sieht. Die Sonne, welche draußen leuchtete, wurde abgesperrt, indem wir die Fenster verhüllten mit blauen Sacktüchern. Wir wollten den Heiligen Schein ganz allein haben in unserem Tempelchen. Wenn nun gar erst aller Seelen war und ein Bildchen mit den armen Seelen im Fegefeuer vor dem Kreuze lag, da gab's eine Stimmung, die zur Andacht zwang. Knieten wir dann um den Tisch herum, so daß unsere Knie auf den Sitzbanken, unsere Ellbögen auf der Platte sich stützten und beteten laut jene langen Reihe von Vater Unsern und Ave Marias mit Ausrufung der Geheimnisse aus dem Leben des Herrn, welche der Rosenkranz oder auch der Psalter genannt wird. Ich wendete während des ganzen Gebetes keinen Blick von den bildlichen Darstellungen. Natürlich sah ich nicht das Papier und nicht die Farben, ich sah die Heiligen leibhaftig, sie waren mir in der Tat anwesend, sie hörten freundlich auf unser Gebet, sie ließen uns hoffen auf ihren Schutz und Beistand in Tagen der Not und Gefahr, sie nahmen gütig die Liebe unserer Herzen an, und also schlossen wir mit ihnen vorweg schon Bekanntschaft für die ewige Gemeinsamkeit im Himmel, der wir ja entgegenstrebten. War hernach die Andacht zu Ende, so loschte der Knecht die Kerze aus, und wir hüpften aufs Fletz hinab. Bald krochen wir freilich wieder auf den Tisch, um gemächlich den Tempel zu zerstören und seine Teile wieder in Ort und Stelle zu bringen, woher wir sie genommen, denn der Tisch sollte nun Schauplatz anderer Ereignisse werden. In der Küche war aus Mehl und Schmalz eine Pfanne voll Sterz geworden, und diese kam herein, um unsere sonntägige Andacht zu krönen. So war es der Brauch am Sonntagvormittag von der neunten bis zur zehnten Stunde, während die anderen in der Kirche saßen und vor derselben sich für das Wirtshaus vorbereiteten. Solches waren freilich freundlichere Wandlungen des Tischaltares als es jenige Wesen im Hause des Waldpeter. Hatten die aufsichtslosen Kinder in der Christnacht auf dem Tische aus Büchern und Papierbildchen einen Tempel gebaut, denselben mit einem nach unten halboffenen Buche eingedeckt und eine brennende Kerze in das Heiligtum gestellt. Noch zur rechten Zeit kam der Waldpeter herbei, um die auf dem Tische entstandene Feuersbrunst zu löschen. Darauf soll es keinen Sterz gegeben haben, sondern Fische. Noch erinnere ich mich an einen besonderen Tag. Ein gewöhnlicher Wochentag war's im Winter. Ich beschäftigte mich in der dunklen Futterscheune, um mit den Eisenhaken, dem Heuraffel, Heu aus den festgetretenen Stoße zu reißen und in die Stelle zu tragen. Da fiel es mir plötzlich ein, ich müsse diese Arbeit bleiben lassen, in die Stube gehen und auf dem Tische einen Altar bauen. Die Mutter war mit meinem jüngsten kranken Schwesterchen beschäftigt, kümmerte sich also nicht um mich und ich stellte aus Büchern und Bildchen den gewohnten Tempel auf, als sollten die Leute nun zusammenkommen wie am Sonntag und beten. Wie ich hernach das hölzerne Kruzifix hineinstellen wollte, tat ich es nicht, sondern ging durch die Stube zu einer Sitzbank hin, über welch ich das Kreuz mit einem Schnürchen an die Wand hing. Und da war es, als ob auch die anderen ähnliche Gedanken hätten, mitten im Werktage. Der Vater wurde ins Haus gerufen, er holte aus dem Schrank den Wachsstock hervor, zündete ihn an, doch anstatt ihn auf meinen Altar zu stellen, ging er damit ans Bettlein, wo das zweijährige Trauder lag. Sie begannen halblaut zu beten, und die Mutter netzte mit Essig die Stirn des Schwesterleins. Plötzlich hielten sie im Gebete ein. Da war es still, so grauenhaft still, wie es bisher nie gewesen auf der Welt. Dann hub die Mutter an zu schluchzen, erst leise, hernach heftiger, bis sie in ein lautes Weinen ausbrechend, sich über das Köpfchen des Kindes niederbeugte und es herzte und küsste. Das Schwesterlein aber tat nichts dergleichen, die hageren Händchen auf der Decke ausgestreckt, im Gesicht kalkweiß, mit halb geöffneten Augen lag es da. Die flachszarten Locken gingen nach rückwärts und waren noch feucht von dem Essig. Der Vater trat zu uns übrigen Kindern und sagte leise, jetzt hat uns die Trauder halt schon verlassen. »Sie ist ja da«, rief der Bruder Jackal und streckte seinen Finger aus gegen das Bett. Ihre unschuldige Seele hat der liebe Herrgott zu sich genommen, sie ist schon bei den Engelein. Wer von uns es nicht wusste, der ahnte nun, unsere kleine Schwester war gestorben. Wir huben an zu weinen, aber nicht so sehr, weil das Schwesterlein gestorben war, sondern weil die Mutter weinte. In meinem Leben hat mich nicht so sehr ans Herz gestoßen, als wenn ich meine Mutter weinen sah. Das geschah freilich selten, heute vermute ich, dass sie viel öfter geweint hat, als wir es sahen. Nun kamen die Knechte und Mägde herein, standen um das Bettlein herum und sagten mit flüsternden Stimmen Liebes und Gutes von dem Kind. Der Vater kniete zum Tische, wo, siehe da, der Altar ausgerichtet stand und begann laut zu beten. Er rief das Kreuz und Leiden des Heilandes an, seine heiligen Wunden, seine Todespein und seine Auferstehung. Er sagte den Spruch vom jüngsten Tage, wie auf des Engels Posaunenschall die Toten aus den Gräbern steigen werden. Ich sah alles vor mir, dunkel war's und dämmernd wie im Morgenrote. Der Himmel war verhüllt mit Wolken, die einen roten Schein hatten, wie Rauch über dem Feuer. Aus allen Gründen, soweit das Auge reichte, stiegen Menschen aus der Scholle empor. Ich selbst sah mich hervorgehen aus dem Sarge, neben mir die Mutter, den Vater in langen weißen Gewändern und aus einem Hügel, der mit Rosen bedeckt war, kroch, schier schalkhaft und lugend mit hellen Äuglein das Traudal und hüpfte zu uns heran. Während wir beteten, senkte die Nachbarin Katharina das Leichlein in ein Bad, bekleidete es dann mit weißem Hemde und legte es auf ein hartes Bett auf die Bank zur Bahre. Mit steifer Leinwand ward es zugedeckt, an sein Haupt stellten sie den Wachsstock mit dem Lichte und ein Weihwassergefäß mit dem Tannenzweig. Vom Altare nahmen sie die heiligen Bildchen, um solche als letzte Gabe der kleinen Traudal an die Brust zu legen. Der Vater hub an, das Kruzifix zu suchen, um es zu Häupten der Bahre hinzustellen. Er fand es nicht, bis die Nachbarin Katharina sah, dass es schon an der Wand hing, gerade über dem Leichlein. Also ist es gewesen, dass eine Stunde vor dem Sterben des Schwesterleins mir ahnungslos um eine unsichtbare Macht die Weisung gab. Gehe in die Stube, denn sie werden bald alle hineingehen. Baue den Altar, denn sie werden beten. Hänge das Kreuz an die Wand, denn es wird dort ein totes Menschenkind hingelegt werden. Wir gingen hin und schauten die Traudal an. Es ist nicht zu beschreiben, wie lieblich sie anzuschauen war und wie süß sie schlief. Und da dachte ich daran, wie sie noch wenige Tage früher, voll schallender Freude, glühend am Wänglein und glühend im Äuglein, mit uns verstecken gespielt. Sie versteckte sich immer hinter dem Ofen, verriet sich aber allemal selbst, noch bevor wir an sie herankamen durch ein helles Lachen. Bald kamen die Nachbarsleute, sie knieten nieder vor der Bahre und beteten still. Im ganzen Hause war eine große Feierlichkeit, und ich, der ich so umherstand und zusah, empfand etwas wie Stolz darüber, dass ich eine Schwester hatte, die gestorben war und solches Aufsehen und solche Weihe brachte. Nach zwei Tagen am frühen Morgen, da es noch dunkel war, haben sie in einem weißen Tüchlein die Traudel davongetragen. Wir Geschwister konnten sie nicht begleiten, denn wir hatten keine Winterschuhe für den weiten Weg nach dem Pfarrdorfe. Wir blieben daheim, und als alle laut betend davongezogen waren und das von dem Hause hinweg schwankende Laternenlicht noch seinen zuckenden Schein warf durch die Fenster in die Stube herein, stand ich, meine Geschwister schliefen noch rosam in ihrer Kammer, eine Weile vor der Bank und schaute auf die Stelle hin, wo das weiße Gestaltlein geruht hatte. Das Weihwassergefäß war noch da, und beim Morgenrot, das matt auf die Wand fiel, sah ich dort das Kreuz hängen mit dem sterbenden Christus, der nun mein einziger Genosse war in der stillen Stube. Ich nahm ihn von der Wand und begann ihn auszufragen, was die Seele des Traudels denn wohl mache im himmlischen Reich. Es ist keine Antwort auf Erden. Ich stellte das Kruzifix wieder auf den Hausaltar, der hoch im Wandwinkel war, und dort stand es in Heilgeru, es mochte Kummer sein in der Stube oder Freude, beides war oft und manchmal im raschen Wechsel, wie es schon geht auf dieser Welt. Nach Jahren, als eines Tages meine ältere Schwester mit niedergeschlagenen Augen in der Stube umging, angetan mit rosenfarbigem Kleid und dem grünen Rosmarinkamm im braunen Haar und ein schöner junger Mensch, unfern von ihr stand, sie heimlich anblickend in Glückseligkeit, hob ich meinen lieben Christus wieder einmal auf den Tisch herab, ob er vielleicht zusehen wolle, was da war und werden sollte. Da traten die zwei jungen Leute vor den Tisch hin, nahmen sich an der rechten Hand und sagten ganz leise, aber wir hörten es doch alle, wir wollen treu zusammenleben, bis der Tod uns scheidet. Auf meinem Lebenswege bin ich schon an vielen Altären vorübergewandelt, an Altären der Liebe und des Hasses, an Altären des Mammons und des Ruhmes, ich habe jedem geopfert. Aber mein Herz, mein ganzes Herz, habe ich nur an jenem einen Altar niedergelegt, der einst in der warmen Stube des Waldhauses gestanden. Und wenn ich Weltmüde, der einst weilen die Himmelstür suche, wo kann sie zu finden sein, als in dem dämmernden Wandwinkel über dem Tische, wo das kleine hölzerne Kruzifix gestanden. Kreuze habe ich gesehen aus Gold und an deren Reich, Kreuze aus Elfenbein geschmückt mit Diamanten, Kreuze, an welchem Weihe und Ablass hing, bei keinem habe ich je Gnade gefunden. Das arme Kreuz in meinem Vaterhaus wird mich erlösen. Ende von Kapitel 16 Gelesen von Alexander Rühl, Flörsheim am Main Kapitel 17 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Waldbauernbübel von Peter Roesegger Dem Andal sein Tabakgeld Der Einleger Andal hatte auf dieser Welt schon mit allem abgewirtschaftet. Er hatte einmal einen großen Bauernhof gehabt, der war verprozessiert worden. Dann hatte er noch eine silberne Uhr gehabt, die war verspielt worden. Hernach hatte er sich auf das Bauerndienen verlegt, dabei war er alt geworden. Alt, mühselig und arm. All das Bedürfnis und Glück des einst so herrischen, anspruchsvollen Mannes hatte jetzt in einer Tabakspfeife Platz. So gut hatte ihn das Leben erzogen. Schwerhörig und halbblind, den Krampf in den Händen und die Gicht in den Füßen. Wenn's nur in der Pfeife gloste und er am Rohre sog, so machte er keinen Einwand und war in säuerlich-süßer Laune. In die Kirche gehen wollte er manchmal, denn der Andal stellte sich vor, er habe sein Lebtag hübsch-christlich gelebt, und so mochte er den guten Brauch in den alten Tagen nicht gerne abkommen lassen. Aber die Gicht, das war ein höllisch-gottloser Kamerad, die hinderte ihn an dem Besuche des Amtes und der Predigt, und so wimmerte der Alte manchmal in einer frommen Sehnsucht, »Wenn ich nur wenigstens ins Dorf zum Tabakkrämerkant kommen!« Auch das war ihm versagt, und so wendete er sich eines Tages zu mir, der ich ein Knabe war in demselben Hause. »Heut ist der heilige Christtag schon wieder,« sagte er, »gehst du in die Kirchen, Peter, so sei halt barmherzig und trag mir mein Vermögen mit. Kauf damit beim Kramer drei Packeln Tabak, Ordinären, kriegst acht ganze Kreuzer heraus, und bring mir alles fein und fleißig heim. Nachher bist du dafür brav eine ganze Woche lang.« Damit gab er mir einen Silberzwanziger, den er am heiligen Abend vom Armenvater als seinen Teil des eingegangenen Armengeldes erhalten hatte. Ich war nämlich gerne bereit, mein Bravsein auf eine ganze Woche lang zu versichern, übernahm den Auftrag und ging in die Kirche, wo ich hübsch noch zum Rosenkranz zurechtkam. Ich war schon zur selben Zeit manchmal sehr andächtig und schon zur selben Zeit manchmal gegen die unrechte Seite hin. Als das Hochamt kam, auf dem Chore die Pauken und Trompeten schallten, am kerzenumstrahlten Altare der Pfarrer stand und die Messe las, huben die Leute plötzlich an, in ihren Stühlen aufzustehen, und begannen, nicht bloß die Weiber, auch die Männer, im Gänsemarsch durch die Kirche zu wandeln, um den Hochaltar herum und dann wieder zurück in die Stühle. Der Opfergang An hohen Festtagen pflegten nämlich die Leute während des Amtes einen solchen Rundgang zu machen, um an dem Altare im Angesichte des Pfarrers auf einen dafür bereitstehenden Zinnteller kleine Geldgaben für die Kirche hinzulegen. Ich hatte mich an solchem Opfergange jedes Mal beteiligt, um entweder im Auftrage meines Vaters oder aus eigenem Antriebe einen oder ein paar Kreuzer auf den Teller zu legen. Machte dabei auch allemal eine gute Meinung, sei das Opfer nun zur Erlangung eines fruchtbaren Jahres oder zur Genesung eines Kranken oder um Segen für ein anderes. Irgendetwas wollte ich für meinen Kreuzer haben. Hatte doch der Pfarrer einmal gepredigt, es wird alles vergolten, geschenkt braucht der Herr des Himmels und der Erde nichts von euch. Natürlich erhob an diesem Christtage auch ich mich und schloss mich der Reihe an, in welcher jeder und jede unterwegs zum Altar in den Sack griff und aus dem Geldtäschlein die Münze hervornestelte. Auch ich suchte nach meiner Gabe, und nun stellte es sich schreckbar klar heraus, dass nicht ein einziger Kreuzer in der Tasche war. Der Silberzwanziger des Einlegers Andal war das Ganze um und auf, sonst nicht ein Pfennig und nicht ein Knopf. Wieder umkehren zu meinem Stuhl? Sie hätten mich heidenmäßig ausgelacht. Ruhig in der Reihe bleiben und ruhig am Zinnteller vorbeitrotten, als ob er mich nichts anginge. Der Pfarrer stand aber daneben und konnte jedem auf die Finger sehen. Meine Finger unter dem Rock wollten sich bereits an einem Hosenknopfe vergreifen. Aber diese Knöpfe waren nicht mehr von Messing, wie einst in der guten alten Zeit, sondern von schwarzem Hornbein, also für den Teller vollkommen unmöglich. Vor Gott hätte ich mich nicht gefürchtet. Einer, der den Willen fürs Werk nimmt, hätte auch einen Hosenknopf für den Groschen genommen. Aber der Pfarrer... In solcher Bedrängnis flüsterte ich dem Nachbar, Feitelbrunner, zu, der just vor mir ging, ob er mir nicht um Gottes Willen einen Kreuzer borgen wollte. »Ah, du wärest schlau!« flüsterte der Feitelbrunner zurück. »Ausgeliehnes Geld opfern! Damit wäre es freilich keine Kunst, sich den Himmel zu kaufen!« und schaute seitab. Also kein anderes Mittel mehr, als sich vergreifen an fremdem Gut. Ehe ich mich der Gefahr aussetze, dass der Pfarrer auf mich deutend laut rufen könnte, »Was läufst denn damit, wenn du nichts gibst?« und die Leute alle ihre Hälse reckten, um den zu sehen, der mitläuft und nichts gibt, ehevor opfere ich das Tabaksgeld des alten Andal. Länger zu überlegen war überhaupt nicht mehr Zeit. So himmlisch langsam die Reihe sich auch voranbewegt hatte, endlich war ich doch am Zinnteller. Den Silberzwanziger erkrabbelte ich rasch im Sack und legte ihn drauf. Nachher ging's wieder zurück zu meiner Bank. Jetzt wartete ich auf ein Wunder. Der Herr hat's gesehen, wohin der Zwanziger gelegt worden ist. Er weiß auch, dass der alte Andal keine Freude hat auf der Welt, als das bisserl Rauchen. Und endlich kann sich's jeder denken, was mir bevorsteht, wenn ich ohne Tabak und ohne Geld heimkomme. Das Wunder braucht ja nicht so groß zu sein, wie etwa die Speisung von 5000 Mann in der Wüste. Nur ein ganz kleines Wunderlein in der Größe eines Silberzwanzigers. Nein, nichts. Der Sack war leer und blieb's. Gut, denke ich, wie das Amt aus ist und wir vor der Kirche so ein Weilchen umherstehen, ohne zu wissen, warum. Wenn Gott kein Wunder wirken will, so muß der Mensch eins versuchen. Zum Krämer ging ich hinein, hauchte mehrmals recht stark auf die Fingerspitzen, weil sie froren, und als man fragte, was ich wünsche, antwortete ich, drei Packeln Tabak, ordinären. Und als ich sie hatte, Dankschön, bezahlen werde ich sie am nächsten Sonntag und zur Türe hinaus. Der Krämer mochte mir wohl ein wenig verblüfft nachgeschaut haben, weiter war aber nichts, und das Wunder war geschehen. Einem jungen Lecker hatte der Mann drei Packeln Tabak geborgt. Gut, als ich nach Hause kam, ward ich schon mit Spannung erwartet vom alten Andal. Zu Weihnachten sind ja die Rauchnächte, keitelte er. Wenn der Mensch nichts zu rauchen hätt, das wär so was. Mit einer ganz niederträchtigen Ruhe gab ich den Tabak ab. Das erste Packel, das zweite und das dritte. Der alte hielt aber immer noch eine hohle Hand her. Drei hast gesagt, soll ich bringen, da sind sie. Drei, wohl, wohl drei, sagte er. Geht schon aus, drei Packeln. Und was du herauskriegt hast? Yeses, die acht Kreuzer. Wie nach einem Donnerschlag, so war mir die Zunge gelähmt. Natürlich, wenn man nicht weiß, was zu sagen ist. Eingefallen wär's mir im Augenblick. Teurer ist er worden, der Tabak, oder einen ordinären haben sie nicht gehabt, da hab ich einen besseren genommen. Aber, fiel mir noch rechtzeitig bei, mit einer Lüge machst du dein Christopfer nicht wett. Die Wahrheit kannst zwar auch nicht sagen, wenn du nicht als ein unerhört dummer Junge dastehen willst. Da lass es lieber auf ein zweites Wunder ankommen. Andal, sagte ich sehr laut, die acht Kreuzer möchtest mir wohl schenken zum Botenlohn. Ich werde dir schon einmal was schenken, antwortete der Alte. Meine Gicht, wenn du magst. Aber die acht Kreuzer brauch ich selber. Gib sie nur her. Andal, ich hab sie nicht. Mein Sack hat ein Loch. Ach so, verzettelt hast sie, sagte der Alte. Na, nachher kannst mir sie freilich nicht geben. Er klopfte sich die Pfeife aus und abgetan war's. Ein Loch hatte mein Sack wohl, sonst könnte man nichts aus und eintun. Aber redlich war's nicht von mir und mein festes Vornehmen war, dem Einleger seine Sach zu vergüten, sobald als möglich. Sobald als möglich. Woher denn nehmen? Wie ein Stabsoffizier, so stak ich jetzt mitten in Schulden. Und der Silberzwanziger lag im Kirchenschatz und rührte sich nicht. Nach Neujahr hub wieder die Schule an, die ich auf ein paar Wochen besuchen durfte. Allein ich ging nicht auf geradem Wege zu ihr, sondern auf weiten Umschlichen durch die Wildgärten. Der gerade Weg führte nämlich am Krämer vorbei. Dieser stand wohl einmal vor dem Schulhause, als ich eintrat, schaute mich auch so ein wenig krumm an, sagte aber nichts, und ich trachtete, dass ich ihm aus den Augen kam. Da war es eines Tages nach der Schule, dass mir der Lehrer auftrug, ich sollte in den Pfarrhof gehen. Der Hochwürdige hätte etwas mit mir zu sprechen. Jetzt, dachte ich, jetzt geschieht das Wunder, er gibt das Geld zurück. Doch der Pfarrer, als ich vor ihm stand, machte nicht jenes Gesicht, wie man es hat, wenn man Geld zurückgeben will. Sehr strenge blickte er mich an, dass ich gleich wie ein armer Sünder meine Augen zu Boden schlug. Peter, sagte er endlich mit einem Gemisch von Ernst und Güte, denn er war mir sonst nicht schlecht gewogen. Peter, mache jetzt keine Geschichten. Gib die Pfeife her. Die Pfeife? fragte ich ganz treuherzig. Gib sie nur her und leugne nicht. Du rauchst. Nein, Herr Pfarrer. Ich habe einstweilen deinem Vater nichts gesagt. Wenn du das Zeug willig hergibst und mir versprichst, das Laster sein zu lassen, so braucht's das Schlagen nicht. Ich tu aber nicht rauchen, rief ich laut. Da hob er den Finger und sagte, Aufs Erste, ein zweites Laster, mich deinen alten Katechiten belügen. Du bist verraten. Wer hat's gesagt? begehrte ich auf. Der Krämer selber, bei dem du den Tabak holst und schuldig bleibst. Hell aufgelacht habe ich jetzt und nachher sachte angefangen zu weinen. Also, siehst du, siehst du's jetzt ein? fragte er fast freundlich. Nun musste freilich alles heraus. Den Tabak beim Krämer habe ich nicht für mich gekauft, sondern für den Einleger Andal, der hat mir wohl einen Silberzwanziger mitgegeben. Und was hast du damit gemacht? Ich wollte etwas erwidern, stotterte aber nur. Heraus mit der Farbe, rief der Pfarrer. Was hast du mit dem Silberzwanziger gemacht? Am Christtag auf, auf den Zinnteller geworfen. Auf den Opferteller? Du? Du wärst es gewesen, der den Silberzwanziger hingelegt hat. Und Geld, das nicht dein Eigen war. Was fiel dir denn ein? Weil ich keinen Kreuzer hab im Sack gehabt und so viel geschämt. Flennen nicht, Peter, sagte nun ruhig der Pfarrer. Wenn es so ist, ändert sich die Geschichte. Habt den Tabak müssen schuldig bleiben und bin auch dem Andal noch schuldig davon, schluchzte ich, wahrscheinlich mit dem Ärmling über die Augen fahrend, weil so ein Junge selten ein anderes Taschentuch hat. »Narr, narr«, lachte der Pfarrer, »dem lieben Herrgott hast du das Geld gegeben und er hat dich sitzen lassen.« »Ja«, deutete ich mit dem Kopf. »Das scheint nur so, mein Junge«, sagte er und strich mit der Hand mir das Haar aus der Stirn. »Der liebe Herrgott lässt keinen sitzen. Besser verzinst keiner als der. Peter, mich hat's nach der Durchsicht der Opfergaben ohnehin gewundert, daß in meiner Gemeinde einer ist, der um einen ganzen Silberzwanziger Vertrauen zum lieben Gott hat. Konnte mir's aber nicht denken, wer. Jetzt haben wir ihn. Und da haben wir noch einen.« Der Pfarrer machte seine Geldtasche auf, nahm mit zwei Fingern zierlich einen Silberzwanziger hervor. »Es ist zwar nicht der Nämliche. Dem Herrn wollen wir das Seine lassen. Es wächst sich bei ihm auf höhere Zinsen aus, wenn du brav bleibst. Den da, den nimmst von mir und bezahlst deine Schulden. Und wir zwei, die wir heute nähere Bekanntschaft miteinander gemacht haben, wollen gute Freunde bleiben. So, jetzt kannst's zum Krämer gehen.« Der Krämer fand es ganz selbstverständlich, dass ich meine Schuld beglich. Nicht so aber der alte Andal. »Du willst mir da die Acht Kreuzer erstatten?« rief er barsch aus, als ich ihm die Münzen vorhielt. »Lump, Kleiner! Du wirst es weit bringen, wenn du allemal deine Schulden bezahlen willst. Ja, ja, ich nehm's schon. So was kann ich brauchen. Aber für ein andermal sei gescheiter.« Schulden habe ich später noch oft gehabt, aber gescheiter, wie es der alte Andal gemeint, bin ich nicht gewesen. Er selber war mir ein zu schlimmes Beispiel von dem Erfolg seiner Grundsätze, dass ihm nichts war geblieben als ein bisschen Tabak und ordinärer. Ende von Kapitel 17 Kapitel 18 Das Waldbauernbübel von Peter von Peter Rossecker Kapitel 18 Die Zerstörung von Paris und andere Missetaten Ich habe Ich habe als Kind mir meine Welt, die von Natur höllisch klein war, auseinandergedehnt, wie mein Vetter Simmerl den Katzenbalk, aus dem er sich einen Tabaksbeutel machen wollte. Und es ist bei Gott ein Sack daraus geworden, in welchem all die unglaublichen Fantastereien einer ungezogenen Bauernbubenseele voll auf Platz gehabt haben. Wie ich mir später die Bücher, die ich nicht kaufen konnte, selber machte, so habe ich mir auch die größten Städte der Welt, die ich nicht aufsuchen konnte, selber gebaut. Die jahrelange Kränklichkeit meines Vaters verschaffte mir das Baumaterial. Die Hustenpulver vom Doktor, der spanische Brusttee vom Kaufmann, die Medizinflaschen vom Bader waren stets in gutes, oft sogar schneeweißes Papier eingeschlagen. Aus diesem Papier schnitzte ich mit der Nähschere meiner Mutter oder wenn ich diese schon zerbrochen oder verloren hatte, mit jener der Markt, allerlei Häuser, Kirchen, Paläste, Türme, Brücken, bog sie geschickt zur passenden Form und stellte sie in Reihen und Gruppen auf den Tisch. Das gesuchteste Material hierfür waren wohl die alten Steuerbücheln mit ihren steifen Blättern und es kam freilich vor, dass über der ganzen Hauptfronte eines Herrenpalastes das Datum der Schuldigkeit stand oder ein Kirchturm anstatt Fenster und Uhren nichts als lauter Posten der Abstattung hatte. Als es aber ruchbar worden war, dass ich meine Prachtbauten mit den blutigen Steuersummen der Bauern aufführe, da gab es eine kleine Revolution, in der mein Vater einmal mit der flachen Hand mir einige öffentliche Gebäude unter den Tisch hinabwischte. Eines Tages ging ich einer Hirtenangelegenheit wegen ins Ebenholz hinaus. Ich hatte die Magd ersucht, ob sie mir nicht ihre heilige Monika mit in den Wald leihen möchte. Du lieber Nerisch, hatte die Magd geantwortet, wenn sie nur ganz wäre, aber es ist mir die Maus dazu gekommen. Was übrig blieben ist, das magst haben. So nahm ich das Büchlein von der heiligen Monika mit in das Ebenholz, aber als ich in demselben zu lesen begonnen hatte, hub im Sack die Nähschere meiner Mutter zu sticheln an, ob ich die Geschichte von dieser heiligen denn nicht schon längst auswendig wisse, ob die Maus nicht etwa schon das Beste weggenagt hätte, ob ich mir für diese grauen und angefressenen Blätter eine bravere Verwendung denken könne, als daraus die schöne Weltstadt Paris zu bauen. Ich wollte der alten Nähschere meiner Mutter nicht widersprechen. Nun stand zur selben Zeit im Ebenholz noch die alte Schlagerhütte, die einst ein Bauernhäuschen gewesen und zwischen dem jungen Fichtenanwuchs verlassen und öde hocken geblieben war. Die Fenster waren ohne Gläser, die Tür war aus der Angel gehoben und auf der Schwelle wuchsen Brennnesseln. Die Luft in der Hütte roch ganz moderig und jedes Geräusch wiederhalte grell an den Wänden, als wollte das alte Zimmerholz mit dem Eintretenden also gleich ein Gespräch führen. Mir war dieser Bau unheimlich gewesen, bis zu jenem Tage, da mich und unseren Knecht Markus im Wald ein scharfer Wetterregen überraschte und wir uns in die Hütte flüchteten. Seither war mir die Hütte heimlich und nun ging ich ihr zu, setzte mich an den großen wurmstichigen Tisch und schnitzte aus den Blättern der heiligen Monika die große Weltstadt Paris. Ich stellte die geschnitzten und zurechtgebogenen Häuser in langen Gassenreihen auf und die Gassen und Plätze bevölkerte ich mit blauen Heidelbeeren und roten Preiselbeeren. Erstere waren die Männer, letztere die Frauen. Um das Königsschloss postierte ich Reihen von Stachelbeeren. Das waren die Soldaten. Als der Tisch voll geworden war hinschaute auf die vieltürmige Stadt und ihre belebten Gassen, die ich gegründet und wie ein Schutzgeist beschirmte, dachte ich, die Männlein und Weiblein tun zu viel miteinander um. So soll über diese Stadt einmal eine Straf Gottes kommen. Ein Sturm Wind? Ich blies drein. Hai purzelten ganze Häuserfronten über und über. Sie wurden wieder erbaut. Da endlich aber der Abend kam und meines Bleibens in der Hütte nicht mehr länger sein konnte, sah nicht nach, wie ich die Stadt Paris am großartigsten zugrunde gehen lassen könnte. Eine Feuersbrunst? Es waren gerade die Streichhölzer aufgekommen und ich trug ein Päckchen im Säckel. Das Feuer entstand mitten in der Stadt und nach wenigen Sekunden standen ganze Viertel in Flammen. Die Bevölkerung war starr vor Schreck, das Feuer wogte hin Da der Königspalast verschont bleiben zu wollen schien, so blies sich die Flamme gegen denselben hin. Wehe, da flogen die brennenden Häuser über den Tisch und auf den Fußboden, wo in der Ecke noch ein Bund Bettstroh lag. Jetzt wurde der Spaß ernst. Das Papier hatte so still gebrannt, das Stroh knisterte schon vernehmlicher und ein greller Schein erhellte die Hütte. Ich wollte eben davon reinsprang und mit einem buschigen Baumwipfel das Feuer totschlug. Knecht Markus war verschwiegen, war ein Ehrenmann, aber das sagte er mir, wenn ich mich mit Sängen und Brennen auf den Etzel hinausspielen wolle, so täte er es dem Kaiser schreiben, dass er mich rechtzeitig köpfen lasse. Von diesem Tage an habe ich keine Stadt mehr gegründet und keine mehr zerstört. Ich ging von der Baukunst zur Musik und Malerei über. Ich hatte bei herumziehenden Musikanten, die vor unserer Haustür uns das Leben schön machten, allerlei Seiteninstrumente kennengelernt. Ich hatte einen alten Hafenisten nach Beendigung seines Ständchens sogar einmal angesprochen, ob er es für einen Sechser erlauben könne, dass ich mit ihm zum nächsten Nachbar gehe, um sein Spiel dort noch einmal zu hören. Worauf der Künstler antwortete, für lange ich wolle. Damals ist mir der ganze Wert unserer legierten Silbersechser zum Bewusstsein gekommen. Nun hatten wir aber an jenem Tage in unserer Stube einen alten brummigen Schuster und der hatte gerade seinen Kopfweh-Tag. Als ich dann vor dem spielenden Musiker die Hände in den Hosentaschen dastand, die Zehen in den Sand bohrte, gleichsam als und ließ einen tollen Fluch fahren über das verteufelte Geklimper. Mitten in der Herrlichkeit brach der Hafner das Spiel ab. Für einen solchen Bass sei sein Instrument zu fein, meinte er, rückte die Harfe auf den Buckel und ging davon. Seit jenem Tage schreibt sich mein Hass gegen die Schuster, die ihren Kopfweh-Tag haben. Die Harfe ging mir nicht aus dem Kopfe. In unserem Rübenkeller stand ein altes Fässchen, das mein Vater beim Stockerwirt allemal für die drei Faschingstage mit Apfelmost füllen ließ. Nun war es längst leer und diese Leere kam mir zu statten. Ich stülpte das Fässchen auf, zog über den Boden Zwirnsfäden wie Seiten, so dass diese je nach ihrer Länge einen verschiedenen Ton Umgaben, wenn ich sie mit dem Finger berührte. Da hatte ich ein Seiten Instrument mit dem respektabelsten Resonanzboden. Doch erinnere ich mich nicht mehr, inwiefern ich damit meinen musikalischen Hang ausgebildet habe. Ich weiß nur, dass zum nächsten Fasching, als ich unseren tanzlustigen Mägden auf meiner Harfe was aufspielen wollte, wieder frischer Most in dem Fässchen war. In den selben Jahren hatte ich mit einem jungen Studenten Bekanntschaft gemacht, mit dem Söhnlein eines Nachbars, welches in Graz auf geistlich studierte, auf die Vakanzen stets nach Hause kam und Reichtümer mitbrachte. Ich erwarte mir des Studenten Gunst, indem ich ihn öfters auf unseren Schwarz Kirschbaum lud, wo es zu schnabulieren gab. Der Student riss zwar ein um das andere Ästlein ab, um einem angehenden Priester dürfe man nichts verwehren, er würde dereinst den Kirschbaum schon in sein Messopfer einschließen, dass er gedeihe und immerwährend fruchtbar sei. Der Student war für solche Rücksichten erkenntlich und stellte mir all seine Bücher, Landkarten, Schreib- und Zeichensachen zur Verfügung. Als sich der angehende Theologe mit den Büchern auf sein Hirtenamt vorbereiten sollte, übte ich mit ihnen das meine bereits aus. Doch ließ ich meine Kühe und Ochsen Rinder sein, lag im grünen Grase und las. Oh, ihr armen Bücherwürmer in den staubigen Bibliotheken, ihr habt gar keine Ahnung davon, was im Waldschatten ein Buch ist. Viele Bücher würden leicht auch den im Walde liegenden beunruhigen, verwirren und entmarken, aber ein Buch genießt man dort ganz aus und gedeiht dabei. Ich reich an Gedichten und Aufsätzen von deutschen Dichtern. Ich konnte es nicht einmal ganz verstehen, aber es wirkte tiefer auf mich als alle spätere Leserei zusammen. Als die Kirschen alle waren und die Blätter des Baumes gelb wurden, packte der Student seine Bücher zusammen und ging wieder in die Studie. Einmal ließ er mir ein Kästchen mit Wasserfarben zurück. Jetzt schnitt ich mir eine kleine Haarlocke vom Haupte, band sie an ein Stäblein und mit solchem Pinsel begann ich zu malen. Eine große Anzahl der heiligen Bildchen, die heute noch in verschiedenen Gebetbüchern der Gegend zu finden, ist mit meinem Haar gemalt worden. Die Leute haben sich hell verwundert, wenn sie mir zugeschaut und gesehen, wie man mir nichts, dir nichts, die Mutter Gottes macht. Einmal kam der alte Schneiderjacke, Küster von Krieglach, in unser Haus, um den Pfarrer zehend abzuholen, der sah mich malen. Na, sagte er fortwährend, aber da gehört was dazu, jetzt mal so ein kleiner schlingelter himmlische Leut, und dass es eine Form hat, ein hellrotes Gwandlein schönes, ein Gesicht, wie er aber das Gesichtl macht, die ganze Fleischfarb und Göscherl und die Augen, die blauen, wie sie auslugen, Spitzbub du. Freilich, den heiligen Glanz auch, na, der darf nicht fehlen. Wäre nicht ganz, wenn der fehlen tät. Schon eine Menge so Bildeln hast da. Bist aber ein Kreuzköpfel, du musst schon ein Maler werden. Alles von dir selber hast gelernt? Ist viel, ist viel das. Schau, das tät's nicht, die Bildeln muss sich alle mitnehmen, es tät nicht anders, die müssen ihre heilige Weih kriegen. Dank dir Gott, Schwarz Künstler Kleiner. Vor meinen Augen tat er die Bildchen, es waren deren allerlei und eine große Anzahl, zusammen, schob sie in seinen Sack und ging davon. Mir blieb der Verstand stehen. Aber mir schwoll der Kamm, als ich bald darauf hörte, der Küster hätte bei seiner Wallfahrt mit der Krieglacher Kreuzschar nach Maria Zell meine heiligen Bilder am Gnadenaltar weihen lassen und sich hiernach an die Wallfahrer verteilt. Unter anderem ist später auch der alte Riegelberger in den Besitz eines solchen Heiligtums gekommen. Er soll es allemal, so oft er sein Gebetbuch aufschlug, geküsst haben. Als er es aber erfuhr, von wem das Bildchen herröhre, ist er schnurgerade in unser Haus gegangen und hat mich zur Rede gestellt, warum ich mit heiligen Dingen Frevel treibe, ob ich es vielleicht leugnen wolle, geweihte Sachen hätte ich gemalt. Ja, sagte ich, wenn ihr das Kalb auf den Kopf stellt, wird es freilich den Schweif in die Höhe recken. Willst mich höhnen, Bub? Die Bilder sind zuerst gemalt und nachher geweiht worden. Es hielt schwer, ihm die Sache begreiflich zu machen Ein andermal hatte ich mit dem selben Manne eine viel gefährlichere Begegnung. Es waren zur Zeit noch die kleinen Papierzähner im Land. Ein solches Notlein habe ich wundershalber einmal nachgemacht. Dem Knecht Markus kam es zu Augen, der schmunzelte das Streifchen an und ersuchte mich, dass ich es ihm ein wenig leihe. Einen Tag später begegnete ich auf dem Feldwege dem Riegelberger. Er grinste mich schon von Weitem an und lächelte mir dann freundlich zu Büberl du wirst aufgehängt. Ihr meint weil ich die heilige Magdalena gemalt hab? Oh die lasst keinen hängen aber die falschen Banknoten Ja lieber Freund einen habe ich von dir in der Brieftasche und gehe gerade mir jetzt dafür Tabak kaufen. Ich denke dass ich über diese Mitteilung sehr erschrocken bin aber in demselben Augenblick ist mir ein Gedanke durch den Kopf geflogen den ich einfing weil er mir nicht schlecht vorkam Erschrocken bin ich nur weil ihr den schrecklichen Frevel begehen wollt Möcht wissen wieso ich das Papier das ihr von mir in der Brieftasche habt ist unter meine heiligen bilder gekommen ist in zell geweiht worden das geld nimmt keine weih an versetzte der regelberger das geld freilich nicht das weiß ich aber mein zehner ist keins und ihr wollt euch für geweihte sach tabak kaufen ist schon recht probiert es nur werdet schon sehen wie euch ein solcher Tabak in die nase beißen wird du pup rief er wenn du alleweil nur leut foppen willst er zog die brieftasche hervor das papier streifchen heraus auch den tabaks beutel und sagte auf ein pfeiferl habe ich noch in der blader was gibst mir zu lohn wenn ich mir das pfeiferl mit deinem neuen zehner anzünde dir zu gnaden tu ich's und jetzt geh und arbeit was bist schon groß genug dazu ich wenn ich dein vater wäre wollte deine farbeleien und schmierereien schon vertreiben arbeiten dass die schwarten krachen ist gescheiter es ist doch der beste rat gewesen den er mir hätte geben können er ist auch gar bald befolgt worden aber in den feierabend stunden habe ich meine kindischen spiele und künstlerischen beschäftigungen getrieben weit über die kindesjahre hinaus und wenn ich meine heutigen taten betrachte es ist alles nur versuch und spiel es war ein kleines kind es ist ein großes kind ich bin damit zufrieden Ende von Kapitel 18 Kapitel 19 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Waldbauernbübel von Peter Rosegger Der Ehrentag des Federschneiders Am Frauentage im Advent, noch in dunkler Morgenstunde, gingen sie in die Kirche zum Engelamt, der Toni, der Seppel, der Festel, der Hansel, die Jola, die alte Kundel und der Schneider, der Federschneider genannt, weil er immer wie auf Federn ging und hüpfte, weil er federleicht in den Lüften schwebte und eigentlich nie zur Erde fiel. Auch wenn er im Rangeln und Ringen hingeschleudert wurde Gleich einem losgelösten Federlein schwamm er in allen vier Winden dahin, und hängen blieb er nur am Faden seiner Werkstatt und manchmal an den Haarflechten eines rundwangigen Dirndls. Also dieser Federschneider war auch dabei Als sie auf dem eisigen Steg über die Fräsen gingen, tat die alte Kundel einen Schrei, und Plätsch lag sie auch schon im Wasser. Sofort wollten die Burschen heldenmütig in den Bach springen, um das arme Weiblein zu retten, aber der Toni sagte, das Wasser sei zu kalt, man könne sich leicht eine schwere Krankheit holen. Der Seppel meinte, der Fluß sei zu tief, man sinke gewißlich unter. Der Festel meinte, wenn weiterhin das Eis nicht wäre, aus welchem der etwa unterhalb hineingeratene Christenmensch nicht hervor könne, so würde er es sehr gerne wagen, die Ertrinkende zu retten. Und der Hansel glaubte, es sei ohnehin schon zu spät. Der Federschneider sagte, »Na wart, alte, dich will ich bald haben!« Lief das Ufer entlang bis zur Stelle, wo das Weiblein wie eine dunkle Kugel dahin ran, dort stürzte er sich ins Wasser, und bald hatte er seine Beute im Trocknen. Beleuchtet wurde der Hergang vom untergehenden Mond. Der Toni und der Seppel und der Festel und der Hansel trugen die alte Kundel in die warme Stube des Müllers und spielten sich bescheiden als die Retter auf. Nur die Jula wollte wahrhaben, daß es der Schneider gewesen sei. »Ha, der Federschneider«, lachten sie, »für den ist's freilich keine Kunst, ins Wasser zu hüpfen. Der kann nicht untergehen, den tragt der Wind allemal wieder in die Höhe. Die Weilen schwepperte der pudelnasse Schneider mit den Zähnen, bis ihn die Müllerin ins Ehebett legte. Für ihn war's aber keins, und so schlummerte er ein. Drei Wochen später war beim Stockerwirt ein Fest. Auf der Kanzel war es bekannt gemacht worden, am unschuldigen Kindertag solle die Gemeinde, Gott und einem Menschen zu ihr, auch einmal eine weltliche Lustbarkeit abhalten. Die Leute möchten zusammenkommen, am Nachmittage beim Stockerwirt. Dort würde gesungen, gegeigt und geblasen werden, und der Bezirksvorsteher von voran würde sich einfinden, um dem braven Justus Alland die von einem Wohltäter gestiftete Rettungsmedaille an die Brust zu heften. »Dem Justus Alland? Wer ist denn der?« fragten die Leute einander. »Jesseleß, das ist ja der Federschneider, der die alte Kundel aus dem Bach gefischt hat. So, der kriegt einen Stern auf die Brust? Wie der Kaiser Josef einen hat gehabt, wenn er den Mantel auseinandergeschlagen hat. »Na, was Sie mit so einem Schneider für Geschichten machen! Hätt unser einst das bissl Weibsbild herausgezogen, da tät gewiß kein Hund weiter einen Bella machen deswegen.« Aber ein anderer gab das Wort aus, »Dabei wollen wir doch sein, wenn der Schneider gefoppt wird.« Und so ist am unschuldigen Kindertag ein großer Zusammenlauf gewesen beim Stockerwirt am Alpsteig. Auch von unserem Hause war alles dort, selbst Vater und Mutter, die sonst nie ins Wirtshaus gingen, denn der Vater hatte kein Geld und die Mutter keinen Durst, und bei solchen Zuständen ist's daheim kurzweiliger als im Wirtshaus. Aber diesmal, so meinte mein Vater, diesmal müsse die Tapferkeit estimiert werden. Wenn man schon den Soldaten ein Ehrenfest gibt, die vom Leutumbringen heimgekommen, so wird man einem Lebensretter auch was Rechtschaffenes antun dürfen. Dazu fügte es sich, daß der Schneider Justus für die nächste Woche bei uns auf die Stär geladen war. Da sollte er nicht sagen dürfen, der Waldbauer, dem er das Gewand mache, hätte sich bei seinem Ehrentag nicht blicken lassen. Wir hatten an demselben Tage Besuch erwartet. Der Jagerschwager vom Pusterwald hatte Post schicken lassen, er wolle um die Weihnachtsfeiertage zu uns kommen, um einmal meiner Mutter ihr kleines Kinderwerk anzuschauen und vielleicht auch das Schneiderfest mitzubegehen. Der Jagerschwager kam aber nicht an demselbigen Tage. Die Mutter ging erst gegen Abend zum Stockerwirt, nachdem sie die Haustiere und uns Kinder abgefüttert hatte und Anordnung getroffen, wie wir das Nachtgebet sprechen, dann das Licht auslöschen und hübsch ins Bett gehen sollten. Ich, damals schon so groß, daß man zwei Wickelkinder aus mir hätte machen können, wurde daher aufgestellt zum Verwalter über meine drei jüngeren Geschwister. Das gab mir für den Abend unermessliche Vorteile. Ich durfte nach Herzenslust auf dem Kopfe stehen, was sonst verboten war, seitdem damals mit den Füßen in der Luft ein Fenster in Scherben geschlagen worden war. Ich durfte unbedenklich der Schwester Plonall einen Husarenschnurrbart unter das Naselein malen, und ich durfte die Lebkuchen aufessen, die uns drei Tage vorher das Christkind in alle Hosen und Rocksäcke gesteckt hatte, während wir geschlafen in der heiligen Nacht. Aber siehe, mein Leser, der Ehrgeiz! Nun stellte ich die Verwaltungswürde höher als die persönlichen Neigungen und blieb durchaus anständig. Ich machte meinen Geschwistern sogar den Vorschlag, für diesen Abend auch die schönen und guten Lebkuchen zu schonen, denn sobald der süße Kuchen mit den weißen Mandeln verzehrt sei, hätten die Weihnachten ein Ende, und darum predigte ich jetzt Entsagung. Meine Geschwister zeigten sich einverstanden, aber nicht leichten Herzens, und die kleine Plonall hub schon an, den lebzeltenen Reiter mit den weißen Zuckerstriemen abzulecken, woraus die Entwicklung eines intimen Verhältnisses zu befürchten war. Mit nachgerade väterlichem Ernst nahm ich ihr den Reiter aus der Hand, und die Kuchen wurden alle in ihre Schüsselchen und Körbchen gelegt und auf den Kasten gestellt. Hernach forderte ich meine Untergebenen auf, hübsch vor dem Tische niederzuknien und ihre Abendgebete zu beten. Ich tat desgleichen und kam mir dabei großartig vor. Bald darauf losch ich vorschriftsmäßig das Licht aus, und wir krochen in unsere Bettchen. Meine Geschwister waren bald daheim beim himmlischen Vater und seinem Christkinde. Ich hatte die Augen noch eine Weile offen und betrachtete das blasse Schneelicht, das zu den Fensterchen hereinschimmerte. dachte auch an den tapferen Schneider, der sein Kreuzlein oder Sternlein oder was weiß ich schon an der Brust haben werde, zum Andenken, daß er gleichsam einen Menschen wieder erschaffen hat, der schon des Todes gewesen. Allerdings war diese Schöpfung ein altes, runzeliges Weiblein, während Gott lauter kleine, herzige Kinder erschafft. Aber für den Federschneider ist das schon viel. Es knarrte die Haustür. Mein Schrecken war nicht sehr groß, weil ich dachte, daß Vater und Mutter hereintreten würden. Es waren aber nicht die bekannten sicheren Schritte, was jetzt langsam durch das Vorgelass siffelte, sich manchmal dumpf polternd an den Flaxtruhen und Krautkübeln stieß, und es war nicht die Hand des Vaters, die jetzt tastend die Klinke der Stubentür fand. Langsam ging diese auf, aber in der Dunkelheit konnte ich nicht sehen, wer da hereinkam. Es war ein unheimlicher Jemand, der jetzt neben dem Uhrkasten wie lauernd stehen blieb. Dann pochte er mit einem Stock auf den Boden und nun hub eine schauerlich fremde Stimme an, zu knurren, »Ist denn da keine Menschenseel daheim, oder ist das alte Waldbauernhaus einmal ausgestorben?« Dann lauerte er wieder. Endlich hub er an, mit Stahl und Stein Feuer zu schlagen, und beim Blitzen der Funken sah ich ein großes, glutrotes Gesicht mit weit auseinandergezogenem Mund und fletschenden Zähnen. Eine Erscheinung, wie ich sie noch mein Lebtag nicht gesehen hatte. Mein erster Gedanke war, Menschenfresser. Die Hammerschläge meines Herzleins hüpften bis in die Schläfe hinauf. Zu sterben war ich allenfalls entschlossen, denn ich hatte damals schon von dem Gerüchte gehört, daß alle Menschen sterben müßten. Aber aufgefressen zu werden, das war mir äußerst peinlich. Plötzlich hatte er Licht gemacht, und nun stand das Ungetüm in seiner ganzen Wesenheit da. Es war beiläufig so groß wie ein Mensch, hatte auch Füße, die in Wadenstrümpfen und Bundschuhen starken, hatte Hände, deren eine den Stock und deren andere ein Bündel trug. Den Kopf bedeckte ein breitkrempiger, hoher Spitzhut mit mächtigem Federstoß. »Hassassin«, rief der Fremde jetzt, als er sich in die Runde drehte, »da liegen sie ja herum, die Kindlein, die Unschuldigen, die Lieben, die Dummen.« »Die unschuldigen Kinder«, sucht er. Am Ende ist's der böse König Herodes, und es war ja gerade unschuldig Kindertag. In der kurzen Lederhose zur linken stag richtig ein langes Messer. »Hörst, junge Brut, wo hast du deine Vater und Mutter?« fragte der Schreckliche und kam nahe an mein Bett heran. Ich wollte Bescheid geben, brachte aber aus Angst keinen Ton hervor. »Was schaust denn so geschreckt?« sagte er lachend. »Fürchten, Schappall!« »Beim Stockerwirt, na freilich!« »Ich mag aber nimmer nachgehen.« »Mir sind die Läufeln höllisch steif geworden vom Pusterwald her.« »Aber Hunger wie ein Wolf!« »Hörst, Bubal!« Nun hatte ich keine Angst mehr. Es war der Jagerschwager und kein anderer. Er setzte sich an den Tisch, zündete mit seiner Lunte das Kerzenstümpflein an und begann sachte umherzuspähen. »Ist denn gar nichts übrig geblieben vom Nachtmahl?« fragte er laut. »Habt ihr denn alles aufgegessen, ihr Siebenfraße? und an den alten Vetter gar nicht gedacht?« »Seit Herrgotts früh keinen warmen Löffel im Magen und keinen kalten auch nicht. Werdet's doch ein Stück Brot in der Lad haben!« Während er die Tischlade auszog, um nachzusehen, schlüpfte ich ins Höslein und in der Hose stag der Mut. Ich ging hinaus in die Küche, suchte nach Milch, nach Speck oder nach einem Rest von Heidensterz, den wir zu Mittag auf den Tisch bekommen hatten. Nichts. Der Mann bemühte sich mit mir, gab mir gute Worte, nannte mich ein sauberes, gescheites Bübel, aber wir fanden trotzdem nichts als drei Eier im Kasten, die er sofort mit den Zähnen aufschlug und austrank wie Wasser. Die Kerze in der Hand beleuchtete seine Tat. »Aber was wird deine Mutter sagen, wenn sie morgen sieht, dass der Eiermarder ist da gewesen?« So fragte er und schaute mich nachdenklich an, setzte aber gleich bei, »Weißt du nicht, kleines Vetterlein, hat deine Mutter noch andere Eier oder Hühner? Heute verspeise ich sie mitsamt den Federn meiner Seele.« Es wurde mir wieder unheimlicher. »Wenn sie nur endlich heimkommen täten vom Stockerwirt!« »Der Schneider wird sein Kreuzel ja haben, was tun sie denn noch?« »Lustbarkeit treiben, dieweilen daheim der schreckliche Jagerschwager eingefallen ist und alles verzehrt, die Eier, die Hühner, die Kälber, die Kinder?« »Hopsal!« schrie der Mensch jählingsauf. »Da gibt's ja was!« Er hatte unsere Lebkuchen entdeckt auf dem Kasten. »Das ist gescheit«, sagte er, und nahm ein Schüsselchen auf den Tisch herab. »Seid's wohl recht brav, Kinder, daß ihr für den Jagerschwager auch was übrig gelassen habt.« »Ein großes Herz mit lieblicher Zier. Ich hätte einen halben Tag lang mit Andacht daran genascht. Der Gewalttätige steckte es mit einem Mal in den Mund.« »Das süße Zeug!« murmelte er unwirsch. »Aber in der Not frisst der Jager Lebkuchen.« Dann kam ein schönes achteckiges Stück mit Mandeln an die Reihe, dann kam der Plonerl ihr Roß und Reiter dran, und endlich zwei Lebkuchene Wickelkinder mit weißgestreiften Fatschen und schwarzen Honigaugen. Jedes Stück ward verschlungen mit einem einzigen Schluck, meine und meiner ahnungslos schlummernden Geschwister teure Weihnachtshabe, sah ich rettungslos zugrunde gehen. Als das eine Schüsselchen geleert war, nahm er das zweite vom Kasten. »Schau, du, da ist ja noch was!« rief er freudig und aß zuletzt auch den Inhalt des Körbleins auf. Und als alles dahin war, wischte er sich mit einem blauen Sacktuche den Mund und die Finger ab und sagte, »So, der erste Hunger wär gestillt. Jetzt wird ein Schluck gut tun. Wo habt ihr denn euren Schnaps?« »Sag, Kind Gottes, hat dein Vater keinen Brandwein im Haus?« »Nicht? Nicht einmal einen Schnaps?« »Na, hörst du, das ist eine saubere Wirtschaft.« »Da wird's freilich allerweil kleine Kinder geben, weil sie nicht groß und stark werden können. Ohne Schnaps.« »Ja, sag mir doch, Zwerg, wovon lebt ihr denn eigentlich?« Offen gestanden, das wußte ich selbst nicht. Wir arbeiteten, wir aßen, wir schliefen und starben nicht. Wir lebten sogar recht frisch und munter. Mit Ausnahme zu dieser Stunde, wo der unerhörte Hunger des Jagerschwagers unsere Existenz mit einem Mal zu vernichten drohte. Nachdem lange vergeblich auf die Heimkehr der Eltern gewartet worden war und auch die Kerze schon geendet hatte, so daß wir im Dunkeln saßen, fing der Jagerschwager an, über die Sittenlosigkeit dieses Hauses aufzubegehren. »Da sieht man's. Wäre ein Schnaps im Haus, so brauchten sie nicht ins Wirtshaus zu gehen.« Nachher kam die Frage der Ligastadt. »Ich schlug die Strohkammer vor. Da wäre es ihm zu kalt. Den Kuhstall. Da wäre es ihm zu dunstig. Die Ofenbank. Da wäre es ihm zu hart. Den Herd. Da fürchtete er die Schwabenkäfer.« Wie glücklich, als zuletzt Vater und Mutter doch nach Hause kamen. Der Vater nannte den fremden Mann Schwager, die Mutter nannte ihn Bruder und beide fanden es sehr brav, daß er gekommen sei, uns einmal heimzusuchen. Im blauen Bündel hatte er nichts zum Essen mitgebracht, wohl aber etwas zum Kochen, nämlich Kienholz, wie es damals von den Köchinnen als Zunder verwendet wurde. Kienholz brachte er sinnig der Schwester zum Weihnachtsgeschenk. Ob sie es noch an demselben Abend benützt, ob der Jager noch etwas zu essen bekommen hatte oder welche Ligastadt ihm eingeräumt worden war, das weiß ich nicht mehr, denn mit meiner Würde habe ich auch die Sorgen zurückgegeben. Das Ehrenfest des Schneiders beim Stockerwirt war misslungen. Begonnen hatte es auf die erfreulichste Weise, viele Leute, prächtige Blechmusik, verzuckertes Getränke, der Herr Pfarrer von Katrain war vorhanden und rauchte seine lange Pfeife, was allemal ein Zeichen seiner besonderen Nachsicht war. Wenn der Pfarrer die lange Pfeife schmauchte, da durfte getanzt werden, da durften die Burschen Schnaderhüpfeln singen, ihre Dirndeln unter die Achseln anfassen und hoch in die Luft heben. Der Pfarrer bastelte an der Pfeife um und tat, als merke er nichts. Einer der lustigsten war der Federschneider, der flog heute tatsächlich mehr, als er ging oder saß. Trinken tat er nichts, als ein Glas Apfelmost. Wein war ihm unheimlich. Wein war der einzige Gegner, der ihn entschieden zu Boden brachte. Aber das gelang nicht oft. Starke Getränke hasste er wie höllisches Feuer. Es war ihm so auch hübsch warm. Tanzen, das war seine Passion und kaum berührte er dabei mit den Zehenspitzen den Boden. Dazu konnte er zierlich pfeifen, machte allerlei Vögelein nach, so daß es war wie mitten im Mai. Die schlanken Burschen vergleichbar mit blühenden Lerchstämmen, die Dirnlein mit Rosenstöcken. Als der Abend dunkelte, kam der Wagen des Bezirksvorstehers angefahren. Das machte den Schneider stutzen. Er hatte geglaubt, das wäre nichts als eine gewöhnliche Tanzunterhaltung, denn man hatte ihm gesagt, sein Ehrentag wäre verschoben worden auf ein anderes Mal. Er hatte nämlich verlauten lassen, wenn sie mit ihm Geschichten machen wollten, da müßten sie ihn wohl erst mit den Gendarmen ins Wirtshaus holen. Und als nun die Lichter angezündet waren, die Lustbarkeit etwas gedämpfter wurde und der Bezirksvorsteher an seinem weißgedeckten Tische eine feierliche Würde hervortat, da war der Federschneider nicht zu finden, war nicht oben und war nicht unten, nicht drinnen und draußen. Sein Hut war auch weg, und wie ein Schreckhauch ging's durch das ganze Haus, der Schneider ist durchgegangen. Sie haben angefangen, ihn zu suchen, zu suchen im Stockerhause und seiner Umgebung, bei den Nachbarhäusern, im Almbauernhof, wo er sein Wohnzimmer hatte. Aber der Federschneider, der konnte so zierlich pfeifen, das haben sie gemerkt, aber leider nicht gehört. Die Leute blieben beisammen bis spät in die Nacht, in der Erwartung, daß man endlich doch des Flüchtlings habhaft werden würde, um ihm sein Recht anzutun. Am schlimmsten war der Gemeindevorstand dran, der dicke, ehrenwerte Thomeggel. Der hatte eine große Rede im Leib, und die ging ihm im Kopf herum wie ein Rad. Wenn der Schneider nicht zustande gebracht wurde, so mußte der würdige Mann mitsamt seiner Rede ins Bett, und es war kein Absehen, wann er sich ihrer entledigen konnte. Als dann der Schneider nicht eingebracht wurde, hat der Bezirksvorsteher dem Pfarrer ein zartes Paketlein übergeben. Wenn der Schneider einmal die Gnade haben würde, vorhanden zu sein, dann möchten es seine Hochwürden ihm anhängen. Die Leute haben sich hernach allmählich verzogen, und so sind auch mein Vater und meine Mutter nach Hause gekommen, ärgerlich darüber, ihre fünf Groschen für Wein und zwei Semmeln umsonst ausgegeben zu haben. Am nächsten Morgen kam frühzeitig jemand zu uns ins Waldbauernhaus, und wer war es? Der Fedalschneider. Er hatte sein Werkzeug bei sich, nahm dem Vater und mir das Hosenmaß und begann am großen Stubentische ruhig zu arbeiten, als ob weiter nichts wäre. Er war im Werktagsgewande, das als solches weit netter und adretter stand als anderer Sonntagsgewand. Er war ein durchaus niedliches und überaus bewegsames Herrlein, schon ziemlich in jenem Alter, wo der Mensch nicht mehr das Haar von vorne nach rückwärts kämmt, um eine hohe Stirn zu gewinnen, sondern von hinten nach vorn, um einer ungeziemend hoch werdenden Stirn möglichst zu steuern. Im Übrigen war er glatt rasiert und kaute an einem Fadenstümpfchen, dessen äußeres Ende bunter auf- und niederschlug, während er auf den braunen Loden mit der Kreide allerhand Striche und Halbkreise zog, als eine Wegmarkierung für die nachfolgende Schere. Beim Mittagessen nahmen der Schneider und der Jagerschwager die Ehrenplätze ein. Und während letzterer bei Knödeln und Geselchtem, das am Abend zuvor vermißte, reichlich einzubringen suchte, sagte mein Vater plötzlich ganz vorwurfshart, »Na, der Schneider hat uns gestern sauber sitzen lassen beim Stockerwirt.« »Oh, na freilich«, entgegnete der Angeredete, »ich werd just der Narr sein und mich eine Weile ansingen lassen.« »Der Schneider hätt halt sein Ehrenzeichen bekommen.« »Mir ist auch so schön warm«, antwortete dieser und aß gar emsig mit der Gabel Krautfasern. »Mit der Gabel heißt's nichts«, unterbrach der Jagerschwager, den Schneider belehrend. »Mit dem Löffel muß man in die Schüssel fahren, sonst zahlt sich's nicht aus. So macht man's.« Und er erhärtete seinen Unterricht mit einem praktischen Beispiel. Mein Vater aber fuhr fort, »Da meint's ihm der Kaiser so gut, daß er ein Ehrenkreuzel schickt und der Herr Bezirksvorsteher fahrt so weit her und die Leute laufen zusammen und alles für die Katz.« »Jetzt hätte aber ein anderer die Gabel weggelegt und hätt in schönem Ernste Folgendes gesagt.« »Meine lieben Herren, wenn ihr glaubt, daß ich die alte Kundel aus dem Wasser gezogen habe, damit ich auf die Brust das Kreuzel krieg, so irrt ihr sehr. Ich hab's getan aus Menschenpflicht, ohne Gedanken auf Lohn und Ehr, und ich will mich für meine selbstverständliche Tat nicht feiern lassen, die weil manch anderer mit größeren Verdiensten unbedankt seiner Wege gehen muß. »Lasset mich meine bescheidenen Werke der Nächstenliebe im Verborgenen vollbringen und mich jenen schönen Lohn genießen, der im eigenen Gewissen liegt.« Solche Rede hätte er ganz gut auch vor dem Bezirksvorsteher halten können, nachdem das güldene Ehrenzeichen schon am Rockflügel gehangen wäre. Die Leute hätten vor Rührung geweint und dann ausgerufen, »dieser kleine Schneider hat ein großes Herz, wie wat?« und am Ende wäre es gar noch in die Zeitung gekommen. Aber unser Federschneider hat die schöne Rede dort nicht gehalten und hier nicht. Er hat nichts getan als Kraut gegessen mit der Gabel. Da schleuderte der Jagerschwager jäh seinen großen Löffel weg, hieb seine Hand schwer auf die zarte Achsel des Schneiders und brüllte, »Mensch, du gefallst mir! Und pass auf, was ich dir jetzt sag. Ich bin der Forstjäger vom Pusterwald und du sollst von mir was bekommen. Gib Acht! Was du von mir kriegst, das wird ein bissel was Besseres sein als ein Kreuzel oder ein Sterndl oder ein Münzel oder was weiß ich für Tandelmandel. Nicht umsonst sollst du ins kalte Wasser geflogen sein. Du kriegst was von mir.« Es war ein geradezu erhebender Augenblick. Und die Mutter sagte auch ein Wort, »Wenn ein Mensch so demütig ist, da verdient er erst recht was Schönes.« Der Jagerschwager nickte noch wiederholt mit dem Kopf, sagte aber nichts mehr als »Schneider, du kriegst was von mir!« Und um Heiligen Drei König kam vom Pusterwald her der Bote gegangen. Er fragte dem Schneidermeister Justus nach. Er trug im inneren Sack seines Mantels einen schweren Gegenstand. Als er denselben niederließ im Almbauernhof vor dem Schneider auf dem Tisch, da war's noch wie eine verhüllte Kunststatue. Als aber das blaue Tuch abgenommen ward, da stand ein bauchiger Schnapsplutzer da. »Den schickt der Forstjäger aus dem Pusterwald!« Der Federschneider soll ein langes Gesicht gezogen und dann nachgedacht haben, ob er nicht irgendwo auf der Welt einen grimmigen Feind hätte. Er fand aber keinen, dem er den Plutzer hätte versetzen mögen. Hingegen hieß es, dass die alte Kundel sich gar nicht mehr erwärmen könne seit jenem kalten Bad in der Friesen. Dem alten Weiblein schickte der Schneider den Brandwein. »Immer einmal ein kleines Schlüpferl!« Ende von Kapitel 19 Kapitel 20 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Waldbauernbübel von Peter Rosägger Wie der Meisensepp gestorben ist In meinem Vaterhause fand sich die Lebensbeschreibung Jesu Christi seiner Mutter Marie und vieler Heiligen Gottes, ein geistlicher Schatz von Pater Kochem. Das war ein altes Buch, die Blätter waren grau, die Kapitelanfänge hatten wunderlich große Buchstaben in schwarzen und roten Farben. Der hölzerne Einbanddeckel war an manchen Stellen schon wurmstichig, und eine der ledernen Klappen hatte die Maus zernagt. Seit vielen, vielen Jahren war im Hause niemand gewesen, der darin hätte lesen können. Was Wunder, wenn die Tierleinbesitz nahmen von Kochems Leben Christi und aus dem geistlichen Schatz ihre leibliche Nahrung zogen. Da kam ich, der kleine Junge, verjagte die Würmer aus dem Buche und fraß mich dafür selber hinein. Täglich las ich unseren Hausleuten vor aus dem Leben Christi. Den jungen Knechten und Mägden gefiel der neue Brauch just nicht, denn sie durften dabei nicht scherzen und nicht jodeln. Die älteren Hausgenossen aber, die schon etwas gottesfürchtiger waren, hörten mir mit Andacht zu. »Und das ist«, sagten sie, »als wenn der Pfarrer predigen täht, so bedeutsam ausführen und so eine laute Stimm.« Ich kam in den Ruf eines Vorlesers und wurde ein gesuchter Mann. Wenn irgendwo in der Nachbarschaft jemand krank lag oder zum Sterben oder wenn er gar schon gestorben war, so daß man an seiner Leiche zur Nacht die Totenwache hielt, so wurde ich von meinem Vater ausgebeten, daß ich hinginge und lese. Da nahm ich das gewichtige »Leben Christi« Buch unter den Arm und ging. Es war ein hartes Tragen und ich war dazu mal ein klein winziger Knirps. Einmal spätabends, als ich schon in meiner kühlen und frisch duftenden Futterkammer schlief, in welcher ich zur Sommerszeit bisweilen das Nachtlager hatte, wurde ich durch ein Zupfen an der Decke von unserem Knecht geweckt. »Sollst sein Geschwind aufstehen, Peter, sollst aufstehen. Der Meisensepp hat seine Tochter geschickt. Er laßt bitten, du sollst zu ihm kommen und ihm was vorlesen, er wollte sterben. Sollst aufstehen, Peter.« So stand ich auf und zog mich eilends an. Dann nahm ich das Buch und ging mit dem Mädchen von unserem Hause aufwärts über die Heide und durch die Waldungen. Das Häuschen des Meisensepp stand einsam mitten im Wald. Der Meisensepp war in seinen jüngeren Jahren Reuter und Waldhüter gewesen. In letzterer Zeit hatte er sich nur mehr mit Sägeschärfen für Holzhauerleute beschäftigt. Und da kam plötzlich die schwere Krankheit. Wie wir, ich und das Mädchen, in der stillen, in der stillen, sternenhellen Nacht so durch die Ödnis schritten, sagten wir keines ein Wort. Schweigend gingen wir nebeneinander her. Nur einmal flüsterte das Mädchen, »Lass her, Peter, ich will dir das Buch tragen.« »Das kannst nicht«, antwortete ich, »du bist ja noch kleiner wie ich.« Nach einem zweistündigen Gang sagte das Mädchen, »dort ist schon das Licht.« Wir sahen einen matten Schein, der aus dem Fenster des Meisenhauses kam. Als wir diesem schon sehr nahe waren, begegnete uns der Pfarrer, der dem Kranken die heiligen Sakramente gereicht hatte. »Der Vater, wird er wieder gesund?« fragte das Mädchen kleinlaut. »Ist noch nicht so alt«, sagte der Priester. »Wie Gott will, Kinder, wie Gott will.« Dann ging er davon. Wir traten in das Haus. Das war klein, und nach der Art der Waldhütten standen die Familienstube und die Schlafkammer gleich in der Küche. Am Herd, in einem Eisenhaken, stag ein brennender Kienspan, von dem die Stubendecke in einen Rauchschleier gehüllt war. Neben dem Herde auf Stroh lagen zwei kleine Knaben und schlummerten. Sie waren mir bekannt vom Walde her, wo wir oft mit Sammen, Schwämme und Beeren suchten und dabei unsere Herden verloren. Sie waren noch um etliche Jahre jünger als ich. Auf der Ofenmauer saß das Weib des Sepp, hatte ein Kind an der Brust und sah mit großen Augen in die flackernde Flamme des Kienspans hinein. Und hinter dem Ofen, in der einzigen Bettstadt, die im Hause war, lag der Kranke. Er schlief, sein Gesicht war recht eingefallen, das grauende Haar und der Bart ums Kinn waren kurz geschnitten, so daß mir der ganze Kopf kleiner vorkam als sonst, da ich den Sepp auf dem Kirchweg gesehen hatte. Die Lippen waren halb offen und blass, durch dieselben zog ein lebhaftes Atmen. Bei unserem Eintritt erhob sich das Weib leise, sagte eine Entschuldigung, daß sie mich aus dem Bette geplagt habe, und lud ein, daß ich mich an den Tisch setzen und die Eierspeise essen möge, die der Herr Pfarrer übrig gelassen hatte und die noch auf dem Tische stand. Bald saß ich auf dem Fleck und jetzt aß ich mit derselben Gabel, die er hatte in den Mund geführt. »Jetzt schläft er passabel,« flüsterte das Weib nach dem Kranken deutend. »Vorhin hat er allweg Fäden aus der Decke gezupft.« Ich wußte, daß man es für ein übles Zeichen auslegt, wenn ein Schwerkranker an der Decke zupft und kratzt. Da kratzt er sich sein Grab. Ich entgegnete daher, »Ja, das hat mein Vater auch getan, als er im Nervenfieber ist gelegen, ist wieder gesund geworden.« »Das meine ich wohl auch,« sagte sie, »und der Herr Pfarrer hat dasselbe gesagt.« »Bin doch froh, die Beicht hat der Seppel recht fleißig verrichten mögen, und ich hab jetzt wieder rechtschaffen Trost, daß er mir noch einmal gesund wird.« »Nur«, setzte sie ganz leise bei, »das Spanlicht leckt alleweil so hin und her.« Wenn in einem Hause das Licht unruhig flackert, so deutet das der Glaube des Volkes, es werde in demselben Hause bald ein Lebenslicht auslöschen. Ich selbst glaubte daran, doch um die Häuslerin zu beruhigen, sagte ich, »Es streicht die Luft alles zu viel durch die Fensterfugen. Ich verspür's auch.« Sie legte das schlummernde Kind auf das Stroh. Auch das Mädchen, welches mich geholt, war schon zur Ruhe gegangen. Wir verstopften hier auf die Fensterfugen mit Werk. Dann sagte das Weib, »Geld, Peter, du bleibst mir da über die heutige Nacht. Ich wüßt mir aus Zeitlang nicht zu helfen. Wenn er munter wird, so liest uns was vor. Geld, du bist so gut.« Ich schlug das Buch auf und suchte nach einem geeigneten Lesestück. Allein Pater Kochem hat nicht viel geschrieben, was armen, weltlichen Menschen zum Troste sein könnte. Pater Kochem meint, Gott wäre gerecht und die Leute wären sündig und die meisten Menschen liefen schnurgerade der Hölle zu. Es mag ja wohl sein, dachte ich mir, daß es so ist, aber dann darf man's nicht sagen. Die Leute täten sich nur grämen und des Weiteren blieben sie so sündig wie früher. Wenn sie sich bessern hätten können, so hätten sie's schon längst getan. Die schreckhaften Gedanken gingen durch das ganze Kochem'sche Buch. Fürwitzigen Leuten gegenüber, die mich nur anhörten der lauten Predigerstimm wegen, donnerte ich die Gräuel und Menschenverdammung recht mit Vergnügen heraus. Wenn ich aber an Krankenbetten aus dem Buche las, da mußte ich meine Erfindungsgabe oft sehr anstrengen, daß ich während des Lesens die harten Ausdrücke milderte, die schaudererregende Darstellung der vier letzten Dinge mäßigte und den grellen Gedanken des eifernden Paters eine freundlichere Färbung geben konnte. So plante ich auch heute, wie ich, scheinbar aus dem Buche lesend, dem Meisensepp aus einem anderen Buche her Worte sagen wollte, von der Armut, von der Geduld, von der Liebe zu den Seinen und wie darin die wahre Nachfolge Jesu bestehe, die uns, wenn die Stunde schlüge, durch ein sanftes Entschlummern hinüberführe in den Himmel. Endlich erwachte der Sepp. Er wendete den Kopf, sah sein Weib und seine ruhenden Kinder an, dann erblickte er mich und sagte mit lauter, ganz deutlicher Stimme, »Bist doch gekommen, Peter!« »So dank dir Gott! Aber zum Vorlesen werden wir heut wohl keine Zeit haben. Anna, sei so gut und weck die Kinder auf!« Das Weib zuckte zusammen, fuhr mit der Hand zu ihrem Herzen, sagte aber dann in ruhigem Tone, »Bist wieder schlechter, Seppel? Hast ja recht gut geschlafen!« Er merkte es gleich, daß ihre Ruhe nicht echt war. »Tu dich nicht gar so grämen, Weib«, sprach er, »auf der Welt ist's schon nicht anders.« »Weg mir schön die Kinder auf, aber friedsam, daß sie nicht erschrecken.« Die Häuslerin ging zum Strohlager, rüttelte mit bebender Hand am Schaub und die Kleinen fuhren halb bewußtlos empor. »Ich bitt dich gar schön, Anna, reiß mir die Kinder nicht so herum«, verwies der Kranke mit schwächerer Stimme, »und die kleine Martha laß schlafen, die versteht noch nichts.« Ich blieb abseits am Tisch sitzen und mir war heiß in der Brust. Die Angehörigen versammelten sich um den Kranken und schluchzten. »Seid ihr nur ruhig«, sagte der Sepp zu seinen Kindern. »Die Mutter wird euch schon morgen länger schlafen lassen.« »Josepha, tu dir das Hemd über die Brust zusammen, sonst wird dir kalt. Und jetzt seid allweg schön brav und folgt der Mutter. Und wenn ihr groß seid, so steht ihr bei und verlaßt sie nicht. Ich hab gearbeitet meiner Tag mit Fleiß und Müh. Gleichwohl kann ich euch weiter nichts hinterlassen als dieses Haus und den kleinen Garten und den Rheinacker und den Schachen dazu. Wollt euchs teilen, so tut es brüderlich, aber besser ist's, ihr haltet die Wirtschaft zusammen und tut Hausen und Bauen. Weiters mach ich kein Testament. Ich hab euch alle gleich lieb. Tut nicht ganz vergessen auf mich und schickt mir dann und wann ein Vaterunser nach. Und euch, die zwei Buben, bitte ich von Herzen, hebt mir mit dem Wildern nicht an, das nimmt kein gutes End. Gebt mir die Hand darauf. So. Wenn halt einer von euch das Sägefeilen wollt lernen, ich hab mir damit viel Kreuzer der Macht. Werkzeug dazu ist da. Und sonst wisst ihr schon, wenn ihr am Rheinacker die Erdäpfel anbaut, so setzt sie erst im Mai ein. Es ist wohl wahr, was mein Vater fortgesagt hat. Bei den Erdäpfeln heißt's, baut mich an im April, komm ich, wann ich will. Baut mich an im Mai, komm ich gleich. Tut euch so, Sprüchlein, nur merken. So, und jetzt geht wieder schlafen, Kinder, daß euch nicht kalt wird, und gebt allzeit Obacht auf eure Gesundheit. Gesundheit und gutes Gewissen, das ist das Beste. Geht nur schlafen, Kinder. Der Kranke schwieg und zerrte an der Decke. »Frei zu viel reden tut er mir,« flüsterte das Weib gegen mich gewendet. Eine bei Schwerkranken plötzlich ausbrechende Redseligkeit ist ja auch kein gutes Zeichen. Nun lag er, wie zusammengebrochen, auf dem Bette. Das Weib zündete die Sterbekerze an. »Das nicht, Anna, das nicht,« murmelte er, »ein wenig später, aber einen Schluck Wasser gibst mir Geld.« Nach dem Trinken sagte er, »So, das Frischwasser ist halt doch wohl gut. Gebt mir recht auf den Brunnenobacht. Ja, und daß ich nicht vergeß, die Schwarzhosen legst mir an und das Blaujöppel weißt, und draußen hinter der Tür, wo die Sägen hängen, lehnt das Hosen Kubelbrett, das leg über den Schleifstock und die Drehbank, für drei Tag wird's wohl halten. Morgen früh, wenn der Holzjodel kommt, der hilft mich schon hinauslegen. Schau aber sein Gut, daß die Katz nicht dazu kommt. Die Katzen gehen los und schmecken's gleich, wenn wo eine Laich ist. Was unten bei der Pfarrkirche mit mir geschehen soll, das weißt schon selber. Nicht zu lang bimmeln, kostet Geld, und hilft nicht viel. Meinen brauen Lodenrock und den breiten Hut schenk den Armen. Dem Peter magst auch was geben, daß er heraufgegangen ist. Vielleicht ist er so gut und liest morgen beim Laichwachen was vor. Es wird ein schöner Tag sein Morgen, aber geh nicht zu weit fort von Heim. Es möchte ein Unglück geschehen, wenn draußen in der Lauben das Licht brennt. Nachher, Anna, such da im Bettstroh nach, wirst einen Strumpf finden, sind etlich Zwanziger drin. Seppel, streng dich nicht so an im Reden, schluchzte das Weib. Wohl, wohl, Anna, aber aussagen muß ich's doch. Jetzt werden wir wohl nicht mehr lang beisammen sein. Wir haben uns zwanzig Jahre gehabt, Anna. Mußt nicht weinen, Anna, mußt nicht weinen. Du bist mein Alles gewesen. Kein Mensch kann dir's vergelten, was du mir bist gewesen. Das vergeß ich dir nicht, im Tod und nicht im Himmel. Mich gefreut's nur, daß ich in der letzten Stunde noch was mit dir reden kann und daß ich gleichwohl so viel bei Verstand bin. Stirb doch nicht gar so hart, Seppel, hauchte das Weib und beugte sich über sein Antlitz. Nein, antwortete er ruhig, bei mir ist's so wie bei meinem Vater, leicht gelebt und leicht gestorben. Sei nur auch du so und leg dir's nicht schwer. Wenn wir nun auch wieder jedes allein ankommen, zusammen gehören wir gleichwohl noch und ich heb dir schon ein Platzel auf im Himmel. Gleim an meiner Seite, Anna, gleim an meiner Seite. Nur das tu, um Gottes Willen, die Kinder, zieh gut auf. Die Kinder ruhten. Es ward still und mir war, als hörte ich irgendwo in der Stube ein leises Schnurren und Spinnen. Plötzlich rief der Sepp, Anna, jetzt zünd die Kerzen an. Das Weib rannte in der Stube herum und suchte nach Feuerzeug und es brannte ja doch der Spahn. Jetzt hebt er an, zu sterben, wimmerte sie. Als aber die rote Wachskerze brannte, als sie ihm dieselbe in die Hand gab, als er den Wachsstock mit beiden Händen umfasste und als sie das Weihwassergefäß vom Gesimse nahm, da wurde sie scheinbar ganz ruhig und betete laut, Jesus Maria, steht ihm bei. Ihr Heiligen Gottes, steht ihm bei in der höchsten Not. Lasst seine Seele nicht verloren sein. Jesus, ich bete zu deinem allerheiligsten Leiden. Maria, ich rufe deine heiligen sieben Schmerzen an. Du, sein heiliger Schutzengel, wenn seine Seele vom Leib muß scheiden, führ sie ein zu den himmlischen Freuden. Sie schluchzte und weinte nicht, sie war ganz die ergebene Beterin, die Fürbitterin. Endlich schwieg sie, beugte sich über das Haupt des Gatten, beobachtete sein schwaches Atemholen und hauchte, So behüt dich Gott, Seppel, tu mir meine Eltern und unsere ganze Freundschaft grüßen in der Ewigkeit. Behüt dich Gott, mein lieber Mann, die heiligen Engel geben dir das Geleit, und der Herr Jesus mit seiner Gnad wartet schon deiner bei der himmlischen Tür. Er hörte es vielleicht nicht mehr. Seine blassen, halboffenen Lippen gaben keine Antwort. Seine Augen sahen starr zur Stubendecke auf, und aus den gefalteten Händen aufragend brannte die Wachskerze. Sie flackerte nicht, still, geruhsam und hell, wie eine schneeweiße Blütenknospe stand die Flamme empor. Sein Atemzug bewegte sie nicht mehr. »Jetzt ist er mir gestorben!« rief das Weib aus, schrill und herzdurchdringend. Dann sank sie nieder auf einen Schemel und begann kläglich zu weinen. Die wiedererwachenden Kinder weinten auch, nur das Kleinste lächelte. Die Stunde lag auf uns wie ein Stein. Endlich richtete sich die Häuslerin, die Witwe, auf, trocknete ihre Tränen und legte zwei Finger auf die Augen des Toten. Die Wachskerze brannte, bis die Morgenröte aufging. Durch den Wald war ein Bote gegangen, dann kam ein Holzarbeiter. Der besprengte den Toten mit Weihwasser und murmelte, »So rücken sie ein, einer nach dem anderen!« Dann taten sie dem Meisensepp festtägige Kleider an, trugen ihn hinaus in die Vorlauben und legten ihn auf das Brett. Das Buch ließ sich liegen auf dem Tisch für die Leichenwachen der nächsten Nächte, zu denen ich der Häuslerin das Lesen zugesagt hatte. Als ich fortgehen wollte, kam sie mit einem grünen Hut, auf welchem ein weit ausgeborsteter Gemsbart stag. »Willst den Hut mitnehmen für deinen Vater?« fragte sie. »Der Seppel hat deinen Vater gern gehabt. Den Gemsbart mag's zum Andenken selber behalten. Bet einmal ein Vaterunser dafür.« Ich sagte meinen Dank, ich tat noch einen unsteten Blick gegen die Bahre hin. Sepp lag lang gestreckt und hielt seine Hände über der Brust gefaltet. Dann ging ich hinaus und abwärts durch den Wald. Wie war's Licht und Taufrisch, voll Vogelgesang, voll Blütenduft, voll Leben im Walde und in der Hütte auf dem Barbrett lag ein toter Mensch. Ich kann die Nacht und den Morgen, das Sterben mitten in dem unendlichen Lebensquell des Waldes, nimmermehr vergessen. Auch besitze ich heute noch den Gemsbart zum Andenken an den Meisensepp. Wenn mich die Gier anpackt nach den Freuden der Welt oder wenn mich die Zweifel überkommen an der Menschheit Gottes Gnadentum oder wenn mich gar die Angst will quälen vor meinem vielleicht noch fernen, vielleicht schon nahen Hingang, so stecke ich den Gemsbart des Sepp auf den Hut. Ende von Kapitel 20 Kapitel 20 Vielen Dank. 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 es war schon wieder der sonnwendetag nahe und mit ihm die lösung meines vertrages doch ein eigen geschick noch vor dem letzten abend ging mir gänzlich der faden aus alle meine erinnerungen alle bücher deren ich habhaft werden konnte alle männlein und weiblein denen ich begegnete waren erschöpft alles ausgepumpt alles hoffnungslose dürre bat ich meine geschwister morgen ist der letzte abend schenkt ihn mir war ein geschrei nein nein nicht schenken du hast deinen sonnwendkuchen gekriegt wieder die ziegen meckerten mit am nächsten morgen ging ich herum wie ein verlorenes schaf da kam mir plötzlich der gedanke betrüge sie dichte was zusammen aber also gleich schrie das gewissen drein was du erzählst das muss wahrhaftig sein du hast den kuchen nahhaftig bekommen doch geschah im laufe dieses tages ein ereignis von dem ich hoffte daß es im drange der aufregung mich meiner pflicht entbinden würde mein bruder jackel verlor sein zeitzöl er ging in kreuz und krumm über die heide er ging in den wald und suchte klagend und rufend die sieger aber endlich spät am abend brachte er sie heim ruhig aßen wir unsere suppe gingen in unsere krippen und von mir wurde die geschichte belangt es war still die zuhörer harten in erwartung die ziegen scharrten im wiederkauen mit den zähnen nun denn so sollen sie die geschichte haben ich sah ich begann es war einmal ein großer großer wald gewesen und in dem wald war es allweg finster gewesen keine vöglein haben gesungen nur der totenvogel hat geschrien mitten in diesem wald ist eine heide wie der totenacker so still und wer über dieselbe hingeht und nicht umkehrt der kommt nicht mehr zurück über diese heide sind einmal zwei blutige knie gegangen jesus ma rief mein älteres schwester aus und alle drei krochen unter die kotzen ja zwei blutige knie fuhr ich fort und die sind über die heide dahin geschwebt gegen den finsteren wald wie verlorene seelen aber auf einmal sind die zwei blutigen knie ich schenke dir mein blaues hosenband wenn du still bist wimmerte mein bruder angstvoll und verbarg sich noch tiefer in der decke sind die zwei blutigen knie still gestanden fuhr ich fort und auf dem boden ist ein stein gelegen so weiß wie ein leichentuch dann sind zwei funkelnden lichtlein gewesen zwischen den bäumen und darauf sind vier andere blutige knie dahergegangen mein neues paar schuhe schenk ich dir wenn du aufhörst hauchte das jackele in seinem trog und zog aus lauter furcht das zeitzell am barte zu sich und so sind alle sechs zusammen gegangen durch den finstern wald und heraus auf die heide und über das haferfeld herab zu unserem haus und herein in den stall jetzt kreischten alle drei auf und sie wimmerten von angst und kleinschwesterlein versprach mir mit sagen seinen teil von dem auch heuer wieder zu erwartenden morgigen sonnwendkuchen wenn ich aufhöre ich aber fuhr fort jetzt na jetzt habe ich zum anfang zu sagen vergessen dass die zwei ersten blutigen knie unserem jackel und die vier letzten in seinem zeitzell gehört haben wie sie heute im wald herumgegangen sind und dass die knie nicht auswendig sondern nur inwendig blutig sind gewesen brach das gelächter los jeder mensch hat zwei blutige knie rief schwesterlein und die ziegen merkten dass es ein spott war ich hatte meine rolle ausgespielt 364 nächte lang hatte ich geglänzt als weise wahrhaftige geschichtenmann die 365 hatte mich entlarvt als argen schwätzer das versprechen in betreff des zweiten sonnwendkuchens würde rückgänge gemacht schwesterlein erklärte die zusage sei nichts als notwehr gewesen und die gläubigkeit meiner zuhörerschaft hatte ich mir verdorben ganz und gar und wenn sie in zukunft an irgendeinem erzählten ihre zweifel ausdrücken wollte so hieß es einstimmig ala das ist wieder ein blutiges knie ob nicht auch die leser meine gedrückten geschichten schon manchmal mit eingestimmt haben ende von kapitel 22 kapitel 23 von das waldbauernbübel dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von awaii im dezember 2010 das waldbauernbübel von peter rosecker kapitel 23 geschichten unter dem wechselnden mond eine sommerliche mondnacht im waldlande was kann es auf dieser erde lieblicheres geben das haus steht einsam auf der tannenumgrenzten au alles ruht der brunnen aber sprudelt seine ewige kette diese hebt in der dunkelheit nun auf einmal an zu glühen und zu funkeln dort über den scharf geschnittenen zacken des tannenwaldes steigt still und klar der mond herauf als hebe er sich empor mitten aus einem geheimnisvollen urwalde in dem die wunderbaren märchen sind der höchste wipfel eines alten baumes steht noch wie ein schwarzer punkt in den leuchtenden rund aber bald löst sich dieses los von den dunklen massen des waldberges und steht frei auf dem himmelsgrund und wird immer reiner und glänzender und die schattengestalten auf der au heben sich scharf ab vom blassen boden und auf den wäldern liegt der strahlend durchwirkte bläuliche duft heute noch träume ich in solchen mondnächten den glückseligen traum vom reiche gottes auf erden und vollends als ich noch ein knabe nicht allein den glauben an gott sondern auch noch den an die weltheit hekte da lebte ich in den ahnungsvollen stunden eine große seligkeit ich war in solchen mondnächten kaum zu bette zu bringen da stand ich an der tür vor dem hause sah den mond an und dachte an das paradies der mond er kam ja vom paradiese her sah man doch wie er mit den augen zwinkerte und vielsagend lächelte als wisse er so manches was er den menschen wohl leise andeuten aber nicht erzählen dürfe gott hat's verboten und so blieb er stumm bis auf den heutigen tag er lächelt uns nur von weitem so an und weise männer sagen eines tages würde der tanzende alte schwindelig werden würde einen sprung machen nieder auf die erde ob wir dann wohl näheres erfahren werden meine ahne welche zu jener zeit die ich meine noch immer um mich war deutete oft mit dem finger nach dem mond und rief du schau bübel schau da manendl manendl so heißen die kinder bei mir daheim den mond dann setzte die ahne noch dazu luk aber recht bübel dort drin im manendl sitzen adam und eva ja richtig da sah ich wohl auch selbst die zwei dunklen gestalten unsere ersten voreltern im monde sitzen sie dürfen des sündenfalles wegen nicht in den himmel hinein sie müssen zur strafe im monde verbleiben und niedersehen auf das elend das sie angerichtet haben recht liebhaben mögen sich die zwei noch immer dennoch aber müsst ihnen schauderlich langweilig werden bei ihrem sitzen im monde täten sie nicht doch zuweilen hernieden auch was anderes sehen als elend es gehört dieses nicht ganz in die jungen jahre des waldbauernbuben hinein aber zu leugnen ist es eben nicht der weidknecht liegt auf seinem öden einsamen heu und kann nicht schlafen eine übermütige heuschreck hüpft fortweg über seine knie und schließlich gar auf sein gesicht der mond guckt durch das dachfensterchen herein und blinzelt hol der kuckuck so ein liegen da denkt sich der bursche und steht auf und geht hinaus in die schöne wohlige nacht wohin der mond guckt ihm nach verrät aber nichts ich auch nicht ich war schon ziemlich erwachsen als ich merkte wo partl den most her holt dann freilich ging ich sofort auch mit meinem kroge aus der mond hat es gesehen wie es mir dabei erging ich wusste in der hinteren zimmerung des nachbarhofes schlief sie mit dem gelben haar ich krümmte den zeigefinger und klopfte und flüsterte du da hörte ich wie sich's drin rührte pusterte und mit den zähnen scharte endlich hub es an zu meckern ich war an den ziegenstall geraten sofort versuchte ich es bei dem nächsten fenster wer reißt du sagte sie in der kammer was willst denn jetzt um mitternacht ist ja die geisterstund ja sagte ich deswegen fürchte ich mich und möchte gern zu zweien sein schau entgegnete sie bei mir ist das gerade umgekehrt ich schlafe zu einzeln gut und tät mich zu zweien fürchten aber du wirst einsehen juli es ist eine kalte nacht wie gott bübel sagte das mädchen mit dem gelben haar erkälten darfst du dich nicht das litte ich auf keine weise und deswegen ist es dass ich dir treuherzig sag geh heim in dein warmes bett ich denke über diese so viel närrische zeit hinweg lieber wieder an die kindschaft zurück gingen ich und meine mutter einmal mitten in der nacht durch den wald es war ein kohlenbrenner mädchen gestorben und nun gingen wir zur bahre um zu beten und den eltern der verstorbenen die leichenwache halten zu helfen wir schritten langsam über das moos dahin der wald war finster hoch über den wipfeln aber stand der vollmond und legte wo er durch das dichtige est dringen konnte milchweiße sternchen und täfelchen vor uns auf den boden als wir in eine kleine lichtung kamen stand meine mutter still wendete ihr gesicht empor hielt eine hand über die augen und sagte jetzt da kann man es einmal schön sehen das spinnrad unserer lieben frau sie meinte den mond der ja so zarte fedenspann hernieder zwischen den wipfeln und ästen dann wendete sich die mutter zu mir du hast gute augen bub lug in den mannendl hinein dort sitzt unsere liebe frau und tut spinnen sie spinnt ein himmlisches kleid für das mägdlein das heute auf der bar liegt und guck noch ein wenig deine urahne sitzt auch daneben wahrhaftig da sah ich's dort im monde saßen zwei wunderholde frauen beim rocken dann gingen wir wieder und der mond oben ging mit uns den gleichen schritt und spann seine himmlischen seiden nieder in unseren weiten wald als wir zum hause kamen in welchem das kohlenbrenner mädchen lag stand die tür weit mächtig offen und der mond schien hinein auf die leiche und das angesicht des mädchens war zart und lieb und mild wie weißes wachs es ist uns das öl ausgegangen sagte der kohlenbrenner wir können keine ampel herstellen und so haben wir die tür aufgemacht dass der mondenschein das toten licht sollt sein da dachte ich wohl gleich an unsere liebe frau sie spinnt für das mägdlein ein himmlisches kleid wir wachten so lange bei der leiche bis das morgenrot auf den waldwipfeln begann zu schimmern und der mond blass und glanzlos niedersank hinter den fernen felsen des hohen schwab dann huben sie das kind auf und trugen es davon und als der mond wieder kam fand er auf dem kirchhof einen neuen hügel und ein hölzernes kreuzlein darauf und darüber senkte er süß und still seinen strahlenschimmer ein anderes mal war wieder leichenwache des waldjosel kleiner franz war gestorben und ich ein knabe mit neun jahren nahm mein erbauungsbuch und mein fernrohr das ich einem alten hausierer abgeschachert hatte und ging zur nächtlichen leichenfeier wir besaßen im hause einen hundertjährigen kalender der hatte schon vor vielen jahren für die heutige nacht eine mondesfinsternis prophezeit ohne dass er gewusst haben mochte dass ich der waldbauern bub um diese zeit wirklich mit einem fernrohrer gerüstet war ich wollte doch gar zu gern sehen wie das schwarze ungetüm das kein mensch kannte und das auch der hundertjährige nicht zu beschreiben wusste den lieben mond anpacken und sich in denselben hineinfressen würde als ich über die felder ging stieg der runde mond gerade über die teufelssteinwälder herauf vollwangig und freundlich lächelnd er hatte wohl keine ahnung was nach dem hundertjährigen ihm heute bevorstand mein instrument hielt ich in der inneren rocktasche verborgen und so kam ich zum hause wo der tote franz lag er lag in der wohnstube aufgebahrt und daneben stand ein tisch um welchen schon mehrere leute saßen die tabak rauchten dabei über wirtschaftsdinge sprachen und auf mein vorlesen warteten glaubensgrübler waren dabei so die alte riegelbergerin so der holzschlager tommerl und das war mir gerade recht denn ich hatte in meinem buche ein kapitel über den weltuntergang vorbereitet zuerst als sich die weiber herangezogen hatten wurde ein geistliches lied gesungen hört liebe kinder insgemein allreiche arme groß und klein höret zu mit traurigkeit der jüngste tag ist nimmer weit an einem so erschrecklichen tag da fallen die stern vom himmel herab sonn und mond verfinstern sich die allmacht gottes kündet sich und weiter war im liede die rede vom tale josa fahrt von posaunen getön von der auferstehung der toten und vom gerichte somit war das volk in die rechte stimmung versetzt ich schlug mein buch auf um mit den vorhersagungen eines theologischen schriftstellers und mit nachdrücklicher stimme die wahrheit des liedes zu beweisen die prächtigsten zeichen und wunder predigte ich zusammen die sterne purzelten vom himmel wie hagelkörner und sonne und mond verfinsterten sich derart daß ein alter bauer der brunnmichel es für nötig hielt mit den fingern das kerzenlicht zu putzen au weh sagte er dabei auch beim wald josel ist das feuer heiß ja das magst du merken meinte die alte regelbergerin und kein solcher übermut sein du alter dattel bedenk's nur wenn schon das feuer beim wald josel so heiß ist wie wird es in der hölle brennen bedank mich sauber für deine christenlehr antwortete der brunnmichel du meinst weil ich der siebzig jahre alte schippel aufs steirisch tanzen noch was halt weißt regelbergerin ich denk mir halt so seids lustig seids lustig tut singen und hupfen so kann euch der deichsel kein hardl ausrupfen aber du mein gott rief der holzschlager tomal entrüstet jetzt hebt er mit seinen schelmen lidern an und neben uns liegt ein totes jesus maria und josef kreischte ein weib und riss ihren kopf vom fenster zurück schauts hinaus leid der jüngste tag den mond schauts an ein großmächtiges stück ist wegbrochen alles stürzte zu den fenstern zur tür das ist gewiss der höllisch strach frisst den mond an und kehr die hand um wird er auch die sonne im rachen haben nachher behüt dich gott taglichten nachher mögen wir in der finsternis den haar schneiden ka wenn einer wachst ja wenn einer anbaut wird ich denk nach dem haberfeld werden wir nicht viel fragen werden bald die posaunen zu hören kriegen wer hätt's gemeint dass wir das noch sollten erleben und von toten auferstehen sollen eh vor wir gestorben sind sagte der alte michel aber ich fürchte es ist nur eine mondfinsternis in der erregung war das licht ausgelöscht die ampel an der leiche glimmte kaum der mond schien mit mattem lichte auf den fußboden der stube herein ich tat mein fernrohr hervor zog es auseinander und hockte unter den tisch hinab damit ich durch das kleine fenster mit meinem instrumente dem schon hochstehenden mond beikommen konnte ich erschrak selber der ganze untere teil wo sonst adam und eva saßen war weg und der andere der noch da war zitterte wie das zusammengebrochene lamm vor dem wolfe mehrere weiber waren wie es bei finsternissen gebräuchlich mit hafendeckeln pfannen und töpfen ins freie geeilt und hupen an zu schellen und zu klirren vielleicht gelang es doch noch dem ungeheuer die beute abzujagen mittlerweile war die vorher leuchtende scheibe schier zu einem kipfel zusammengeschwunden und ich begann nun zu meinem erstaunen auch jenen teil wiederzusehen der gar nicht da war es stand wahrhaftig noch der ganze mond am himmel nur war er fleckig und schwarz geworden wie im herbst die kranken erdöpfel schwarz werden und nun dachte ich bei mir es sieht nicht aus als ob ein ungeheuer den mond im rachen hätte es weist sich vielmehr als wie eine krankheit die den lieben mond überfällt daher auch das fieber das zittern wie ich es durch mein unruhiges fernrohr beobachten konnte ich war mitten in meinen forschungen da rief plötzlich einer was macht denn der da unter dem tisch hat er was heimliches das werden wir gleich sehen herauf mit dem waldbauernbuben sie zogen mich hervor und jetzt sahen sie mein instrument womit ich den mond betrachtet hatte das war unheil zuerst fuhr die regelbergerin auf mich los sie hieß mich den unchrist der selber nicht glaubt was er gerade erst aus dem heiligen buch gelesen hat der wie die heiden mit röhren und gläsern den himmel ergründen will mit teufelswerkzeugen dem herrgott gleichsam ins auge schaut und in den magen hinein der holzschlager thomerl riss mir das fernrohr aus der hand und stürzte damit zum ofen da gehörts hinein alles war außerrand und band und wollte mir böse da flüsterte mir der michl ins ohr bub lüg ihnen geschwind was vor sonst kratzen sie dir die augen aus jetzt rief ich den leuten zu seid froh dass ich mit dem fernrohr hinauf geschaut hab dass ich euch erzählen kann wie es jetzt zugeht da oben wir wollen's nicht wissen schrien einige ist alles verblendung na sagten ein paar weiber spottweise wenn du schon so gescheit bist so erzähl's halt was du hast gesehen so viel habe ich sehen können sprach ich hält der mond sein sacktuch vors gesicht und weint über was konnte denn weinen rief die riegelbergerin aufgeregt als über die schlechtigkeit der welt oder über die dummheit der leute ergänzte der michl ich sah dass es schief ging und meinte gleichwohl mit etwas schallkeit ich wäre in meiner beobachtung nur zu früh gestört worden und hätte es nicht so genau gesehen möglicherweise und mir habe es sogar so geschienen hätte der mond vor lauter lachen sein taschentuch vors gesicht gehalten so hat er wen ausgelacht sagte der alte michl und schielte auf die riegelbergerin hinüber weißt du was bub fuhr mich diese an du bist ein fabel hans und du gehst hinaus aber gleich gehst hinaus sie hob gegen mich ihre zwei mageren fäuste hoho rief der michl und stellte sich dazwischen ist das eine mode beim laich wachen dem bübel geschieht nichts und jetzt weiberleid singt's wieder eins wist kein lustiges so tut's ein trauriges aber sein nach dem takt dass einer dabei tanzen kann die finsternis ist schon vorbei berichtete der hausvater der zur tür herein kam und siehe der mond war wieder licht und rund er weinte nicht und lachte nicht in stiller freundlichkeit blickte er nieder auf den zimmermann der über den anger schritt und auf der achsel den kleinen weißen sarg herantrug neben diesem glitt ein schwarzes ungeheuer daher es war der schatten vom zimmermann und dem sarge einmal zur herbstzeit war ich mit markus unserem alten knechte spät abends noch auf dem felde wir lehnten habergaben aneinander ich hielt die gaben zusammen und der markus bog die hütte darauf ich blickte dabei den ausgehenden mond an und konnte mein auge gar nicht wenden bis der markus plötzlich rief jesus maria das ist ein unglück jetzt ist mir der bub mondsüchtig geworden ich erschrak ich kannte einen mondsüchtigen der schlafend auf allen dächern herumstieg und dabei ein gesicht hatte so blass wie der mond selber der markus lachte über meinen schreck und ich wendete mein auge von der mondscheibe ab ja ja magst schon gucken sagte der alte knecht aber jetzt werde ich dir es deuten wie der monster oben aufgekommen ist das war mir gleich recht obwohl wenn der markus was erzählte man nie wusste ob er zum ernste oder zum spaße rede sein gesicht freilich das war dabei ernsthaft genug und diesem nach meinte man immer seine worte seien der dreizehnte glaubensartikel ein für allemal aber ein paar mal waren doch reden von ihm ertappt worden die keinen reisepass durch das land der wahrheit mit sich getragen hatten wie der mond aufgekommen ist fragte ich erstaunt wie der mond aufgekommen ist versetzte der alte knecht spitz die ohren kleiner aber fürchte ich nicht dass ich dich daran fasse höre gewesen ist es so wie sagt michael adam und eva aus dem paradiese vertrieben gehabt hat kehrte er zurück in den himmel nun hast sie ausgejagt diese herr gott sakramenta fragt der gott vater hätte er auch einen anderen schicken mögen brumm zankt michael in seinem bad nein du bad wird er keinen gehabt haben ich hab mir sagt er in dieser höllen finsternis da unten das knie angestoßen das schon all des teufels ist oder was beim tag geht's noch an da schupfen die engel den sonnenball hin und wieder aber in der nacht ist das schon eine stockfinstere welt übernannt kannst der eva gar nicht für übel halten wenn sie in der rabenschwarzen nacht einen unrechten apfel erwischt hat wird schon noch öfter so was passieren die leute müssen einen mond haben ja fragt der gott vater nun so steh ein wenig beiseite sagt michael ich erschaffe jetzt den mond richtig hat's getan aber sagt der gott vater auf dass die leute wissen dass es nur ein guter wille ist von mir und dass sie sich nicht eine rechtssache draus machen so lasse ich den mond im monate allemal nur 14 nächte scheinen die übrigen 14 nächte dass ich's finster sein und deswegen setzte der knecht bei haben wir den zunehmenden und den abnehmenden mond ja so deswegen sagte ich sehr zufrieden nun wußte ich schon mehr als der pfarrer der an die offenbarungen unseres alten evangelisten markus nicht immer glauben wollte so ging es eine weile fort da kam endlich für mich und den guten mond eine andere zeit ich hatte in kindberg einen vetter der ein gelehrter mann war den besuchte ich einmal und fand ihn desselben abends spät auf dem dache seines hauses wo er vor einer erschreckend großen kanone stand die kanone war schnurgerade auf den armen mond gerichtet der über den giebeln des ortes mit weinendem vollgesichte stand und herniederschaute der vetter guckte durch das gewaltige rohr so hinaus und sagte dann zu mir jetzt komm bursche stell dich daher und guck auch einmal so guckte ich denn auch einmal josef und jerum habe ich aber jetzt meinen kopf zurückgeworfen was habe ich gesehen da drin in der kanone ist ein mächtig großes helles schneefeld gewesen und wie ich länger geschaut habe ich berg und tal gesehen und ein ganzes alpenland und alles wie von purem eis und schnee ich habe mit meinen augen alle höhen und alle täler und schluchten abgesucht aber ich habe adam und eva nicht gefunden und ich habe unsere liebe frau mit dem spinnrocken nicht gefunden ist ein schöner lieblicher glaube gewesen sagte mein vetter und wenn du dabei bleiben willst gut aber gehen wir jetzt schlafen nein rief ich wenn etwas dahinter steckt so will ich's wissen dann hat mir der vetter die naturgeschichte des mondes erzählt was habe ich jetzt einen starren toten ausgebrannten himmelskörper ohne wärme ohne lächeln selbst das licht ist nicht sein eigentum Ende von Kapitel 21 Kapitel 24 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Alexander Rühl Das Waldbauernbübel von Peter Rosegger Kapitel 24 Die fremden Holzknechte Mein Vater verstand sich gut auf das Gerben der Häute auf die Weberei auf die Müllerei und auf das Leinölpressen Bei letzterem war ich als etwa zehnjähriger Knabe ihm oft recht wacker behilflich indem ich eine Schnitte Weißbrot ins Öl tauchte das aus der Kluft der Pressräume ran und dann mit der gelb glänzenden Schnitte in meinen Mund fuhr Während solcher Beschäftigung trat eines Tages der Holzhändler Clemens Zaunreuter in die Presskammer Der war einmal Waldmeister, war einem Großgrundbesitzer gewesen, hatte sich aber im Holzhandel so heidenmäßig viel Geld erworben und war bei dieser unerquicklichen Beschäftigung ganz mager geworden, im Übrigen aber immer noch leidlich bei Humor Der Clemens fragte nun, als er in der Holzmulde das Rieseln hörte, ob der Most süß wäre Er solle ihn verkosten, lud mein Vater ein Aber als der Clemens die ganze Mulde hob und daraus einen Schluck machte, taumelte er zurück, als ob ihm einer einen Faustschlag ins Gesicht versetzt hätte und machte den Schluck auf das Lebhafteste wieder ungeschehen Schaden kann's nicht, Clemens, tröstete der Vater Es ist reines Leinöl Waldbauer, sagte hierauf der Holzhändler, sich wieder in Ordnung stellend, ich bringe dir viel gute Sache ins Haus und du tust mir sowas an Du bist auch der Erste, der den Flachswein nicht mag, sagte hierauf mein Vater, ist der richtig wie ein Wein, so guldfarbig und klar Und für die liebe Gesundheit kannst gar nichts besseres finden Ich bin den Ärzten ein paar Ochsen schuldig worden und dennoch tätig heut tief unter der Erde liegen, wenn der himmlische Vater das Leinöl nicht hat wachsen lassen Und weil du, Gottlob, noch über der Erde stehst, Waldbauer, so wirst halt Geld brauchen, fädelte der Clemens ein Schau, mich hat dein Schutzengel hergeführt, ich bringe dir eins Oh mein du, versetzte hierauf der Vater und legte sich mit seiner ganzen Schwere über den Hebel, dass der Leinkuchel in der Presse noch seine letzten Tropfen lassen musste Sie aber in ein besonderes Töpflein kam, weil solcher Rest nicht ganz so klar und milde war wie die erste Abrunde Oh mein du, sagte er, das Geld hätte ich freilich wohl zu brauchen, aber trag's nur wieder fort, ich weiß, was du dafür haben willst Du willst die sechs alten Fichten haben, die bei meinem Haus stehen Es geht mir heut um ein Großdrum schlechter als vor einem Jahr, wo du dich der Bäume wegen hast angefragt Aber ich hab dir keine andere Antwort als wie dazu mal Die sechs Bäume neben dem Haus, die sind ein Andenken von Alters Und wenn ich Acker und Wiesen verkaufen muss und das Vieh aus dem Stall Die Bäume bleiben stehen Und wenn sie mich ohne Thron ins Grab legen sollten, müssen Die alten Bäume bleiben stehen, bis sie selber fallen Die letzten Worte waren schnaufend gesprochen Und mit derselben war nun auch der letzte Tropfen aus dem Leintreber Der Clemens aber sagte Waldbauer, du wirst keinen Acker verkaufen und kein Stück Vieh aus dem Stall Du wirst eine Thron aus weißem Eschenholz kriegen Gott geb, dass du sie noch lange nicht brauchst Du wirst auf der Welt noch gute Tage haben Du wirst nicht die alten Fichten, aber du wirst aus deinem Wald die schlagbaren Lärchen verkaufen, die drinnen stehen Hast deine Brieftasche bei dir? So halte sie auf Ich erschrak, als ich die Ziffer der Banknote sah, die der Versucher jetzt aus seinem Leder gezogen hatte Und mit zwei Fingerspitzen wie ein Fähnlein vor den zuckenden Augen meines Vaters hin- und herflattern ließ Das Missgeschick hatte bei uns dem Holzhändler gut vorgearbeitet Wir konnten all das, was wir unser Zehnköpfe und Mägen bedurften, nicht mehr aus den 80 Jochen Berggrund herausziehen Der Arzt schickte uns Briefe, die ich nicht weich und sanft genug lesen konnte, dass sie dem Vater erträglich wurden Der Waldbauer wird hiermit aufgefordert, binnen 14 Tagen, widrigenfalls Da meine Geduld endlich gerissen, so habe ich bewusste Angelegenheit dem K.K. Gerichte übergeben Und es wird nicht innerhalb 8 Tagen Die Pfändung Derlei sind so ziemlich die ersten Sätze gewesen, die ich in unserer lieben hochdeutschen Sprache zu lesen bekam Auch das Steuerbüchel, mit seinem Datum der Schuldigkeit und Datum der Abstattung, ließ mich ahnen, welche Kraft in der Sprache Schillers und Goethes verborgen liegt Es war ein leibhaftiger Hunderter, den nun der Holzhändler mit den zwei Fingern an der Ecke hielt Ob in demselben Augenblicke nicht ein kaltes Schauern durch Gewipfel der Lerchen gegangen ist, die draußen einzeln zerstreut im Fichtenwalde standen Ob nicht ein banges Ahnen durch die kleinen Vogelherzen geweht hat, die in jenen Wipfeln ihre Nester bauten Mein Vater streckte die Hand nicht aus nach dem Gelde, aber er verbarg sie auch nicht im Kleide Er beschäftigte nicht mit dem Hebel, er ließ sie, wie er von der Arbeit erschöpft so dasaß, halboffen, wie sie in der Natur gebogen auf seinem Schoß ruhen Der Klemens senkte das seltsame Papier hinein, da krümmten sich die hageren Finger sachte und hielten es fest Die Lerchen waren verkauft Nur muss ich mir noch eine Bedingung machen, sagte der Holzhändler, da er wusste, der arme Mann lag bereits in der Gewalt des Geldes Im Spätherbst, wenn der Schnee kommt, lasse ich die Bäume schlagen Du wirst dich verwundern, Waldbauer, wenn ich dir sage, über deine Lerchenbäume wird der Kaiser fahren Ja, ja, zum Eisenbahnbau brauchen wir sie Meine Bedingung ist die, dass meine Holzknechte, solange sie im Walde arbeiten, in deinem Haus kochen und schlafen dürfen Warum denn nicht, meinte der Vater Das ist ja recht brav, wenn's Ihnen unter meinem Dach gut genug ist Welch ein Unheil wurde mit diesen gutmütigen Worten über unser Waldhaus heraufbesprochen Der Klemens schenkte mir noch ein sehr glänzendes Gröschlein und ging dann munter davon Ich erinnere mich noch, dass ich mich darüber wunderte Die Munterkeit war doch offenbar unsere Sache, denn wir hatten das Geld Der Vater trug das Seine in den Dachboden hinauf und verbarg es im Gewandkasten Es wird ja bald wieder auswandern Dann gingen die Tage hin wie sonst Und im Wald standen die Lerchen und schaukelten im Wind ihre langen Äste wie sonst Und wurden im Herbst gelb wie sonst und setzten an den Zweigen für ein nächstes Frühjahr an wie sonst Die wissen's auch nicht, dass sie schon so bald sterben sollen, sagte mein Vater einmal zu mir Als wir von der Wiese herauf durch den Wald gingen Ich tröstete mich aber mit der Hoffnung, dass der Holzhändler Klemens, der gar nicht mehr in unsere Gegend kam, diese Lerchen vergessen würde Meine Mutter, der ich das heimlich aussprach, rief laut O Kind, der vergisst auf seine Seel, aber nicht auf die Lerchen Und eines Tages, als der Erdboden schon fest gefroren war, als das Moos unter den Füßen knisterte und brach Da hörten wir im Walde das Rauschen der Säge Wie wir über die braunen Fichtenwipfel hinschauten, sahen wir aus denselben den gelblichen Spitzkegel eines hohen Lerchenbaumes ragen Das Rauschen der Säge verstummte, die Keilschläge klangen, da neigte sich sacht, der Kegel tauchte nieder und im Erdboden war ein Zittern Am Abend darauf hatten wir die Holzknechte im Haus Es waren nur zwei, und als wir sie sahen, gefielen sie uns allen Der eine war schon betagt, hatte einen langen roten Vollbart, eine glatze und eine scharf krummgebogene Nase Die Euglein des Mannes schienen sehr klein, weil die roten Wimpern und braunen von der Hautfarbe kaum abstachen Aber in den Euglein war viel Spaß und Schalkheit Der andere war wohl um zwanzig Jahre jünger, hatte ein braunes Bärtlein Wer seinen strammen Nacken und seine breite Brust beachtete, der wusste es Ein kernfester Holzknecht Beide hatten steife Schurzfälle um und rochen nach Harz und Holzspänen Für uns war bald abgekocht, so überließ ihnen die Mutter den Herd Und wahrlich, die verstanden ihn zu benutzen Was sie da kochten, war nicht das bekannte Holzknecht-Wildbrett Als Hirschen, Füchsen und Spatzen und dergleichen Nocken, wie man sie aus Mehl und Fett zubereitet Das war wirklich Fleisch und Speck und Braten, und das schmorte und knatterte in den Pfannen Dass unsere Mägen, welche mit der Brotsuppe und Erdäpfeln abgetan wurden, in Aufregung gerieten Aber der Rote zerriss mit den Fingern ein ganzes Speckstück, und wir sollten kosten Einen mit Stroh umwundenen Zuber hatten sie bei sich Daraus tat einer und der andere tapfere Züge Der Rote lud mein Vater ein, ihren Wein zu versuchen Er tat's, und dabei erging's ihm noch schlechter, als dem Clemens bei der Leinölmulde Im Zuber war höllischer Brandwein Jetzt war's Tag für Tag, dass die Holzhauer in unserem Haus brasten Uns verging die Lust an unserer täglichen Kost, weil wir den Überfluss und das Wollleben sahen Wir wurden unzufrieden, und unser Gesindel, das aus zweihalb erwachsenen Dienstmägden Und der blinden Einlegerin bestand, tat manchen Seufzer Doch der Rote wusste uns zu ergötzen Er erzählte von den Städten und Ländern, denn die beiden Männer waren viel herumgekommen Und hatten in großen Fabriken gearbeitet Dann gab er Schwenke und Schalkheiten zum Besten In den ersten Tagen auch Rätsel und trollige Wortspiele, bei denen die Mädchen viel kicherten Vater und Mutter stillschwiegen, und ich nicht recht wusste, was ich denken sollte Dann kam Liedchen, in welchem, zum inneren Entzücken unseres Gesindes Das ländliche Liebesleben in all seinen Gestalten zu klarem Ausdrucke kam Für uns Kinder war's da, allemal Zeit, ins Bett zu gehen Aber unsere Strohschaube befanden sich eben in der Stube, in welchen die lustigen Dinge vorgingen Wir schlossen wohl die Augen, und ich hatte wirklich den festen Willen, einzuschlafen Doch die Ohren blieben offen, und je fester ich die Augen zudrückte, je mehr sah ich mit dem Geiste Der junge Holzknecht war still und ordentlich, blieb des Abends auch nicht so lange in der Stube Sondern suchte stets bei Zeiten seine Schlafstelle auf, die draußen im Heustadel war Diesem gesitteten Beispiel konnten doch auch die Mädchen nicht nachstehen Sie ließen den Roten schmatzen und verloren sich Mein Vater bemerkte einmal zum Roten, dass der Junge gescheiter wäre als der Alte Worauf der Rote fragte, ob dem Bauer etwa die lustigen Liedlein nicht recht wären Dann wolle er fromm sein und beten Und hub betrunkenerweise an, im Tone des Vaterunsers Spotsprüche herzusagen Stieg auf den Herd und verhöhnte in der Predigermanier eines Kapuziners Die heiligen Apostel, Märtyrer und Jungfrauen, sodass meine Mutter mit aufgehobenen Händen vor meinen Vater trat Ich bitte dich tausendmal, Lenzel, wenn du mir diesen gottlosen Menschen nicht bei der Tür hinauswirfst, so tue ich's selber Weibel, tu's selber, rief der Rote, sprang vom Herd herab und wollte die Mutter packen und liebkosen Das war unerhört In unserem Haus, wo ja aus, ja ein, kein unanständiges Wort gesprochen wurde, plötzlich solche Sachen Mein Vater war schier gelähmt vor Erstaunen Die Mutter aber fasste den frevelhaften Holzknecht am Arm und rief Jetzt gehst, Schandmaul, in mein Haus kommst mir nimmer Nicht einen Zoll ließ sich der Holzhauer vom Fleck rühren Wenn die Waldbauernleut schon so fromm sind, sagte er immer noch im Predigerton Dass sie vergessen, was sie unserem Herrn versprochen haben So gehe ich deswegen doch nicht aus diesem Dach hinaus Weiber jagen mich nicht, da zieht's mich noch alleweil näher hin Vielleicht jagen dich Männer und Ofenscheiter, sagte jetzt mein Vater Und riss mit einer Schnelligkeit und Entschlossenheit, die ich an dem sanftmütigen Manne bisher nicht erlebt hatte Ein Holzscheit von der Asen Der rote Holzknecht fiel ihm in die Arme, sie rangen Die Mutter suchte den Vater zu schützen, meine Geschwister in strohen Windeln erhoben ein Geschrei Ich sprang im bloßen Hemde zur Tür hinaus und rief die Mägde um Hilf an Die wohl schon friedsam in ihren Nestern ruhen mussten Die blinde Jula kam als die erste glücklich über den Hof gehumpelt, während eine der Sehenden über den Schweindruck stolperte Und die Jungmacht kletterte auf mein Geschrei und den Lärm im Hause des Schreckens voll die Sprossenleiter hinieder, die vom Heustadel in den Hof herabführte Ohne damals die Tragweite dieser letzteren Tatsache zu erwägen, eilte ich wieder ins Haus Wo die beiden Männer im Kampfe schnaufend und ächzend in der Stube von Wand zu Wand fuhren Der lange Bart des Holzhauers hatte sich in Fetzen um das Haupt meines Vaters geschlungen Diese schien doch die Oberhand zu gewinnen Da kam der junge Holzknecht bloß im Hemd und blauer Unterhose zwar, aber mit der ganzen Wucht seines Körpers Die Weiber taten, was bei solchen Auftritten ihres Amtes ist, sie schlugen die Hände zusammen und jammerten Meine Mutter nur, als sie sah, es wäre alles verloren, erfasste auf dem Herd einen lodernden Feuerbrand Rief, ich will euch noch hinaustreiben, ihr Räubersleut, das weiß ich gewiss Und fuhr mit dem Brande an den Bretterverschlag Die Furie will uns verbrennen, kreischten die Holzknechte und stürzten durch den wirbelten Rauch zur Tür hinaus Wir waren von dem unflätigen Gesellen befreit, aber die Flammen züngelten lustig die Wand hinan Mit Not und Wasserkübeln gelang es noch, die Feuersbrunst zu ersticken So ist derselbe Abend in eine stille, bange Nacht übergegangen Die Haustür hatten wir verriegelt und verrammelt Und als wir das Kinspanlicht ausgelöscht, horchte später der Vater an den Fenstern, ob sie etwa noch draußen Es blieb still, erst am nächsten Morgen kam der junge Holzknecht, um seine und seines Kameraden Geräte mit sich zu nehmen Sie haben sich dann im Walde aus Holzschwarten und Baumrinden eine Hütte gebaut In welcher sie den halben Winter über wohnten, bis die Lärchenstämme verarbeitet waren Wir waren jedoch überzeugt, dass sie Böses gegen uns spinnen mussten Worauf aber die Jungmacht einmal ganz klug bemerkte Das Beste wäre doch, mit solchen Leuten sich stets in gütlicher Weise zu vertragen Du hast leicht reden, Dirn, du weißt nichts, entgegnete ihr mein Vater Auf ein solches schwieg sie, sie wusste viel Da hatte ich zur selben Zeit einen neuen Schreck Aus Begierde, die gottlosen Gesellen doch noch einmal zu sehen und zu beobachten Ob ihnen bei ihrer Holzarbeit nicht etwa der Teufel knechtliche Arbeit leistete Lugte ich eines Tages vom Waldwege aus durch das Dickicht auf ihren Arbeitsplatz hin Da sah ich, dass sie lange Totenthronen machten Ich berichtete das zu Hause und rief damit eine große Erregung hervor Wie ich sag, sie haben noch was im Sinn, sagte meine Mutter Der Vater vermutete Bub, du wirst wieder einmal bei helllichtem Tag geträumt haben Nachschauen will ich aber doch gehen Wir gingen in den Wald Mein Vater guckte durch das Dickicht zu den Holzhauern hin Und da sah ich, wie er blass wurde U halb narr, lachte er ächzend Die graben uns Bauern von ganz Alpel ein In ganzen Stößen waren die Totensärge aufgeschichtet Und noch immer hackten sie mit ihren Beilen an neuen herum Wir schossen davon, um also gleich dem Ortsrichter Der auf dem Berge jenseits des Engtales sein Haus hatte Die Mitteilung zu machen von dem, was wir gesehen Unterwegs dahin begegnete uns der Zimmermann Michel Dem sagte mein Vater, er möge all seine Hacken und Messer bereithalten Es habe den Anschein auf schlimme Zeiten Die fremden Männer, die in seinem Wald arbeiteten Täteten nichts anderes als Totentruhen machen Ja, antwortete der Michel Ich hab's auch schon gesehen Ein Glück ist nur, dass diese Truhen nicht hohl sind Hierauf belehrte uns der erfahrene Mann Über die Form der Eisenbahnschwellen Die gewöhnlich zu zweien aus dem Block gehauen Bevor sie auseinander geschnitten wurden Mit ihren sechs Ecken einem Sarge glichen Wir kehrten also gleich um Und als wir auf dem Feldreine hingingen Wo der Rasenweg glatt und hübsch eben war Sagte mein Vater zu mir Jetzt hätten wir schöne Zeit Dass wir uns selber auslachen kunden Sonst tun's andere So geht's, wenn man wem Feind ist Des schlechtesten zeigt man ihn Und ist so verblendet, als hätte einem der Bösfeind Die Hörner in die Augen gestoßen Am Ende sind auch die zwei Holzhacker Nicht so schlecht, als sie ausschauen Wie der will Ich werde froh sein, wenn sie beim Loch draußen sind Und das weiß ich, der Clemens kauft mir keine Lärchen mehr ab Weil ihr keine mehr habt, war meine Weisheit darauf Der Vater schien sie nicht gehört zu haben Die Holzknechte waren endlich fortgezogen Und mit ihnen die Lärchen schwellen Die rötlichen Baumstöcke blieben zurück Und auf den Poren derselben Standen helle Tröpflein des Harzes Dass sie keine Christen waren, bemerkte mein Vater einmal Zeigt sich schon darin, dass sie nicht in einem einzigen Stock Das Kreuzel eingehackt haben Im Walde war es nämlich damals schon Sitte Dass die Holzknechte in jedem Stock Sobald der Baum gefallen war Mit dem Beil ein Kreuzlein eingruben Warum, das habe ich nie recht erfahren können Es wird wohl aus demselben Grunde geschehen sein Aus welchem der Schmied beim Wegziehen des glühenden Eisens Mit dem Hammer noch ein paar leere Schläge auf den Amboss tut Man will mit solchen Dingen dem Teufel Der bekanntlich nie müßig ist Und sich in allen Arbeiten des Menschen mischt Das Handwerk legen Mein Vater, dessen Leben stets so sehr mit dem Kreuze verwoben war Ging hinter dreien und hieb in die Lerchenstöcke Kreuze ein Also war es wieder in Ordnung mit dem Walde und voller Frieden Wie es eh dem gewesen Und das ist die Geschichte von den fremden Holzern Den Kindern der Welt Die wie ein erster Wellenschlag aus dem hochbewegten Meere des Lebens In unseren entlegenen Waldwinkel gedrungen waren Wie klein war dieser Wellenschlag Und wie viel Unruhe, Unzufriedenheit und Ärgernis hatte er herangeschwemmt Nach und nach waren die fremden Elemente wieder vergessen Selbst die Mutter war ihre Entrüstung endlich her geworden Unsere junge Magd jedoch träumte bisweilen Wachend von einem jungen Holzknecht Ende von Kapitel 24 Gelesen von Alexander Rühl, Flörsheim am Main Kapitel 25 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Avaie im Juli 2010 Wie ich mit der Tresel ausging und mit dem Meischel heimkam Die Kramer-Tresel, das war eine der acht Seligkeiten meiner Kindheit Sie war ein altes Weib Und das war ein Glück Denn die jungen Weiber jener Gegend Tragen ihre Seligkeiten nicht auf dem Rücken umher Wie das die Kramer-Tresel tat Und die jungen Weiber bieten ihre Schätze nicht an Knaben unter 17 Jahre aus Wie das die Kramer-Tresel tat Sie trug eine braune Holzkraxe auf ihrem krummen Rücken In derselben waren der Schubladen drei oder vier Und obendrauf lag noch ein großes blaues Bündel festgebunden Wenn wir Kinder etwas recht Braves, recht unerhört Braves taten So sprach aus dem Munde unserer guten Mutter der Geist der Verheißung Kinder, sprach er Wenn einmal die Kramer-Tresel kommt, so will ich euch was kaufen Da huben wir denn alle mal ein Freudengeschrei an Und stampften mit den Füßen Bis die Mutter wieder sagte Ja, wenn ihr ein solches Getös macht, da werde ich euch nichts kaufen Also gleich war es still, dass man ein Mäuschen hätte laufen hören können Wenn eins gelaufen wäre Aber die Mäuse kamen nur in der Mitternacht hervor Und die Kramer-Tresel kamen gar nicht Heißt das, sie kam Seit urewigen Zeiten kam sie des Jahres ein oder zweimal in unser Haus Wir selbst hatten das schon erlebt Doch so unbeschreiblich langsam ging die Zeit dahin Dass uns Kindern zwischen Frühjahr und Herbst Und zwischen Herbst und Frühjahr Eine blaue Ewigkeit lag In der die Mythe von der Kramer-Tresel schwamm und verschwamm Wie eine Lerche im Himmelsblau Und einmal mitten im Winter An einem ganz gewöhnlichen Tage Da der Vater im Stalle die Ochsen striegelte Und die Mutter in der Stube spann Und meine kleineren Geschwister Sich einer zerbrochenen Spule wegen Auf dem Flöts herum balgten Und ich fällt drüben in den Schweinsdruckschnitt Im busenden Trieb, mich an dem Kampfe zu beteiligen Ging die Tür auf Und sie war da Die Kramer-Tresel Und als aus ihrer Kraxe Die Schubladen mit den Taschenfeiteln Und den Mundharmoniken Und den Tabakspfeifen Und den hellrot angemalten Spielkästlein Und den messingenen Hosenknöpfen und Hafteln Und den bunten Zwirnsträhnen und Nähzeug Und den fein geschnitzten Holzlöffeln Und den Stehaufmanteln Und allem Allem auf unserem Tische ausgestellt waren Und wir Kinder mit Poltern und Stoßen Ringsumher die Bänke besetzten Und Augen und Mund auftaten Da sah ich erst ein Was dieser Tag für ein grauenhaftes Loch gehabt hätte Wenn die Kramer-Tresel nicht gekommen wäre Mein Sinn stand nach allem Obzwar ich mir sofort klar stellte Alles kannst nicht haben Den Himmel kriegst erst, wenn du gestorben bist Aber auf eins setz dich fest Meine Hand zuckte nach einem Röstlein Das auf einem Brett stand Welches vier Radeln hatte Das Röstlein war ziegelrot angestrichen Und hatte an den weichen weiße Blumen Und im Sattel saß ein blauer Reiter Der hatte einen großen Schnurrbart im Gesicht Und sogar Augen Und einen wirklichen Federbusch auf Lass stehen, Bub, und greif nicht alles an Verwies mir die Mutter Aber die Kramer-Tresel, welche so gütig und geduldig war Wie unsere liebe Frau sagte Oh, das macht nichts Tu's nur angreifen, das Zeugl Schau, der Hussar reitet dir schon entgegen Und schupfte das Röstlein, das es zu mir über den Tisch herrollte Haben ja kein Geld nicht Bemerkte die Mutter Die Kramer-Tresel überhörte zum Glück das gefährliche Wort Sie machte einen Deuter auf mich und sagte Das ist gewiss das ausbündige Bübel Das lesen und rechnen kann Und allerhand ausdüpfelt Wie's die Leute erzählen Ja, antwortete die Mutter Ohne das Spinnrad auch nur einen Augenblick stehen zu lassen Austüpfeln kann er schon was Wenn er nur nicht so schlimm sein täte Sag glaube ich nicht, dass er schlimm ist Meinte die Dresel Weißt was, Waldbäuerin Das Bübelkünst mir leihen Ganz ernsterweise, Waldbäuerin Meine Tochter, die hat bei den Geißen heimbleiben müssen Und nun bin ich morgen auf dem Rattnerkirchtag hellerleihen Der Kramerstand, die Verkaufsbude ist nicht klein Leute sind viel und ist allemal ein Gedräng ums Standl herum Eins kann nicht genug aufpassen Und hab ich mir unterwegs noch träumen lassen Wenn ich den Waldbauernbuben könnt mitkriegen Ich tät schon was hergeben So die Dresel Und als jetzt die Mutter das Spinnrad stehen ließ Um Antwort zu geben, war mir wie einer armen Seele beim jüngsten Gericht Die Mutter sagte Ja, wenn die Dresel meint, dass sie ihn brauchen kann Vielleicht friert ihm der Unend Vorwitz dabei ein Eichtl aus Und Zeit hat er, dass er mitgeht auf den Rattnerkirchtag Ich bin von der Bank geflogen Und ehe noch an den Vater berichtet werden konnte Von meiner unglaublichen Standeserhöhung War ich schon im Sonntagsgewandel Meine Geschwister erhielten jedes ein Holzlöffelchen Das glänzend schwarz lackiert war Und in der Höhlung ein rotes Blümlein hatte Sie fuhren also gleich damit in den Mund Und bildeten sich ein Sie essen Kindsbrei Und der Reiter gehört dein Sprach die Kramer Dresel zu mir Den heb dir die Mutter auf Und morgen, wenn du heimkommst Lass ihn recht ausreiten Die Mutter riet, ich solle ein Stück Brot mitnehmen Allein die Dresel sagte Indem sie ihre Warentrage wieder zurecht machte Das wär nicht schlecht Verköstigen werde ich meinen jungen Kramer schon selber Verhoffst, dass wir ein gutes Geschäft machen werden Auf dem Rattnerkirchtag Und jetzt werden wir anrücken müssen, Böbel So geht halt in Gottes Namen Sagte die Mutter und spann Meine Geschwister aßen mit ihren neuen Löffeln Von der Tischplatte weg noch die leere Luft Und wir gingen, wie es die Mutter gesagt Ratten ist ein Dörflein zwischen den Waldbergen Der Feistritz am Fuße der Rattneralpe Es hat viele Bauernhäuser auf den Hängen Und in den Schluchten zerstreut Es hat einen ausgiebigen Dorftrost Nämlich ein paar stattliche Wirtshäuser Und es hat eine schöne geräumige Kirche In welcher jener heilige Martinus reitet Und in welcher der heilige Nikolaus als Pfarrpatron wohnt Diesem Patron zu Ehren wird alljährlich zu seinem Namenstag Am 6. Dezember ein Kirchtag abgehalten Und das war der Kirchtag, zu dem wir gingen Wir hatten drei Stunden dahin zu gehen Weil wir unterwegs in einigen Häusern zusprachen Verhoffend ein paar Kreuzer zu lösen Die Leute verschoben aber ihre Einkäufe auf den morgigen Kirchtag Macht nichts, meinte die Dresel Sie kommen uns morgen Da im tiefen Schnee der Graben, den wir Pfad nannten, gar schmal war So schritt voran die Dresel mit ihrer Kraxe Deren angebundener Ballen hoch über ihr Haupt hinausragte Und hintendrein trippelte ich Und hatte nur selten einen Blick frei über die Schneemauer hinaus in die weite Welt Und diese weite Welt dehnte sich bis zum Waldhang Der hinter dem vereisten und versulzten Wasser aufstieg Und an welchem dort und da ein Häuslein klebte Oder eine träge, rauchende Kohlenstätte war Und endlich sah ich über eine Höhung Den roten Riesenzwiebel des Kirchturms von Ratten hervorragen Auf der Straße, in die wir nun einbogen, war es recht lebhaft Da fuhren Schlitten mit einem alten Ross oder mit einem alten Weib bespannt Da schleppten andere an hochgeschichteten Rückentragen Jütlein darunter mit ihren Bündeln Doch den übrigen vorhastend Da huschten hinter aufgestülpten Rockkrägen Musikanten mit vereisten Schnurrbärten Da kamen schon Holzknechte und Tagwerker in ihrem Sonntagsstaate daher Und trotteten recht langsam, als wenn es gar nicht eile Aber doch auf kürzestem Wege, dem schon durch und durch lebendigen Wirtshause zu Auf dem Kirchplatz baute das Krämervolk schon an seinen Ständen Deren Bretter noch öde und leer lagen Deren Wand und Dachgerippe noch von keiner Plache überspannt waren Als wir mitten auf den Platz gekommen waren, blieb der Dresel stehen Starrte gegen das Kirchhofstor hin und murmelte Was ist das? War der Standplatz schon verbaut, der an der lebhaftest begangenen Stelle lag Just vom Kirchtore her Und den die Dresel seit Alters her besessen hatte Der Meischel, ein wegen seiner spottbilligen Waren berüchtigter Hausier-Jude Hatte hier seine Städte aufgeschlagen Ich pack nicht aus Sagte die Dresel mit einem schönen Ebenmaß von Entrüstung und Selbstgefühl Und tat just so, als wollte sie auf der Stelle umkehren Stand noch zu Recht der Zeit der Taferner da Der Kirchenwirt, der die Standplätze zu vergeben hatte Und der seine Handlung damit entschuldigte, dass er der Dresel zu bedenken gab Der Jude habe doppeltes Standgeld für den Platz am Kirchhofstor geboten Für einen solchen Handel, sagte nun die Dresel Sei ein Jude zu wenig Einer müsse sein, der das Gebot machte Und ein zweiter, der es annehme Der Taferner tat ein süßes Lächeln Als hätte ihm die Dresel eine Schönheit gesagt Dann schlug er ihr den gegenüberliegenden Platz vor Just neben der Bildsäule des heiligen Nikolaus Das wäre eigentlich noch ein viel besserer Platz Und für den alten Preis zu haben Was blieb uns übrig, als anzunehmen? Nun gingen wir eine warme Suppe essen Dann machten wir uns flink an das Stand aufrichten Die Dresel hatte ihr eigenes Zeug dazu Welches in einem Gelasse der Taferne aufbewahrt war Und welches wir nun herbeischleppten Als wir die Bretter heranschleiften Wusste die Dresel ein paar Mal solche Schwenkungen zu machen Dass wir damit scharf an das gegenüberstehende Judenständl anrannten Dieses wackelte Aber der Maischel stützte es behändig Und schmunzelte dabei Der Jud Maischel war ein gar schlichtes, aber rührsames Männlein Sein Haar und Bart war kohlschwarz und gekräuselt Wie bei neugeborenen Lämmern die Wolle In seinem dunkelroten Gesicht Lugten zwei Äuglein Die einem nie ins Antlitz schauten Sondern allemal, wenn er sprach Der Gegenperson an den Hals oder an die Achsel guckten Der Jud Maischel hatte eine geradezu überchristliche Sanftmut Er war mit nichts zu erzürnen Tief entrüstet war er einzig nur Wenn man ihm für eine Ware, die er um drei Gulden schätzte Etwa zwölf Groschen anbot Aber voll tiefer Verachtung schlug er die Ware um dieses schmähliche Angebot los Und dem Käufer wurde Angst und Bang Frau Tresl, sagte ich nun zu meiner etwas schwermütig gewordenen Prinzipalin Die Ratnerleut sind Ehrenleut Die kaufen dem Leuten Schmierer nichts ab Die Frau Tresl wird's schon sehen Gott gäbs, seufzte sie tief auf Nun wurde es Abend Und am Abend wurde es lustig Beim Tiferner waren alle Tische besetzt Und auf jedem Tisch stand ein Kerzenlicht Und darüber war der Wein- und Bratenduft Und der blaue Tabakrauch Dass es eine helle Pracht war Wir zwei saßen im Ofenwinkel Hatten neben uns auf der Bank ein Glas Obstmost stehen In das wir, einmal ich und einmal die Tresl Eine Semmel tauchten Die Wirtin wollte auch uns Licht bringen Indem sie sagte Nicht einmal ein Toter mag ohne Licht sein Das schon, antwortete die Tresl Aber wir zwei sind noch lebendig Und zum Dasitzen sehen wir häufig genug Und dass wir uns für andere beleuchten lassen wollen Dazu sind wir zu wenig schön In Wahrheit wollte sie nur nicht Dass das übrige Krämervolk Welches in der Wirtsstube hochmütigerweise Bei Wein und Schöpsenfleisch schwelgte Unser bescheidenes Nachtmahl sehen sollte Sie hatte eine Ahnung davon Was bei einem Kaufmann der äußere Schein bedeutet Die Gesellschaft wurde immer lauter und unbändiger Und etliche Burschen huben an zu singen In Ratten da ist's lustig In Ratten da ist's lustig In Ratten da ist alles frei Da geht ka Polizei Leider Gottes Sagte die Kramertresl vor sich hin Und jetzt gehen wir schlafen Sie hatte sich eine Kammer bestellt Ich wurde zum Pferdeknecht ins Bett getan Der Pferdeknecht hatte schon von Natur einen stattlichen Leib Als er aber so neben mir im Bette lag und schlief Er schlief wie ein Pferdeknecht Floss er so sehr auseinander Dass ich an den Rand gedrückt wurde Und Gefahr lief auf den Boden zu fallen Glücklicherweise war vom Bette etwa nur einen Fuß entfernt Die Stallwand An welcher zwar das Wasser des Stalldunstes niedertropfte An welche ich mich aber mit dem ausgestreckten Arm Dermaßen anstemmen konnte Dass ich dem Drucke meines Bettgenossen Die ganze Nacht hindurch glücklich standhielt Dass man in solcher einer Lage vom Schlafe nicht belästigt wird Ist selbstverständlich Und so hatte ich den Zeit in Gedanken Den Pferdeknecht zu entschuldigen Der, müde von des Tages Last und Plage Rechtmäßig ja über das ganze Bett verfügen konnte Und im Gedanken auch Gebete zu verrichten Dass morgen, unter meiner Mitwirkung Der Kirchtag für meine Prinzipalin Doch um Gottes Willen gut ausfallen möge Ich sah mir Reden aus Um die Käufer anzulocken Und die Waren zu preisen Und ich sah die Leute herbeiströmen Zu unseren köstlichen Sachen Wir hätten alles verkauft Auch das leere Standl noch dazu Wenn ich nicht zu früh von meinem Traume erwacht wäre Und nun gewahrte ich Dass ich mein Pferdeknecht Mitsamt den Pferden fortgemacht hatte Schon fahrend draußen auf den kalten Straßen Jetzt, das war ein Wohlbehagen Wie ich mich nach Gefallen strecken konnte Im weiten Bette Und mich einmal gründlich durchwärmen durfte Ich bedauerte dem Pferdeknecht Dass er schon so früh in den Winter hinaus gemusst Aber im Grunde war es mir doch lieber Als wenn er noch im Bett gelegen wäre Mit seiner breiten, schlaftrunkenen Wesenheit Leider dauerte das nicht lange Die Dresel tastete sich in den Stall Rief meinen Namen und fragte Ob ich ausgeschlafen hätte Ich sprang sogleich auf Als wir bei der Frühsuppe saßen In der wohldurchwärmten Wirtsstube Gab mir die Dresel Weisung Wie ich mich am Standl zu verhalten hätte Fürs erste einmal achtgeben Dass nichts Füße kriegt Dann, wenn um den Preis von etwas gefragt würde Es ihr, der Dresel Also gleich mitzuteilen Nach ihrem Ausspruch aber wohl Nicht mehr handeln zu lassen Weil sie die Sache nicht überschätze Dann gab sie mir zwei Sechser Damit ich wisse Wofür ich mir am Standl Finger und Nase erfrieren lasse Dann nahm sie ihre Kraxe Und wir gingen in des lieben Gottes Namen hinaus Auf den Kirchplatz Es war noch nächtig Aber man hörte schon das Gesure der Leute Und die Kirchglocken läuteten zu der Rorate An den Kramerstandln war viel Hämmern und Schreien Und auch wir prüften nochmals unsere Bude Und legten, während drin in der Kirche die Orgel tönte Unter stillem Einschluss in die Heilige Messe die Ware aus Und nun trat mir die Größe und Vielfältigkeit Der Habe meiner Prinzipalin ganz vor Augen Sie hatte alles, denn was sie nicht hatte Daran dachte ich nicht Es war Nebensache Sie hatte Klein- und Lockwaren Wie sie der Bauer braucht Oder wenigstens gerne Besäße, wenn er sie kaufen könnte Allerlei Messer und Gabeln und andere Werkzeuge Geldtäschchen, Brieftaschen, Hosenträger, Urschlüssel, Rauchzeug Sacktücher, Heiligenbildchen, Einschreibebüchlein Zwirren, Bänder, Kinderspielwaren, Handspiegel und so weiter Über den langen und breiten Tisch hin Und was an den Stangen und Haken hing Und was noch in den Laden der Kraxe und in dem unerschöpflichen Ballen war Aber als nun der Tag graute Ein trüber, sachte, schneiender Wintertag Da musste ich sehen, dass der Jude uns gegenüber All dieselben Sachen ausgestellt hatte Aber viel kecker und wirrer ausgestellt Dass sie ordentlich in die Augen schrien Und an den Dachecken seines Standels Prankten zwei rote Fähnlein Wie bei uns zu Kriegszeiten Wenn die Soldaten fortzogen Oder beim Festscheibenschießen am Kaisertag Oder wenn sonst etwas Unerhörtes war Und hinter den Fähnlein war eine große Tafel Gut und billig, da kaufst ein Und nahm jetzt, wie die Leute aus der Kirche strömten Der Racker eine Mundharmonika zwischen die Zähne Und blies drauf los Und schrie über die Leute hin Dass er einen Haupttreffer gemacht hätte in der Lotterie Und daher heute alles verschenke Das Stück Silberlöffel, fünf Kreuzer Das Dutzend noch billiger, rief er Und brachte damit die Leute in Verwirrung Dann schwang er hellrote Seidentücher über die Köpfe hin Für den Dallen, rief der Meischel Konnte aber nicht einmal die Worte aussprechen Und wenn eine das tragt um den Hals Laufen mir alle Buben nach Ich geb's aber nicht her Und zog es hastig wieder zurück Solche Sachen trieb er und schrie fortwährend Da geht herbei Da wird gehandelt, geschenkt Noch was draufgegeben Da ist der Glücksberg Und immer dichter wurde um das Judenstandl die Menschenmenge Und uns, dem ehrbaren Stande der Dresel Wendeten sie den Rücken zu Mir wurden in meinem Zorne alle Schneeflocken Grün und Gelb vor den Augen Und ich stieß die Dresel Sie solle doch auch zu schreien anheben Dass uns die Leute sehen Du bist nicht gescheit Sagte sie zu mir Wo solche Leute lärmen Da ist ein Schand und Spott Das Maul aufzumachen Da packen wir lieber zusammen Jetzt hub weiter unten auf dem Platze Auch noch ein anderer zu schreien an Das war ein Kreiner Wollte aber gescheiter sein als der Jude Und rief Daher, Leute, daher Bei mir ist die Schönheitsseife zu haben Die echte, approbierte und privilegierte Schönheitsseife Werden alle garstigen Dirndln, die sich damit waschen Engelsauber Und alle alten Weiber blutjung Das ist Schwindel vom Kreiner Rief der Meischel Bei mir zu bekommen Die ganz neu erfundene blütenweiße und rosenrote Schönheitsseife Aber nur für die Jungen und Schönen zu gebrauchen Dass sie nicht werden alt Echt und billig Meine Herren und Damen Geht nicht vorbei an eurem Glück Selbstverständlich wählte jede die Seife des Juden Nun hub der Meischel an und schellte in einem Sack Nummern Und ließ ziehen Er spielte seine Wahn aus Mit einem groschen Einsatz konnte man goldene Ringe und Uhren Ganze Fläschchen von Liebestränken und die unglaublichsten Schätze gewinnen Die Dresel hatte den lärmenden Juden lange beobachtet Zeit hatte sie dazu Und nun sagte sie kopfschüttelnd Der ist vom Teufel besessen Der Markt war schon im vollsten Gange Es wurde gefeilscht und gekauft Es wurden Späße getrieben beim Lebzelter und beim Schnapsschenker Und man hörte singen In Ratten da ist alles frei Da gibt's keine Polizei Weiber gingen umher von Stand zu Stand Und füllten ihre Hausbündelchen mit Äpfeln, Nüssen, Lebzelten und Spielwaren Für ihre Kinder zum Nikolo Ich hielt die Hände in den Hosentaschen Und zappelte mit den Füßen hin und her Und klöpfelte die hartgefrorenen Schuhe aneinander Von den Zehen wusste ich ohnehin nichts mehr Sie gaben kein Lebenszeichen von sich Was übrigens in jenen Zeiten bei mir nichts Neues war Die Zehen hielten ihren Winterschlaf Und die Kälte fing mir in ihnen allemal erst an Wehe zu tun Wenn es warm wurde Nun, so trippelte ich an unserem vergessenen Standl Und wir hatten immer noch nicht ein Stück verkauft Mir war zum Verzagen Ich möchte in den Erdboden versinken Flüsterte ich der Dressel zu Da hat es dir viel zu hart gefroren War ihre Antwort Aber das muss ich schon sagen Ein solcher Kirtag ist mir was Neues Das Wort hatte mich ins Herz getroffen Vielleicht war ich die Schuld Ich hatte keinen Schick Gar keinen Konnte die Sache nicht betreiben Stand da, wieder damals beim Tor Und schaute blitzt umdrein Ein solcher Kirtag ist dir was Neues Jetzt sah ich am Rande unserer Standl seinen guten Bekannten von meiner Gegend Es war des Grabensbergers Schafbub, das Nazelein Das lugte so auf die bleiernden Taschenuhren her und auf die Ludlpfeifen und auf die blinkenden Federmesserlein und auf mich Wohlerwägend, wieso ich bei diesen Schätzen stehe, die er mit kierigen Augen angriff, nachdem ihm früher die Dressel mit den Worten Schau, das gehört nicht dein, das lass stehen Seine Finger von einem zinnernen Streichholzbüchslein losgelöst hatte Zu diesem Nazelein strech ich nun hin und ihm heimlich meine zwei Sechser in die Hand drückend, flüsterte ich ihm hastig ins Ohr Kauf was, kauf dir was Alsbald stand ich wieder auf meinem Platz und schaute mutiger auf die ergebene Dressel hin Mit Herzklopfen die Herrlichkeit erwartend, da ja jetzt bald ein Käufer andrücken würde Das Nazelein lugte in seine hohle Hand und wie es sah, da wären zwei silberne Sechser drin Macht es ein grinsendes Gesicht zu mir herüber Dann drehte es sich langsam um und kaufte drüben beim Juden ein Tabakrauchzeug Jetzt vergaß ich meiner Würde Hinschoss ich zwischen den Beinen der Leute wie ein gereizter Tiger auf das Nazelein zu und warf es zu Boden Ein Gebalge entstand, dass der Schnee stäubte und die Leute mit hellem Gelächter einen Kreis um uns bildeten Ich wollte dem Nazelein für seinen Hochverrat die neue Pfeife entwinden und sie zu Scherben machen Aber jetzt war die Ratner Polizei da Der Gemeindediener Dieser Mensch fasste mich auf einmal beim Rockkragen an und zog mich hübsch kräftig in die Höhe Und weil alles rief, ich hätte ohne jeden Anlass den arglosen Jungen überfallen So war nun vom Gemeindekotter die Rede Da kam ich drauf, dass der Ausspruch der Dressel auch auf mich passe Ein solcher Kirchtag ist mir was Neues Aber ich biss in die Lippen hinein Und wie sie mich auch verhörten, warum ich wäre raufend worden Das wäre sauber, wenn es an Kirchtagen die kleinen Buben den Großen nachmachen wollten Ich sagte kein Wort Ich konnte keins sagen und wollte auf nicht Weil ich mir dachte, sie könnten dann glauben, dass was geschah, wäre aus Geschäftsneid geschehen So wurde ich nun befragt, ob ich der Kramer Dressel ihr Sohn sei Da schrie meine Prinzipalin vom Standl her Ich wäre nichts weniger als ihr Sohn Ich wäre der Waldbauernbub Sonst ein gutes Kind, aber ich müsse vor Kälte wahnsinnig geworden sein Der Gemeindediener von Ratten konnte nichts besseres tun, als stark in seinen Schnurrbart hinein zu pfauchen Und mich dann an der Hand durch die Leute, die ganz grauenhaft bereitwillig uns eine Gasse bildeten Vom Marktplatz weg zu führen Vom Markte weg und hinaus vor das Dorf Wo er mich mit dem Wohlgemeinden rate, ich solle schauen, dass ich heimkäme Auf der freien Straße stehen ließ Von Rechts wegen hätte ich jetzt wimmern sollen Allein ich konnte nicht, meine Entrüstung war zu groß Ich beschloss nicht zu schauen, dass ich heimkäme Sondern auf der Straße zu warten, um über den Grabenberger Buben, wenn er des Weges ginge Ein gerechtes Gericht zu halten Und auch die Kramer Dressel abzupassen Um mir den ganzen Sachverhalt mitzuteilen Wie ich dem Nazilein mein Geld gegeben Dass er ehrenhalber bei uns was für sich kaufe Und wie diese Kreatur die Silberlinge zum lärmenden Juden getragen habe Spät am Nachmittag, als schon das Volk der ganzen Gegend mit seinen verschiedenen Einkäufen und Räuschen Zu Fuß und zu Schlitten vorbeigezogen war Kam die Dressel mit ihrer schweren Trage herangeschnauft Und neben ihr watschelte die Kreatur daher mit dem verbundenen Kopf Liebreich von der Alten an der Hand geführt und gezertelt Als wollte sie es gut machen, was ihr Bursche an diesem Nazilein verbrochen Unter solchen Umständen verbarg ich mich rasch hinter einen Fichtenstamm Und ließ sie vorbeiziehen Und dann ging ich ihnen langsam nach Voll der tiefsten Betrübnis Ich war noch nicht auf halbem Wege Als eine solche Müdigkeit über mich kam Dass ich mich an den Schnee hinlehnte, um zu rasten Auf diesem Pfade gingen keine Menschen mehr Es war im Haussteiner Walde Die Heer und Krähen stäubten Schnee herab von den Bäumen Und jetzt wiederholte sich etwas Wie es ähnlich schon früher einmal gewesen war Mit der Mooswaberl Ich musste im Schnee schon recht gut geschlafen haben Da wurde ich plötzlich aufgerüttelt Und vor mir in der Abenddämmerung stand der Hausierer Maischel mit seinem Bündel Was ist denn mit dir, Würmlein? Sagte er Das Erfrieren ist ja nicht gesund Da müssen wir noch bei Zeiten einheizen Er hielt mir ein Holzplützerchen an den Mund Und als ich daraus ein paar Schlucke tat Da wurde mir so warm inwendig So warm ums Herz Dass es mir zu Sinn kam Der Maischel ist ja eigentlich ganz brav Da er fand, dass es nicht ratsam sei, mich allein zu lassen So ging er mit mir bis zum Hause meines Vaters Also ist es geschehen, dass ich mit der Dresel ausging Und mit dem Maischel heimkam Ende von Kapitel 25 Kapitel 26 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Waldbauernbübel von Peter Rosegger Kapitel 26 Als ich auf den Taschenfeitel wartete Bei einer Christenlehre im Waldlande hatte ich mich ausgezeichnet und da kam nun für mich eine herrliche Zeit Nimmer war ich das nichtige Waldbauernbüblein sondern vielmehr der junge Gottesgelehrte der dem Pfarrer hatte sagen können was christkatholisch Glauben heißt was zur Seligkeit notwendig ist worin die christliche Gerechtigkeit besteht und was der heilige Paulus über die Ehe gesagt hat Die Bauern, in deren Gegenwart solche Fragen beantwortet worden haben sich nur darüber gewundert dass der Pfarrer mich nicht auf der Stelle zum Priester geweiht Vielleicht, meinte der Höfelhans weiß er ihm zu viel, der Peterl so dass er gleich zum Papst gewählt werden müsste und dazu wäre der Bub zu jung Zehn Jahre war ich alt Um diese Zeit hat der Mensch noch eine Menge Vettern Einer von diesen, der Vetter Jakob wird's gewesen sein tuschelte mir ins Ohr Wart, Peterl, bis dein Namenstag kommt kriegst was von mir, was Schönes extra was, weil du's so brav hast gemacht allen Verwandten eine Ehe einen Taschenfeitel, wenn du magst Ja, Vetter Jakob, den mag ich jubelte es in mir auf und von der Stunde an begann ich mich unbändig zu freuen auf den Taschenfeitel Wenn man so einen hat, da kann man nachher was Man kann Peitschenstecken abschneiden Man kann aus Kiefernrinden Rösser schnitzeln Man kann aus Spänen Kreuzeln machen und sie aus Haustorheften Man kann Pfeil und Bogen herrichten Man kann auf dem Felde die Rüben ausziehen und sie abschälen und hübsch stückweise in den Mund stecken Man kann den Forellen die Köpfe wegschneiden bevor man sie in die Bratglut wirft Kurz, man kann alles mögliche tun wenn man einen Taschenfeitel hat Jede Nacht träumte ich vom Taschenfeitel mit dem gedrechselten gelben Hefte bis der Namenstag endlich herangekommen war Am Vorabende, als sie mir mit Kübeln, Pfannen, Hafendeckeln und Feuerzangen die übliche Namenstagsmusik gemacht hatten kehrte ich mich nicht viel drum mein ganzes Wesen erfüllte der Gedanke Morgen hast du deinen Taschenfeitel Am nächsten Frühtage, als die Wände des Hauses im Morgenrote leuchteten strich ich schon draußen auf dem taufrischen Anger herum und guckte zwischen Bäumen und Sträuchern nach allen Seiten aus ob nicht der Vetter Jakob daher steige In die Stube zurückgekehrt gab's eine Überraschung An die Namenstagsstrauben hatte ich gar nicht gedacht Die Mutter hatte sie mir heuer mit besonders viel Weinbärlein ausgestattet Ich steckte sie in großen Brocken rasch in den Mund um die Finger abgeschlägt zu haben und bereit zu sein wenn der Vetter Jakob mit dem Taschenfeitel käme Die Stubentür ging auf, der Vater trat herein, ging langsam auf mich zu Dem Namenstag Buben muss man doch eine neue Kappen aufsetzen und streifte mir eine bunt gestreifte Zipfelmütze mit schönem Boschen über die Ohren Fast wollte er sie in guter Laune mir auch über die Augen ziehen Ich wehrte mit den Händen ab, die Augen müssen frei bleiben, wenn der Vetter Jakob kommt Jetzt erschienen meine Geschwister Der Jackerl brachte von seiner Henne, er besaß eine, drei Eier Die Plonele verehrte mir ein Streuslein aus frischen Nelken und Reseden und einen Kreuzer dazu Die Mirzeli schluchzte in ihr Schürzlein, weil sie nichts hatte worauf ihr meine Mutter eine hölzerne Perlenschnur gab damit sie mir dieselbe als Angebünde schenken konnte und ich solle damit nur fleißig Rosenkranz beten Der Hund bellt, rief ich und horchte erwartungsvoll, ob die schweren Schuhe des Veters Jakob nicht schlürfelten draußen am Antrittstein Man hörte sowas Die Graplerin Godel kam daher ganz schämig, kam sie zur Tür herein und stellte auf die Ofenbank einen großen Handkorb Für den braven Namenstag Buben, flüsterte sie und begann auszupacken Zwei große Krapfen und ein braun glänzendes Honigtöpflein und etliche Kaiserbirnen Irgendwo auf der Welt mussten sie also schon reif sein Und endlich ein Päcklein mit nagelneuem Herbstgewandel Grün ausgeschlagenes Jöpplein, roter Brustfleck, braunseidenes Halstüchlein, schwarzes Lederhöslein Ich fuhr also gleich mit der Hand in den Hosensack Da tue ich den Taschenfeitel hinein Ein paar Schuhe noch und ein Filzhütlein mit Hahnenfeder Als zu viel ist, Quatterin, rief meine Mutter aus Da kommt der Taschenfeitel hinein, wiederholte ich immer wieder Wenn er geistlich wird, soll er einmal die eine Messe für mich lesen, antwortet die Godel bescheidendlich Während die Mutter der Spenderin eine Eierspeise bug, um sie zu ehren Und ich dann eingeladen wurde mitzuessen, kamen erst unsere Mägde daher Auch ein Paus der Nachbarschaft Die Kartel brachte mir ein kirschrotes Sacktüchlein Die Traudel ein paar Wollensocken, die sie selber gestrickt hatte Die Rosel ein Lebkuchenherz mit Bildchen drauf Wo in einem güldenen Körblein zwischen Rosen ein Liebespaar saß Der alte Steffel brachte mir ein Kränzlein Zieterseiten Die Zieter selber bringe er später, wenn er sie selber erst bekommen hätte Er habe einen Bruder, und wenn dieser einmal sterbe, dann erbe er die Zieter Und dann bekäme sie der Namenstag Bub Und die Weilen möge er halt mit den Seiten fürlieb nehmen, die ja auch sehr schön wären Der ganze Tisch war schon voller Sachen, als noch der Stall Bub Michel mit einem Napf frisch gepflückter Kirschen daherkam Aber Bübel, schrie meine Mutter voller Glück Dich mauern sie heut in lauter Gutsache ein Das ist doch aus der Weiß, da musst jetzt wohl recht zum Bravsein schauen Ich ging von einem Fenster zum anderen Draußen waren die Torsäulen und die Bäume und die Büsche und auf dem Anger die Schafe Der Vetter Jakob aber Endlich wackelte über die Wiese etwas daher Der dicke, fetter Martin kam und hatte ein hölzernes Trühlein bei sich Während er es in der Stube säumig auftat, redete er zu mir Du, Peterl, wenn du etwa doch nicht Papst solltest werden, so rate ich dir, werd ein Zimmermann, da geht's dir auch gut Zimmerleut braucht man alleweil und gibt's Geld und gut Essen Und deswegen hab ich gemeint, ich wollt dir meinen alten Zimmerzeug schenken Ich brauch ihn immer, weil ich mir einen neuen zugelegt hab Sollt der Zeug zu rostig sein und Scharten haben, so tust ihn halt ein wenig schleifen Und ich wünsch dir einen glückseligen Namenstag Bohrer, Stemmeisen, Hobel, Reifmesser Das war schon was Jetzt, wenn nur auch der Vetter Jakob mit dem Taschenfeitel-Ted kommen Stattdessen kam der Firmpate, der gute Simon Miesebner mit einem weißen Lämmlein Und als er das meckernde Tier vor mir auf die Bank stellte, schlug meine Mutter die Hände über den Kopf zusammen Das helle Christkindl kann's sein, Bub So viel tragen sie dir zu, na geh, das ist zu viel, das bist doch nicht wert Ich streichelte das weiche Lämmlein und schielte dabei mit einem Auge zum Fenster hinaus Beim Mittagsmahl gab's meine Lieblingsspeisen Ich konnte nichts essen Ich saß im neuen Herbstgewandel da, steckte meine Hände in die Taschen Allerlei war schon drinnen, nur kein Taschenfeitel Nachmittags kam weiterer Besuch Da gingen ein paar Schulkameraden aus Katrein herüber Der eine hatte eine Sammlung von Hosenknöpfen aus Horn und aus Messing und aus Stahl Von einigen Gattungen, wovon er mehrere hatte, schenkte er mir zum Namenstag Ein anderer verehrte mir eine Schachtel mit den damals neuen Streichhölzern Warnte mich aber so lange vor dem Zündeln, bis mir eins aufzischend an den Fingern brannte Dass ich es entsetzt von mir warf Der Nachbarn Tomalbub schenkte mir ein Handschlittlein mit dem Vorbehalte Im selbiges im Winter, so oft Schneebahn wäre, wieder zurückzuleihen Den Tomalbuben fragte ich hierauf nur, ob er den Vetter Jakob kenne Der alte Schuster Ernest brachte ein Büchlein über Obstbaumzucht Bei uns wuchsen aber nur Wildkirschen und Holzäpfel Die Nähterin Leni schenkte durch ihr Dirndl den Himmelsschlüssel Das war ein Gebetbüchlein für die armen Seelen im Fegefeuer Den Himmelsschlüssel wird der Petrus wohl eh selber haben Bemerkte der alte Steffel, auf meinen Namensheiligen anspielend Worauf die Marktkarte scharf zurückgab Ja, ja, Steffel, für deine arme Seel möchte der Schlüssel auch nicht genug sein Die wird wohl auch noch Gebeter brauchen Kann eh sein, entgegnete der Steffel und pfiff mit der Nase Mir machte das keinen Spaß, ich dachte nur an den Vetter Jakob Ich hatte den ganzen Tag nichts zu arbeiten gebraucht Aber warten ist schwerer als arbeiten Gegen Abend kam des Nachbars Hieserl und schenkte mir eine Mundharmonika An welcher zwar einige Zünglein fehlten Doch blies ich darauf, dass, großer Gott, wir loben dich Und dachte dabei, bis auch der Taschenfeitel da ist, nachher tut sich's Es tut sich auch so, mochte die Jungmagd Rosel gemeint haben Das von mir geblasene Tedeum Laudamus für einen Walzer haltend Packte sie mich um die Mitte und hopste mit mir eins über den Anger Ist das schon die Papsteinweihung? Fragte plötzlich jemand hinter mir Und eine Hand hatte mich am Rockkragen gefasst Der Vetter Jakob Vor Freudenschreck fiel mir die Mundharmonika von den Lippen in das Gras Wir müssen doch einen Namenstagball haben, suchte die Rosel das Tänzlein zu rechtfertigen Christi Heustadel, rief der Vetter lustig aus Heute ist zuletzt gar dem Peterl sein Namenstag Wenn das ist, da muss man wohl Er bohrte seine Hand in den Sack Zehrte gemächlich ein ledernes Beutellein heraus Wandelte an demselben herum Und kletzelte mir ein funkelndes Silbergröschlein hervor So Bübel, das tust in deinen Sparbüchseln Und bleib halt schön gesund und brav Dass deine Eltern mit dir eine Freude haben Und ich muss wieder anrucken, sonst komm ich ins Finstere Darauf ist er mit Stock und Füßen weitausschreitend fortgegangen Am Abend, als in der Stube das Spanlicht aufgesteckt wurde Was war das für ein stolzes Eigen Mein Gewandtrühlein, mein Winkelkastel, die Wandstellen ringsum voller Sachen Sie standen, lehnten, lagen, hingen da Teils noch in blaues Papier geschlagen Teils in hellen Farben auf mich herlachend Und ich? Ich bin in meinem Leben selten so traurig gewesen Als an jenem Namenstagabend Sachen von zehnfacher Güte und Schöne hatte ich bekommen Sie machten mir kein Vergnügen, denn sie waren nicht erwartet worden Für sie war in dem kindischen Herzlein kein Platz vorgerichtet worden Sie waren mir gleichgültig Und der eine Einzige, der heiß begehrte und sehnsuchtsvoll erwartete Der, an dem schon so viele Vorstellungen und Absichten geknüpft waren Der Taschenfeitel ist nicht gekommen So geht es oft auf dieser Welt Auch das wohlwollendste, aus allen Füllhörnern Gaben streuende Glück Kann enttäuschen, wenn es blind ist Nicht darauf kommt es an, dass man ein argloses Menschenkind mit Schätzen überhäuft Als vielmehr einzig nur darauf, dass man seinen oft recht bescheidenen Wunsch erfüllt Ende von Kapitel 26 Gelesen von Christine Gresshöhner www.krimmikiste.com Kapitel 27 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Waldbauernbübel von Peter Rosegger Kapitel 27 Die Geschichte vom Schlüssel Sind jetzt vor etlichen Jahren Schweizer in die Waldheimat gekommen Haben die Wälder erworben Sind aber, ohne sie auszurotten, wieder verzogen Doch haben sie ein Denkmal zurückgelassen, das sein ist Auf einer Anhöhe, die mitten aufragt Rings um die Waldberge, die Almen Haben diese Schweizer eine Aussichtswarte gebaut Diese ist so hoch, dass sie einen großen Fernblick bietet Und auch einen guten Rückblick in die Vergangenheit Letzteren freilich nur für mich An der Stelle, wo diese Warte steht In Moos und Heidekraut Muss ich einst den Schlüssel verloren haben Den Schlüssel zu meinem Schatz Diese kindische Geschichte aus der Kindheit muss ich ja erzählen Auf der Warte rücklings liegend, um mich nichts als Himmel, sehe ich sie deutlich In der großen Stube meines Vaterhauses stand ein braunes Winkelkastel, das sich dreieckig in den Wandwinkel schmiegte Es hatte drei Fächer und ein Lädchen, in denen ich meine Schätze barg Es waren ganz besondere Sachen, wie sie kein anderer Bewohner des Waldbauernhauses aufzuweisen hatte Besonders hervor leuchtete ein runder Taschenspiegel aus verzinntem Blech, aber ohne Glas Eine Mundharmonika, der einige Kläppchen und ein altes Kartenspiel, dem einige Blätter fehlten Ein weißbeschalltes Taschenmesser, an dem die Klingenspitze abgebrochen war Ein stählernes Pfeifenbeschläge ohne Pfeife und ein ganzes Säckchen voll Messingknöpfe ohne Hafteln Wie man möglicherweise merkt, hatten die Dinge einige Mängel, aber es ist zu bedenken, dass ich gerade diesen Mängeln ihren Besitz verdankte Es war eine wertvolle Sammlung unbrauchbarer Dinge Zudem hatten die Messingdukaten echten gegenüber den Vorteil, dass einem nicht leid zu sein brauchte, wenn man einmal einen verlor Mir tat's aber doch leid Ich hätte am liebsten allen meinen Hosenknöpfen die Hafteln abgerissen, um den Dukatenbesitz zu vermehren Zudem hatte ich in diesem Kastel noch andere Schätze, die den genannten an Wert nicht nachstanden So etwa die dünnen, mit festem Zwirn zusammengenähten Papierhefte, in welche der kleine Bub schon was hineingedichtet hatte Sonntags brachte mir der Vater vom Kirchgang manchmal eine Semmel heim, die verwahrte ich sofort in meinem Winkelkastel und behielt sie dort so lange auf, bis sie steinhart war Dann aß ich sie Die Tür des Kastels hielt ich natürlich stets zugelehnt und ließ niemanden gern hineinschauen Die Tür hatte ein Eisenschloss, das ganz gut gesperrt haben würde, wenn es einen Schlüssel gehabt hätte Aber es hatte keinen Schlüssel Der musste verloren worden sein, schon vor Zeiten, ich hatte ihn nie gesehen Seit Menschengedenken war das Kastel unversperrbar und ich musste alle meine wunderschönen Sachen vor aller Welt offen halten Es war mir zwar nie das Mindeste abhandengekommen, mit Ausnahme von ein paar Dukaten, die ich beim oftmaligen Zählen verloren hatte Meine jüngeren Geschwister zeigten sich zwar manchmal habgierig gegen manches besondere Glanzstück Der Jackerl schreckte auch vor Gewalt nicht zurück, wenn es ihm nach der zahnschartigen Mundharmonika gelüstete Das Gewahrsam des Kastels aber respektierten sie Das ist dem Peterl sein Kastel? Da darf man nichts herausnehmen Hielt es doch auch ich mit ihrem Eigentum so In gemeinsamer Anwesenheit wurde gerauft um die Sachen, doch hinter dem Rücken des Eigentümers waren sie sicher Und dennoch stand mein Denken und Plangen nach einem Schlüssel Der umgedreht und abgezogen in den Sack gesteckte Schlüssel sollte nicht bloß das unversehrbare Siegel auf mein Besitztum bedeuten Es sollte vielmehr auch noch sein, als ob ich mit dem Schlüssel gleichsam alle meine Schätze in der Tasche mit mir herumtrüge So lange betrieb ich die Sache, bis auf Zureden der Mutter eines Tages der Vater das Schloss vom Kasteltürchen löste Und es auf seinem Kirchgange mit nach Krieglach nahm, um dort beim Schlosser einen Schlüssel dazu machen zu lassen Seit der Taschenfeitel-Geschichte war ich nicht mehr in einer so gespannten Erwartung als in jenem Sonntag Es war Herbst, ich hatte in der Talwiese beim Bache das Vieh zu hüten Sonst pflegte ich bei diesem Hirtenamte, im Wasser den Fischen nachzuspähen Wie sie von Stein zu Stein oder von Uferrasen zu Rasen hin und her glitten Legte mich wohl gar auf den Bauch hin, an den Bach und sing mit der Hand manche Forelle unter dem Rasen hervor Machte dann ein Feldfeuer an, bereitete die Fischlein zu und briet sie an der Glut Wobei diese Arbeiten weitaus genussreicher waren als nachher das Essen des halb verbrannten Fischfleisches An diesem Sonntage aber gab es keinen Bach und keine Forelle und kein Feldfeuer Gab es nur einen steinigen, wasserdurchwaschenden Fahrweg, der über die Wiese hereinzog und auf welchen mein Vater von Krieglach kommen musste mit dem Schlüssel Er kam sehr lange nicht, doch endlich, es war schon Abend sah ich seine Gestalt zwischen den Erlen herangehen Aber er hatte keinen Schlüssel Der Schlosser hatte gesagt, vor acht Tagen könne er ihn nicht machen Mir ward auf solchen Bescheid übel bis in den Magen hinab Wie soll jetzt wieder eine Zeit kommen ohne Schlüssel? Die Ungeduld ist überhaupt oft mein peinigender Gesell gewesen Sie hat mich manche harmlos schöne Stunden übersehen, versäumen lassen, weil diese nicht just das brachte, was ich erwartet hatte Übrigens ist jene Woche ganz glatt vergangen, auch ohne den Schlüssel Am nächsten Sonntag war der Knecht auf dem Kirchgang Schon am Freitag begann ich ihm aufzutragen, ja, gewiss zum Schlosser hinzugehen Am Samstag gab ich ihm schon die zwei Sechser So viel ungefähr konnte der Neuschlüssel kosten Am Sonntag kam der Knecht beizeiten heim Er setzte sich zu seinem ihm aufbewahrten Mittagsmahl und aß empörend gleichgültig wie jeden Tag und sagte nichts Mit zuckendem Atem fragte ich ihn endlich nach Schloss und Schlüssel Da tat er gelassen sein Ledertäschchen aus dem Sack Kletzelte die zwei Sechser hervor und legte sie auf den Tisch Auf den Schlosser habe er vergessen Mir war hilflos zum Verzweifeln Totschlagen konnte man diesen Knecht nicht Ja, nicht einmal ihn einen Todel schimpfen Er hatte die Gewohnheit in Fällen, als der kleine Bub sich ihm gegnerisch zeigte Denselben bei den Ohren zu nehmen und zu schütteln Nun verstrichen zwei Wochen, bis wieder jemand aus unserem Hause nach Krieglach ging Das war diesmal die Weidmarkt Weiberleute sind immer verlässlicher Ich konnte sicher sein, heute bekam ich den Schlüssel Ich bereitete schon den Hammer vor und die Eisennägel Deren sechs mussten sein, um das Schloss sofort ans Kastentürlein zu schlagen Dann den Schlüssel anstecken, umdrehen, abziehen und an der Tür rütteln, um zu sehen, dass sie nicht ausgeht Es wunderte mich, dass an diesen Tagen im Hof alles seinen gewöhnlichen Trott ging Und sich nicht schon die ganze Welt auf das Ereignis zuzuspitzen begann Je tiefer es in den Nachmittag ging, je unbändiger ward mein Herzschlag Ich konnte nicht mehr stehen und nicht mehr sitzen Nur immer aus- und eingehen nach dem Wiesenwege Und berechnen, wo die Weidmarkt unterwegs jetzt sein könne Bei der Holzerreide Beim Bründel am Alpsteig Jetzt beim Höllkogel Jetzt bei der Zettelbauernbrücke Jetzt beim Mühlner Jetzt bei der Heidenbauernmühle Diese Mühle war am Rande unserer Wiese Ich wendete meinen Blick unverwandt hin und siehe Der weiddirnroter Kittel schimmerte durch die Erlenbüsche Ich lief ihr entgegen Hast den Schlüssel? Na, freilich hab ich ihn Umständlich setzte sie sich auf den Steinhaufen Aber so, dass der rote Kittel hübsch ins Breite gelegt ward Und nestelte aus dem Knopf ihres Handtüchels den Schlüssel hervor Er war zierlich und glänzte wie Silber Mit beiden fiebernden Händen hab ich danach gegriffen Nach dem schönen, kalten, kleinen Schlüsselein Und das Schloss? fragte ich Jasmanant Josef, kreischte die Weidmarkt auf Jetzt hab ich's Schloss vergessen Das ist jetzt eingesteckt Das liegt beim Schloss auf dem Fensterbanke Ich wage es heute noch nicht, die Höllenpein zu berühren Am liebsten, wenn der Abend nicht schon gedämmert Wäre ich stehenden oder besser laufenden Fußes Selber nach Krieglach geeilt Um endlich dieses boshafte Glück persönlich zu zwingen Aber noch eine Woche lang musste das Türlein Ungeschlüsselt auf und zu gehen Bis am nächsten Sonntag ich selbst zum Schlosser kam In der Fantasie meiner Erregung Erwartete ich beinahe, dass mittlerweile das Schloss in Verlust geraten sein konnte Soweit war ich in der Einsicht auf die tückischen Menschengeschicke bereits geschult Aber das Schloss hat sich vorgefunden Ich hab es heimgebracht Und noch an demselben Tage angeschlagen Jetzt sollt just einmal der Schlüssel nicht passen Sagte mein Vater, der mir zusah Als ich den Schlüssel anstecken wollte Fiel er mit zweimal zu Boden Das letzte Mal schellte er so weit unter die Bank hinein Dass wir ihn mit dem Spanlicht suchen mussten Aber endlich steckte ich ihn an und er Passte Wie geschmiert ließ er sich umdrehen, abziehen Und jetzt saß das Türl im Falz und rührte sich nicht Das Kastl war zugesperrt Das war einmal ein Gefühl Vor den Augen meiner staunenden Geschwister Sperrte ich das Kastl auf und sperrte es zu Und eine Luft zu hören, wie allemal der Riegel klapp einschnalzte Dann hob ich an, auch meine anderen Sachen Die zufällig noch zerstreut gewesen Ins Kastl zusammentun So das neue Paar Socken, das die Mutter erst fertig gestrickt So das grüne Wollentäschchen mit dem Kresengeld Das mir bislang der Vater aufbewahrt So die Kaiserbirne, die mir an jenem Tage Eine uns besuchende Mume geschenkt hatte Und als das alles im Kastl war Und nach einigem Nachdenken auch noch anderes zusammengetragen wurde Damit jegliches Kleinod, so ich auf Erden besaß In sicherem Horte sei Sperrte ich das Kastl mit einem flotten Schnalzer zu Und steckte den Schlüssel in den Hosensack Wie das bequem war überall Auf Wiese und Feld, in Wald und auf der Alm Seine Sach geschlossen bei sich zu haben Ich ging den Schafen nach, die sich auf den Kugel verlaufen hatten Eine Weile musste ich mich mit dem Widder herumhetzen Der über den Zaun auf das Riegelberger Gebiet gesprungen war Endlich hatte ich die wollige Bande glücklich im Stall Und nachher, wie ich wieder zu meinem Winkelkastl gehe Um es aufzusperren und die Kaiserbirne zu verzehren Ist der Schlüssel nicht im Sack Tagelang habe ich gesucht In Moos und Heidekraut des Kugels und ringsum Wo das Schafjagd war Der Schlüssel hat sich nicht gefunden Mich verlangte, mein Leid in Ferse zu bringen Ich konnte nicht zum Papier Mich froh in die Zehen Ich konnte nicht zu den Socken Alles, was ich Tag für Tag bedurfte, war im Kastl Endlich, da nach abgelaubtem Heidekraut Die Spätherbstsonne auf den Boden schien Und der Schlüssel trotzdem nicht zu finden war Habe ich alle Hoffnung fahren lassen Mein Vater bog einen Nagelkrumm und öffnete das Schloss Mit Ausnahme der verfaulten Kaiserbirne Alles in guter Ordnung Das Tür ging wieder ungesperrt auf und zu wie früher Und so ist es verblieben Jetzt steht auf dem Kugel die Warte Sollte von einem Besucher derselben Der Schlüssel gefunden werden So möge ihn der redliche Finder behalten Ich brauche ihn nicht mehr Mir fehlt jetzt das Kastl dazu Ende von Kapitel 27 Gelesen von Christine Gresshüner, Krimikiste.com Kapitel 28 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Waldbauernbübel von Peter Rosegger Als ich Einst war in der Waldheimat ein alter Knecht, der einen gloriosen Spitznamen hatte Er hieß der Talerbüchsen-Toni Er besaß nämlich, ob als Erbschaft oder als Fund, das ist nicht ergründet worden Einen kleinen Schatz von alten Silbermünzen Teils mit Bildnissen Maria Theresias, Friedrichs des Großen Teils mit dem Bilde der Mutter Gottes Oder mit dem Zeichen von Krummstab und Schwert Von Adlern, Löwen, zweiköpfigen Tigern Von Kreuzen und Ringen, seltsamen Buchstaben Oder anderen geheimnisvollen Markungen Etliche dieser Münzen, die wir ohne Unterschied des Landes Der Prägung und der Größe Thaler nannten Sollen sogar vom Dreißigjährigen Kriege her gestammt haben Den Schatz hielt Toni, der Knecht, eingeschachtelt In einer runden, blutrot angestrichenen Holzbüchse Wenn nun der Feierabend kam Oder eine stille Feiertagsstunde war Holte er aus seiner Kleidertruhe die Büchse hervor Aber nicht etwa, um nach alter Geizhalsart Für sich allein darin zu wühlen und zu schwelgen Sondern um die Thalerfreude mit seinen Hausgenossen zu teilen Ihnen nach seiner Weise die Geldstücke zu erklären Sie dann auf dem Tische klingen zu lassen Um die Feinheit des Silbers zu bekunden Und sich an den gierigen Blicken zu weiden Die auf seine schönen Thaler niederstachen Sobald jedoch die Leute merkten Es fiele bei dieser wiederholten Silberbeschau Weiter nichts für sie aus Wurde ihnen die Sache langweilig Und sie sagten Geh, lass uns in Ruhe, Toni Mit deinen alten Blinden schimmeln Wenn du keinen herschenkst So wollen wir sie auch nicht sehen Derlei undankbare und lieblose Bemerkungen Verdrossen den Knecht Toni allemal so tief Dass er in dem betreffenden Hause Sofort den Dienst kündigte Und in einen anderen Hof zog Wo man die Thalersammlung Die den Inhalt seines Knechtelebens ausmachte Wieder besser zu würdigen verstand Aber die Bauersleute sind so viel hochsinnig Sie halten nichts aufs Geld Wenn sie es nicht kriegen Und so kam es, dass der Toni Gar häufig seinen Dienst wechselte Trotzdem er sonst ein stiller, zufriedener Mensch Und kein schlechter Arbeiter war Nun, so war der Thalerbüchsen-Toni Auch in unser Waldhaus gekommen Und weil er an meinem Vater einen Mann fand Der die Geldstücke nicht nach deren Gewicht schätzte Sondern an den Bildnissen der Könige und Kaiser Und besonders an der lieben Mutter Gottes Seine Freude hatte Und weil er an uns Kindern Eine jubelnde Schar von unersättlichen Bewunderern sah So lebte er in unserem Hause neu auf Jeden Abend nach dem Vesperbrot Kam er dann von seiner Gewandtruhe Die oben im Dachgelasse stand Zu uns in die Stube Geheimnisvoll die rote Büchse noch unter dem Rocke bergend Sie dann langsam hervorziehend Stets mit einer Miene Als ob es das allererste Mal geschehe Und er etwas unerhört Neues aufzuzeigen hätte Und wenn er dann am sicheren Orte des großen Eichentisches saß Und wir in einem festen Wall um ihn herum waren Schraubte er mit einer bedächtigen Fertigkeit die Büchse auf Und faßte einen um den anderen mit zwei Fingern an Wie der Priester die Hostie Und begann mit seinen Auslegungen An jedem Stücke war eine besondere Merkwürdigkeit Da war eine Maria Theresia Die scheinbar ihre Augen verdrehte Wenn man ihr die blinkende Münze Fritz des Großen gegenüber hielt Ein anderer Thaler zeigte noch Rostflecken Vom Dreißigjährigen Kriege Von welchem der Knecht bemerkte Man müsse nicht glauben Daß dieser Krieg dreißig Jahre lang Ohne alle Unterbrechung gedauert habe In den meisten Nächten Besonders aber zu den hohen Festtagen Habe man die Schlacht unterbrochen Und Freund und Feind In Gemeinschaft sein Gebet verrichtet Auf einem anderen Thaler War das wahrhaftige Bildnis Unserer lieben Frau Und ein Ablass daran Für den, der es küßte Wir durften es auch küssen Alle der Reihe nach Auch jene Dienstboten Die der Knecht gut leiden konnte Zu den anderen sagte er Sie möchten sich ihren Ablass Nur anderswo holen Besonders ein halb erwachsener Bursche Der Hiasel war's Welcher durch manch lose Bemerkung Über den Toni und seine Büchse Des alten Knechtes Unwillen In so hohem Grade erweckt hatte Daß er nicht ein einzig Mal Zur Thalerschau Geschweige denn zum Kusse Zugelassen wurde Der Hiasel war kurze Zeit früher Als unterstandsloser Etwas verkommener Junge Des Weges gestrichen Und mein Vater hatte ihn aufgenommen Mit gutem Hanfzeuge bekleidet Auch ordentlich ausgefüttert Denn die ersten Wochen War der heimatlose Bursche Schier nicht zu sättigen gewesen Dafür griff der Hiasel Nun auch die Arbeit flink an War munter Und das regelmäßige Leben Schien ihm gar nicht übel zu gefallen Er sah jetzt recht gesund aus War schlank gewachsen Und weil er auch die Haare kämmte So wollte er schier Ein hübsches Bürschlein werden Ich Das muß ich wohl gestehen Hatte keine besondere Zuneigung Zum Hiasel Nicht allein Weil er mir immer Als Beispiel aufgestellt wurde Wenn ich mich nicht waschen Und strählen wollte Sondern Und vielmehr noch Weil der Hiasel Peitenstegger Anstatt Peitschenstecken sagte Er war aus dem Niederösterreich Herübergekommen Und mir war das Fremdeln In der Sprache zuwider Und dieses Peitenstegger Geradezu eine Ungeheuerlichkeit Der Bursche schnitt mir Manchen Peitschenstecken Und unterstützte mich Bisweilen in meinen Spielen Doch niemals Mochte ich ihn gut leiden Da wandte ich mich Zehnmal lieber Dem alten Toni Und seiner Talerbüchse zu Des alten Gesicht Anzuschauen War für mich Eine Unterhaltung Dieses platte Runzelige Gesicht Mit den großen Wangenknochen Mit den völlig Wasserfarbigen Äuglein Die fortwährend Hinter den buschigen Brauen Versteckens spielten Wenn die Taler Aufmarschierten Dieses Gesicht War ein großer Spaß Und wie der Mann Als Zeichen Seiner wichtig Tuerischen Befriedigung Die furchige Stirnhaut Auf- und Niederriß Und selbst Die Ohrläppchen Bewegte Wie ein Eselein Das war doch Gar zu possierlich Und nun kam mir Auf einmal der Gedanke Wenn der Toni Schon in seiner Lustigkeit So ein spaßiges Gesicht macht Wie erst Wenn er zornig Und wild ist Mit diesem Gedanken Hebt die Geschichte An Eines Tages Als die Leute Auf dem Feld waren Stieg ich die Stiege Vom Dachgelass Herab Und freute mich Auf die Stunde Wenn der Toni Wieder seine Thaler Aufzeigen will Und sie nicht findet Das wird eine Tolle Geschichte geben Aber ich Lache still Und sag den Spaß Erst am anderen Tag Es war die genötigte Schnittzeit Da wird bis in die Späten Abende Hinein gearbeitet Da ist's nichts Mit dem Thaler gucken Ich vergaß auch Bald darauf Ich mußte Garben tragen Und dem Vater Die Kornschöberlein Aufspreizen helfen Auch waren die Kirschen Reif Eine Zeit Fruchtlosen Verlangens Für mich Denn ich wagte Noch nicht Den Stamm Empor zu klettern Und das Niederziehen Der Äste Vermittels Haken War verboten Wenn ein Ast Brach Da war mein Vater streng Das mutwillige Abreißen Von Ästen Nannte er Den Nachkommen Kirschen stehlen Das war freilich Ein garstiges Wort Und verzichtete Ich schließlich Doch lieber Auf die So hellrot Niederleuchtenden Kirschen Bis zum Samstag Feierabend Wenn sie mir Der Vater Regelrecht Herabholte Oder es Der Jasel Tat Der ein Arger Kletterer War Damals Erfuhr ich Was ein Spottwort Vermag Als der Jasel Hoch oben An einem Schaukelnden Aste saß Und ihm Bei jeder Schwenkung Des Hauptes Die frischen Kirschengabelein Förmlich In den Mund Hinein hingen Rief er Zu mir Nieder Ins Gras Es wäre Eine Schande Dass ich Noch auf Keinen Kirschbaum Könne Und warf Mir Der ich Die Haube Nach Kirschen Auftat Ein paar Feuchte Körner Hinein Ich sprang Ergrimmt An den Baumstamm Und in Wenigen Augenblicken War ich Zu meiner Eigenen Überraschung Oben Beim Jasel Ich wollte Solle sich Talerbüchse Stöhnte der Alte Knecht O Bauer Mein Bauer Das Herz Möcht mir Zerspringen Vor lauter Unglück Und Tony hätte Ding Am arm Ganz stumm Tony Lagen Lagen Doppelt Konnte 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 Er mich nicht Auf der Stelle Totschlagen In diesem Finsteren Wald Und mir Dabei Zuschreien Die strafe Dafür Hätte er Schon Im Voraus Empfangen Und das Mit dem Jasel hast du und hat dein Vater nichts mehr zu schaffen. Der gehört jetzt mein, ich nehme ihn mit mir. Abbitten wirst du ihm's, wenn du größer geworden bist, denn das, musst du wissen, verjährt nicht. Für jetzt werde ich ihm sagen, was zu sagen ist, dass sein Schutzengel seine Unschuld ans Licht getragen hat. Mehr braucht er nicht zu wissen. Und du, Waldbauernbub, gehst jetzt heim. Und was du zu tun hast, das weißt du. Das Geld ist schon zurückgegeben, berichtete ich gefasster. Das Geld ist Mist, sagte der Stegleitner. Die Ehre gibst zurück. Mein Kind, fuhr er fort und richtete mich mit seiner Hand auf, Schau, dort oben heben jetzt die Sternlein anzuleuchten. Sie schauen nieder auf dich, wenn du bei der Tür eintrittst in dein Vaterhaus. Sie sehen, was du tun wirst und was lassen, Und sie brennen fort bis zum jüngsten Gericht. Die Worte waren ruhig, fast leise gesprochen, Und doch war mir als Bebe vor ihnen der Erdboden unter meinen Füßen. Der Stegleitner blieb mit seinem Gefährte noch stehen bei dem Roten Kreuz. Ich tat einen kurzen Blick auf den Schläfer Und war mir, als sähe ich das Bild eines Heiligen. Dann ging ich heimwärts, ging und lief Und ahnte Gespenster, die mir folgten. Als ich gegen unser Haus kam, Hörte ich schon von Weitem die Stimme meiner Mutter, Die meinen Namen rief. Was das für ein Tag ist, klagte sie, Geld und Kinder werden gestohlen, Da müssen doch rein Zigeuner im Lande sein. Aber Geld und Kind hatte sich nun glücklich wiedergefunden, Und in der Stube kniete der Vater am großen Tische, Knieten die anderen Leute an den Wandbänken herum, Und sie beteten laut und gemeinstimmig Den üblichen Samstags-Rosenkranz. Mir war wohl und weh. Ich kniete zum alten Knecht, dem Toni, Recht nahe an seine Seite hin, Und begann laut mitzubeten. Sie wiederholten immer wieder das Vaterunser Und das Ave Maria, Und ich stimmte in den surrenden Ton mit ein Und sagte fortwährend, Lieber Knecht, vergib mir meine Schulden, Ich habe dir das Geld gestohlen. Lieber Knecht, vergib mir meine Schulden, Ich habe dir das Geld gestohlen. Lieber Knecht, vergib mir meine Schulden, Ich habe dir das Geld gestohlen. Weil der Toni entweder stark schläfrig war, Oder weil er während des Rosenkranzes In Gedanken an die wiedergefundene Talerbüchse schwelgte, So wehrte es ziemlich lang, Bis ihm mein wunderlicher Text auffiel. Endlich hub sich seine Stirnhaut Und sein Ohrläppchen an zu bewegen, Er wendete sachte sein entsetztes Gesicht Und schrie in die Stube hinein, Man solle still sein Und den kleinen Buben allein weiterbeten lassen. Und als von solcher Unterbrechung überrascht Alles still war, Duckte ich mich in den Wandwinkel Und wimmerte laut, Ich habe das Geld genommen. Der Rosenkranz war für heute aus. Die Begebenheiten spitzten sich nun rasch und scharf Einem herben Ende zu, Welches Ende jedoch durch den Umstand, Dass der Jasel geborgen war Und von seiner Ehrenrettung Bereits durch den Stegleitner Kenntnis haben mußte, Bedeutend gemildert worden ist. Von diesem verhängnisvollen Tage an Ist der Talerbüchsen-Toni Nicht mehr lange bei uns geblieben, Aber zum Abschiede Nahm er mich an seine Gewandtruhe. Dort öffnete er würdevoll die Büchse Und schenkte mir daraus Ein funkelndes Tälerlein Als Finderlohn. Nach Jahren, Als der Toni mühselig Und krank geworden war, Wollte er mit seinem Silberschatze Eine wundertätige Kapelle stiften, Was ihm aber der Pfarrer Entschieden mißriet. Hingegen Wart ihm nahegelegt, Ob er nicht Einem braven Bauernburschen, Dem dieser Silberlinge wegen Einmal Unrecht geschehen, Ein kleines Angedenken Hinterlassen wolle. Aber der Jasel War nicht im Lande. Er war lange im Stegleitnerhofe gewesen, Und man hatte schon davon gemunkelt, Dass er dort die hübsche Haustochter Heiraten werde. Da wurde die Gegend Plötzlich geräumt. Alle jungen, kräftigen Männer Mußten fort. Es war die Zeit, In welcher nach dem Sprichwort Die Weibsleute Um jeden Stuhl raufen, Auf dem einmal Ein Mannsbild gesessen. Wie die Meereshochflut, Die den Damm zerreißt, So wollte der Feind Ins Vaterland herein. Der Jasel Kam mit einem Durchschossenen Fuß zurück. Armer Bursch, So begrüßte der alte Stegleitner Den Heimkehrenden. Jetzt bist ein zweites Mal Unschuldigerweise Geschlagen worden. Ich trag's, Antwortete der Jasel. Mir ist's nur Ihretwegen hart. Was ihretwegen? Sagte der Bauer. Ihre Andel, Meine Mutter selig, Hat auch einen hinkenden Mann gehabt. Dirndl, Geh her. Schau, Der Krumme Kann dir nicht so leicht Davonlaufen. Der lieb Herrgott Geb seinen Segen dazu. Heute ist der Jasel Angesehener Stegleitner. Ob er das Andenken Vom Talerbüchsen-Toni Erhalten hat, Weiß ich nicht. Gebührt hätte es ihm. Ende von Kapitel 28 Kapitel 29 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Waldbauernbübel Von Peter Rosegger Die Ankunft des Heiligen Geistes Teil 1 Das war nun wieder einmal was. Die Firmung. Bis der Mensch ins zehnte oder zwölfte Jahr kommt, braucht er schon eine Stärkung im Glauben. Die Kindheit schwindet, die Pflegeljahre nahen. Wann im Leben ist er gerechtfertigter, Der Ruf Komm, Heiliger Geist! Noch in den letzten Tagen hatte mir der Katechismus harte Mühe gemacht. Das Hauptstück von der Firmung mit allerlei schriftlichen Beisätzen vom Katecheten Wollte wörtlich auswendig gelernt sein. Und kann ich mich erinnern, wie dieser Sache wegen der Nachbar Jochem Bub mit dem geistlichen Herrn Kaplan Verhandlungen pflegte. Ob er das Hauptstück nicht nach der Firmung lernen dürfe, Es wäre auf solche Weise das Lernen erleichtert, Denn da hätte man schon den Heiligen Geist. Auch mir leuchtete dieser Vorteil also gleich ein. Doch der Kaplan war der Meinung, So viel Geist müsse der Mensch aus eigenem aufzubringen wissen, Daß er der paar Setzeln Herr würde. Den göttlichen Geist hätte er schon noch zu anderem zu brauchen. Dann aber der Firmpate. Den Schwarzen wollte ich haben, Den Schwarzen Hans, Den Kohlenbrenner. Ich hatte meine besondere Ursache, Mit ihm in Verwandtschaft zu treten. Denn erstens gefiel mir der Name Hans zum Firmnamen, Zweitens besaß dieser Hans einen Schatz, Der mich unwiderstehlich an ihn zog, Nämlich ein altes Büchlein Mit der Geschichte von der Pfalzgräfin Genofefa. Aber der Hans sagte, Eines einzigen Tages wegen zahle es sich nicht aus, Daß er sich wasche. Er rate mir zu meinem eigenen Besten den Schmiedhofer an. Der Schmiedhofer war ein wohlangesehener, Vermögender Mann, Und meine Mutter wollte ihn daher nicht. Bei dem, sagte sie, Käme es gerade heraus, Als ob man ihn der Firmgeschenke wegen ausgesucht hätte. Mein Vater jedoch hatte gehört, Daß der Schmiedhofer auch diesmal Bereits sechs Firmlinge angenommen hätte, Und daß er den siebenten nicht zurücktauchen würde. Damit er seine sieben Schmerzen beisammen hat, Gab die Mutter drauf. Und an demselben Tage, Als es Abend geworden war, Und der Schmiedhofer auf seinem Acker Den Pflug ausgespannt hatte, Ging meine Mutter mit mir hinab in sein Haus. Der Bauer, Er war ein großgewachsener Mann, Aber mit dem Oberkörper schon stark nach vorne gebeugt, War eldlich und hatte graue Bartstoppeln im ganzen Gesicht, Stand just am Strohschneidstock Und schnitt für die Zugochsen das Abendfutter. Wer schier Zeit zum Feierabend machen, Grüßte meine Mutter. Ei wahr, Dankte der Bauer Und schnitt mit der Sense, Die im Hebel lief, Drauf los, Daß es knarrte. Wir standen da und meinten, Er würde aussetzen Und uns fragen nach dem Begehr. Endlich, Als alles Stroh durch den Barren gelaufen Und klein gehackt war, Ließ er die Arbeit ruhen Und murmelte nach gebräuchlicher Weise, Gottlob und Dank. Die Bauern sind nämlich wunderliche Leute, Sie danken dem Herrgott Auch für des Tages Arbeit und Mühe. Was die Waldbäuerin mit ihrem Bübel suche noch so spät, War jetzt seine Frage. Magst dir's leicht denken, Schmiedhofer, Antwortete die Mutter, Denkst dir's nicht, So red ich mich hart. Kehr um die Hand, Ist der Bischof in Birkfeld. Aha, Sagte der Bauer, Indem er neben uns aus der Scheuer trat Und mit Stein und Schwamm Ein Tabaksfeuer machte. Das Ding war wieder erwarten, Rasch in Ordnung, Luft hatte es auch, Steckte er daher seine Hände jetzt in die Taschen Und hielt die Pfeife mit den Zähnen. So würde er nicht sprechen können, Sollte man meinen, Aber er sprach deutlich und vernünftig, Folgendermaßen. Ich führe ihn schon und freut's mich, Wenn ihm mein Namen recht ist. Der Simon, wie ich heiß, Passt eh selb zum Petrus, Sind vorzeit auch beisammen gewesen. Nur muß ich halt wohl das sagen, Waldbäuerin, Verpflichten kann ich mich für nichts, Bei den anderen nicht und bei dem nicht. Im Ganzen werde ich Stuck ein Vierunddreißig haben, Da mag's dir's eh denken. Weil Zeit gern heißt, Wenn's so einem Menschen schlecht geht Und daß er was braucht, Geh zu deinem Firmgöden, Dein Firmgöd soll dir helfen. Daß man tut, was man kann, Versteht sich. Ist's dir so recht, Petrus? Tu ihn halt schön bitten, Die Händ zusammen haben und bitten, Ermahnte mich meine Mutter. Ist schon recht, ist schon gut, Wehrte der Bauer ab. Samstag, als am Vorabend, Um Stunde zwei, Mußt in meinem Haus sein. Kommen die anderen auch? Ein Gwandel hast? Wohl, wohl. Und so war alles in Ordnung. Der Samstag kam, Und um zwei Uhr saßen wir In der Stube des Schmiedhofers, Der Reihe nach, Auf den Wandbänken herum. Alle fein herausgestiefelt, Gewaschen und gekämmt Und mit weißem Hemdkrägen, Bunten Halstüchlein Oder derlei vom Besten, Was eben jeder auftrieb. Wir flüsterten zueinander Oder saßen auch ganz still da Und schämten uns ein wenig, Daß wir auf der Welt waren. Jetzt trat der Schmiedhofer Zur Tür herein, Glatt rasiert und in seinem braunen Tuchgewand, Was noch sein Bräutigamsgewand war Und nur bei festlichen Gelegenheiten Angetan wurde. Da in seinem Hause die Kindstaufen Vorüber waren, So konnte der feine Anzug Nun schon auch für die Firmungen Herhalten. Der liebe Mann Blickte uns der Reihe nach an, Und mehrmals scharf Mit dem Kopf neigend, Sagte er, Der heurige Trieb ist, Gottlob, Wieder rechtschaffen stark. Es sah nicht aus, Als ob er die sieben Firmlinge Für sieben Schmerzen hielte. Seid's tüchtige Kampeln übereinannt, Sagte er, Und als hierauf die Schmiedhoferin Mit der großen Sterzschüssel kam Und mit den Milchtöpfen, Nu wollen wir einmal sehen, Ob auch jeder brav essen kann. Dem Heiligen Geist Muss man mit Sterz Ein Nest bauen. Setzt's euch zusammen! Über unser Nest bauen War keine Klage zu führen. Dann verließen wir das Haus, Und der Schmiedhofer Hatte seinen Stock mit, Weil er etwas ungleich Auf den Füßen war. Wir gingen durch den Anger hinab, Wo die Schafe grasten, Schwarze und Weiße und Graue, Und da fragte der Bauer Jeden von uns, Welche Farbe ihm am besten gefiele. Die meisten waren für das Weiße, Ich halte es bei den Lämmern Allemal mit den Schwarzen. Einer, der Rüsselbub, Gab seine Meinung dahin ab, Er sei in der Sache Wie unser Herrgott, Schaue nicht aufs Äußere, Sondern aufs Innere, Ob es auch feist sei. Der Bauer hatte sich aber Weiter nicht in die Sache eingelassen, Sondern uns auf den weiten Weg Aufmerksam gemacht, Den wir vorhatten. Derselbe ging anfangs Zum Bach hinab, Wo sehr hohe Sauerampferblätter Und Germen standen, So daß der Firmpate warnte, Wir sieben sollten acht haben Und keine Forelle tottreten. Hernach ging der Weg Durch den Fischbacher Wald hinauf, Der zuerst leidlich Licht war, Weil der Schmiedhofer Ihn erst vor einigen Tagen Geschoren hatte. Der Weg ging sachte Die Bergeshöhe hinan, Und dann sahen wir Über die Welt hinaus. Unsere Gegend Alpel War tief eingesunken, Und auf der anderen Seite Weitum standen fabelhafte Berge, Wovon der allerentfernteste, Wie wir glaubten, Schon in der Türkei stehen mußte. Seither habe ich jenen Berg In der Türkei Mehrmals bestiegen, Der freundliche Kulm Bei Weiz war's. Nun ging auf der anderen Seite Unser Weg abwärts, Durch Baumgruppen, Matten und Schläge, Und steil bisweilen In den vertrockneten Rinnsalen der Wildbäche. In der neuen Gegend, Auf die wir hinab sahen, War es auch wieder stark buckelig, Wohl alles grün, Und mittendrinnen, Zwischen Halden und Holzzäunen, Lag ein weißes Dorf Mit einem schimmernden Kirchturm. Das ist Birkfeld? Fragten wir. Das ist Fischbach, Meine lieben Buben, Belehrte der Firmpate, Aber wir werden uns schon trösten. Als ob er sich daran erinnert hätte, Was die Fischbacher Bauern Für ein Kirchenlied singen. Mein einziger Trost Ist der Wein und der Most. Beim Staudenwirt all dort Hat uns der Pate So viel Trost gespendet, Daß wir des eigentlichen Trösters, Den wir doch zu suchen ausgegangen waren, All miteinander schier vergaßen. Als wir hernach auf der schönen Straße Dahintrippelten, Die den großen Fischbacher Wald Durchzieht, Waren wir so munter und übermütig, Daß wir mit Geschrei und Gelächter Uns gegenseitig hin und her zerrten, Und auch den Schmiedhofer, Der bestrebt war, In seiner jungen Schar Den Anstand aufrecht zu halten, Ins tolle Treiben verstrickten. Der Lustigste war er Und zettelte Schabernack an, Bis wir zu jenem stillen Waldanger kamen, Wo das hohe Christuskreuz steht. Donnerwettersbuben, Da hängt er, Und wir sind rauschig. Mit diesem Ausrufe Stellte der Bauer die Ordnung her. Denn im Grunde waren wir Firmlinge Mehr oder weniger alle In weihevoller Stimmung. Bei einigen mochte sie Durch den Fischbacher Apfelmost Augenblicklich etwas geschädigt worden sein, Bei mir ward sie durch ihn nur erhöht. Recht still, Ja fast armselig, Ging das Würzelein einher. Das war der bausbeckige, Aber noch sehr kleine Sohn Einer armen Häuslerin. Er hieß Franz Wurzel, Und wir änderten den Namen Entsprechend seiner zwergenhaften Gestalt. Das Würzelein Trabte meist ganz allein hintendrein, Schaute zu Boden, Als unterhalte er sich An dem Watscheln seiner Beinchen, Und sagte fast nie ein Wort, Außerdem Bittgarschön, Wenn es was essen oder trinken wollte, Und Vergelt's Gott, Wenn es damit fertig war. Anfangs Wollten wir es zum Besten halten Und Späße mit ihm treiben, Da es aber alles ganz ruhig hinnahm, So kamen wir unter uns überein, Das Würzelein wäre sehr dumm, Und ließen es gehen. Aber einer unter uns, Der Rüsselbub, Der war viel gescheiter, Trieb seine Gescheitheit Jedoch sehr arg. Er war weitaus der Größte von uns, Und doch trug er Kleider, Die ihm viel zu weit am Leibe schlotterten. Er war armer Leute Kind, Und obwohl die Firmung Nicht unerläßlich notwendig ist, So sagte er doch, Daß sie allen anderen Tausend Sakramenten weit vorzuziehen sei. Ich machte ihn nebenbei aufmerksam, Daß eigentlich nur sieben Sakramente wären. Er behauptete, Sein Vater zähle deren immer tausend, Und blieb dabei. Daß der Rüsselbub Ein ungewaschenes Maul hatte, War mir wohl bekannt. Daß er aber fünf Schritte Hinter dem Schmiedhofer Seinen Genossen zu sagen wagte, Er lasse sich die Stirne Nicht umsonst mit Krisam bestreichen, Oder wie er das In seiner Mundart ausdrückte, Das hat mich empört. Allerdings lieh ich den Knaben Nicht ungern mein Ohr, Als sie flüsternd Nun zu Mutmaßen anfingen, Was der Goet, Pate, Wohl für jeden springen lassen werde. Wir kriegen was Lebendiges, Passt auf, Sagte der Heidenmaxel. Wenn das so ist, So soll er mir seine Tochter geben, Sagte der Rüsselbub. Wir anderen meinten, Das wäre zu viel verlangt, Denn die Mirzel War eine allzu herzige Dirn. Oder soll sie mir leihen, So der Rüssel. Das war mehr als zu viel verlangt. Hätte der Goet nur darauf geachtet, Daß die kleine Gruppe Weiter zurückblieb, Und der Lärm in ein Flüstern Übergegangen war, Er hätte es ahnen müssen, Welche Richtung das Gespräch Der Rüsselbub mit seinem Schleifenden Gang Und mit seiner männlich tiefen, Fast grölenden Stimme, Der sonst seiner Unmanierlichkeit wegen Von uns gemieden wurde, War jetzt der Mittelpunkt der Unterhaltung, In der er aber auch ganz unglaublich gewandt Seinen Mann stellte. Mit Entrüstung hörte ich zu, Aber auch mit Angst, Daß es der Goet hören und ihn unterbrechen könnte. Ein Hauptkerl war's, der Rüsselbub. Da hatten wir noch weithin. Was tut euch denn der Rüssel so viel erzählen? Fragte der Goet auf einmal Und drehte sich gegen uns um. Die Firmung tu ich Ihnen auslegen, Log der Rüsselbub, War ja keiner was weiß von der Sach. Ob es der Schmiedhofer geglaubt hat oder nicht, Das weiß ich nicht. Doch sagte er, Er wolle auch was davon hören Und mischte sich unter uns. Jetzt war der Unterricht Aber gerade ausgeworden. Der Wald hatte endlich aufgehört. Die Straße führte über Bauerngründe hinab In eine weite, Kesselartige Gegend, An deren fernen Bergen Weiße Punkte von Dörfern Und Kirchtürmen schimmerten. Und draußen in der Niederung Auf einem grünen Bühl Lag das stattliche Birkfeld. Die Abendsonne schien darauf hin, Und da glänzten die Fenster Und funkelte der goldene Turmknauf. Gerade als wir die Straße Gegen den Markt hinan gingen, Huben alle Glocken zu läuten an, Sodass der Goethe schmunzelnd sagte, Ob das nicht etwan Uns zu ehren geschieht, Buben? Freilich, lachten etliche, Sie läuten, weil der Rüsselbub kommt. Ende von Kapitel 29 Kapitel 30 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Waldbauernbübel von Peter Rosegger Die Ankunft des Heiligen Geistes Teil 2 Während wir an der einen Seite des Berges hinangingen, zog an der anderen Seite der Bischof heraus. Und oben auf dem Marktplatz, wo an dem Kirchentor die Statuen der Apostel Petrus und Paulus stehen, trafen wir zusammen. Die Schar der Geistlichen und der Bischof unter dem roten Thronhimmel zogen feierlich in die Kirche und wir tappten hinten nach. In der kühlen großen Kirche strahlten alle Kerzen im Abend der Mann. Von dem Schiff, wo goldene Sterne funkelten, hingen in weiten Bogen Tannenkränze nieder und die festlichen Fahnen und das helle Klingeln der Orgel und der von dem mit Glanz und Rosen geschmückten Hochaltar aufwogende Weihrauch, alles das erweckte in mir eine unbeschreibliche Feierstimmung. Leider saß im Kirchenstuhl hart neben mir der Rüsselbub. Als der Reigen der Kranzjungfrauen, die morgen auch gefirmt werden sollten, an uns vorbeizog, stieß mich der Rüssel mit dem Ellbogen und zischelte, »Bei der dort, die ihre Augen so niederschlägt und den Wachsstock so fest auf die Brust drückt, bei der möchte ich Bischof sein.« Er solle beten und nicht schwatzen, war mein Verweis. Aber er hat mit seinem ungebührlichen Ohrenblasen nicht nachgelassen, bis meine ganze Andacht zerstört war und bis er uns alle übrigen Sechse so sehr aus Rand und Band gebracht, daß uns das verhaltene Lachen inwendig wie ein Bock stieß, bis es aus einem und dem andern meckernd hervorbrach. Weil ich mir wohl die meiste Mühe gab, das Auflachen zu verwinden, so wurde bei mir die Spannung auch am größten. Während mir schon der Angstschweiß auf der Stirne stand und ich alle Heiligen anrief, daß sie mir beistehen möchten gegen die schrecklichen Späße des Rüffelbuben, platzte ich plötzlich aus. Der Goethe stürzte zu meinem Sitz, riß mich am Arme weg und zerrte mich rasch aus der Kirche hinaus. Er machte mir nur sanfte Vorwürfe, aber unter dem blühenden Holunderstrauch der Kirchhofsmauer bei einem Häuflein von Knochen und Totenschädeln wart ich weinend. »Dieser Rüssel wird's noch kriegen von mir,« sagte der Schmiedhofer, und es zitterte in seiner Hand der Stock. »Aber was hat er denn gesagt?« »Weil eine Jungfrau so das Licht vor ihr Gesicht gehalten hat,« erzählte ich, »so hat er gesagt, du Schau, Bet-Schwester, daß deine lange Nasen nicht brennend wird.« Dabei stieß es mich wieder so gewaltig, halb im Lachen, halb im Schluchzen, wie ja meine Mutter immer gesagt hat, ich hätte weinen und Lachen in einem Sack beisammen. »Steh auf, Peterl, und laß Zeit,« tröstete der Güt, »ich will vor der Firmung keinen Unfried anheben, aber morgen auf dem Heimweg, da werde ich dem Rüsselbuben meine Meinung zu wissen tun. Und du sei gescheit jetzt, und denk, »s Lachen ist Sünd, und »s Röhren«,« »weinen«, »eine Schand.« So ist dieselbige Vespa, die so feierlich begonnen, zwischen Sünd und Schand zu Ende gegangen. Aber das Gericht war nahe. Nach dem Gottesdienst scharrten wir sieben uns um den Göden, und er zog mit uns magdauf, magdab und suchte eine Nachtherberge. Alle Wirtshäuser waren schon vollgepfropft von Fuhr- und Krämersleuten, Wallfahrern, Firmlingen und Paten. Es war in der Gegend lange keine Firmung mehr gewesen, daher sammelte und staute es sich nun, und wir trippelten noch am späten Abend umher und suchten eine Ruhestadt für die müden Glieder. Abendbrot hatte uns jeder Wirt angetragen. Schafbradel, Speckfleck, Eingemachtes, Schöberl oder was zu trinken. Unser Pate aber erklärte überall, »Habts uns keine Liga, Stadt, so lass ich euch gar kein Geld da.« Wir zogen aus dem Markt hinaus. Am Himmel flimmerten die Sterne, auf den tauenden Feldern sangen die Grillen, und auf der Straße gröelte der Rüsselbub herum. Wir verloren ihn zeitweilig, und auf einmal war er doch wieder da. Er kaute an etwas. Bei der Firmung Krautblotschen fressen, knurrte er, das ist mir auch noch nicht passiert. Endlich hatten wir eine alte Scheune gefunden, in deren unterem Gelass Schweine grunzten, deren Überboden aber Heu und Stroh barg. Der Goethe erteilte folgenden Unterricht. »Meine lieben Buben, einwendig braucht der Mensch nichts, wenn er liegt, aber auswendig braucht er was, sonst kann er nicht liegen. Er braucht unter sich was, daß er nicht durchfällt, und er braucht über sich was, daß nichts auf ihn drauffällt. Und da gibt's nicht leicht was Besseres als so einen Stadel. Schlupf's hinauf, Buben!« Es war für den, der's genau nahm, noch eine Jauche zu umgehen, ein Gestrüpp zu zerteilen. Das Loch war fast schwer zu finden. Wie Katzen krochen wir einer über den anderen hinauf. Das Würzelein blieb der letzte und hatte tüchtig zu schnaufen, bis es sich auf den Heuboden wand, wo wir uns alle miteinander heimisch machten. Der Goethe ermahnte uns noch, den Heiligen Geist anzurufen, erinnerte an die Bedeutung des morgigen Tages, als an dem wir vor dem Hochgottesdienste das heilige Sakrament empfangen würden. Derlei Rede beförderte den Schlummer. Anders aber das, was der Heidenmaxel sagte. »Wenn heut Nacht in diesem Stadel Feuer auskommt, sind wir hin.« »Das ist wohl gut, daß dieselbige mit der brennenden Nasen nicht bei uns ist,« flüsterte ein Nachbar. »Wenn Feuer ist, ich spring beim Dachtürl hinaus,« tat ein anderer Kund. »Das wäre noch das Beste,« meinten wir. Mittlerweile trieb der Rüssel heimlich allerlei Alotria. »Wem gehört die Hand da?« rief der Knittlernatz. »Es ist eine Fremde da. Wem gehört sie?« Keiner meldete sich. Der Natz hielt sie fest. »Will's bald sehen, wem sie gehört,« sagte er und biß hinein. Da tat der Rüsselbub einen Schrei. »Du Großer!« sagte nun der Firmgüt. Sonst sagte er nichts, aber es war mit einer unheimlichen Betonung gesprochen. Die Turmuhr schlug schon späte Stunde. Der Nachtwächter rief seinen Spruch aus. Ich war davor erschrocken, denn ich hatte früher den nächtlichen Ruf noch niemals gehört. Ich dachte an das Unheil, das den Menschen immerfort umlauert. Ich dachte auch an die Toten in ihren Gräbern, die nicht aufwachen, wenn der Wächter schreit, die nicht aufwachen, wenn die Feuersbrunst wütet, die nur aufwachen werden, wenn die Posaune ruft. Wenn die Toten nicht erwachen wollen, so sollen auch die Lebendigen einschlafen in Gottes Namen. Mitten in der Ruh erscholl draußen ein Horn. Durch die Dachfugen herein drang ein Schein. Wir fuhren empor, wir schrien durcheinander, einige jammerten. Der Goethe ermahnte zur Besonnenheit. Einer setzte über unsere Glieder hin, tastete sich zum Dachtürl, riß es auf und sprang hinaus. Wir hörten ein Geplätscher, wie wenn einer in den Tümpel fällt. Wir hörten ein Sprudeln und Abschütteln, wie wenn das langwollige Schaf dem Waschbottich entspringt. »Was ist denn alles das gewesen?«, rief der Goethe. »Man hört nichts mehr. Das Posthorn hat vorbeigeblasen. Der Mond ist aufgegangen. Aber welcher von diesen Sakamenzbuben ist denn hinausgesprungen?« Alle waren da, bis auf den Rüssel. Jetzt, da er auf unser Rufen nicht zum Vorschein kam, kletterten mehrere von uns hinab und gingen ihn suchen. Es war erbärmlich. Er wälzte sich im Grase und sprudelte aus dem Mund und suchte sich zu reinigen. Er war gerade in die Jauche hineingesprungen. Endlich riß er die Kleider von sich herab und wollte sich im Strauchwerk abscheuern. Das Strauchwerk bestand aus Nesseln und Dornhecken und so ging der Jammer an. Das war keine Nacht zum Schlafen, und als der Morgen kam, mußte der Rüsselbub bei den Bewohnern des unteren Gelasses Zuflucht suchen, um sich zu erwärmen. Und im Zustande seiner Kleider konnte an diesem Tage bei ihm von der Firmung keine Rede sein. Der Schmiedhofer wollte Mittel finden, indem er in den Häusern herumging, bittend, man möge ein Christenwerk tun und seinem verunglückten Firmling für den Vormittag ein Gewand borgen. »Ja, recht gern. Warum denn nicht? Versteht sich?« »Den Wachshofer hießen sie so, der es so freundlich zusagte. Er brachte die Kleider von seinem Söhnlein. Und als diese zu klein waren, rief er, »O Narr, ist denn der Lümmel so groß? Den sollt ich schier kennen. Bist du nicht der Augustin Rüssel? Und du willst dich heut zur Firmung führen lassen? Lump, schlechter!« »Was habt's denn mit ihm?« legte sich der Goet drein. »Und den wollt ihr's heut firmen lassen?« fragte der Wachshofer und tat seine vierschrötige Gestalt auseinander und schlug ein Gelächter auf. »He, he, der Kerl ist ja schon gefirmt. Vor zwei Jahren oder drei, wie diese Leut noch in der dasigen Pfarr sind, umhergestromat, hab ich ihn selber geführt.« Eilends hat sich der Rüsselbub davon gemacht. Und es war auch hohe Zeit dazu gewesen, denn die beiden Firmpaten hätten ihm ein Angebinde versetzt, das er gewiß nimmer vergessen haben würde. Jetzt, da der Bock dahin war, schien auf die sechs Schäflein der Segen zurückzukehren. Wir wuschen uns am eiskalten Bächlein, das aus dem Waldgraben hervorkam. Der Goet hatte einen Kamm bei sich, mit dem glättete er nun der Reihe nach unser Haarwerk, tat mancherlei am Anzug in Ordnung, und als wir leidlich beisammen waren, führte er uns ins Wirtshaus. Und es wird damals bei mir das erste Mal gewesen sein, daß ich Kaffee gegessen habe. Als wir hernach durch das festliche Gewühl der Menge in die Kirche gingen, wurde manchem von uns bange. Es war viel die Rede gewesen von einem Backenstreich, den der Bischof dem Firmling versetzte. Aber totgeschlagen hätte er noch keinen. Als wir uns hernach in der Kirche allen anderen Firmlingen anreiten und vom Hochaltare her das Strahlen des silbernen Kreuzes, des goldenen Bischofsstabes sahen, wie das immer näher heranschwankte und endlich die weiße Bischofsmütze sichtbar wurde, während einer auf der Kanzel fortwährend das Vaterunser betete, bereiteten wir uns klopfenden Herzens vor. Wir steckten die Firmkarten, die uns daheim der Kaplan als Befähigungszeugnis ausgestellt hatte, zwischen die Finger der gefalteten Hände. Der Goethe stand hinter uns und strich jedem der Seinen das Haar aus der Stirne. So warteten wir, bis sie herankamen. Sie kamen heran, die Priester in Chorröcken, jeder mit dem Zeichen seiner Würde. Der Erste trug das Kreuz, der Zweite salbte mir die Stirne mit Krisam, der Dritte nahm die Firmkarte aus den Fingern und nannte den Firmnamen Simon. Und dann war er selber da, der Bischof. Er legte die Hände auf das Haupt, berührte mit zwei Fingern die Wange und war vorüber. Nun folgte einer mit einem Zinnteller, worauf Brotstücke mit Salz lagen. Damit rieb er mir das Krisam wieder von der Stirne. Ein weiterer fuhr noch mit einem Tüchlein drüber und der Letzte gab mir den gedruckten Firmschein in die Hand. Dann waren sie alle vorbei. Das Ganze dauerte nicht eine Minute und das war alles, das war die Firmung gewesen. Die anderen atmeten auf, ich aber erschrak. Wo war die Weihe, die innere Glückseligkeit, die ich erhofft hatte? Angst erfüllt, betete ich dem Priester das Glaubensbekenntnis nach. Es war aber wie immer. Ich sagte die Formel wie immer, ohne dabei zu denken, daß man glauben oder nicht glauben könne, und empfand nichts. Während alle anderen muntere Gesichter machten und sich des Heiligen Geistes freuten, war ich tief unbefriedigt und fühlte Traurigkeit. Und ich war doch auch mit frommem Herzen gekommen und hatte Sehnsucht gehabt nach dem Heiligen Geiste. Was hatte ich denn getan? Aber so ist es mir ja immer ergangen in der Welt. Wo ich am sehnlichsten gehofft, bin ich am tiefsten enttäuscht worden. Es mag meine Fantasie der Möglichkeit ja um ein Stück voraus sein, aber daß sie selbst den Heiligen Geist überflügeln sollte. Ich habe es später meinem Katecheten gestanden, daß mir nach der Firmung so bange geworden wäre, und der sagte, daß eben sei die Gnade des Heiligen Geistes, daß ich mich nach dem Heiligen Geist sehne. Beim Mittagssaal ließ sich unser Goethe nicht spotten, und er schaute zufrieden auf die stattliche Reihe seiner Firmlinge, während andere, deren bloß einen oder zwei bei sich hatten. Seine Firmlinge waren ihm ja wie eine öffentliche Auszeichnung. Es tut immer wohl, wenn die Leute sehen, daß man der Erwählte von vielen ist. Der Heimweg war genauso weit als der Ausweg, aber äußerst lustig, und so oft wir an einem Wirtshause vorbeikamen, fand es der Schmiedhofer für nötig, die heilige Taube trinken zu lassen. So kamen wir in der Tat einigermaßen begeistert zu Hause an. Bevor uns der Firmgöth entließ, erhielt jeder von uns einen Silberzwanziger zum Andenken. »Vielleicht«, sagte der Goethe, »kommt auch einmal was anderes nach.« Es vergingen kaum vier Wochen, so brachte der Jungknecht des Schmiedhofers ein kohlschwarzes Lämmlein in unser Haus, und das Lämmlein gehöre mir, der Firmgöth ließe mich grüßen. Auch die anderen hatten ein jeder ein Lamm bekommen, und mehreren von ihnen ist selbes zur Stammmutter eines fruchtbaren Geschlechts geworden. Mir hat man von der Wolle des Meinen nur ein einziges Paar Socken machen können, Im zweiten Jahr habe ich mir beim Köhlerhaus für das Schäflein das Buch der heiligen Pfalzgräfin Genoveva eingetauscht. Dieser Handel soll den Köhler überaus befriedigt haben, und das freute mich, denn ich hielt dafür, dass ich ihn weit übervorteilt hätte. Das Buch hat mich gefreut und nichts zu fressen gebraucht. Was den Rüsselbuben anbelangt, so sage ich nur einiges. Weil er ein fleißiger Arbeiter geworden, so ist er bei unseren Bauern verblieben. Wie er für die Firmung noch Kleider am Leibe gehabt hatte, die ihm zu groß und weit gewesen, so trug er später deren so Enge wie ein Reitknecht. Sein Bauer ließ ihm eine blaue Schürze machen, die er aber wie einen Strick um seinen Leib wand. Er hatte ein so freches und widerliches Ansehen, daß man ihm am liebsten auswich. Und doch fand er seine Genossen. Solchen, die eine schamlose Seele haben und keinen rechten Ausdruck für sie finden, war er der Rechte. Alles Züchtige, Schöne, Erhabene wußte er nachgerade zündend lächerlich zu machen, zu verhöhnen, zu beschmutzen. Er hatte hierin eine ganz eigentümliche Fertigkeit. Er kauerte in der Kirche stets im dunkelsten Winkel, wo er seinen Hut oder die Zipfelmütze gern auf das Haupt eines Heiligen stülpte, die Formen des Geistlichen gerne nach seiner Weise zurichtete und sich Stellungen gab, die mit keinem Kultus der Welt in Einklang zu bringen gewesen wären. Er war bei Hochzeiten als Pöllerabbrenner tätig, bei Begräbnissen der Totengräber. Gebrauchen ließ er sich zu allem, nahm auch keine Belohnung dafür, außer Wein oder Most im Wirtshause. Drastische Namen erfand er für Dinge, die keinen brauchen. Zudem hatte er den Drang, derlei zu verewigen, und da er nicht schreiben konnte, so hielt er sich ans Zeichnen und Grabeln. Viele Torsäulen, Kreuzpfähle und Türpfosten haben müssen verhobelt und verstümmelt werden, um die Illustrationen des Augustin Rüssel zu vertilgen. Selbst wenn er ernst war, konnte er endlich gar nicht mehr wie ein gewöhnlicher Mensch sprechen. Alles, was er sagte, kam roh, wild und schamlos aus ihm hervor. Dass er ein Dirndl gehabt hätte wie andere Bursche, ich wüßte es nicht, und ich glaube es nicht. Die Weiber wichen ihm von Weitem aus. Dieser Mensch verdarb im Alter von dreißig Jahren in einer Strohscheune. Nur das Würzelein, das nun aber eine tüchtige Wurzel geworden war und braver Oberknecht bei unserem Großbauer, erinnerte sich daran, daß er ja mit dem Rüsselbuben kameradschaftlich dazu mal zur Firmung gegangen sei, und daß man ihn in der Not doch nicht ganz verlassen dürfe. Er suchte den Augustin auf. Der lag auf schlechtem Stroh, und seine weitoffenen, starren Augen hatten kein Leben mehr. Der Oberknecht drückte sie zu und betete für seinen Frieden. So hat sich von uns Sechsen, die wir einstmals mit Krisam gesalbt worden sind, nur beim Würzelein der Heilige Geist augenscheinlich gezeigt. Ende von Kapitel 30 Kapitel 31 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Avaie im Oktober 2010 Das Waldbauernbübel von Peter Rossecker Kapitel 31 Als ich Bettelbub gewesen Die schmale Straße, die durch den Wald ging, hatte weißen Sand und dunkles Moos, war zur sonnigen Zeit nicht staubig und in Regentagen nicht lehmig. Sie zog nicht in der Schlucht, sie zog auf der sanften Bergeshöhe hin, wo das kurze, grüne Heidelkraut und in dünner Anzahl die alten, verknöcherten Fichtenbäumchen standen. Stellenweise ging der Weg über eitelgrünen Rasen und ein Wagengeleise war gedrückt. Strebsame Ameisenvölker trieben auf dieser Straße ihren Handel und Wandel. Und doch erstreckte sich der Weg aus weitem her und war von Menschen getreten. Hier und da stand etwas wie ein Wegzeiger, eine hölzerne, wettergraue Hand wies geradeaus oder seitab und sagte nicht wohin. An anderen Stellen wieder, wo ein alter, flechtenbewachsener Baumstamm hart am Wege ragte, prangte daran ein rot angestrichenes Holzkästchen mit einem Liebfrauenbildnis oder mit einem Matertaferl, erzählend vom Unglücksfalle, der sich an der Stelle zugetragen, bittend um ein christlich Gebet. Ich habe in der weiten Welt keinen Weg mehr gefunden, der mir so grauenhaft heilig erschienen wäre als diese Straße, die durch unseren Wald strich und von der wir Kinder nicht wussten, woher sie kam und wohin sie ging. Erfahrene Leute sagten es zwar, sie kämen aus dem fernen Ungarlande und führen nach Mariazell. Sie ist ein ewiges Wandern von Sonnenaufgang her. Auch die wilden Türken vor drei und mehr hundert Jahren sollen diesen stillen Weg herangewütet haben. Auch kleine Zigeunerbanden trippelten zuweilen auf demselben daher. Und dann einmal ein Handwerksbursche oder ein Bettelmann oder ein Schwerzer kam des Weges und verneigte sich vor den Bildnissen. Im Ganzen jedoch war der Weg sterbenseinsam und die wenigen Häuser standen fernab im Tale oder auf entlegenen Bergen. Doch war es alle Jahre einmal zur Zeit der Bittage in jener Maienwoche, in welcher unsere Religion das Fest der Himmelfahrt des Herrn feiert, das auf diesem Waldwege eine förmliche Völkerwanderung ausbrach. Seltsame Menschen mit fremden Kleidern, Gebärden und Sprachen walten schanweise heran. Sie hatten braune Gesichter, knochige Glieder und struppige Haare. Sie hatten scharfe Augen, weiße Zähne, lange, kühn aufgeworfene Nasen und fremdartige Züge um die Mundwinkel. Die Männer trugen weiße, flatternde, unten befranste Linienhosen, die so weit waren, dass sie aussahen wie Kittel und dunkelblaue Übermäntel mit breit zurückgeschlagenen Krägen und kleine Filzhütchen mit schmalen, aufgeringelten Krempen. Auch hatten sie blaue Westen an, besetzt mit einer Reihe von großen Silberknöpfen. Andere trugen wieder so enge weiße Beinkleider, als wären selbige über und über an die Glieder gewachsen und anstatt mit Stiefeln hatten sie die Waden und den Fuß in Kreuz und Krumm mit Binden umwunden. Auch hatten manche der Männer schwere Übermäntel aus weißem Filze an ihren Achseln hängen und diese Mäntel, sowie auch ihre Beinkleider, waren ausgeziert mit roten oder blauen Rändern und allerlei Geschnüre schnörkelte sich um die Wämser. Die Weiber trugen blauschwarze oder weiße Kittelchen, die kaum ein bisschen übers Knie hinabgingen und bei jedem Schritt keck hin- und herschlugen. Bei andern wieder waren die Kittel so eng und die schwarzen, faltenlosen Schürzen so breit, dass bei jedem Schritte die Rundungen der Gestalt hervortraten. Ferner trugen sie hohe und schwere Stiefel, das unter denselben der Sand knarrte, oder sie gingen gar barfuß und hatten Staubkrusten an den Zehen. Weiters staken die Weiber in kurzen, schwarzen Spänzerchen, oder sie hatten gar nur ein weites Hemd über Arm- und Busenflattern. Die Köpfe hatten sie turbanartig mit einem Tuche umschlungen, unter dem schwarze Lockensträhnen hervorquollen. So wogten sie lärmend und heulend heran, und jede Gestalt hatte ein weißes Bündel auf den Rücken gebunden und trugen der Hand einen glatt geschälten Stock. Diese Stöcke waren meist frisch in unseren Wäldern geschnitten. Es waren Lerchenstäbe. Auch an den Hütten trugen die Männer frisch geschnittene Lerchenzweige und Lerchengränze. Dieser herrliche Baum mit seinem weichen Genadel, wie er mit dem vielgestaltigen Marbelwerk der Rinde seines Schaftes in der Form einer hellgrünen Pyramide unsere Alpenwälder schmückt, war ihnen seltsam. Er ist in jenen fernen, flachen Gegenden, aus denen die Scharen kamen, nimmer zu finden. Die fremden Gestalten, welche in kleineren Rotten und großen Haufen einen ganzen Nachmittag lang heranströmten, kamen aus dem Ungarland und waren Magianen und Slowaken. Es waren die begotten Massen, die alljährlich einmal aus ihren Heimatsgemeinden davonwandern, um den weiten Weg von sechs bis acht Tagen zu dem weltberühmten Wallfahrtsort de Maria Zell zu wallen. Ungarische Herren und slawische Fürsten hatten einst viel zum Ruhme und zur Verherrlichung der Gnadenstätte zu Zell getan und so wogt heute noch der Strom jener Völker dem berufenen Alpentale zu und macht einen Hauptteil der gesamten Wallfahrer aus, die alljährlich in Zell erscheinen. Es waren also fromme Wallfahrerscharen, die betend und singend unseren stillen Wald durchzogen. Jedes Häuflein trug eine lange, rote Stange mit sich, auf welcher ein Kreuz mit bunten Bändern oder ein wallendes Fähnlein war. Vor jedem Bildnisse, wie sie am Wege standen, verneigten sie tief diese Stange und wenn sie zu jener Höhung herangestiegen waren, auf welche dem Wanderer das erste Mal die zackige Hochkette des Schwabengebirges und der gewaltige Felsrücken der Hohen Veitsch sichtbar wird, standen sie still und senkten dreimal fast bis zur Erde ihren Fahnenstab. Begrüßten die Menschen aus dem Flachland die wilderhabene Alpennatur? Nein, in der Felsenkrone jener hohen Berge lag ihr heiliges Ziel und das begrüßten sie mit Herz und Gebärden. An diesen Punkte waren sie nur noch eine starke Tagesreise entfernt vom Zell. Manche empfanden in solchem Gedanken zum Wandern neue Kraft, anderen sank der Mut im Anblicke der blauenden Alpenwände, die zu übersteigen waren. Bisweilen schleppten die Fremdlinge einen Genossen mit sich, der unterwegs erkrankt war. Einmal trugen sie auf frischer Lerchbaum-Trage die Leiche eines auf der Straße verstorbenen Kameraden, um sie im nächsten Friedhofe zu bestatten. So halten am ersten Tage der Bittwoche die grellstimmigen Gebete der Ungarn und die melancholischen Lieder der Slawen durch unsere Gegend. Die Leute traten aus fernen Häusern und horchten den seltsamen Stimmen. Wir Kinder aber pflegten eine andere Sitte. Wir zogen unsere zerfahrensten Kleider an und mit fliegenden Lumpen hüpften wir der Straße zu. Dort knieten wir auf den Sand, aber so, dass wir auf unsere eigenen Fersen zu hocken kamen. Und wenn eine der Kreuzscharen nahte, so rissen wir die Hauben vom Kopf, stellten dieselben als Gefäß vor uns hin und schlugen zuerst mit zagender, bald mit Kekkerstimme zahlreiche Vaterunser los. Die Früchte blieben nicht aus. Die Männer schossen Kreuze in unsere Hauben, Weiber warfen uns Brot und Kuchen zu, welchen, wie die Spuren ihrer Zähne daran gar oft bewiesen, sie ihrem eigenen Munde entzogen hatten. Andere hielten gar an und öffneten ihre Bündel und kramten darin herum und reichten uns Backwerk. Und manch alt Mütterlein, das unsret Weg auf ein paar Minuten zurückgeblieben war, konnte die Schar wohl oft lange nicht mehr erreichen. Manchmal stellten die Fremden Worte an uns, die wir nur mit glotzenden Augen zu beantworten wussten. Je seltsamer ihr Wesen und ihre Sprache war, je feiner und liebreicher zeigte sich die Gabe. Je brauner die Gesichter, je weißer war das Brot, wir hatten die Erfahrung bald gemacht. Vielleicht dachten die Geber an ihre Angehörigen in ferner Heimat, denen die Liebe galt, die uns fremden Kindern erwiesen wurde. Bisweilen wurden wir auch in deutscher Sprache angeredet, wie wir hießen, wem wir zugehörten, wie viel unser Vater Ochsen hätte und ob wir auch Kornfelder besäßen. Das Grabenbergers Nazelein war unter uns, das gab stets die Antwort und log fürchterlich dabei. Wir gehörten armen Holzhauerleuten an, der Vater wäre vom Baum gefallen und die Mutter läge krank schon seit Jahr und Tag. Ochsen hätten wir nicht, aber zwei Ziegen hätten wir gehabt und die hätte der Wolf gefressen. Mit einem Kornacker wär's schon gar nichts, aber Pilze essen wir und die wären heuer nicht gewachsen. Ich bohrte vor heimlicher Wut über derlei Darstellungen die Zehen hinter mir in die Erde hinein. Ja, das Nazelein verfing sich derart in das Lügen, dass es schließlich selbst unsere ehrenhaften Taufnamen falsch angab. Die guten Ungarn schlugen hell ihre Hände zusammen über so arme Würmer, dann blickten sie in die Waldgegend hinaus und meinten, es wäre leicht zu glauben, es wäre eine elende Gegend, gar der Schnee lag noch hier und in den Gruben, zu einer Zeit, da auf den weiten Ebenen draußen längst das Korn in Ehren stand. Sie griffen dann in den Sack. Das Nazelein war mir schon von jenem Ratner-Kirchtag her verleidet, aber ich getraute mich vor den Fremden kein Wort zu sagen, und wenn sie mich zuweilen doch dahin brachten, dass ich den Mund aufmachte, so ward das Wort so ängstlich und leise hervorgemurmelt, dass sie mich nicht verstanden. Die anderen, besonders das Nazelein, kriegten daher immer mehr in ihre Hauben als ich, nur dann und wann ein mildherziges Weiblein legte mir dem Hascherl was bei. Einmal, ich und des Grabenbergers Nazelein waren allein, gerade vor dem Herannahen einer größeren Schar, nahm ich eine Stellung ein, die vorteilhafter war als der Platz, auf welchem das Nazelein hockte. Das Nazelein war darüber erbost, und als die Gaben wirklich in größerer Menge mir zuflogen, rief es aus, der da ist eh reich, sein Vater hat vier Ochsen und einen großen Grund, Vater unser, der du bist, und so weiter. Auf der Stelle wendete sich das Glück und alles Brot und Geld wäre in den Hut des Nazelein geflogen, da erhob ein Mann, der mitten unter den Wallfahrern stand, das Wort. Schaut einmal den neidischen Schlingel an, ihr seid beide nicht so arm, als dass ihr ohne unser Brot verhungern müsstet, und auch nicht so reich, als dass wir euch die kleinen Gaben versagen wollten. Ihr seid Waldbauernkinder, aber ich gebe meinen Sechser diesmal dem, dessen Vater vier Ochsen hat. Mein Lebtag vergesse ich's nimmer, wie jetzt die Batzen in mein Häublein klangen, hell zu Dutzenden, und ich konnte nachgerade nicht schnell genug die Vergelt's Gott sagen, das auf jeden eins kam. Und da dieser wundersame Hagel, wie ich ihn noch nie erlebt hatte, gar nicht wollte aufhören, konnte ich die Lust in meinem Herzen nimmer verhalten, in ein helles wiehern und lachen brach ich aus, das Nazelein aber schleuderte seine fast leer gebliebene Haube mitten in die Straße und schoss wütend in den Wald hinein. Mit Gelächter zog die Kreuzschar ab, und ich hub an, meine Schätze zu zählen. In der Kappe und um dieselbe, im Sand und auf dem Moos und im Heidelkraute lagen die Kreuzer und Sechser zerstreut. Und als ich sie alle versammelt hatte, wollte ich wohl verzichten auf alle weiteren Wallfahrertruppen, die heute noch kommen konnten, wollte schnurstracks heim zu meinen Eltern laufen, um ihnen das Glück zu verkünden. Da bin ich angepackt von rückwärts zu Boden geworfen und auf meiner Brust reitet das Nazelein. Mit seinen strammen Händen presst es meine Arme tief in das Heidelkraut hinein, und so grinste es mir ins Gesicht. Stärker bin ich nicht wie er, dachte ich bei mir. Wenn ich auch gescheiter nicht bin, so ist es um mich gefehlt. Du, murmelte das Bürschlein zwischen den Zähnen hervor, gib mir die Hälfte vom Geld. Nein, sagte ich trocken, so nehme ich's mir selber. Dann springe ich auf. Aber ich lasse dich nicht los. Dann kannst du das Geld nicht nehmen. Ich setze dir meine Knie auf die Gurgel. Ich lasse mich umbringen, nachher wirst du gehängt. Der Gesang einer neuen Schar unterbrach die Verhandlung. Wir beide sprangen auf, stürzten zur Straße hin und lallten unser Gebet. Das von den vielen Abenteuern an der Straße nur als Stücklein. Und wenn das Tagwerk vorbei, so versammelten wir Kinder uns auf der Au, wo die Schafe noch grasten, und tauschten unsere Gaben um, wie sie jedem entsprachen. Geld war stets der gesuchteste Artikel. Nur die kinderarmer Kleinhäusler und Köhlersleute gaben seine Leckerbissen und Kreuzerchen für ein Stück schwarzes Brot, wenn es nur groß war. Am fünften Tage kehrten dieselben Scharen stets auf demselben Wege wieder zurück. Und jeder von den Wallfahrern hatte an seiner Brust einen oder mehrere Rosenkränze hängen oder Amulette, Frauenbildchen und funkelnde Kreuzlein und Herzen. Die Mädchen trugen rote und grüne Krönlein von Wachs auf ihrem Haupte. Die Bündel auf den Rücken hatten sich sehr bedeutend verkleinert und die Brote, die wir bekamen, waren hart und Geldstücke sprangen spärlich hervor aus den Taschen. Doch lohnte es sich des Hockens immer noch und die Erwartung der Gabe war mindestens so anziehend als die Gabe selbst. Einmal, ich war schon an die elf Jahre alt geworden, kniete ich ganz allein am Stamme eines Bildnisses und recht zungenfertig im Vaterunserhersagen, wie ich endlich geworden war, kehrte ich alle Vorteile des Absammelns heraus und hoffte reichlichen Gewinn. Da kam eine Kreuzschar, ein paar Brötchen wurden mir zugeworfen und sie war vorüber. Nur ein schon betagter, gutmütig aussehender Mann war zurückgeblieben, schritt ganz nahe an mich heran, neigte ein wenig sein Haupt zu mir nieder und sagte, Bettelbub. Dann ging er den anderen nach. Mir war das halbe Vaterunser im Mund stecken geblieben. Ich glotzte eine Weile um mich, dann stand ich langsam auf und schlich von dannen. Das war mein letztes Hocken gewesen an unserer Waldstraße. Bettelbub. Das Wort hat mich aufgeweckt. Ein junger, gesunder Bursche, der mit seinem neuen grünen Hut sonntags schon etliche Mal gleich den Knechten ins Wirtshaus gegangen ist, der es demnächst mit dem Tabakrauchen probieren wird und der nicht allzu selten ins Fensterglas guckt, wie es mit dem Bad steht, ein solcher Bursche betteln. Auch das Nazilein tut's nimmer. Das Nazilein ist ein reicher Bauer geworden und es gibt, wenn man ihm glauben darf, jeden Tag erklecklich Almosen an wahrhaft dürftige Bettelleute. Und die Magiaren und Slowaken kommen noch heute jenen einsamen Waldweg gezogen, immer an Kinder, die am Weg kauern, Gaben spendend, in ihrem Beten und Flehen selbst Bettelleute vor der Gnadenmutter zu Zell. Ende von Kapitel 31 Kapitel 32 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Waldbauernbübel von Peter Rosegger Weg nach Maria Zell Mein Vater hatte elf Saatfelder, die wir Kornweiten nannten, und wovon wir alljährlich im Herbste ein neues für den Winterroggenbau umackerten, so daß binnen elf Jahren jeder Acker einmal an die Reihe kam. Ein solcher Jahresbau lieferte beiläufig dreißig Metzen Roggen, für die nächsten drei Jahre wurde dann das Feld für Hafersaat benützt, und die sieben weiteren Jahre lag es brach, diente als Wiese oder Weide. Unser vier, ich, mein Vater und die zwei Zugochsen bestellten im Herbste das Roggenfeld. Hatten wir den Pflug, so führte mein Vater hinten die Pflug, und ich vorn die Ochsenhörner. Hatten wir die Egge mit ihren sechsunddreißig wühlenden Eisenzähnen, so leitete der Vater die Zugtiere und ich, ja, das war ein absonderlich Geschäft, ich hockte mitten auf der Egge oben und ließ mich über den Acker hin und her vornehm spazieren fahren, fuhr spazieren und verdiente dabei mein Brot. Der Acker hatte nämlich stellenweise so zähes und filziges Erdreich, daß die die Egge nicht eingreifen wollte, sondern nur so ein wenig oben hin kratzte. Trotzdem durfte die Egge nicht zu schwer sein, schon um der Ochsenwillen, und auch nicht, weil an anderen Stellen doch wieder eine Mürbeerdschichte lag, in welcher tiefgehende Zähne mehr geschadet als genützt hätten. So mußte denn stellenweise die Egge beschwert werden, und zwar durch ein lebendiges Gewicht, das zu rechter Zeit aufhocken und zu rechter Zeit abspringen konnte, und dazu waren meine vierzig Pfunde mit den behändigen Füßlein gerade recht. Gefiel mir Bass, wenn die Ochsen gut beim Zeug waren und die Egge hübsch-emsig dahin kraute und auf- und niederwuppte, so daß mir der Vater dazu rief, Halt dich fest, Bub, sonst fliegst Abi. Da hat sich eines Tages das große Glück zugetragen. Es war morgens vorher mein zweiter Bruder geboren worden, ein Junge, daß es eine Freude war. Als wir hierauf das steile Schachenfeld umegten, war mein Vater etwas übermütig und knallte stark mit der Peitsche. Fuhr und Ackers Leute, die keine Stimme haben, zum Jauchzen oder Fluchen, lassen die Peitsche knattern und schmettern, das ist Hinhalt in das Gebäume und zu anderen Menschen, die, wenn sie wollen und können, mit Jauchzen oder mit Fluchen mögen. Wir fuhren gerade an einem mit Büschen bewachsenen Steinhaufen vorüber, als meinem Vater, sicherlich des kleinen Jungen wegen, wieder die helle Lust aufschoss, die Peitsche schwang er und knallte eins herab. In demselben Augenblick rauschte erschreckt eine ganze Familie von Haselhühnern aus dem Gebüsche auf, davor machten unsere Ochsen einen Sprung und schossen wild mit der Egge und mit mir, der darauf saß, quer über das steile Feld hinab. Mein Vater war beiseite geschleudert worden und konnte nun nachsehen, was mit seinem Gespann geschah. Die Rinder raseten dahin, die Egge hüpfte hoch empor und im nächsten Augenblicke war ich unter den Zähnen derselben und wurde hingeschleift. Mein Vater soll die Augen zugemacht und sich gedacht haben, jesses, kaum ist der Kleine da, ist der Große schon hin. Dann schlug er die Hände zusammen und rief es zu den Wolken empor Unsere liebe Frau Maria Zell. Mittlerweile waren Ochsen und Egge über den Feldrücken hinüber und nicht mehr zu sehen. Dort unten aber, auf dem braunen Streifen, den das Fuhrwerk über den Acker gezogen hatte, lag ein Häuflein und bewegte sich nicht. Mein Vater lief hinzu und riß es von der Erde auf, da hob es auch schon ketzermäßig an zu schreien. Der ganze Bub voll Erde über und über, ein Ärmel des Linnenröckleins war in Fetzen gerissen, über die linke Wade hinab ran Blut, sonst nichts geschehen. Hinter dem Feldsattel standen unversehrt auch die Ochsen. Mich nahm mein Vater jetzt auf den Arm. Ich hätte zehnmal besser laufen können als er. Aber er bildete sich ein, ich müsse getragen sein, aus Zärtlichkeit und Dankbarkeit, daß ich noch lebe, und aus Angst, ich möchte mich etwa jetzt erst verletzen. Als ich hörte, daß ich eigentlich in Todesgefahr gewesen war und von Rechtswegen jetzt in Stücke zerrissen, nach Hause getragen werden sollte, hub ich erst recht an, zu zetern. Und so kamen wir heim, und wenn die alte Grabentraudel nicht vor der Tür die Antrittsteine sauber kehrt, weil die Godel kommen soll, und sie uns solcher Gestalt nicht den Eingang zur Wöchnerin verwehrt, so geschieht erst jetzt das Unglück, die Mutter springt vor Schreck aus dem Bett, kriegt das Fieber und stirbt. Auch das hat die liebe Frau Maria Zell verhindern müssen und hat es durch ihre Fürbitte erwirkt, daß es der Grabentraudel eingefallen ist, es wäre draußen der Antrittsteine nicht ganz sauber und die Godel könnte leichtlich daran ein Ärgernis nehmen. Später hat das mein Vater alles erwogen und ist hierauf zum Entschluß gekommen, mit mir zur Danksagung eine Wallfahrt nach Maria Zell zu machen. Ich war glückselig, denn eine Kirchfahrt nach dem eine starke Tagesreise von uns entfernten Wallfahrtsort war mein Verlangen gewesen, seit ich das erste Mal die Zeller Bildchen im Gebetbuche meiner Mutter sah. Maria Zell schien mir damals nicht allein als der Mittelpunkt aller Herrlichkeit der Erde, sondern auch als der Mittelpunkt des Gnadenreiches unserer lieben Frau. Und so oft wir nun nach jenem Gelöbnisse auf dem Felde oder im Walde arbeiteten, mußte mir mein Vater all das von Zell erzählen, was er wußte, und auch all das, was er nicht wußte. Und so entstand in mir eine Welt voll Sonnenglanz und goldener Zier, voll heiliger Bischöfe, Priester und Jungfrauen, voll musizierender Engel und inmitten unter ewig lebendigen Rosen die Himmelskönigin Maria. Und diese Welt nannte ich Maria Zell. Sie steht heute noch voll zauberhafter Dämmerung in einem Abgrunde meines Herzens. Und eines Tages denn, es war am Tage des heiligen Michael, haben wir vormittags um zehn Uhr Feierabend gemacht, wir zogen die Sonntagskleider an und rieben unsere Füße mit Unschlitt ein. Der Vater aß, was uns die Mutter vorgesetzt, ich hatte den Magen voll Freude. Ich ging ruhelos in der Stube auf und ab, so sehr man mir riet, ich solle rasten, ich würde noch müde genug werden. Endlich luden wir unsere Reisekost auf und gingen davon, nachdem wir versprochen hatten, für alle daheim und für jedes insbesondere bei der Zellermutter zu beten. Ich wüßte nicht, daß meine Füße den Erdboden berührt hätten, so wonnig war mir. Die Sonne hatte ihren Sonntagsschein und es war doch mitten in der Woche. Mein Vater hatte einen Pilgerstock aus Haselholz, ich auch einen solchen, so wanderten wir aus unserem Alpe davon. Mein Vater trug außer den Nahrungsmitteln etwas in seinem rückwärtigen Rucksack, das in graues Papier eingewickelt, ich ihn zu Hause einstecken gesehen hatte. Er war damit gar heimlich verfahren, aber jetzt beschwerte es den Säckel derart, daß dieser bei jedem Schritte dem guten Vater eins auf den Rücken versetzte. Ich konnte mir nicht denken, was das für ein Ding sein mochte. Wir kamen ins schöne Tal der Mürz und in das große Dorf Krieglach, wo einige Tage zuvor mitten im Dorfe einige Häuser niedergebrannt waren. Ich hatte in meinem Leben noch keine Brandstätte gesehen. Ich schloß die Augen und ließ es noch einmal nach Herzenslust brennen, so daß mich mein Vater gar nicht von der Stelle brachte. Eine Frau sah uns zu und sagte endlich mein sie ist halt armselig mit so einem Kind wenn es ein Hascherl ist. Ich erschrak sie hatte mich gemeint und ich kannte die Ausdrucksweise der Leute gut genug um zu verstehen daß sie mich wie ich so dastand mit offenem Mund und geschlossenen Augen für ein Trottelchen hielt. Ich war daher froh als wir weiter kamen. Nun gingen wir schon fremde Wege hinter dem Orte Krieglach steht ein Kreuz mit einem Marienbilde und mit einer hölzernen Hand auf welcher die Worte sind Weg nach Maria Zell. Wir knieten vor dem Kreuze nieder beteten ein Vaterunser um Schutz und Schirm für unsere Wanderschaft. Das greift mich frei an sagte mein Vater plötzlich und richtete sein feuchtes Auge auf das Bild. Sie schaut so viel freundlich auf uns herab. Dann küßte er den Stamm des Kreuzes und ich tats auch und dann gingen wir wieder. Als wir in das Engtal der Feitsch einbogen begann es schon zu dunkeln. Rechts hatten wir den Bergwald links rauschte der Bach und ich fühlte ein Grauen vor der Majestät und Heiligkeit dieses Zeller Weges. Wir kamen zu einem einschichtigen Wirtshaus wie solche in den Wäldern der Räuber Geschichten stehen. Doch über der Tür war trotz der Dämmerung noch der Spruch zu lesen Herr bleib bei uns denn es will Abend werden. Aber wir gingen vorüber. Endlich sahen wir vor uns im Tale mehrere Lichter. Dort ist schon die Feitsch sagte mein Vater aber wir gingen nicht so weit sondern bogen links ab und den Bauernhäusern zu bei welchen es in der Niedereigen heißt. Und wir schritten in eines dieser Häuser und mein Vater sagte zur Bäuerin gelobt sei Jesu Christi und wir zwei täten halt von Herzen schön bitten um einen Nachtherberg mit einem Löffel warmer Suppen sind wir rechtschaffend zufrieden und schlafen und schlafen täten wir schon auf dem Heu ich hatte gar nicht gewußt daß mein Vater so schön betteln konnte aber ich hatte auch nicht gewußt daß er auf Wallfahrts wegen nur ungern in ein Wirtshaus einkehrte sondern sich Gott zur Ehr freiwillig zum Bettelmann erniedrigte das war ein gutes Werk und schonte auch den Geldbeutel Die Leute behielten uns willig und luden uns zu Tische daß wir aßen von allem was sie selber hatten Dann fragte uns der Bauer ob wir Feuerzeug bei uns hätten und als mein Vater versicherte er wäre kein Raucher und er hätte sein Lebtag keine Pfeife im Munde gehabt führten sie uns in den Stadel hinaus auf frisches Stroh Wir lagen gut und draußen rauschte das Wasser Das mutete seltsam an denn daheim auf dem Berge hörten wir kein Wasser rauschen Im Gottes Namen seufzte mein Vater auf Morgen um solch Zeit sind wir in Maria Zell Dann war er eingeschlafen Am anderen Morgen als wir aufstanden leuchtete auf den Bergen schon die Sonne aber im Schatten des Tales lag der Reif Von der Veitscher Kirche nahmen wir eine stille Messe mit und als wir durch das lange Engtal hineinwanderten an Wiesen und Waldhängen Sträuchern und Eschenbäumen hin über Brücken und Stege an Wegkreuzen und Bauernhäusern Mühlen Brettersägen und Zeugschmieden vorbei trugen wir jeder den Hut und die Rosenkranz Schnur in der Hand und beteten laut einen Psalter Des schämte ich mich anfangs vor den Vorübergehenden aber sie lachten uns nicht aus an den Zeller Straßen ist nichts Neues das laut betende Leute daherwandern Mein Vater betete überhaupt gern mit mir er wird gewiß immer sehr andächtig dabei gewesen sein aber mir kamen im Gebete stets so verschiedene und absonderliche Gedanken die mir sonst sicherlich nicht eingefallen wären war war ich im beten so kümmerte ich mich für alles woran wir vorüberkamen und wenn sonst schon gar nichts da war so zählte ich die Zaunstecken oder die Wegplanken heute gab mir vor allem das Ding zu sinnen das mein Vater in seinem Sacke hatte und das im Rock schoß gerade so hin und her schlug wie gestern für einen Wecken ist's viel schwer für eine Wurst ist's viel groß ich war noch in meinen Erwägungen da blieb mein Vater jählings stehen und das Gebet unterbrechend rief er aus do verhüllte Sau ich erschrak denn das war meines Vaters Leibfluch er hatte sich ihn selbst erdichtet weil die anderen ja alle sündhaft sind jetzt kann ich schnurgerade zurückgehen auf die niedereigen sagte er habt ihr denn was vergessen das wär mir ein sauberes kirchfahrten gehen fuhr er fort wenn man unterwegs die leut anlügt hast es ja gehört wie ich gestern erzählt hab ich hätt mein lebtag keine pfeifen im maul gehabt jetzt beim beten ist mir eingefallen wie ich dort den holzapfelbaum seh daß wir daheim auch einen alten holzapfelbaum gehabt haben und daß ich unter dem holzapfelbaum einmal einmal glaubt hat 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 ist mein letztes end tot übel ist mir gewesen weil ich mit dem riegelberger peter das tabak rauchen hab wollen lernen das ist mir gestern nicht eingefallen und so hab ich unserem herbergvater eine breite lüg geschenkt und deswegen will ich jetzt frei wieder zurückgehen und die sach in richtigkeit bringen nein zurückgehen tun wir nicht sagte ich und in meinen augen wird wasser zu sehen gewesen sein ja rief der vater was wirst denn sagen wenn du unsere liebe frau bist und einer kommt weit zu dir her daß er dich verehren möcht und bringt dir eine großmächtige Lüg mit gar so groß wird sie wohl nicht sein meinte ich und sann auf mittel das gewissen meines vaters zu beruhigen da fiel mir was ein und ich sagte folgendes ihr habt erzählt daß ihr euer lebtag keine pfeife im mund gehabt hättet das kann ja wohl wahr sein ihr habt bloß das rohr und von dem nur die spitz im mund gehabt darauf schwieg er eine zeitlang und dann sagte er du bist ein verdankt hinterlistiger kampel aber verstehst das reden verdrehen lass ich dir nicht gelten und auf dem kirchfahrtweg schon gar nicht ich hab's so gemeint wie ich gesagt hab und der bauer hat's so verstanden so müsset es halt gleich beichten wenn wir nach zell kommen riet ich und darauf ging er ein und wir zogen und beteten weiter beim rotwirt hielten wir an mußten uns stärken wir hatten nun die rotsohl zu übersteigen den sattel der feitschalpe die mit ihren wänden schon lange auf uns her gestarrt hatte die wirtin schlug die hände zusammen als sie den kleinwinzigen wallfahrer vor sich sah und meinte der vater werde mich wohl müssen auf den buckel fassen und über den berg tragen wenn ich nicht brav wein trinke und semmel esse hinter dem wirtshause zeigte eine hand schnurgerade den steilen berg hinan weg nach maria zell aber ein paar hundert schritte weiter oben im waldschatten stand ein kruzifix mit der inschrift hundert tage ablaß wer das kruzifix mit andacht küsset und fünfhundert tage vollkommen ablaß wer gelobt sei jesus christus sagt auf der stelle erwarben wir uns sechshundert tage ablaß dann gingen wir weiter durch wald über blößen und geschläge bald auf steinigen fahrwegen bald auf glatten fuß steigen nach einer stunde waren wir oben wir setzten uns auf den weichen rasen und blickten zurück in das waldland über die grünen berge hin bis in die fernen blauen und zwischen den blauen heraus erkannte mein vater jenen auf welchem unser haus stand dort ist die mutter mit dem kleinen brüderlein dort sind sie alle die uns nachdenken nach zell wie müssen die leute jetzt klein sein wenn schon der berg so klein ist wie ein ameisenhaufen es war die mittags stunde wir vermeinten vom veitschtale herauf das klingen der glocke zu hören ja sagte dann mein vater wenn man's betrachtet die leut sind wohl recht klein gegen die große welt aber schau mein bübel wenn schon die welt so groß und schön ist wie muß es erst im himmel sein wir erhoben uns und gingen den ebenen weg der hoch auf dem berge dahin führt und ich sah schaudernd zum schroffen gewände der feitsch empor das drohend als wollte es niederstürzen auf uns herab starrte endlich standen wir vor einem gemauerten kreuze in dessen vergitterter nische ein lieber guter bekannter stand der heilige nikolaus der alljährlich zu seinem namenstage mich mit nüssen äpfeln und lebzelten beschenkte anstatt daß ich es ihm tat und von diesem kreuze sahen wir auf die zeller seite hinab doch wir sahen noch lange nicht zell wohl aber ein so wildes steinernes gebirge wie ich es früher meiner tage nicht gesehen hatte ein gebet beim nikolo und wir stiegen hinab in die fremde schauerliche gegend wir kamen durch einen finsteren wald der so hoch und dicht war daß kein gräßlein wuchs zwischen seinen stämmen mein vater erzählte mir raub und mord geschichten welche sich hier zugetragen haben sollen und ein paar tafeln an den bäumen bestätigten die erzählungen ich war daher recht froh als wir in das tal kamen wo wieder wiesen und felder lagen und an der straße wieder häuser standen wir waren bald in der wegscheide wo sich zwei Wege teilen der eine geht nach see wiesen und den anderen weist eine hand weg nach maria zell wenn du nach zell gehst so wirst du die größte kirche und die kleinste kirche sehen sagte mein vater die größte finden wir heut auf den abend zur kleinsten kommen wir jetzt schau dort unter der steinwand ist schon das rote türmel das wirtshaus war freilich viel größer als die kirche in demselben stärkten wir uns für den noch dreistündigen marsch der vor uns lag dann kamen wir an der gezackten felswand vorüber die hoch oben auf dem berge steht und die spieler genannt wird drei drei männlein sitzen dort oben die einst in der christnacht hinaufgestiegen waren um karten zu spielen zur strafe sind sie in stein verwandelt worden und spielen heute noch die hohen bergen herausgekommen war die berge waren hier gar erschrecklich hoch und hatten auch gemsen jetzt rinnt das wasser noch mit uns hinaus sagte mein vater paß auf wenn es gegen uns rinnt nachher haben wir nicht mehr weit nach zell wir kamen nach gußwerk das hatte wunderprächtige häuser die waren schön ausgemeißelt um türen und fenster herum als ob sich die steine schnitzen ließen wie lindenholz und da waren ungeheure schmieden aus deren innern viel lärm und feuerschein heraustrang wir eilten hastig vorbei und nur bei der damals neuen kirche kehrten wir zu das war wunderlich mit dieser kirche nur ein einzig christus bild war darin und sonst gar nichts nicht einmal unsere liebe frau und so nahe bei maria zell die lutherschen sollen es gerade so haben wir gingen bald davon und als wir hinter das letzte hammerwerk hinaus waren und sich die waldschlucht engte daß kaum straße und wasser nebeneinander laufen konnten siehe da war das wasser so klar und still daß man in der tiefe die braunen kieselsteine sah und die forellen und das wasser rann gegen uns jetzt mein bübel jetzt werden wir bald beim urlaub kreuz sein sagte der vater bei demselben siehst du den zellerischen turm wir beschleunigten unsere schritte wir sahen die kapelle die gerade vor uns auf dem berge stand und die siegmundskirche heißt da oben hat vor lange ein einsiedler gelebt der sich nicht für würdig gehalten bei der mutter gottes in zell zu sein und der doch ihr heiliges haus hat sehen wollen jede stund ein vöglein hätte ich mögen sein daß ich hätte hinauffliegen können zum kirchlein und von dort aus zell etliche minuten früher schauen als von der straße an der wegbiegung sah ich an einem baumstamm ein heiligen bild ist das schon das urlaub kreuz das kleine sagte mein vater das ist erst zum urlaub kreuz das urlaub kreuz schau dort steht es auf einem roten pfahl ragte ein roter kasten der hatte ein grün angestrichenes eisengitter hinter welchem ein bildnis war wir eilten ihm zu ich hätte laufen mögen aber mein vater war ernsthaft als wir vor dem roten bildstock standen zog er seinen hut vom kopfe sah aber nicht auf das bild sondern in das neu hervorgetretene bäume und wir und wir waren im alten markt und hinter diesen häusern stiegen wir die letzte höhe hinan und hatten auf einmal den großen markt flecken vor uns liegen und inmitten hoch über alles ragend und von der abendlichen sonne beschienen die wallfahrtskirche die stimmung welche zu jener stunde in meiner kindessele lag könnte ich nicht schildern so wie mir damals muss den auserwählten zumute sein wenn sie eingehen in den himmel wir taten wie alle anderen auch auf den knien rutschten wir in die weite kirche und hin zum lichterreichen gnadenbilde und ich wunderte mich nur darüber daß der mensch auf den knien so gut gehen kann ohne daß er es gelernt hat wir besahen an demselben abende noch die kirche und auch die schatzkammer an den gold und silber strotzenden schreinen hatte ich lange nicht die freude wie an den unzähligen opferbildern welche draußen in den langen gängen hingen da gab es feuersbrünste überschwemmungen blitzschläge türkenmetzeleien daß es ein schreck war es war kaum eine not ein menschliches unglückdenkbar daß in diesen dank und denkbildern nicht zur darstellung gekommen wäre wer hat diesen volksbildersälen je eine nähere betrachtung gewidmet wir stiegen auch auf den turm das war unerhört weit hinauf zwischen den finsteren mauern wie oft mochte der rock schoß meines vaters hin und her geschlagen haben bis wir da oben waren und endlich standen wir in einer großen stube in welcher zwischen schweren holzgerüsten riesige glocken hingen ich ging zu einem fenster und blickte hinaus was war das für ein ungeheuer die kuppel eines der nebentürme hatte ich vor augen und du heiliger joseph wo waren die hausdächer die lagen unten auf dem erdboden dort auf dem weißen streifen krabbelte eine kreuzschar heran als der türmer dieselbe gewahrte hub er und noch ein zweiter an den riemen einer glocke zu ziehen diese kam langsam in bewegung der schwengel desgleichen und als derselbe den reifen berührte da gab es einen so schmetternden schall daß ich meinte mein kopf springe mitten auseinander ich verbarg mich wimmernd unter meinem vater hinein der war so gut und hielt mir die ohren zu bis die kreuzschar einzog und das läuten zu ende war nun sah ich wie die beiden männer vergebens an den riemen zurückhielten um die glocke zum stillstand zu bringen hilfebereit sprang ich herbei um solches auch an einem dritten niederschlängelnden riemen zu tun da wurde ich schier bis zu dem gebälke emporgerissen festhalten festhalten rief mir der türmer zu und endlich als die glocke in ruhe und ich wieder auf dem boden war sagte er kleiner kannst wohl von glück sagen daß du nicht beim fenster hinaus geflogen bist ja meinte mein vater kund denn da in der zeller kirchen auch ein unglück sein abends waren wir noch spät in der kirche und selbst als sich die meisten wallfahrer schon verloren hatten und es auch an dem gnadenaltare dunkel war bis auf die drei ewigen lampen wollte mein vater nicht weichen gar seltsam aber war's wie er sich endlich von seinen knien erhob und in die gnaden kapelle hineinschlich dort griff er in seine rocktasche langte den von mir unerforschten gegenstand hervor wickelte das graue papier ab und legte ihn mit zitternder hand auf den altar jetzt sah ich was es war ein eisenzahn von unserer egge war es und am anderen tage gegen abend als wir meinten unsere kirchfahrt so verrichtet zu haben daß maria und unser gewissen zufrieden sein konnten gingen wir wieder davon beim urlaubkreuz blickten wir noch einmal zurück auf die schwarze funkelnde nadel die zwischen zwei bäumen hervorglänzte behüt dich gott maria zell sagte mein vater und wenn gottes willen so möchten wir noch einmal kommen e vor wir sterben dann dann gingen wir bis wegscheid dort hielten wir nächtliche rast und am nächsten tage überstiegen wir wieder den berg und durchwanderten das feitschtal als wir zu den bauernhäusern der niedereigen kam sprach mein vater dort zu wo wir auf dem vorweg zur nacht geschlafen hatten machte das ein bekenntnis wegen der pfeife und überreichte der bäuerin ein schön bemaltes bildchen von maria zell als wir am abende desselben tages heimgekommen waren und uns zur suppe gesetzt hatten soll ich den löffel in der hand eingeschlafen sein Ende von Kapitel 32 Kapitel 33 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org LibriVox.org Aufgenommen von Alexander Rühl Das Waldbauernbübel von Peter Rosegger Kapitel 33 Als ich zur Trachenbinderin ritt Wenn mein Vater Wenn mein Vater am Sonnabend beim Rasieren saß, da musste ich unter den Tisch kriechen, weil es über dem Tisch gefährlich war. Wenn mein Vater beim Rasieren saß, wenn er seine Backen und Lippen dick und schneeweiß eingeseift hatte, dass er aussah wie der Stallbub, welcher der Kuhmarkt über den Milchrahm gekommen, wenn er dann das glasklänzende Messer schliff, an seinen braunledernen Hosenträger und hierauf langsam damit gegen die Backen fuhr, da hub er an, den Mund und die Wangen und die Nase und das ganze Antlitz derart zu verzerren, da seine lieben guten Züge schier gar nicht mehr zu erkennen waren. Da zog er seine beiden Lippen tief in den Mund hinein, daß er aussah wie des Nachbars alter Veit, der keine Zähne mehr hatte. Oder er dehnte den Mund nach links oder rechts in die Quere, wie der Köhler-Sanitat, wenn sie mit den Hühnern keifte. Oder er drückte ein Auge zu und blies eine Wange an, daß er war, wie der Schneider Tinli, wenn ihn sein Weib gestreichelt hatte. Die spaßhaftesten Gesichter der ganzen Nachbarschaft fielen mir ein, wenn der Vater beim Rasieren saß, und da kam mir das Lachen. Darauf hatte mein Vater stets liebevoll gesagt, »Gib Ruhe, Bübel!« Aber kaum die Worte gesprochen waren, wuchs wieder ein so wunderliches Gesicht, dass ich erst recht herausplatzte. Er guckte in den kleinen Spiegel, und schon meinte ich, sein schiefes Antlitz werde in ein Lächeln auseinander fließen. Da rief er plötzlich, »Wenn du keine Ruhe gibst, Bub, so haue ich dir den Seifenpinsel über.« Kroch ich denn unter den Tisch, und das Kichern schüttelte mich wie die Nässe den Pool. Der Vater aber konnte sich ruhig rasieren und war nicht mehr in Gefahr, über seine und meine Kremassen selbst in ein unzeitiges Lachen auszubrechen. So war's einmal an einem Winterabend, daß der Vater beim Seifenschüsselchen saß und ich unter dem Tisch, als sich draußen in der Vorlaube jemand den Schnee von den Schuhen stapfte. Gleich darauf ging die Tür auf, und ein großer Mann trat herein, dessen dichter roter Schnurrbart Eiszapfen trug, wie draußen unser Bretterdach. Er setzte sich gleich nieder auf eine Bank, zog eine bauchige Tabakspfeife aus dem Lodenmantel, fasste sie mit den Vorderzähnen, und während er Feuer schlug, sagte er, »Tust dich balbieren, Waldbauer?« »Ja, ich tue mich ein wenig balbieren,« antwortete mein Vater, und kratzte mit dem Scherenmesser und schnitt ein Gesicht. »Na, ist recht,« sagte der fremde Mann. Und später, als er schon von Wolken umhüllt war und die Eiszapfen bereits niedertröpfelten von seinem Barte, tat er folgende Rede. »Ich weiß nicht, Waldbauer, wisst mich kennen oder nicht? Ich bin vor fünf Jahren einmal an deinem Haus vorbeigegangen und hab beim Brunnen einen Trunkwasser genommen. Ich bin von der Stanz, bin der Drachenbinderin ihr Knecht. Ich bin da um deinen größeren Buben.« Mir unter dem Tisch schoss es bei den Worten heiß bis in die Zehen hinaus. Mein Vater hatte nur einen einzigen größeren Buben, und der war ich. Ich duckte mich in den finstersten Winkel hinein. »Um meinen Buben bis da,« entgegnete mein Vater. »Den magst wohl haben, den werden wir leicht entraten. Halt ja, er ist gar nicht so schlimm.« Bauersleute reden gern so herum, um ihre vorwitzigen Kinder zu necken und einzuschüchtern. Allein der Schremde sagte, »Nicht so, Bauer, gescheiterweise.« »Die Drachenbinderin will was aufschreiben lassen, ein Testament oder sowas.« Und sie weiß weit und breit keinen zu kriegen, der das Schreiben täte verstehen. Jetzt, da hat sie gehört, der Waldbauer im Alpel hätt so ein ausbündig Bübel, dem solch ein Ding im kleinen Finger stecken täte. Und so schickt sie mich her und lass dich bitten, Bauer, du sollst die Freundschaft haben und ihr deinen Bub auf einen Tag hinüberleihen. Sie wollte ihn schon wieder fleißig zurückschicken und ihm was geben zum Lohn.« Wie ich das gehört hatte, klopfte ich mit den Schuhspitzen schon ein wenig an den Tisch ragen. Das täte mir gleich nicht übel gefallen. »Geh«, sagte mein Vater, da er auf einem Backen bereits glatt gekratzt war. »Wie könnte denn mein kleiner Bub jetzt im tiefen Winter in die Stanz gehen? Ist ja völlig vier Stunden hinüber.« »Freilich wohl«, versetzte der große Mann. »Deswegen bin ich da. Er steigt mir auf den Buckel hinaus.« »Verstehst schon«, darauf mein Vater. »Buckelkraxen tragen.« »Nu, und nachher wird's wohl gehen, Waldbauer. Und wenn der Sonntagabend kommt, trag ich ihn dir wieder ins Haus.« »Je nu, dasselb weiß ich wohl, dass du mir ihn wieder redlich zurückstellst«, sagt mein Vater. »Und wenn die Drachenbinderin was will schreiben lassen, und wenn du der Drachenbinderin ihr Knecht bist, und wenn mein Bübel mit dir will, meinetwegen hat's keinen Anstand.« Die Worte hatte er bereits mit glattem, verjüngtem Gesicht gesprochen. Eine Weile nachher stak ich in meinem Sonntagsgewand. Glückselig über die Bedeutung ging ich in der Stube auf und ab. »Du ewiger Jutdu«, sagte mein Vater, »hast mehr kein Sitzfleisch?« Aber mir ließ es keine Ruhe mehr. Am liebsten hätte ich mich sogleich auf das breitige Nick des großen Mannes niedergelassen und wäre davon geritten. Da kam erst die Mutter mit dem Sterz und sagte, »Esset ihn, ihr zwei, ehe ihr fortgeht.« Umsonst hatte sie es nicht gesagt. Ich habe unseren breitesten hölzernen Löffel nie noch so hochgeschichtet gesehen, als zur selbigen Stunde, da ihn der fremde große Mann von dem Sterzdruck unter seinen Schnurrbart führte. Ich aber ging in der Stube auf und ab und dachte, wie ich nun der Drachenbinderin ihr Schreiber sein werde. Als hierauf die Sache insoweit geschlichtet war, dass die Mutter den Sterzdruck über den Herd stülpen konnte, ohne dass auch nur ein Brosamen herausfiel, da hüpfte ich auf das Genick des Mannes, hielt mich am Bate fest und ritt denn in Gottes Namen davon. Schon ging die Sonne unter, in den Tälern lagen Schatten, die fernen Schneehöhen der Almen hatten einen mattroten Schein. Als mein Gaul über die kahlen Weiden aufwärts trabte, da trug ihn der Schnee, aber als er in der Gegend des jungen Lerchenwuchses und des Fichtenwaldes kam, da wurde die Bodenkruste trügerisch und brach ein. Jedoch darauf war er vorgesehen, Als wir zu einem alten, hohlen Lerchenbaum kamen, der sein Geäste recht keck in die Luft hinausreckte, hielt er an, langte mit einer Hand in die schwarze Höhlung und zog ein paar aus Weiden geflochtenen Fußscheiben hervor, die er an die Schuhsohlen band. Mit diesen breiten Sohlen begann er die Wanderung von Neuem. Es ging langsam, denn er musste die Füße sehr weit auseinanderbiegen, um die Scheiben füreinander zu bringen, aber mit solchen Entenfüßen brach er nicht mehr durch. Auf einmal, es war schon finster und die Sterne leuchteten klar, hub mein Gaul an, mir die Schuhe loszulösen, zog sie zuletzt gar von den Füßen und tat sie in seine aufgebundene Schürze. Dann sagte er, jetzt Bübel, steck deine Pförtelein da in meinen Jackentaschen, dass die Zehen nicht herabfrieren. Meine vorgereckten Hände nahm er in die Seinen und hauchte sie mit dem warmen Atem an, was anstatt der Handschuhe war. An meinen Wangen kratzte die Kälte, der Schnee winselte unter den Scheiben, so ritt ich einsam fort durch den Wald und über die Höhen. Ich ritt über den ganzen langen Grat des Hochbürstlings, wo ich nicht einmal zur Sommerszeit noch gewesen war. Ich presste zuweilen, wenn es schon ganz langsam ging, meine Knie in die Weichen, und mein Gaul ertrug es willig und ging, wie er konnte, und er wusste den Weg. Ich ritt an einem Pfale vorbei, auf welchem Winter und Sommer der heilige Viehpatron Erhadi stand. Ich kannte den heiligen Erhadi von daheim. Ich und er hatten zusammen die Aussicht über meines Vaters Herden. Er war immer viel angesehener als ich, ging ein Rind zugrunde, so hatte ich, der Haltersbub, die Schuld. Gedien die anderen Recht, so hatte er das Lob. Nun tat's mir wohl, dass er sah, wie ich es zum Rittersmann gebracht. Endlich wendete sich der Lauf. Ich ritt abwärts über Stock und Stein und immer niederwärts einem Lichtlein zu, das unten in der Tiefe flimmerte. Und als so alle Bäume und Gegenden an mir vorübergegangen waren und ich vor mir den dunklen Klumpen mit der kleinen Tafel des Lichtscheines hatte, stand mein guter Christoph still und sagte, du liebes Waldbauernbübel, da du mir fremden Menschen so unbesonnen gefolgt bist, wohl könnte es sein, dass ich schon jahrelang einen Groll hätte gegen deinen Vater und dass ich dich jetzt in eine Räuberhöhle führte. Horchte ich einen Augenblick so hin. Weil er zu seinen Worten nicht mehr beisetzte, so sagte ich in demselben Tone, da mein Vater mich der Drachenbinderin ihrem Knechte so anvertraut hat und da ich so unbesonnen gefolgt bin, so wird der Drachenbinderin ihr Knecht keinen Groll haben können und mich nicht in eine Räuberhöhle führen. Der Mann hat nach diesen meinen Worten in sein Bad gepfustet. Bald darauf hob er mich auf einen Strunk an der Wand und sagte, jetzt sind wir bei der Drachenbinderin ihrem Haus. Er machte an dem dunklen Klumpen eine Tür auf und trug mich hinein. In der kleinen Stube war ein Herd, auf dem das Häuschen Blut lag. Ein Kienspan, der brannte und ein Strohlager, auf dem ein Kind schlief. Daneben stand ein Weib, das schon sehr alt und gebückt war und das im Gesicht schier so blass und faltenreich aussah, wie das grobe Nachtkleid, in das es gehüllt stand. Dieses Weib stieß, als wir eintraten, jauchzende Töne aus, hub dann heftig zu lachen an und verbarg sich hinter dem Herde. »Das ist die Drachenbinderin«, sagte mein Begleiter. »Sie wird gleich zu dir reden. Dann setze dich hierweilen auf den Schemel daneben im Bett und tu deine Schuhe wieder an.« Ich tat es und er setzte sich daneben auf einen Holzblock. Als das Weib still geworden war, trippelte es am Herde herum und brachte uns in einer Tonschüssel eine graue, dampfende Mehlsuppe und zwei beinernen Löffel dazu. Der Knecht aß würdevoll und beharrlich, mir wollte es nicht schmecken. Zuletzt stand der Knecht auf und sagte leise zu mir, »Schlaf wohl, du Waldbauernbub« und ging davon. Und als ich in der schwülen Stube allein war mit dem schlummernden Kinde und dem alten Weibe, da hub es mir an, unheimlich zu werden. Doch nun trat die Drachenbinderin heran, legte ihre leichte, hagere Hand an meine Wange und sagte, »Dank dir Gott, unserem lieben Herr, dass du zu mir gekommen bist.« »Es wäret kein halbes Jährlein noch, seit mir meine Tochter ist gestorben.« »Das da«, sie deutete auf das Kind, »ist mein junger Zweig.« »Ist ein gar armer Wurm, wird mein Erbe sein.« »Und jetzt höre ich schon wieder den Tod anklopfen an meiner Tür.« »Ich bin alt schon, an die achtzig Jahr.« »Mein Leblang habe ich gespart.« »Mein Sargbett will ich mir wohl erbetteln von guten Leuten. Mein Mann ist früh gestorben und hat mir das Drachenbinderhäusl, wie es genannt wird, zurückgelassen. Meine Krankheiten haben mir das Häusl wieder gekostet, sind's aber nicht wert gewesen. Was ich hinterlass, ist meinem Enkelkind zu eigen. In sein Köpfel geht's heute noch nicht hinein und in die Hand geben kann ich's keinem Menschen. So will ich's schreiben lassen, dass es bewahrt ist. Durch den Schulmeister in der Stanz will ich's nicht tun und der Doktor kann's ohne Stempelgeld vielleicht nicht machen.« So haben die Leute vom Waldbauernbuben erzählt. »Der wär so hoch gelehrt, dass er einen letzten Willen wüsst, zu schreiben.« »Und hab ich dich von weiten Wegen bringen lassen. Morgen tu mir die lieb und heute geh zur friedsamen Ruhe.« Sie geleitete mich zu dem brennenden Spahn in eine Nebenkammer. Die war nur aus Brettern geschlagen. Ein Lager von Heu und eine Decke aus dem dicken Sonntagskleide des Weibes war da, und in einem Winkel stand aus wurmstichigem Holz ein winziges Kirchlein mit zwei Türmen, in welchem Glöcklein schrillten, so oft wir auf den schwankenden Fußboden traten. Die Drachenbinderin steckte den Spahn in ein Turmfenster, segnete mich mit einem Daumenkreuze, und bald darauf war ich allein in der Kammer. Es war kalt. Ich fröstelte vor dem Winter und vor dem Weibe, das meine Gastfrau war, aber noch ehe ich mich ins Nest verkroch, machte ich mit Neugierde die Tür des Kirchleins auf. Eine Maus huschte heraus. Die hatte wohl eben an dem goldpapierenden Altar und der pappenden Hand des heiligen Josefs ihr Nachtmal gehalten. Es waren Heilige und Engel da und bunte Fähnlein und Kränzlein, ein liebliches Spiel. Ich meinte, das sei gewiss der alten Drachenbinderin ihrer Pfarrkirche, weil das Weib doch schon viel zu mühselig, um nach Stanz zum Gottesdienst zu wandern. Ich betete vor dem Kirchlein mein Abendgebet, worin ich den lieben Herrgott bat, mich in dieser Nacht recht zu beschützen. Dann löschte ich den Spahn aus, dass er nicht zu dem Turmfenster hineinbrennen konnte, und legte mich auf das Heu. Mir kam es vor, als wäre ich losgerissen von mir selber, ein gelehrter Schreiber in einem fernen kalten Hause, während der wahrhaftige Waldbauernbub daheim in dem warmen Nestlein schlummere. Als ich endlich im Einschlafen war, hörte ich drinnen in der Stube wieder das kurz aufgestoßene Jauchzen und bald darauf das heftige Lachen. Was ergötzt sie denn so sehr, und wen lacht sie aus? Ich sann auf Flucht. Ein Wandbrett wäre doch leicht ausgehoben, aber der Schnee. Erst gegen Morgen schlief ich ein und träumte von einer roten Maus, die allen Heiligen der Kirche die rechte Hand abgebissen hatte. Und zum Turmfenster sah mein Vater mit den eingeseiften schiefen Backen heraus und er hielt einen brennenden Spahn im Mund. Ich schluchzte und kicherte zugleich. Als ich endlich erwacht war, spielte es, als wäre die Kammer ein Käfig mit silbernen Spangen. So strahlte das weiße Tageslicht durch die aufrechten Bretterfugen. Und als ich hinausging, vor die Tür, da staunte ich, wie eng die Schlucht und wie fremd und hoch und winterlich die Berge waren. Im Hause schrie das Kind und jauchzte wieder die Drachenbinderin. Bei der Frühsuppe war auch mein Gaul wieder da. Aber er sagte schier kein Wort. Er sah nur auf sein Essen, und als dieses um war, stand er auf, setzte seinen großmächtigen Hut auf und ging gegen Stanz hinaus zur Kirche. Als das Weib das Kind beruhigt, die Hühner gefüttert und andere Dinge des Hauses getan hatte, schob es den Holzriegel vor die äußere Tür, ging in die Kammer und hob mit den kleinen Glocken des Kirchleins zu Leuten an. Dann entzündete sie zwei Kerzen, die am Altare standen, und dann tat sie ein Gebet, wie ich meiner Tage keines gehört habe. Sie kniete vor dem Kirchlein, streckte die Hände aus und murmelte. »Von wegen der Mater Mauerwunden deiner rechten Hand, du kreuzsterbender Heiland, tu meine verstorbenen Eltern erretten, wenn sie noch in der Pein sind.« Schon der Jahre ein halbes Wundert sind sie in der Erden, und heut noch hör ich meinen Vater rufen um Hilf mitten in der Nacht. »Von wegen der Mauerwunden deiner linken Hand lass dir empfohlen sein meiner Tochter Seel.« Sie hat kaum mögen die Welt anschauen, und wie sie dem Gatten das Kindlein in die Hand will legen, da kommt der bittere Tod und tut sie uns begraben. »Von wegen der Materwunden deines rechten Fußes will ich dich bitten, wohl im Herzen für meinen Mann und für meinen Blutsfreund und Guttäter, und dass du den Waldbauernbuben nicht wolltest vergessen.« »Von wegen der Materwunden deines linken Fußes, du kreuzsterbender Heiland, sei auch ein Gedenk in Lieb und Gnaden, all meiner Feinde, die mich mit Händen haben geschlagen und mit Füßen haben getreten. Von wegen der Materwunden deines heiligen Herzens sei zu tausend und tausendmal angerufen. Du gekreuzigter Gott, schließe mein Enkelkind in dein göttliches Herz. Sein Vater ist bei den Soldaten in weitem Feld. Ich hab leicht kein langes Verbleiben, du musst dem Kind ein Vormund sein. Ich bitte dich. Amen.« So hatte sie gebetet. Die roten Kerzen brannten fromm. Ich hab gemeint zur selben Stunde, wenn ich der liebe Herrgott wäre, ich stiege herab vom Himmel und tät das Kind nehmen in meine Hände und tät sagen, »Auf das du siehst, Drachenbinderin, ich halte es an meinem Herzen warm und will sein Vormund sein.« Aber ich bin der liebe Herrgott nicht gewesen. Nach einer Weile sagte das Weib, »Jetzt heben wir zu schreiben an.« Aber wie wir wollten zu schreiben anheben, da war keine Tinte, keine Feder und kein Papier. All miteinander hatten wir falsch gedacht. Sie, dass ich das Zeug mitbringen, ich, dass sie es im Haus haben würde. »Ach«, sagt sie, »das ist ein Kreuz.« Ich hatte einmal das Geschichtchen gehört von jedem Doktor, der in Ermangelung der Dinge sein Rezept an die Stubentür geschrieben. Es war hier der Nachahmung wert, fand sich aber keine Kreide im Haus. Ich wusste mir keinen Rat und ich schämte mich unsagbar, dass ich ein Schreiber ohne Feder war. »Waldbauernbub«, sagte das Weib, »leicht hast du's auch mit Kohlen gelernt.« »Ja, ja, mit Kohlen, wie sie auf dem Herde lagen, das war ein Mittel.« »Und das ist in Gottes Namen mein Papierblatt«, sprach sie und hob die Decke eines alten Schrankes empor, der hinter dem Ofen stand. In dem Schranke waren Lodernschnitzel, ein Stück Linnen und ein rostiger Spaten. Als die Drachenbinderin bemerkte, dass ich auf den Spaten blickte, wurde sie völlig verlegen, deckte ihr altes Gesicht mit der blauen Schürze und murmelte, »Es ist wohl eine Schande.« Mir fuhr es ins Herz. Ich hielt das für einen Vorwurf, dass ich kein Schreibzeug bei mir hatte. »Wirst mich recht schaffen, auslachen, Waldbauernbub, dass er gar so rostig ist«, lispelte die Alte, »aber tu ja nichts Schlechtes von mir denken. Ich kann halt nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin schon gar so viel ein mühseliger Mensch.« Jetzt verstand ich vielleicht, das arme Weib schämte sich, dass es den Spaten nicht mehr handhaben konnte und dass dieser so rostig geworden. Ich suchte mir am Herd ein spitzes Stück Kohle. Die Kiefer ist so gut und leit mir die Feder, dass ich das Testament oder was es sein wird, der alten Drachenbinderin vermag aufzuschreiben. Als also der falbfarbige Schrank offen stand und ich bereit war, auf die Worte des Weibes zu hören und sie zu verzeichnen, dass sie nach vielen Jahren dem Enkel eine Botschaft seien, da tat die Alte neben mir plötzlich ein helles Aufjauchzen. Eilig wendete sie sich seit ab, jauchzte zwei- und dreimal und brach zuletzt in ein heiseres Lachen aus. Ich zerrieb in der Angst fast die Kohle zwischen meinen Fingern und schielte nach der Tür. Als das Weib eine Weile gelacht hatte, war es still, tat einen tiefen Atemzug, trocknete sich den Schweiß, wendete sich zu mir und sagte, so schreib. Hoch werden wir nicht zählen. Fang aber doch an im oberen Eck. Ich legte die Hand auf das oberste Eck des Deckbrettes. Hierauf sprach das Weib folgende Worte. Eins und eins ist Gott allein. Das, du Kind meines Kindes, ist dein Eigen. Ich schrieb die Worte auf das Holz. Zwei und zwei fuhr sie fort. Zwei und zwei ist Mann und Weib. Drei und drei das Kind dabei. Vier und fünf bis acht und neun, weil die Sorgen zahllos seien. Bet, als hättest keine Hand. Arbeit, als wär kein Gott bekannt. Trage Holz und denk dabei. Kochen wird mir Gott den Brei. Als ich diese Worte schlecht und recht geschrieben hatte, senkte sie den Deckel auf den Schrank, versperrte ihn sorgsam, und sagte zu mir, jetzt hast du mir große Guttat erwiesen. Jetzt ist mir ein schwermächtiger Stein vom Herzen. Diese Thron da ist das Vermächtnis für mein Enkelkind. Und jetzt kannst du sagen, was ich dir geben soll für deinen Dienst. Ich schüttelte den Kopf und wollte nichts verlangen, als dass ich das Sprüchel auswendig lernen und mit heimtragen dürfe. So gut schreiben und so weit herreisen und eine ganze Nacht Kälte leiden und zuletzt nichts dafür nehmen wollen, das wär sauber, rief sie. Waldbauernbub, das kund ich nicht angehen lassen. Ich blinzelte durch die offene Tür ein wenig in die Kammer hinein, wo das Kirchlein stand. Da roch sie's gleich. Mein Hausaltar liegt dir im Sinn, sagte sie. Gottes wegen, du magst ihn haben. Man kann's nicht versperren wie die Thron, das liebe Kirchel und die Leute täten's mir doch nur verschleppen, wenn ich nicht mehr bin. Bei dir ist's in Ehren und du denkst wohl an die alte Drachenbinderin zur heiligen Stund, wenn du betest. Das ganze Kirchlein hat sie mir geschenkt. Und das war jetzt vielleicht die größte Seligkeit in meiner ganzen Kindschaft. Gleich wollte ich es auf die Achsel nehmen und vortragen über die Alpe zu meinem Hause. Aber das Weib sagte, du lieber Nersch, das kund wohl auf alle Mittel und Weiß nicht sein. Kommt erst der Knecht heim, der wird einen Rat schon wissen. Und als der Knecht heimgekommen war und mit uns das Mittagsbrot gegessen hatte, da wusste er einen Rat. Er band mir das Kirchlein mit einem Strick auf den Rücken, dann ließ er sich nieder vor dem Holzblock und sagte, jetzt Bübel, reit wieder auf. Saß ich denn das zweite Mal auf seinem Nacken, steckte die Füße in seine Jackentaschen wie in Steigbügel und umschlang mit den Händen seinen Hals. Die Alte hielt mir das erwachende Kind noch vor, dass es mir das Händchen hinhalte, sagte noch gute Worte des Dankes, huschte hinter den Ofen und jauchzte. Ich aber ritt davon und an meinem Rücken klöpfelten die Heiligen in der Kirche und in den Türmen schrillten bei jeder Bewegung die Glöcklein. Als der Mann mit mir emporgestiegen war bis zu den Höhen des Bürstlings und sich dort wieder die Schneescheiben festband, da fragte ich ihn, warum denn die Drachenbinderin Alfortz so jauchzt und lache. »Das ist kein Jauchzen und Lachen, liebes Waldbauernbüblein«, antwortete mir der Mann. »Die Drachenbinderin hat eine Krankheit zu tragen. Sie hat jahrelang so ein Schluchsen gehabt und ist nach und nach, wie der Bader sagt, das Krampfschreien und das Krampflachen daraus geworden. Jetzt ballt sich ihr Eingeweide zusammen und wenn sie in der Erregung ist, so hat sie die Anfälle. Sie kann auch keine Speisen mehr vertragen und sieht den Tod vor Augen.« Ich entgegnete kein Wort, blickte auf die schneeweißen Höhen, auf den dämmerigen Wald und sah, wie wir an dem reinen Sonntagnachmittag sagte, abwärts stiegen gegen mein Heimatshaus. Ich dachte, wie ich die Kirche, die ich zum Vermächtnis bekommen, nun aufstellen wolle in der Stube und darin Gottesdienst halten, auch für das arme Weib, das vor lauter Kranksein jauchzen musste. Etliche Wochen darauf sind die Wörglein zur Trauer geläutet worden. Ende von Kapitel 33 Gelesen von Alexander Rühl, Flörsheimer Main Kapitel 34 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Alexander Rühl Das Waldbauernbübel von Peter Rosegger Kapitel 34 Als ich mir die Welt am Himmel baute. Nach solchen Erfahrungen wird einem das wiedergekehrte Alltagsleben zwischen den Wäldern langweilig. Man will immer was Neues haben. Ich war damals ein Bursche in den Jahren, wo man mit dem Knaben nicht mehr viel anzufangen weiß, den Junggesellen aber noch lange nicht im Jöppel hat. Trug eine ungebleichte Leinwandhose, eine Jacke aus grauem Wilfing und eine bunt gestreifte Zipfelmütze. War barfuß und ungeschickt im Gehen und Laufen, jeden Tag trug ich eine andere Zehe in der Binde. Die Haare hatte ich mit den fünf Fingern vorn herabgekämmt, mit den Zähnen kaute ich an einem Strohhalm. Es war mit mir bisweilen nichts anzufangen. Wenn man mich auf das Feld stellte, so stolperte ich über den Flug und den Spaten und wenn man mich in den Wald schickte, so hieb ich die Axt anstatt in das Holz, in den Stein und bald war die Schneide des Werkzeuges so stumpf, dass man darauf hätte reiten können. Und dann stand ich da, enthielt die zehn Finger in den Händen und glotzte zum Himmel auf. Unsere Waldwege waren mir schon gar so lästig geworden, das ewige Dunkelgrün und das ewige Vogelgezwitscher und Windrauschen war nicht mehr auszuhalten. Es war einerlei immer einerlei. Und ich sann, träumte anderem nach. Da eines Tages, ich weidete unsere Herde auf der Hochöde, wie wir ein hochgelegtes Brachfeld, auf dem schon die Eriken und Wacholderwuchsen nannten, entdeckte ich den Himmel, den wunderbaren Wolkenhimmel. Ich war nun plötzlich entzückt über die Formen und Gestaltungen in allen Lichtarten. Ich wunderte mich nur, dass mir dieser Himmel nicht schon längst aufgefallen war. So stand ich nun da und sah empor zu der neuen Welt, zu den Ebenen und Bergen und Schluchten, zu den ungeheuerlichen Tieren, die bewegungslos dastanden und dennoch dahinkrochen und sich reckten und dehnten und Arme und Beine ausstreckten, die sich wieder in Wedel und Rümpfe und Flügel verwandelten. Und ich glotzte die Luftschlösser an, die sich vor mir aufbauten. Von nun an war auf der Heide meine Freude, und gern weidete ich die Herde, weidete ich doch dabei auch die lockigen Lämmer des Himmels. In demselben Jahr war ein heißer Sommer, da ging's am Himmel wohl auch oft ein wenig einförmig zu, aber des Morgens und des Abends gab's doch immer was zu sehen. Ich war eine Zeit lang wie vernaht in das Firmament. Mein Vater wunderte sich, dass ich oft gar der Erste aus dem Bette war, dass ich die Morgensuppe stehen ließ und die Rinder mit einer fast ängstlichen Behändigkeit auf die Hochöde jagte. Er wußte nicht warum. Ich aber setzte mich in der Hochöde auf einen Stein, über welchen das Moos ein zartes, gelblich-grünes Samtpelzchen gelegt hatte, und während die Kühe und die Kälber emsig im Heidekraut grasten und dabei ihre Schellen lustig klöckelten, biss ich allfort an einem dünnen Federgrashalm und blickte hin gegen Sonnenaufgang. Da war zuerst über dem fernen Gebirgszug des Wechsels eine dunkle, mattrote Bank. Sie dehnte sich weit, weit hin und verlor sich, man wußte nicht wo. Mit einem Mal zogen sich goldene Fäden durch, und die ganze Wolkenbank wurde durchbrochen von Licht und sah nun aus wie ein ungeheurer, rotglühender Eisenklumpen. Da waren alle meine Kühe rot, und das Heidekraut war rot, das sie grasten, und die Steine waren rot, und die Stämme am Waldrand waren rot, und um eine Leinwandhose war rot. Jetzt flammte am Rand der Wechselalpe plötzlich ein kleines Feuer, wie es Hirtenjunge gern anzünden, wenn sie sich Erdäpfel braten wollen. Aber das Feuer dehnte sich aus, nach rechts und links, und ging in die Höhe. Das war ja ein Brand, zuletzt brannten dort alle Almhütten. Aber in einer wunderbaren Regelmäßigkeit hob sich der Brand empor, und eine großmächtige Glutscheibe tauchte auf, die Sonne. Da hatten meine Kühe und die Steine und ich auf einmal lange Schatten hin über die Heide. Mein Schatten war so lang, dass, wenn er vom Boden aufgestanden wäre, er mit seinen Fingern in den weißgelblichen Wolkenballen des Himmels hätte Wolle zupfen können. Die Nebelbank über dem Gebirgszug wurde schmächtiger. Es ging er ans Herz, noch steckte sie einen glühenden Speer aus, der ging mitten durch die Sonne, aber er schmolz, und die Sonne wurde kleiner und funkelnder, und bald war die Wolkenbank, waren die roten Fäden am Gesichtskreise verschwunden. Hier und da in der weiten Himmelsrunde hing es wohl noch wie weiße Wolle, und dort und dort schwamm ein Federchen hin, aber bald gingen auch die Federchen verloren, und die Wolle wurde unmerklich langsam auseinandergezupft, in leichten Flocken und dünnen Fädchen, und auf einmal war gar nichts mehr da als der tiefblaue Himmel und der blitzende Sonnenstern. Es lag fast wie Dunkelheit über den Waldbergen, so unsäglich klar und leer war der Himmel, es war, als ob die Sonne zu klein werden wolle, für die unendliche Weite, und doch konnte ich das Auge kaum auftun, vor lauter Licht. Gegen die Mittagszeit ging die Bläue etwas in das Graulichte über, da sah es noch sonniger aus, und es war sehr heiß. Meine Herde hatte schon kühles, schattiges Dickicht aufgesucht, um sich die stechenden Fliegen abzuhalten. Ich saß noch auf dem Stein und sah den Himmel an und dachte, wie schön das sein müsste, wenn die Himmelsrunde ein Spiegel wäre, und wenn das Bild der Erde drin läge mit aller großen Herrlichkeit. Vielleicht hätte ich dann von meiner Hochöde aus fremde Länder und große Städte sehen können. Nach der neunten Stunde, die ich an dem Schatten einer aufrecht stehenden Stange bestimmte, hob sich gewöhnlich ein Lüftchen, das ein paar Stunden fächelte und leise in den Bäumen säuselte. Das war zum Einschlummern süß zu hören, mir fiel gar der Grashalm aus dem Munde. Die Ameisen konnten innerhalb meines Höschens empor krabbeln, wie sie wollten, ich gewahrte sie nicht. Ja, ich gewahrte es nicht einmal und wusste nicht, wie es kam, aber plötzlich waren zu allen Seiten des Gesichtskreises sowohl über den schwarzbläulichen Waldbergen der Mittagsseite als über der Wechselalpe und über den Matten der Mitternachtshöhen, hinter welchen die kahle, wettergraue Racks aufragte, und über der fernen Felsenkette der Abendseite schneeweiße Wolken. Sie waren in halbrunden Haufen, sie waren wie dicht aufqualmender Reisegrauch, der plötzlich versteinert wird, zu weißem Marmor. Die Ränder waren so scharf, wie mit einer Schere aus Papier geschnitten. Ganz unbeweglich schienen die Wolken, und doch änderten sie sich in jedem Augenblicke und bauten sich auf, einer über die andere und schoben sich von unten nach, dichter und dichter, grauer und grauer, oder es war jählings ein Riß, eine Lücke hinaus in die Bläue. Und hoch oben, über meinem Scheitel, standen auch Wolkenschichten grau, stellenweise ganz dunkel, aber mit lichten, federartigen Rändern. Da blickte man hin und sah das Verwandeln nicht und sah die Verwandlung. Wie war das wunderbar? Ist es möglich, dass das jeden Tag geschieht und die Menschen achten es nicht, bemerken es nicht einmal und wundern sich, mehr über ein Taschenspielchen als über den allherrlichen Wolkenhimmel? Die Schichten über der fernen Felsenkette waren niedlicher und gegliederter als die näheren Ballen. Sie waren zum Teile bläulich wie der Himmel und wären von diesem oft kaum zu unterscheiden gewesen, wenn die Ränder nicht milchweiß geglänzt hätten. Ich tat die Füße auseinander, bückte mich und guckte zwischen den Beinen hindurch auf die fernen Wolkenschichten hin, um durch diese ungewohnte Lage des Blickes ein möglichst abenteuerliches Bild zu schauen. Da sah ich unerhörte Bergriesen mit den schwindelsten, Kuppen und schauerlichsten Abgründen und da ragten die Felshörner und da glänzten die Gletscher in unermäßlichen Höhen. Wenn dann vor diesem Gebilde ein dunkles Wölkchen dahinschwamm, so hielt ich das für einen riesigen Steinadler oder gar für den Vogel Greis. Das war mein Tirol, von dem ich schon gehört hatte und ich guckte so lange zwischen den Beinen darauf hin, bis ich schwindlig wurde und in das Gras purzelte. Auch lächerliche Riesen mit goldigem Mantelsaum, mit verknorten Gliedern und gewaltigen Köpfen standen am Himmel und schwangen ihre Arme und streckten ihre Finger nach der Sonne aus. Die Sonne hatte sich lange sehr geschickt zwischen den Ungeheuern durchgewunden, aber endlich ging sie doch ins Netz. Da lag dann ein dunkler Flecken über dem Waldlande und über den reisenden Feldern im Tale und es lagen mehrere Flecken und zogen sich langsam hin über den Flächen und krochen wachsend empor anhängen und verschwanden endlich wieder. Je mehr die Sonne niedersank, je schöner wurde ihr Strahl. Die dichten Wolken schwanden, gingen in Federn und Fransen aus und gegen Abend weideten am Firmamente, wo früher die Ungeheuer gestanden, milde weiße Lämmchen. Nur die Bilder über der fernen Felsenkette blieben am längsten, aber auch dort waren großartige Veränderungen. Das Hochgebirge war zu einer leuchtenden Stadt mit goldenen Türmen und Kuppeln und Zinnen geworden. Das war meine Himmelsstadt. Ich blickte wieder zwischen den Beinen darauf hin. Aber wie, wenn das ganze Reich von Butter gewesen wäre! So zerging es nun, als die Sonne nahe kam, und es dehnte sich eine weite Ebene aus über die Felsenkette, eine rötliche, unabsehbare Ebene mit Licht- und Schattenfäden und darüber hin der Himmel. Das war mir das Meer, und ich guckte wieder durch mein dreieckiges Fernrohr. Die Sonne durchbrach diese Ebene und tauchte als große rote Scheibe hinter den Kanten der Felsen hinab. Da lagen rote Linien und glühende Nadeln darüber, die noch lange leuchteten und erst zur späten Stunde erloschen, als über unserem Gehöfte schon die Stille der Nacht war und am Himmel die Sterne sichtbar wurden, oder das Mondlicht liebliche Schleier wob. So waren die Tage des Juli und August. Die Kornfelder im Tale nahten langsam der Reise, sie wurden sorgfältig bewacht, sie machten für den Winter die einzige Hoffnung aus. Die Früchte an den Berghängen aber waren im Verdorren, denn es rieselte wochenlang kein Regen. Da blickten auch andere Leute zuweilen aufwärts zu den Wolken oder hin gegen die Raks, die aber stets klar war und an der nie die Nebelflocke klebte. Eine Nebelflocke an der Raks wäre das sichere Anzeichen eines nahen Regens gewesen. Ich saß täglich auf meiner Hochöde und sah den Himmel an. Ich wusste nicht warum. Ich dachte es mir oft auch kaum, was ich sah, ich fühlte es nur. Einmal gegen die Abendstunde hin saß über der Felsenkette ein ungeheures Eichhörnchen. Es setzte seine Vorderfüßchen gerade auf, es hatte ein deutliches Schnäuzchen und spitzte die Ohren und der buschige, sanft wollige Schweif ging weithin gegen die Neubergeralpen. Es war ein launiges Wolkengebilde, gar ein Äuglein hatte das Tier, ein blaues Äuglein, durch welches der klare Himmel guckte. Aber auf einmal wurde es Licht und funkelnd in diesem Auge und es warf einen mächtigen Strahl quer über den Himmel hin. Hinter der Wolke die Sonne. Endlich erlosch das Auge wieder. Ich wusste nicht, hatte ein Wölklein das Lied zugedrückt oder war die Lichtscheibe dahinter gesunken. Ich wartete, bis die Sonne unterhalb am Halse herauskommen würde und freute mich schon auf das goldige Halsgehänge, das mein Eichhörnchen bekommen sollte. Aber siehe, während ich so wartete und mich freute, war das Tier zu einer formlosen Masse geworden. Nur der buschige, sanft wollige Schweif ging noch weithin in das Österreicherland. Einmal war der Himmel mit einer leichten, gleichmäßigen Nebelschicht umzogen, auf welcher tiefer liegende Wolken verschiedene Figuren bildeten. So kroch eine Kreuzspinne dahin und der Sonne zu. Die Kreuzspinne war riesig groß und meine Fantasie sah acht oder zehn Füße. Sie kam der ohnehin matt scheinenden Sonne immer näher und sie fraß sie auf, sodass Schatten lag über dem Waldlande. Als ich wieder hinauf sah, war das Gebilde verschwommen und eine plumpe Wolkenmasse verhüllte die Sonne. Wieder zu anderen Tagen war es wirklich lebendig am Himmel. Von der Felsenkette über unserem Waldberge und gegen Morgen und Mittag hin zog ein endloses Heer von Wolken. Stellenweise wanderten sie einzeln, stellenweise wieder in großen Gruppen und Massen, licht und dunkelgrau und wollig und lämmelig und sie duckten sich untereinander und sie ritten übereinander und es war eine wüste Flucht. In den Wäldern rauschte unwirtlich der Wind. Das war eine wahre Völkerwanderung am Himmel, tagelang. Ich fragte die Wolken, woher sie kämen, wohin sie zögen. Sie hatten nur Schatten für mich und keine Antwort. Nach den Tagen des Windes blieb der Himmel eine Zeit lang gleichmäßig trüb und es strich eine kühle, oft fast frostige Luft. Die Leute meinten, nun werde der ersehnte Regen kommen. Aber das Wolkengewölbe wurde lichter und durchsichtiger und endlich sah man durch dasselbe wieder den Sonnenstern schimmern. Ich vergaß auf die welkenden, verdorrenden Pflanzen der Erde, die bereits fahl und rot verbrannt waren. Ich vergaß auf die Waldvöglein, die nicht mehr singen wollten, weil sie schier vertrocknete Kehlen haben mochten. Ich freute mich, daß sich der Himmel wieder erheiterte. Die Wölklein waren nun so zart und leicht und milchweiß und leichte Fäden zogen hin, als ob in dem weiten Lüften eine unsichtbare Spinnerin wäre und ein Webstuhl stünde in der hohen Himmelsrunde. Und aus all den wunderbaren Geweben fügten sich Nester mit Eiern und schneeweißen Tauben. Dann machten diese Tierchen hohe Krägen und schnäbelten miteinander, und da dachte ich mir, zuweilen trifft es doch zu, daß der Himmel ein Spiegel der Erde ist. Ich hatte zu derselben Zeit mehrmals von einem Müllers Töchterlein geträumt, daß Maria hieß und ein weißes Hemdchen trug. Die Himmelsgebilde waren an diesem Tag gar zu lieblich, und dazu hauchte eine labende Kühle von der fernen Felsenkette her. Die Leute aber waren missmutig, man hörte kein Singen und Jauchzen, das sonst den Wald so lebendig macht. Es war eine große Trägheit im Walde. Endlich, eines Morgens, sonst tiefblauer Himmel klebte an den Gewände der Racks ein Nebelchen. Die Leute jubelten. Ich betrachtete gedankenlos die Flocke an der Felswand, die fast den ganzen Vormittag in derselben Stellung blieb. Es zog ein beinahe frostiger Alpenhauch, zur Mittagsstunde aber wurde es empfindlich kühl. Am Gesichtskreise stiegen wieder die vielgestaltigen Wolkenhaufen auf. Die Sonne verzog sich für kurze Zeit. An der Mitternachtseite gingen mattgraue Streifen nieder, und man hörte mehrmals ein fernes Donnern. Das Gewitter verging, ohne daß auf unsere Gegend ein Regentröpfchen fiel. Das Wölkchen an der Racks war verschwunden, doch es war jetzt die Sonne nicht. Das Waldland lag im Schatten, kein Vogel war zu hören, nur vernahm man zuweilen den Pfiff eines Geiers. Ich wäre noch gern auf der Hochöde geblieben und hätte so ruhsame Dinge betrachtet, aber meine Herde graste talab und ging unser Haus, ehe es noch Abend wurde. Als ich zum Hause kam, stand die Mutter am Garten rein und betete aus einem Buch halblaut das Evangelium des heiligen Johannes und machte mit dem hölzernen Kruzifix unseres Hausaltares Kreuze nach allen Himmelsrichtungen. Es war noch die Sonne nicht untergegangen, aber es war schon ganz dunkel. Das Bächlein unten in der Schlucht war so klein, daß es nur sickerte, und doch war ein seltsames Brausen wie von einer mächtigen Wasserfalle. Der Hof lag wie träumend da, die Tannen daneben regten sich nicht. Ein großer glitzernder Habicht schwamm von der Hochöde her nieder und über den Hof hin. Im Gewölbe hallte ein halbersticktes Donnern, das sich mit Mühe weiterzudrängen schien und plötzlich abzuckte. An der Mitternachtsseite des Hauses wurden die Fensterbalken geschlossen. Einzelne Schwalben flatterten verwirrt unter dem Dache umher. Der Brunnen vor dem Hause spritzte zuweilen unregelmäßig über den Trog hinaus, und doch merkte man sonst kein Lüftchen. Mein Vater ging vor der Haustüre auf und ab und hielt die Hände über den Rücken. Plötzlich begann es von den Tannen zu rauschen, und mehrere bereits vergilbte Ahornblätter hüpften vom Walde heran. Regentropfen schlugen nieder und spritzten von der Erde wieder auf. Jetzt war es wie ein schwaches Aufleuchten durch die Abenddämmerung. Dann tanzten wieder lose Blätter über den Anger, in den Wolken rauschte es wie das Rollen wuchtiger Sandballen. Nun brach es los. Die Bäume wurden lebendig, und es krachten die Strünke. Vom Dache der Scheune rissen sich ganze Fetzen los und tanzten in den Lüften. In demselben Augenblicke sauste das erste Schlossenkorn nieder. Hoch sprang es wieder auf und kollerte hüpfend über den Boden hin. Das Schlossenkorn war so groß wie ein Hühnerei. Die Leute sahen es, und mit einem leisen Jesus Maria eilten sie ins Haus. Ich blieb so lange im Freien, bis mir ein Eisklumpen auf die Zehen fiel. Dann huschte ich unter das Dach. Nun war eine Weile lang nichts als ein fürchterliches Geknatter. Die Leute beteten den Wettersegen, aber man verstand kein einziges Wort. Zuerst klirrten die Fenster der Morgenseite, auf den Dächern knatterte es, und zackig geschlossen, kollerten in die Stube, und der Wind wogte herein und blies die Wetterkerze aus, und fachte das Herdfeuer an zu einem wilden Sprühen, und wir glaubten schon, es käme uns das Feuer zum Rauchfang hinaus. Erst als ein Donnerschlag krachte, und ein zweiter, legte sich das wüste Getöse, und es zog nur noch ein eiskalter Luftzug durch die Fenster, und es rieselte der Regen. Endlich legte sich auch dieser. Es war Nacht geworden. Draußen lag eine Winterlandschaft. Wir nahmen kein Nachtmahl, wir gingen nicht zur Ruhe. Ich legte Strohschuhe an und ging mit meinem Vater hinaus auf das hohe knisternde Eis. Wortlos schritten wir um das Gehöfte. An den Gebäuden lagen Hansen von Schlossen und Dachsplittern, unter den Tannen waren hohe Schichten von Reisig, und die schönen Stämme hatten nur kahles oder zerzaustes Geäste. Auf dem Kornfeld und auf dem Kohlgarten lag die gleichmäßige Eisschicht. Kein einzig Helmlein, kein einzig Häuptchen ragte hervor. Mein Vater stand still, hielt die Hände über das Gesicht, und seine Atemstöße zitterten. Von der Mittagsseite war noch das ferne Murren des Gewitters zu hören. Über dem Wechsel ging zwischen zerrissenen Wolken der Mond auf, und aus dem dunklen Grunde der Wälder erhoben sich weiße Nebelgebilde. Am Himmel standen zarte Flocken mit silberigen Rändern. Ende von Kapitel 34 Gelesen von Alexander Rühl, Flörsheim am Main Ende von Waldheimat Erzählungen aus der Jugendzeit Erster Band Das Waldbauernbübel Von Peter Rosegger Das Waldbauernbübel Das Waldbauernbübel Das Waldbauernbübel Das Waldbauernbübel Ersteckend